liebe freunde ich hoffe ich bin live seid herzlich willkommen zu diesem mega samstag moderatoren chat schon am start schön dass ihr da seid ihr lieben moderatoren ich hoffe sonst in augen schon ein paar Leute da haben sich doch schon einige versammelt seid herzlich gegrüßt so bin ich zu sehen bin ich zu hören wir machen uns das heute hier richtig gemütlich so seid seid willkommen also wie wird das ablaufen wir werden 14 uhr quasi offiziell starten dann werden alle im discord zusammen seien alle mitspieler gestreamt wird bei mir bei shurjoka und bei gamestar und zwar gibt es dann auf youtube und einmal auf max und die haben glaube ich sogar noch eine besondere schalte wenn gequatscht wird können sie das bild von einem zusammen bringen außer meins weil ich leider das wusste ich vorher nicht dass sie das vorhaben leider mein bild nicht über capture card rein laufen lasse deswegen kann ich euch nur euch entweder mein bild zeigen oder den anderen aber nicht gleichzeitig aber gut so ist es dann halt ihr seid ihr eine regel hier so ich habe überlegt wir werden jetzt diese diese nächsten 15 minuten nutzen um unseren charakter zu erstellen und dazu können wir eigentlich schon mal um switchen jetzt muss ich selber bei mir mal gucken so da sind wir hier wollen alles klar ich habe mich da unten rechts hin gepackt im charakter bildschirm ist das vermutlich nicht der beste ort aber später im spiel ist es glaube ich da am besten so und die idee ist dass wir uns selber bauen das war der wunsch von moris so wie wir im mittelalter wären also wir spielen ja alle wikinger ich habe mir hörder land ausgesucht also leute ich werde das hier nicht mega kompetitiv angehen ehrlich gesagt es geht mir darum dass man hier irgendwie gemeinsam spaß hat ich will habe keinen bock darauf jetzt hier ein auf dicker max zu markieren ja gespannt wie es technisch läuft bin ich auch okay wir müssen kurz wir müssen hier ein bisschen was machen also wir sind männlich wir sind heterosexuell wir haben asatru glauben das ist klar charakter name wir nehmen mal weil da nicht weil du sondern weil da ja weil da stein son wir brauchen dünastien haben da habe ich noch keine gute idee da könnt ihr noch mal was vorschlagen wir gucken mal was wir für ein was wir für einen wappen hier nehmen als dünastie wappen dann machen wir ein bisschen das äußere und dann ist das entscheidende dass hier rechts so irgendwas mit irgendwas mit stehn würde ich gerne also stehn ist ja glaube ich schwedisch heißt stein das finde ich ganz cool stehnburg stehnberg das klingt jetzt weiß einer wie burg auf schwedisch heißt histen klingt irgendwie merkwürdig stehn hören stehn hören stehens rieg stehens rieg klingt schon mal mächtig das ist nicht schlecht slot borg stehens borgen stehens slot aber wir haben wahrscheinlich noch kein naja stehens rieg doch stehens gefällt mir denn sweden stan borg weg ist denn weg ist denn weg weg ist weil es denn weg ist denn borg oder wir nehmen es denn borden keine ahnung ob das korrekt ist aber das klingt irgendwie ganz ganz nett ist denn borden weil da stein sonn aus dem hause stand borden nehmen wir das ok stehen borden ok mit langem gut alles klar so jetzt noch schnell wappen gewählt wir müssen bis 14 uhr fertig sein naja ich glaube es ist auch okay wenn man noch ein bisschen rumfummelt irgendein wappen das eine burg hat wäre schon mal ganz nett leider kann man ja hier nicht wählen wir gucken mal schnell doch das ist ja alles das nehmen wir mal lieber nicht das ist missverständlich schwarz weiß wäre vielleicht auch nicht schlecht es gibt ja hier nur hohle wappen ist mir noch nie aufgefallen das ist alles unbefriedigend ich meinte das passt zu hörderland und das ist unsere obwohl das sieht auch schon aus wie ein hakenkreuz das geht nicht das geht nicht leute ja ja mein vater heißt stein das ist egal das wollen wir mal nicht so genau nehmen wir sind die steingeborenen ich meinte das sieht so ein bisschen wikingermäßig aus mit schiffen hat zwar nichts mit burg zu tun ja leute wir gucken noch mal ob irgendwas kommt was burgen ähnlich ist das rad der stern wie doof daran halte ich mich jetzt eine stunde erst mal auf es gibt nichts was schaut mal da ist eine mini burg ok pass auf dass da oben das ist unsere burg das ist unser wappen das nehmen wir gut erkennbar so wir müssen halt warten wir werden also ich verrate jetzt mal hier mal echt alter dass wir das ist ja jetzt die vorgabe wir sollen uns selber machen und gewicht machen wir so leichten dead board so das kommt hin dann müssen unser aussehen ändern wir nehmen mal weil wir schon im norden sind nehmen wir nordisch und werden körper fett machen wir mittel oberweit ist für uns nicht relevant groß ein bisschen größer fangen wir an mit dem was ist am prägnantesten haarschnitt sehr kurz das trifft es jetzt ist die frage was ist meine haarfarbe so blond bin ich nicht das ist eher so ein bisschen ins dunkelblonde hineingehend das ist braun naja das reichswappen sind vier hakenkreuze kürzer geht es leider nicht das habe ich schon geguckt es gibt leider nicht geht nicht kürzer ich meine wir könnten natürlich uns überlegen wie wir aussehen im mittelalter das ist ein bisschen die vorgabe gewesen wir im mittelalter vielleicht sehen wir dann anders aus das trifft am ehesten mein bart machen wir es mal so wir sind aber nicht fertig körper und hals das finde ich super schwierig breite des halses breite des kopfes ich weiß nicht tendenziell ich sagen bisschen schmalere kopf bisschen höhere kopf halslänge könnte irgendwie hinkommen oder was lockentopf so haut beschaffenheitstyp sommer sprossen habe ich nicht muss kurz auf die uhr gucken machen wir mal den normalen würde ich sagen keine ahnung was das hier noch bringt all glatt so naja ich habe nicht das gefühl dass mir das sehr nahe kommt ich würde sagen innenform des ohrs ist irgendwie ins extreme wir gehen mal hier in den normalen dingen beugung des ohrs machen wir auch ok segelohren habe ich glaube ich nicht ja das lassen wir glaube ich gesichts schnitt brauchen wir glaube ich nicht verändern wir wollen es mal nicht übertreiben so was machen wir hier form der augenbrauen durchschnittlich dick durchschnittlich ja höhlentyp höhlentyp klingt auch merkwürdig gott minimaler unterschiede die wangen wirken sehr eingefallen da können wir vielleicht noch was machen ja aber ich bin auch das kommt weil ich älter bin ich bin wahrscheinlich jeder älteste in der runde so augen grau blau wo findet sich das ist es hier in der richtung machen wir es mal so so das wäre das dann irgendjemand sagte die wangenknochen ist hier irgendwas extrem eingestellt markantheit das sieht auch merkwürdig aus lassen wir das mal okay ich würde sagen dass es jetzt erstmal das ist aussehen abschließen wir müssen ihr sagt wir sollen das noch ändern hörnerland wisst ihr was wir machen einfach schwarz was war gar nicht so schlecht das ist jetzt nochmal dasselbe oder da müssen wir dasselbe okay wir müssen dasselbe wappen finden das dauert ja ewig wir können da auch anderes machen machen aber es wäre natürlich cool wenn es dasselbe wäre ansonsten machen wir nehmen schwarz weißes das geht auch wir nehmen das da haben wir zumindest in unserem eigenen unserer eigenen grafschaft das gleiche steinwein kann man sowieso nicht nachmachen okay was machen wir sind auf jeden fall verheiratet wir haben einen sohn damit wir ein erben haben und wir haben drei töchter damit wir schon mal ein bisschen bündnisse machen können und jetzt wird es natürlich spannend wie was wo was sind unsere was ist unsere ausbildung ist halt die frage ich im mittelalter bemüht der schreiber nehme mal scharfsinnige und ich meinte es auch ein bisschen peinlich wenn man sich jetzt zu gut macht an dieser stelle also ich werde hätte glaube ich hier das wir charismatischer verhandler wäre vielleicht auch was was ich sein würde machen wir mal das viel geleitet hat mehrere so persönlichkeit jetzt wird spannend leute ich habe nur drei minuten um da rein zu schalten wie gesagt wir stellen uns vor wie wäre ich wäre im mittelalter was nehmen wir als persönlichkeit nachsichtig rachsüchtig sprunghaft stur wir nehmen schon mal stur mit rein das finde ich das wäre ich mit sicherheit religiöse eifere ich wäre ich das wäre ich glaube ich nicht zynisch gerecht eigenwillig eigenwillig bringt kränkes spiel ehrgeizig ich glaube ehrgeizig werge ehrgeizig ehrgeizig stur und gesellig ja das könnte ich mir vor unersättlich keusch lüstern ist vielleicht auch noch was nettes wäre ich im mittelalter lüstern vielleicht ich ruhig ich will jetzt nicht nur so eine einigermaßen guten eigenschaften nehmen maßvoll bei den ganzen hausregeln ja das stimmt na wir wollen zwar nicht gleich hier zu weit aus dem fenster lehnen und uns zum gespött der kollegen machen wir nehmen mal gesellig nein nein wir haben keine hausregeln ich werde auch im übrigen wenn es gleich losgeht werde ich mit euch nicht so sehr kommunizieren höchstens wenn ich mich mal mute das müsst ihr irgendwie ertragen wir sind natürlich dann irgendwo im gespräch gut wir sind aber nicht fertig andere eigenschaften gibt es auch noch diplomat wissen was hier machen wir doch stratege dazu das finde ich ganz gut galant klingt irgendwie für ein wikinger merkwürdig habgierig verführer folterer kommt einen gesunden körper können wir uns noch oh verdammt wir sind schon über der 500 das geht nicht wir haben echt ein problem das geht nicht wir nehmen einen gesunden körper wieder raus das ist zu fett okay dann geben wir uns noch ein bisschen kriegsführung und noch ein bisschen vergewaltigung wollte ich schon sagen ich bin schon richtig drin im spiel nein stratege lassen wir drin stratege ist gut so und ein bisschen bildung geben uns auch noch verwaltung ich glaube ich bin wäre gut in verwaltung so ok leute jetzt werde ich mich gleich in der runde einklinken also wundert euch nicht ich werde diesen bildschirm erst mal ausschalten damit ihr unser all die nicht seht aber ihr wisst was auf euch zukommt ne ok gehen wir hier wieder zurück pläte zivilisation erfunden das ist vollkommen korrekt ich bin zusammen ich wollte sagen ihr seid on air bei mir und da ist auch schon der nächste gast der steinwein der sich hier zuschaltet hallo mitten mitten reingegrätscht im armen dennis oh mein gott oh dennis tut mir leid kein problem ich habe gar nicht viel ich will erst mal taten sprechen lassen bevor ich hier groß das maul aufreiß weil es kann voll nach hinten losgehen bei crusader kings kennt das im single player wenn man einen kleinen fehler macht und plötzlich zerfällt das reich und stunden von arbeit sind da hin stimmt das darf mir heute nicht passieren das ist richtig und da ist dann gehen wir doch hier mal der reihe durch pia ist da shurioka die frau die bei unserer letzten multiplayer runde crusader kings ihren sohn nach mir benannt hat den kleinen moris und ihn dann im zarten alter von zwei jahren über die klinge hat springen lassen hallo und jetzt wo ich das so sagt weiß ich gar nicht warum ich dich eigentlich hier noch mal eingeladen habe ehrlich gesagt weil du es so toll gefunden hast als mein wassal zu herrschen es war dann tatsächlich gegen ende ist es ja dann auf einen einigermaßen konstruktiveren und besseren fahrt gegangen für alle hier die dich noch die dich noch nicht kennen du streamst auf twitch allerlei aber auch sehr viele coole strategie spiele und bist seit kurzem auch auf youtube unterwegs dass du gerade noch für dich erschließt genau ja also normalerweise sechs tage die woche auf twitch und vor allem wie du auch schon gesagt hast strategie spiele sind so meine große leidenschaft also ich würde lügen wenn ich sagen würde ich spiel nur strategie spiele es waren letztes jahr 88 verschiedene spiele die wir gestreamt haben aber in erster linie sind so es ist halt immer wiederkehrend alles was irgendwie strategisch ist zieht mich irgendwie magisch an deswegen christy der kings auf jeden fall super cool deswegen bist du jetzt auch hier genau und dennis hat gerade schon die weisheit angebracht bei crusader kings 3 sollte man nicht so sehr das maul aufreißen bevor es losgeht wirst du dich daran halten oder willst du hier noch ein klares statement in die runde werfen wozu du heute antrittst nein also ich finde ich habe letztes mal also ich habe erst mal vorab schon genug gesagt und ich fand letztes mal waren fand ich das sehr nett dass mein lebensherr für mich sehr schön mitgekämpft hat und ich weniger das unsäglichste von allen großartig ich habe mir vier grafschaften erobert und sie hat sich einfach irgendwie einem benachbarten lehnsherr unterworfen der dann für sie die alle zurückerobert hat und ich saß da wie der gelagmeierte vollidiot ich hoffe mal das wiederholt sich heute nicht ein anderer mann der auch für strategie spiele lebt und atmet in umgekehrter konstellation zuerst auf youtube und nun auch mehr auf twitch ist steinwallen der glaube ich auch der einzige von uns ist der genau weiß was für ein unsinn wir heute zusammen spielen werden weil er tatsächlich studierter historiker ist hallo stefan sei gegrüßt hallo vielen dank für die einladung und entschuldige noch mal dass ich hier eben vorhin so reingeplaut bin muss glaube ich meine charaktereigenschaft noch mal verändern in der richtung aber im hände ich bin schon fertig mit meinem charakter ich hatte kleinen faux pas ich dachte verwaltung wäre vergewaltigung aber oder wenig gegeben ist jetzt die darüber schweige hier vielleicht darüber schweige ich derzeit werdet ihr gleich sehen und ja zuletzt noch haben wir last but not least den mann der mich zu paradox gebracht hat er hat es jahrelang mit stellares versucht ist immer gescheitert und dann flatterte irgendwann eine testversion zu creator kings rein und michael graf hat einfach meinem chef gesagt lass doch mal den morisen video dazu machen und ich so ja wie jetzt muss ich jetzt hier komplett einarbeiten in paradox spiele oder was und dann bin ich die ganze woche darin versumpft und wo es geendet hat seht ihr jetzt jetzt hoste ich acht stunden events zu dem ding micha danke dafür ja ja ich habe dich reingezogen in diese auf diese schiefe bahn sozusagen ich habe mich gerade ja wo bin ich hier reingeraten eigentlich ich freue mich und wir haben noch nicht mal angefangen wer hat noch nicht mal angefangen ja deswegen ich sage jetzt auch ich mache es wie denn es ist jetzt auch nix weiter bevor ich doch irgendwie bevor es mich später ein holt zu oft gemacht den fehler schon im leben ja ich mein denn ist du ja noch mehr du hast ja vor allem auch schon als host der ziv gipfel sehr oft andere leute ich will keine namen nennen aber es könnte sein dass ich dabei war diesen fehler machen sehen da wurden ja auch sehr viele große töne gespuckt und nicht so viel davon eingehalten am ende des tages das stimmt aber wenn man so ein so ein event hostet oder moderiert dann ist man dankbar wenn jemand ein bisschen das maul aufreißt weil das ist das ist wirklich nimmt ein bisschen die arbeit dann ab und deswegen ja also offensichtlich ist es ja inzwischen ist es ja ein ding dieses acht stunden strategie spiel multiplayer format wir hatten es bei euch bei den beans wir hatten es bei den piz wir hatten es bei hand of blood sagen wir sollten auch mal bei uns haben da dachte ich mir der faule sack hockt immer im moderatoren sessel ist fein raus jetzt nehmen wir mal mit an die front damit er mal sehen kann was 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 wir im schützengraben so durchmachen müssen ja ja ich bedanke auf jeden fall noch mal für die einladung weil crusader kings war für mich auch tatsächlich letztes jahr so ein bisschen das mit das highlight des jahres total ehrlich das war super was genau und wir werden heute in norwegen spielen weitgehend wir haben uns überlegt dass wir halt nicht alle ja nicht alle und und schweden ja einer ist irgendwo auf seiner insel in schweden ab ab fernab vom schuss weil er immer immer eine extra wurst nur hier der feine herr und wir haben uns gedacht und wir sind da alle schon gerade so ein bisschen dabei manche glaube ich schon etwas weiter als andere wir basteln uns alle auch einen fürsten im charakter editor nach wo wir so nah wie möglich ranzukommen versuchen an uns selbst also meiner hier zum beispiel hat hier schon zynisch und eigenwillig als eigenschaften den den rest überlege ich mir gerade noch und dann werden wir damit ins felde ziehen mit mit unseren fürsten dass ist es eine sache beim letzten großen multiplay event gab es diesen editor noch nicht ich wollte ihn sehr gerne mal ein bisschen hier dass wir den ein wenig nutzen weil er einfach schon sehr cool ist und wie kommt ihr voran wie sind eure fürsten so geraten gerade sehr gesund sehen sie aus ich habe mir gerade den gesunden körper noch wieder wegnehmen müssen weil ich über 400 gekommen bin damit ich bin dann doch lieber bei stratege geblieben das habe ich auch ja siehst du das ist ich habe als ausbildung bemühter schreiber natürlich bei der gamestar also es ist ja es ist wie es ist und ich bin ungeduldig ehrlich und ehrgeizig ja ich bin stur ehrgeizig und gesellig ich hatte noch kurz was anderes überlegt aber das verschweigen jetzt hier im moment ich schließe mich mal an bei ehrgeizig das ist bei mir definitiv auch gelandet gesellig und zynisch ich weiß gar nicht wie das passieren konnte das kann kann passieren ja mich mich hat vorher auch schon im editor als als wir da noch bevor der stream losging wir waren es zwingt einen schon so ein wenig zur selbsterkenntnis also auch auch so wenn du an die optik ist und so ja seien wir ehrlich den nasen größe ist leider muss ich jetzt schon relativ groß machen leider und und stirn größe und solche dinge ich wünschte auch es wäre anders aber aber so ist das nun mal ja hat schon schwer gelitten jetzt das selbstbewusstsein bevor es überhaupt losgeht ich habe tatsächlich so ein bisschen gestruggelt ich habe mir vernarbt gegeben weil das tatsächlich zutrifft nur nimmt das spiel da sehr wortwörtlich und ich bin jetzt in meinem gesicht sehr vernarbt und ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher ich fühle mich nicht so vernarbt in meinem gesicht jetzt weiß ich nicht soll ich für die eigenschaft gehen oder gehe ich für das gesicht ich weiß es nicht ich habe mich eher gefragt hier ob du wieder wie du letztes mal geschwingt warst wieder die liebesbläschen am start haben wirst weil du ja letztes mal nicht von mir das war ihr eigenes kostüm ja und du hast damit sogar ja das voting dann gewonnen für bestes kostüm von dem event ja weil es auch richtig ekelhaft ist und wahrscheinlich alle für mich gewählt haben in der hoffnung dass ich es nicht anfassen ja tatsächlich heute nicht weil ich mir gedacht habe okay acht stunden dass ich habe ich bin jetzt zwar für ein outfit gegangen das zumindest so ein bisschen mittelalterlicher aus zumindest ist leidly aber ich habe mir dann doch gedacht wenn wir so lange hier zocken dann lieber was gemütlicheres und letztes mal sind mir dann so ein bisschen die liebesbläschen weggeschwommen im gesicht das brauche ich dann doch nicht noch mal das ja ich überlege jetzt gerade ob ich ob ich so eitel bin mir noch die genie eigenschaft zu geben ja ich denke ich denke gut die ist leider damit komme ich direkt schon über die punkte ja seid ihr denn auch alle ehrlich bei dem alter ich bin ehrlich ich war ehrlich für mich ist das positiv ich kann mich also ich bin glaube vielleicht der älteste knacker das noch positiver ne man kriegt dann weniger hat mehr punkte für den rest ne ja das stimmt das stimmt vielleicht noch irgendwie hier undurchschaubare intrigen spinner wäre doch dann ganz gut ist denn eigentlich nicht als eigenschaft ich komme gerade so drauf ohne grund es gibt es gibt halt arrogant und dass im nächsten was rankommt glaube ich ja und wenn man jetzt halt mal ehrlich ist aber aber ach die punkte reichen nicht mehr dafür weil arrogant auch ein vorteil ist eigenwillig hast du schon oder dieser charakter habe ich habe ein eigenes ding und hat nur wenig achtung vor anderen ich habe aktuell bin aktuell bin ich zynisch eigenwillig intelligent und ein undurchschaubare intrigen spinner wo ich mich nicht schlecht repräsentiert fühle damit ich habe jetzt mehr bei der optik versucht mich nachzubauen auch wenn es nicht aber bei den eingeschäften vielleicht ein bisschen utopisch aber wenn ich wenn ich wenn ich ein mittelalterlicher fürst wäre ich muss mir eigentlich auch noch feige geben weil ich wäre nie ich wäre nie an vorderster front anzutreffen gewesen garantiert nicht das hätte ich ganz das hätte ich feien anderen überlassen deswegen machen wir das hier doch noch mal mit dazu und ja als stratege muss man ja auch nicht vorne stehen ja eben jetzt habe ich nichts mit feigheit zu tun oder ich meine nicht als erster in den krieg zu reiten ist für mich weniger feige sondern eher klug das das schlimme ist tatsächlich für unsere komische nordische religion ist es sündhaft feige zu sein ja ja so und dann gönne ich mir auch noch hinterlistig ist auch sündhaft das ist ja schlimm was ist was was sind wir denn hier für ein für ein für ein barbarischer haufen ja gerade raus alles ehrlich ja sehr ekelhaft rachsüchtig darfst du sein rachsüchtig ja das stimmt ja das stimmt geben können ich habe mir noch hexe gegeben weil ich davon jetzt 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 kommen hier unsere unsere waren waren die einschätzungen langsam raus falls du mal jemals basal sein solltest könnten wir dich jederzeit verbrennen großartig aber gut dass man den lehnzellen nicht verbrennen kann deswegen musst du dir da gar keine sorgen jetzt ja jetzt wird dennis weisheit nicht zu viel daher zu schwätzen schon über bord geworfen aber aber deswegen habe ich euch auch alle eingeladen weil ich weiß dass ihr alle großmäuler seid genau wie ich das heißt wir bilden eine gute runde hier denn es hat er denn so gegeben an eigenschaften ich bin ein stattlicher gelehrter fleistiger fähiger taktiker mit 24 jahren und ziemlich viel bildung ich gehe auf bildung aber ich habe noch keine kinder die produziere ich im spiel dann nicht im vorfeld das wird ich auch tun da hätte ich ja definitiv doch amazonen nehmen können ohne schlechtes gewissen das wäre ja dann trotzdem der untere durchschnitt hier absolut schamlos du hättest du hättest auch wunderschön plus amazonen nehmen können also ich glaube nur das da kommt man da nicht auf die punkte die man wir machen hier wir bleiben ja unter den 400 überlege jetzt gerade hier kriege ich noch also ich habe schon mal direkt drei töchter die werden mir noch nützlich sein aber man könnte sich ja zum beispiel dümmlich oder so geben weil dann kriegt man wieder punkte ja ja genau das stimmt das ist der weg ich gucke gerade ob es noch irgendwelche negativen eigenschaften wahnsinnig könnte ich mir natürlich geben keucher oder spindeldür oder solche dinge gehen nicht so schlimm glaube ich drin ne schwach ist auch nicht so schlimm oder mit bauernanführer nein 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 ich finde pervers ganz interessant das gibt es gibt kein malus wenn man pervers ist aber man kriegt punkte geschenkt was das ist okay das muss verboten werden und plötzlich sind wir alle pervers dennis das uns vorgeschlagen hat für dich hat es nur vorteile das stimmt das problem ist ich wollte sagen es kann dann jemand doch entdecken oder dass du dieses geheimnis hast und dann aber ich glaube wenn du es von anfang an ausgibst ich finde pervers ist imba ich glaube wenn du es von anfang an angibst ist das kein geheimnis zumindest bei der hexe ist es so wenn du das von anfang an angibst durch den herrscher gestalter dann ist es kein geheimnis dass du eine hexe bist dann wissen es alle ah es ist aber tatsächlich dann bist du öffentlich bekennender perverse das ist halt aber aber perverse hat ja auch noch vorteile du hast ja auch noch weniger anspannung und bist beliebter bei anderen charakteren die auch pervers du sagst das mit den ein großartiger vorteil mit den vorteilen sagst du so lange bis du dann zurückkommst und liebesbläschen hast ne ich sag's dir nur aber hexe hexe ist aber auch super weil das unter dem strich auch mehr positive sachen hat da verliert man aber das kostet auch was tatsächlich ne aber hexe ist es gibt ja punkte ne hexe plus 10 hexe ist in unserem glauben ist es kriminell das muss man bedenken genau und ich ja es ist aber es ist halt also sie gehen nicht so krass dagegen vor wie sie jetzt zum beispiel christlich in europa oder so also das geht aber es ist definitiv wenn du asatruh spielst als frau die herrscherin sein möchte nicht mein smartes dazu gewesen aber immerhin oder ehrlich kurz nur für euch im chat ich hab mein charakter schon fertig und abgeschlossen ja 399 von 400 punkten ich glaub mein typ der grund warum ihr den nicht seht ist erschaffen ist weil ihr sonst die server auch gleich durch ich bin jetzt noch reizbar gibt's da zu lachen ich hab mir jetzt doch noch punkte freigeschaufelt für hinterlistig jetzt bin ich halt doppelt sündhaft in unserer religion ich bin halt echt der schlechteste nordmann von allen ich bin feige hinterlistig und und zynisch ah du gehst mit vier mit vier charakter ne du hast drei eigenschaften okay ich hab mir grad nicht sicher sag kurz aus ne ich hab ne vierte ich hab zynisch eigenwillig und hinterlistig als positive und feige noch als ne negative dazu und von den punkten her geht das auf ich hab jetzt halt zwei kampfgeschick mal schauen was das mir noch bringen wird ähm so und ich glaube damit bin ich auch erschaffen kein gierig bei Maurice sagt jemand im Chat ich bin enttäuscht ich würde mich nicht als gierig bezeichnen tatsächlich äh ich glaube wenn ich gierig wäre dann dann wäre ich irgendwie ich weiß nicht Bankkaufmann geworden oder sowas äh so und wenn wir schon dabei sind äh sag ich mal kurz in den Chat an alle Beteiligten ähm wir wollen hier schon Chatinteraktionen machen ähm das setzt aber voraus dass ihr uns nicht steckt was die anderen Leute sagen also was die anderen Leute tun vor allem also wenn irgendjemand gegeneinander intrigiert dann wäre das äh blöd wenn ihr dann irgendwie jetzt was weiß ich Pia will wieder den kleinen Maurice umbringen ne und ihr geht zu mir in den Chat und sagt guck mal was die wieder macht das macht dann mache ich keine Heimnistraus kein Ding sie ist ja nicht hinterlistig das stimmt das stimmt das betrifft eigentlich nur dich was du gerade erzählst das stimmt das stimmt äh und deswegen äh genau solltet ihr das ähm solltet ihr das nicht sagen äh und ihr seht tatsächlich das kann man auch nochmal natürlich sagen ihr seht hier bei uns seht ihr die das Gameplay und die Sichtweise abwechselnd von mir und von Micha äh ihr könnt diesen Stream auch bei Shurioka auf Twitch und bei Steinwallen auf Twitch schauen oder mehrere Fenster offen haben denn die streamen auch gleichzeitig äh und dann könnt ihr das aus mehreren Warten beobachten und es wird ihr einen Squad Stream machen können eigentlich äh aber ich glaube Steinwein hat sich auch gepartnert oder ne weil ich ich glaube ich bin erst seit drei Wochen Affiliate und ich hab noch der Antrag läuft noch Twitch mach mal schneller jetzt Twitch ja wirklich äh wirklich äh aber nächstes nächstes Mal dann ähm und äh es gibt einen äh Intrigen äh Kanal also wir können die Regie bitten verschoben zu werden wenn man nur zu zweit oder zu dritt schnell reden will äh dann äh wird das kurz verschoben dann kann man da so ein bisschen intrigieren miteinander was dann für uns nochmal alle wichtig ist hatte ich es vorher vergessen zu sagen dann müssen wir danach wenn wir zurückverschoben werden manuell wieder unsere Kamera anschalten weil Discord blöderweise immer das kann die Regie nicht für uns machen äh dass man das wieder selbst aktiviert die können uns verschieben aber Discord deaktiviert immer die Webcam wenn man sich einen anderen Kanal verschieben lässt äh genau das das sind die die Sachen und derweil kann ich jetzt während ihr eben kein Stress ihr im Herrscher gestalter seid schon mal die Ausgangslage der Welt zeigen wir sind hier im sehr zersplitterten äh Norwegen und Schweden unterwegs ähm und äh haben alle uns entschlossen dass wir mit recht kleinen Herrschern anfangen ich bin hier ich bin der Graf von Naum de la Filki ähm das muss ich mir jetzt merken können Maurice ich würde ich würde auch gern zeigen aber ich wollte jetzt die ID nicht anzeigen deswegen vielleicht starten wir erst das Spiel und zeigen dann oh ja ich glaube man kann sie schon tatsächlich sehen äh wenn ich das Bild zeige dann ist die ID sichtbar das stimmt äh das glaube nur aber dann müssen wir halt Leute rauskicken die jetzt hier dreistig reindrängeln wollen ne das äh aber Mac Denzel ist sicher auch gleich fertig richtig äh ich warte eigentlich da ist Mac Denzel fertig ähm und dann warum eigentlich Mac Denzel wir sind ja nicht in Schottland weil ich meine ja ich wusste nicht dass dieser Name gilt ich musste mir ein Paradox Account machen und mein normaler Denzel hat einen kritischen Fehler verursacht deswegen musste ich Mac Denzel nehmen ist ja auch nur der Spielername wir sind jetzt noch in der Pause und dann können wir mal durchgehen wer hier überall wo ist äh ich bin eben hier in das kann ich mir nie merken Naum de la Filki äh und äh ich bin damit nicht weit weg von Denzel der in Angermann Land das ist viel einfacher das wollte ich eigentlich zuerst nehmen ist viel viel simpler ne äh hier da haben wir ihn Häuptling Denzel ähm oh er ja er ist genau ein stattlicher Gelehrter aber Denzel ist jetzt tatsächlich ein Perverser äh er hat die Eigenschaft gewählt wie man hier sieht ähm und wir haben Micha ist so ein bisschen sehr weit ab vom Schuss der ist auf Gotland das kommt noch Häuptling äh da haben wir ihn ähm denn wir haben tatsächlich uns entschlossen dass wir halt der Fairness halber jeder einen Grafen nimmt der nur eine Grafschaft hat und nachdem wir diese Regel gesetzt haben ist es aufgefallen so viele gibt es da gar nicht also eigentlich war hier alles was Skandinavien ist als Staatgebiet frei aber hier gibt es keine Grafen die dieser Regel entsprechen deswegen ist äh Micha jetzt hier und äh hier ist äh Pia die Vernarbte tatsächlich äh auch dabei geblieben äh die Vernarbte Hexe ähm ist in Pellermörg und nicht weit davon ist Horderland äh Walder Steinsson ähm und das ist die Ausgangslage wir spielen ohne irgendwelche Siegbedingungen oder sowas ähm wir schauen einfach mal wohin das Spielgeschehen uns treibt und äh genau wollen wir noch ein wenig in der Pause die ersten Affären regeln oder wollen wir direkt loslegen und alle Sachen und sowas lass mal noch fünf Minuten lass mal noch fünf Minuten pausiert übrigens Denzel ist ja doch im Königreich Schweden das finde ich ganz gut ah ja was ich hab das ist ein König noch nicht aber im De Jure Königreich Schweden bist du das heißt du hast äh ich dachte schon ich wäre Vasall nein nein puh du hast äh Ehren äh künstlich generieren lassen oder bei der Erstellung des Spiels was von ja eigentlich hab ich ich hab ich hab nichts weiter eingestellt das sollten eigentlich die Standardeinstellungen sein ja genau und da bei den Standardeinstellungen werden historischen Charakteren künstlich Ehepartner gegeben das heißt die meisten der random Herrscher die wir haben werden jetzt alle schon verheiratet sein die meisten ja verdammt ja ach das geht schon ja du machst meinen Plan da so ein bisschen kaputt ich hab ja ah du hast schon eine Bildorder ja natürlich ich hatte da direkt Harald Schönhaar ja 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 klar muss ich jemanden jetzt loswerden nix da ja das als würde Harald Schönhaar eine vernarbte Hexe heiraten wollen ach natürlich hallo das klappt schon so Mordkomplott ah jetzt sehe ich auch direkt hier dass du mir hier angeboten wirst als Kandidatin äh und äh was oh da haben wir schon ja du hast für mich hast du das Spiel verlassen ja das sind die klassischen Desing Problemchen oh das geht aber sehr schnell oh ich jetzt lief's grad richtig gut wie es lief richtig gut es ist nur nix Schlimmes passiert das ist für mich richtig gut das stimmt äh aber wer ist jetzt dann bist du jetzt rausgeflogen Micha oder ist er bei euch auch raus oder bin ich bei euch raus ja ja nee nee er ist raus aber du musst ja direkt wieder reinkommen können äh du hast ja den den Code äh genau äh Steinwall hat uns schon gewarnt dass das Spiel ein bisschen instabil ist aktuell ähm wir geben unser Bestes äh damit äh heldenhaft umzugehen ich bin mal in den Heiratsbildschirm gegangen ich bin ja unfassbar glücklich darüber dass ich mich auf dem Heiratsmarkt nicht mit euch um Frauen streiten muss sondern da einfach ganz entspannt mir angucken kann was ich haben möchte das stimmt das stimmt ja also ich hab was das angeht das ist entspannt das äh oh konkubine nehmen wird mir empfohlen ihr habt derzeit weniger konkubinen als es sich für jemanden eures Ranges geziemt äh Maurice das Spiel lässt mich nicht mehr rein das ist ist das schon die erste Intrige aber warum nicht konnte das Spiel nicht finden dem ihr beitreten wollt warte mal das ist doch hier ein abgekartetes Spiel das äh ähm bist du bei Paradox bist du in deinem Paradox Account eingeloggt oh vielleicht hat es mich rausgeworfen das ist so ein das ist so ein komischer Fehler du müsstest vielleicht nochmal komplett schließen äh ich hab mich rausgeworfen ja ja den Launch erschließen und alles nochmal öffnen und zusehen dass du in den Account reinkommst dann müsste es gehen ja wundervoll die mögen mich alle schon nicht kurze Herrschaft männlich diplominiert Hexe zynisch jetzt da kommst du cool ja es ist ja bei mir auch so ein bisschen äh ich bin auch nicht vom äh von von meinem Godin gebilligt meinem äh ich mein die beeinflussen wir vielleicht mal vielleicht kann ich sie auch verführen meine Priesterin das machen wir doch vielleicht mal du so ich bin wieder da was hab ich verpasst oh nix oh null null prozent die die besten Frauen sind weg dann machen wir doch die ja du Schuyogi ja du bist hier tatsächlich mit Abstand der der dickste Fang des Mittelalters und ich würde direkt mal einen Heiratsantrag rausschicken ich bin einfach nur ich bin ein bescheidener perverser Patriarch der hässlich von dir ich schick mal raus mal gucken und wer zieht denn um von euch das Problem tatsächlich an der Stelle ist dass ich noch keinen Erbschaftscharakter habe mit dem ich weiterspielen kann und wenn ich das jetzt annehme müssen wir uns entscheiden ob deine oder meine Dynastie weitermacht und sobald ich tot bin bin ich Schachmann ach ja stimmt okay das ist wahrscheinlich nicht so klug aber ich meine wir können eine matrilineare Hochzeit machen und du kannst dich mir unterwerfen dann können wir drüber reden ja ich dachte wir machen das einfach nur aus Liebe aber wenn das jetzt so ein Paragraphen gibt okay ich meine das ist natürlich die Kehrseite der Medaille du musst dich nicht um uns mit Frauen schlagen aber du musst dich mit uns herumschlagen weil wir die jetzt natürlich alle am Rockzipfel hängen das hat alles seine Vor- und Nachteile ich lasse mir dann einfach wohlgestalten Kinder schenken aus Einrichtungen und überlege mir dann welches Kind am besten funktioniert das geht schon Chris Hilda Kings 3 ist schon so ein bisschen so ein Zuchtsimulator auch das muss man ganz ehrlich ja total ja ja total es ist nicht sogar rein theoretisch möglich aufgrund von Asatru wegen den Konkubinen dass du uns alle als Ehemann hast ich darf keine Konkubinen haben dann würde ich das mal schnell anmachen theoretisch ist das möglich du hast vier Plätze frei hier sind vier Könige also wenn die Religion gleichberechtigt gestellt wäre würde es potenziell funktionieren aber wir haben ja die historisch richtigen Startbedingungen deswegen ist das nicht möglich außer ich reformiere das mache ich natürlich gerne aber dann würde ich mich auch zur Herrscherin des neuen Asatru-Glaubens bekennen deswegen das braucht noch ein bisschen gebt mir mal zwei, drei Runden bitte also ich habe übrigens interessante Töchter also wollte ich nur mal sagen also eine zwei die habe ich bereits gesehen ja ich glaube eine ist auch noch frei rum sitzen welche ist denn noch frei Gunnhildr oder ich glaube die ersten beiden hier unten hier Hafrid wäre noch frei glaube ich 22 schon naja bitte mein Sohn ist 19 naja komm da hast du noch 15 Jahre gebärfähiges Alter also jetzt fang mal nicht an wählerisch zu werden ja was kannst du denn so das kannst du gar nichts ach doch guck sie ist paranoid zufrieden und maßvoll und ein flüchtiger Schatten ah intrigant ja die klingt nett du stehst du denn mir auch bei in den Konflikten mit anderen Jahrhals hier natürlich auf jeden Fall wie soll er dir denn beistehen guck dir an wer da in in Götland irgendwo rumhockt wir haben schnelle Schiffe ah da oben ist nicht so gut Entschuldigung ich bin gerade immer noch auf Tinder unterwegs ich ähm muss mal gucken was die so haben wo ich dann gute Dinge erben kann äh äh ich meine natürlich Hochzeit aus Liebe ähm natürlich mhm oh der der ist zwölf hab ich ein schlechtes Gewissen wenn ich mich mit einem zwölfjährigen Verlober schon so ein bisschen ich weiß nicht aber aber ich war du bist ja eh schon eine Hexe also es ist doch alles schon Hopfen und Malz verloren wow gut ja mhm das merke ich mir aber 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 du bist natürlich nicht so pervers wie Denzel deswegen vielleicht auch nicht äh ich bin sehr pervers ja pervers Stufe 3 kann man das noch weiter skillen oder ist das schon Max Level es ist kein Level leider aber aber es ist schön wie das natürlich direkt auch ja immer den Namen Denzel hat einen vielfältigen und ungewöhnlichen Geschmack ja das das ist doch Dänemark was mach ich mit meinen Töchtern denn jetzt hier ja aber das gefällt wahrscheinlich gut hier Boris bist du verheiratet? ich hab gerade geheiratet oh ich hätte die bestmöglichen Töchter ah der mag mich nicht ach deine Töchter wurden mir gar nicht angezeigt in der Liste offensichtlich weil sie keine guten Eigenschaften haben nein weil die so exklusiv sind die kriegt halt nicht jeder und ich hätte jetzt aus dem Ort und Großmut sie dir einfach angeboten können die denn was oh die ist sogar die sind ja gar nicht mal schlecht ja sag ich doch kreusch großzügig stur und graue Eminenz mit 17 Bildung ja hier Glaubenskriegerin ist die andere ja gut das ist ja bei mir nicht so gut ich hab zwei sündige Eigenschaften ja die sag dir dann mal hier was Sache ist das brauchst du auch ein bisschen Maurice ja jemand der dir mal Bescheid sagt so ja das kann sogar sein bereits meine Französischlehrerin hat mir damals gesagt dass ich eine Frau brauche die mir ab und an die Meinung geigt äh hier Hauptling Denzel ist ja noch nicht vergeben ne aber ich hab schon ein paar Bewerbungen laufen hier ich prüf die gerade aber schick gern raus das wird hier alles total objektiv behandelt ja ich weiß nicht ich will mich jetzt auch nicht zu viel vernetzen mit euch ne also jetzt bin ich ja quasi schon mit Steinwallen verflochten genau da könnte es Interessenskonflikte geben ja das wollen wir natürlich nicht das stimmt das stimmt ja bei Gotland ist äh Gotland will sich jetzt auch nicht zu viel hier in die große Politik einmischen wir bleiben auf unserer Insel ja bestimmt das ist alles so die sind alle so versessen auf ihre Titel und ich verstehe gar nicht warum du meinst sie wollen nicht matrilinear heiraten die wollen alle nicht matrilinear mit mir heiraten und ich verstehe nicht wieso nicht ich hab gedacht ich setze mich da gleich in Dänemark rein aber der findet das minus 1050 dass ich das mache das könnte vielleicht ein längeres unterfangen werden das ist schon ähm das ist schon ähm das ist schon ähm ne ne sonst hätte ich einfach den Zweitgeborenen genommen und der Erste wär gestolpert aber er hat den zweiten ich mein das das ähm das ähm das ist natürlich das ändert natürlich die Tinder-Dynamik natürlich auch ein wenig ne klischeehaft zweibt der Mann ja eigentlich bei jeder Frau erstmal ja aber wenn mit drin steht du vererbst mir all deine Titel ähm dann ändert sich das vielleicht auch nochmal ein bisschen ja das äh finden sie nicht so gut und ich weiß gar nicht warum der ist das das ist ich verstehe das nicht ich verwalte das gut ich bin ne gute Verwalterin ah ja ich bin echt nicht begeistert vom Heiratsmarkt bis jetzt also wirklich nicht ne ich auch nicht fang ich erstmal mit der Affäre an ich hab mir erstmal meine Priesterin zur Konkubine genommen weil ich dachte wenn ich schon so sündig bin in der Religion vielleicht verbessert das irgendwie die Konstellation hat's auch sie mag mich jetzt deutlich lieber ähm oh sie mag mich aber auch weil sie ich schmeiß mich an Dänemark ran das ist mein way ich fang klein an Königreich von Dänemark da seh ich mich ich find das übrigens mir fällt gerade erst auf dass ähm meine Priesterin die mich nicht billigt weil ich feige und sündhaft bin mag mich wiederum etwas mehr weil sie ebenfalls feige ist was ist denn mit dieser Religion hier kaputt mhm ah das soll so das soll so dann sind wir alle soweit oder? ja man ist ja nie wirklich soweit man ist nie soweit dann genau dann fangen wir doch mal an im Notfall kann auch jeder gerne von euch mal eine Pause einwerfen und ich hab jetzt mal auf Geschwindigkeit 2 gestellt okay wir können ja gucken wohin uns das so führt äh so jetzt hab ich meine Frau die hat mich direkt ja das ist mit Prestige alles ne das darf ich nicht vergessen dass hier alles mit die ganzen Armeen mit Prestige und so bezahlt werden und nicht zwangsweise mit Gold genau Prestige ist sehr wichtig ja ah die Ehe ist besiegelt vielen Dank warte das läuft jetzt ein paar Tage und schon sind alle vererblichen Eigenschaften hier von der Karte gefegt oder? habt ihr alles weggeheiratet? also ich hab äh ich hab eine eine wunderschöne und gescheite Frau genommen wie es sich geziemt hier äh nur noch gefühllosen und ist auch noch eine annehmbare Unterhändlerin kein okay ich merk grade dass ich ich hab so auf die vererblichen Eigenschaften geschaut dass ich mir eine Frau angelacht habe die ungeduldig faul und gefühllos ist ähm das wird jetzt vielleicht nicht die glücklichste Beziehung äh in den analen äh des äh von Skandinavien aber aber gut das ist halt jetzt so ja tatsächlich hab ich auch noch äh 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 im im nordischen Bereich noch gar nie so viel gespielt äh deswegen äh komm nicht vom Godin gebilligt du musst doch jetzt mal hier vor allem sind wir arm wie die Kirchenmäuse ne? ja also wenn ihr wollt können wir jetzt auch am Anfang ein bisschen schneller laufen lassen weil äh ich weiß nicht ob irgendjemand von euch grad viel tun kann mit seinem winzigen Geldschatz oder das? ne lass mal noch lass mal noch also ich bin super aufgeregt grade hier und voll darin äh mich an Dänemark ranzumachen dafür brauch ich meine vollste Aufmerksamkeit okay 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 ja 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 ganz entspannt find ich auch die muss auch weg wie mach ich die denn weg? was passiert da? ja du Monster die ist ähm ach die ist 18 jetzt schon lang genug gelebt das passt schon das ist ne Tochter oh nein der wird von seiner Tochter beerbt da guck ich meine ich kann recht viele Kriege erklären das sind aber alles so knappe Kisten wenn man nur 300 Leute hat mhm ja oh ich merk grad auch das bisschen ein Problem dass äh hier ja Kriege mit mit Frömmigkeit bezahlt werden und ich ja ein doppelter Ketzer bin das äh ist etwas ungünstig so eine Tochter hab ich noch frei aber die ganze Welt ist verheiratet ja ganz schlimm das klingt tatsächlich nach Tinder ja naja gucken wir mal der hier was mit dem jetzt ach ne ich bin echt nicht zufrieden mit dem Heiratsmarkt seid ihr jetzt alle schon verheiratet? wart ihr alle so schnell und schon so einfach zufrieden zu stellen mit der Frauenwahl wirklich? ich mich immer noch nicht für was ich zu tun ja Tinder halt Tinder halt einfach bei allem Ja swipen bis irgendwer matcht ach furchtbar ey so landet man dann eben mit gefühllosen faulen und äh ungeduldigen Frauen wie ich hier aber sie ist wunderschön also mein Fürst ist echt das oberflächlichste Arschloch von allen äh wollte einfach nur jemanden der gut aussieht das ist ja nicht das ist ja nicht niemand will matrilinear heiraten das ist doch verrückt es ist doch verrückt ja welcome to my life außer hier der der Sohn von Steinwallen aber den oh ja um den um den um den muss ich mich auch noch kümmern der kriegt nur eine ganz besondere Partie aber ihr habt ja alle keine Töchter doch ich hab auch eine das stimmt ja aber wir sind ja schon verknüpft das wird stimmt ja wenn sich die Familien zu sehr so oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott das ist nicht gut was ich hab versucht zu plündern mein Nachbar findet's nicht so cool boah gleich mal angefangen den Nachbarn zu plündern auch verändert ja nein nein ich bin extra eins weitergelaufen das ist nicht der direkte Nachbar kommt schon meine Pekiniere machen das ne machen sie nicht das ist nicht gut dass du überhaupt schon Pekiniere hast ich könnte mir das noch gar nicht leisten Pekiniere und Bogenschützen was wie viel Geld hast du da am Anfang Ehre das geht alles mit Prestige genau ach ja ach ja stimmt stimmt die hab ich mir auch schon gegönnt ich hab diese nordischen Völker noch nicht so viel gespielt Kriegsvolkregiment ach ja ach ja voll gut oh ja dann kann ich ja vielleicht doch diesen Sack da drüben hier unterwerfen ich muss nur noch bisschen meine religiösen Beziehungen verbessern damit ich mehr Frömmigkeit bekomme weil aktuell verliere ich ständig Frömmigkeit und das ist bisschen ungünstig vielleicht hätte ich doch nur eine Sünde mir nehmen sollen das war jetzt nur so mittelsmart aber ich wollte ja ehrlich sein äh was fahren denn diese ganzen Schiffchen rum meisten sind schon Plünderer ja alle plündern und ich darf nicht mit so wie die Hexe jenseits des Berges hier ja man erzählt sich Geschichten über sie ja genau gut aber einen kleinen Plünderkrieg könnte ich ja hier mit Häugling Rügewalder vielleicht auch mal machen ne so lokale Räuber ausheben aber wohin ja du kannst ja ins Baltikum fahren oder so wir sind alle stärker als ich ja das ist das Problem ja wir sind halt alle echt sau schwach äh oh meine Bauern sind bester Laune goldene Eier werden gelegt gesüßte Milch herrlich huldvolle Geschenke hier was ist denn hier in Mecklenburg hier da ist doch da sitzt doch alles das heißt Mecklenburg das heißt Mecklenburg das heißt Mecklenburg nicht auf Gotland gut ich kann vielleicht mal den benachbarten Herrscher über die Ecke bringen wer von euch war das das kann ja nur Pia gewesen sein aber was habe ich gemacht was wer hat denn Sylt geplündert ne das ist nicht Sylt ne ich habe versagt im Plündern also ich fahre es definitiv nicht ich habe versagt wie läuft es denn an der Front ich habe gerade eine Front aufgemacht aber nicht auf Sylt ansonsten hätte ich mich verfahren das ist Rügen glaube ich wenn ich da nicht so aus bin ich aus dem Süden das ist Rügen da wo der ICE hinfährt du mal mir zu folgen bitte so wie teuer wäre das das ist gar nicht so teuer dann kann ich mal gucken dass die mich vielleicht ein bisschen mehr das Spiel testet auch wirklich unsere Geografie Kenntnisse das kann noch peinlich werden heute bis an die Grenze so jetzt habe ich meine Priesterin auch noch geschwängert sehr gut das kann ja nur gut laufen ich habe den nächsten das nächste Level von Unbeliebtheit erreicht ich habe eine Feier gestartet und alle meine Vasallen waren so ne da gehe ich nicht hin oh Gott du hast Vasallen? ja halt das ja habe ich auch nicht ich habe trotzdem Rats also ich meine es müsste ja trotzdem Ratsmitglieder und so Hofleute müssten ja trotzdem zum Festmahl kommen oder und so Nachbarn und so irgendwer die sind ja immer da die essen ja jeden Tag mit dir mhm 25 Gold adieu aber immerhin hat es gut geschmeckt das ist echt ärgerlich gerade so wer ist denn noch mal gut im Wald können wir noch einmal haben wir eine Werbepause und dann halten wir mal kurz Resümee danach Maurice kannst du noch einmal oder können wir noch einmal gucken wer wo ist ich habe das es gibt eine Spielerkarte du kannst unten rechts auf Plus drücken ja und da gibt es eine zusätzliche Karte Spieler genau da sieht man hier wo wir alle sind wir sind so über Norwegen und Schweden verteilt Michael ist wirklich auf die Insel gegangen krass ja so der erste Krieg ist gewonnen was der wird was wie gegen wen gegen meinen Nachbarn achso ich habe keine das wäre bei mir das Meer also dieses Plündern ist irgendwie da bin ich noch nicht so drin ja da sollte man ein paar mehr Truppen haben ist das jetzt ein Vorwurf jetzt nein du kennst doch meine Truppen gar nicht das stimmt allerdings das sind tapfere 400 Mann mhm meine Priesterin hat sich jetzt auch als Hexe erwiesen ähm also ich bin von der nordischen Religion immer noch nicht überzeugt muss ich sagen ich habe meine Priesterin jetzt als Konkubine sie ist eine Hexe ähm und sie mögen mich alle nicht oh eine neue Tochter ähm wer hat der Häuptling gräulich ihr habt euch mit meinem ich werde gerade von Hamburg vermöbelt ja ihr habt euch mit meinem Nachbarn verbündet habe ich das ja das könnte gleich zur diplomatischen Verwicklung führen das geht ja echt schnell vor ich lasse ich dazu überprüfen sobald mir die Hamburger meine Armee ermordet haben obwohl es läuft ganz gut warte ja weil Hamburg ist ja oh noch zwei die einzige Frage ist eigentlich nur wie kommt's äh wenn ich da jetzt was tue werdet ihr eure euer Bündnis ehren oh warte mal wer ist denn hier dein Nachbar was ist denn das jetzt hier Son Sogne ach Sogne richtig da habe ich doch meine Tochter hingeschickt ja das ist direkt mein Nachbar in meinem Diure Herzogtum ja aber schau mal ich meine du bist ja schon ein bisschen ausgebreitet jetzt gib denen halt noch ein bisschen man muss es ja auch man muss ja nicht immer gleich alles ne ok das wirst du dann weise entscheiden ich marschiere doch schon mal ein bisschen nach Norden hier mit den Dörren nein nein du bist auch mit meiner Tochter verheiratet also jetzt musst du schon mal Prioritäten setzen das ist echt schwierig ja ich merke schon ja wie das so an mir nagt ne mach du nur ja wir mischen uns da nicht ich muss natürlich ich muss sagen ich kann es nicht gut heißen aber na mal gucken vielleicht fragt er dich ja gar nicht an vielleicht denkt er er schafft es auch so also so richtig hier ich werde es in der UN verdammen aber dann nichts machen Micha was du hier äh im nordischen Rad schlage ich mit dem Schuh auf den Tisch ja aber das war's gut mein Volk mag mich nicht weil es äh Friedenszeit ist das ist natürlich auch ein Problem na gut man muss auch dazu sagen deine 223 Mann würden jetzt vermutlich auch nicht 375 Mann wenn ich bitten darf ne ich rede mit dem mein goldbländischen Freund achso achso ja das da für die kann ich nicht sprechen die sammeln aber gerade sehr viel Kampferfahrung weil die Grafschaft von Dittmarschen hier immer wieder ihre Leute in den Fleischwolf wirft das bringt mir jetzt nicht so viel aber oh nein was ich soll mich dir anschließen bei der Eroberung von Sorgen ne nicht mir ich hab dich nicht angefragt an den unversöhnlichen Häuptlingen gräulich von Gotland ich fordere euch auf unser Bündnis zu ehren und euch mir bei achso bei der Horda Landauberung ja der will jetzt natürlich nicht verteidigst gegen steinwallens garstige Übergriffe deswegen hatte ich doch eine kleine Vorwarnung ausgesprochen ich meine der hat schon auch einen Punkt weißt du also ich hab grad besseres zu tun in Hamburg ähm ja und nein das hat mich Prestige gekostet ja das ist ja natürlich weil du ein ehrloser Bündnisbrecher bist das ist ja das Schäbigste von allem unglaublich was man alles macht für die Liebe der Kinder ich hätte echt nicht auf dieser Insel starten sollen hat die ist schon gut also Schweden liegt halt vor dir ausgebreitet jungfräulich ja gut ich glaub bis wir da sind dass das einer von uns Schweden einnehmen kann geht noch ein bisschen Zeit ins Lande glaube ich auch ich habe alle Ressourcen ausgegeben die mir zur Verfügung standen und jetzt muss ich warten ja ja ich bin auch so ein bisschen äh ich hätte mich nicht so ich hätte nicht so sündig sein sollen das ähm hätte ich doch nur auf unsere und auf den Priester gehört damals als ich jung war als sie mir eingetreten hat Maurice Feigheit und Hinterlistigkeit bringen dich nicht weit im Leben hätte mir das mal jemand gesagt ich werde jetzt aber einfach mal plündern gehen hier dieser dieser Nachbar hier Häuptling Rögenwalder der ist ein bisschen schwächer als ich also müssten wir ihn eigentlich ganz gut dran kriegen können weil diese ganze Nordseeküste ist einfach wartet einfach nur drauf geplündert zu werden dann bis der Timer abläuft dass sie wieder geplündert werden können dann werden sie wieder geplündert warum wohnen denn da überhaupt Leute das ist eine gute Frage ich meine ist die Frage ob man auch irgendwie nach England segeln könnte um da bis hin zu plündern da lohnt es sich aber da lohnt es sich da sollte man ein paar mehr also mit 300 Leuten könnte es schwierig werden naja Kleinkönig Burgred Bornsen von Mercien hat 350 Mann aber du musst auch genug haben um falls es eine Burg ist die dann auch effektiv belagern zu können und so aber klar mach mal probier es mal ich finde du solltest der Erste sein der in Lindesfarn ist berichte uns davon das wäre natürlich nur passend dass mein Typ jetzt auch noch in anderen Religionen zum obersten Ketzer aufsteigt den es in der Historie gab der ketzerischste Nordmann ist auch noch der Erste der hier irgendwie christliche Mönche ausplündert dann mag mich gar niemand mehr auf der Welt so die erste große Schlacht wird geschlagen oh oh ich versuche es einfach mal meinen Nachbarn umzubringen wenn da sein schwaches ein schwacher Sohn herrscht dann wird es für mich nur einfacher werden ich finde wir könnten das in Norwegen so regeln ich beuge mich jeden der es schafft den Königstitel aus eigener Kraft zu erschaffen den beuge ich mich freiwillig du kannst schon mal deinen Knie putzen ja mache ich gerne wenn es sogar die tapfere Hexe jenseits der Berge ist umso besser aber die orientiert ja nach Dänemark nach Dänemark ja ich habe so ein bisschen also mich zieht so ein bisschen Dannelack zu gründen das ist etwas das dänische Blut das würde mich eigentlich sehr reizen in England oder was? mit Dänemark über England einfallen das würde mir eigentlich ganz gut gefallen schon die ganz großen Ziele hier ja bitte natürlich sag mal sind alle Frauen die es irgendwie gibt bei euch auf dem Hof was ist denn da überhaupt los? ich habe jetzt auch schon eine Tochter die ist zwei Jahre alt so möchte ich athletisch sein und regelmäßig nach Schweiß stinken oder will ich ein Tagebuch schreiben und die das Risiko haben zu vereinsamen schreikst du nicht gar an deinem ersten Buch? wäre das nicht äh ja ich habe schon gehört du willst dass ich vereinsame ist okay gestern muss da eine Hexe durch wir werden an dieser Stelle kurz in eine Werbepause gehen das heißt wir pausieren am besten das Spiel derweil und dann sind wir in fünf Minuten wieder da und werden danach mal ein kurzes Resümee ziehen wo wir so stehen so viel ist ja noch nicht passiert außer bei Steinwallen irgendwie was ich reichlich dreist finde und genau dann bis gleich und bleibt uns gewogen genau ich werde mich Mut nochmal mit meinem Chat quatschen pausierst du das Spiel auch? mach das gerne ja okay perfekt dann bis gleich so ihr Lieben jetzt sind wir unter uns ihr solltet abspeichern ja das werde ich nochmal vorschlagen nachher gleich stellt Maurice das Spiel wieder heimlich an diese Stille ja Leute ja ist natürlich für euch jetzt auch ein bisschen anders als sonst weil ich nichts vorlese ich nichts kommentiere ich nicht begründe warum ich dies oder jenes mache aber ja das gehört natürlich dazu ich hoffe es macht euch trotzdem Spaß mein Erben aus den Champions rausgenommen das könnte ich nochmal checken ja das stimmt ob ich irgendwas über meinen Plan erzählen kann eigentlich habe ich keinen so richtig großen Masterplan ich möchte eigentlich erstmal so groß wie möglich werden so schnell und so groß wie möglich das Problem ist ja hier und das lässt sich auch nicht verhindern dass es bei mehreren Söhnen dann natürlich zur Spaltung kommt wir sind im frühen Start das heißt Erbteilung ist gesetzt ja und dann einfach mal gucken was möglich ist das Problem ist wo ist denn der nächste Spieler hier der nächste Spieler im Norden ist da okay das heißt das nächste Ziel wenn wir jetzt an Eroberung denken ist das hier da haben wir zufällig habt ihr eben gesehen durch ein Event äh einen Anspruch bekommen das macht die Sache leichter also einfach so viel wie möglich von Norwegen bekommen um dann vielleicht das muss natürlich irgendwie das Ziel sein irgendwie ein Königreich zu kriegen aber es wird schwer aufgrund dieser Erbteilung ich bin ja schon ein bisschen älter mit 41 in 20 Jahren kann man schon tot sein wenn wir ein paar Truppen haben dann werden wir auch nach England segeln und plündern aber da sollten wir ein bisschen mehr haben die beiden anderen Grafschaften an Vasallen ne das teilt sich meines Erachtens doch man kann sich locker auf Königreichsgröße hochkämpfen ja das müsste das Ziel sein ja na mal sehen also ich spiele das auch jetzt nicht mega optimiert mir geht es eher darum jetzt einfach ein bisschen Spaß zu haben ähm ich habe jetzt keinen Masterplan einfach immer mal so immer weiter ruff würde ich sagen jetzt ich muss bloß mal gucken diese Sachen sind ja ganz interessant Vasallenzwangkriegsgrund Herzogseroberungskriegsgrund die sind für uns sehr interessant das ebenfalls also die Geschichten sind sehr stark in dieser Runde na gut ich weiß dass ich Herzog werden kann ja ich wollte das Geld aber nicht ausgeben war mir ein bisschen zu riskant machen wir gleich wir haben ja nur einen Sohn der muss übrigens noch heiraten das ist noch so ein offenes Problem den würde ich gerne so heiraten dass wir einen coolen Anspruch bekommen das müssen wir nachher nochmal überlegen aber es gibt gar niemanden ja dann müssen wir einfach jemanden heiraten der irgendwie gute Erblinie bringt Kerngesund ist zum Beispiel gut 22 das ist okay ich denke ich werde das machen dann ist da die Nachfolge auch geklärt vielleicht kann ich beim Plündern eine englische Prinzessin entführen auch nicht schlecht ja ja ich will Leute also ich will auch nicht super min-maxing machen hier seine seine Frau ermorden und so also ich mache so eine Mischung aus irgendwie ein bisschen authentisch ein bisschen fokussiert aber es ist auch irgendwie ich bin nicht so ein Freund davon zu so einem mega min-maxing ich habe Kasus Bär wir können sehr sehr einfach Kriegsgründe wir brauchen halt Frömmigkeit das ist ein entscheidender Punkt für uns wir werden mal nachher eine Pilgerfahrt machen aber ich glaube ich gründe erstmal das Herzogtum ok ähm die Cam nach links ja das könnte ich nochmal machen ja ok Leute wenn ihr meint dass das Problem ist das ist bei Charakterbildschirmen schwierig ah ne die Cam nach links ist scheiße ich könnte sie höchstens nach unten machen in der Mitte da passiert vielleicht nicht so viel warte mal das wäre noch eine Möglichkeit ich glaube da ist es am wenigsten störend achso unten ist Schlachtenbericht mittig leicht links versetzt ja ich schiebe es nochmal ein bisschen nach links versuchen wir es mal so ansonsten in der nächsten Stunde gibt es die nächste Gelegenheit ich schalte mich mal wieder hier auf Discord rein und werde jetzt erstmal hier wieder mich verabschieden hihihi Mitte 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 L&Base 802 PC Gehäuse und den Shader Rock 3 White CPU Kühler auf gamestar.de slash gewinnspiele und außerdem ein LG Ultra ok Oben links? Nee, oben links sind die Bilder von den Charakteren. Das finde ich nicht gut. Das mag ich nicht. Das ist schon das Wichtigste. Unten rechts. Ja, ich fand es unten rechts hier auch besser. Wir lassen es mal einfach. Wir testen es. Und wenn ihr noch bessere Vorschläge habt, machen wir es dann in der nächsten Pause. Ich kann es auch ein bisschen klein machen. Okay, dann gucke ich mal, ob die Werbung vorbei ist. Ab ein Date. Mit einem verheirateten Mann, aber das macht ja nichts. Was hat dich denn überzeugt, dass Yale Halfter in Weißkleid vielleicht doch der eine sein könnte für dich? Also ich finde 4.300 Mann schon sehr überzeugt. Er ist natürlich ein liebevoller Mann. 4.300 Mann. Ich sehe den noch gar nicht. Du hast ihn noch gar nicht geheimatet. Der ist in Engl... Nee, nee, ich heirate noch nicht. Ich lasse mir nur ein Kind von dem machen. Damit er mich mag. Und dann heirate ich seinen Sohn. Ach, das ist ja hexenhaft perfide. Und Denzel ist der Perversling hier, oder wie? Ja, so ein bisschen spiele ich das auch nach, weil mir gehen die Konkubinen aus und deswegen zwinge ich jetzt meine Gefangenen. Oh Gott! Aber es funktioniert. Es wird ja immer schlimmer. Ja. Ich mag das Spiel. Ja. Und Micha, was geht bei dir? Ich hab, ihr sitzt hoffentlich und haltet euch fest, ich hab es bisher geschafft, zu plündern, und zwar im Wert von 3 Euro. Oder wir haben die Währung hier. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Euro. 3 Euro? Das sind fast 4 Terabyte. Ja. Ich würde sagen... Da kann ich schon eine halbe Currywurst führen. 3 ist schon mehr als 2, ne? Ja, halt schon. Ziemlich gut. Also ich zieh mich da auf dem Weg steil nach oben. Das machen wir jetzt auch so viel auf dem Pfeil, der nach oben zeigt, weil das der einzige Weg für uns ist. Und ja, also hütet euch, weil Gotthard kommt. Man plündert ja auch für Prestige. Ja, ich werde es auch mal versuchen. Ich werde es versuchen, einen Nachbar... Mein direkter Nachbar ist leider immer genau ebenbürtig wie ich. Deswegen kann ich den nicht so gut plündern. Ich werde versuchen, jetzt einfach mal eins weiter zu gehen und hier in Gaul D'Alea den Häuptling Ulfru abplündern. Der hat nur 400 Mann. Den kriege ich vielleicht dran. Und derweil schicke ich hätt sich halt hier Häuptling Rögenwalder meinem Nachbarn gedungene Mörder auf den Hals. In der Hoffnung, dass wenn sein 9-jähriger Sohn übernimmt, der sich einfach nicht mehr das Prestige für die Truppen leisten kann. und ich dann da einfallen kann. Ist das jetzt das Komplott hat... wenn ich mich neben den stelle, den du plünderst, warte, dass du verlierst und dann angreife? Oder... Ich frage ja nur. Das wäre schon, sage ich mal, menschlich eher unterirdisch. Das... Ja, ja, doch, doch. Ich würde das nicht machen. Ich wollte nur wissen, ob Steinball... Natürlich nicht. Ah, ah, verstehe. Ja, dann machen wir mal weiter, oder? Was sagt ihr? Ich erobere. Ja. So, es geht weiter. Oh, Mann. Und ihr seid alle unverschämt. Was? Nein. Nein, ich habe böser Steinbein. Ich habe wegen ihm gefragt. Ich würde das nie machen. Ja, natürlich. Du bist aber auch ein bisschen in der Zange, Maurice, ne? Im Osten Gebirge und sonst nur Nachbarn, die dir ebenbürtig sind. Sogar die Rügenwalder. Ja, das ist... Das ist etwas ungünstig, ja. Deswegen versuche ich, den ja jetzt umzubringen. Ähm. Also... Du bist ja kein Diplomat, aber vielleicht ein Hinweis. Dafür sind Bündnisse gut. Das stimmt, das stimmt. Ich lasse kämpfen. Es hat sich nicht wirklich eins angeboten, tatsächlich. Und leider ist mein Komplott jetzt auch aufgeflogen. Das heißt, Häuptling Rügenwalder weiß bald Bescheid. Und die Chance ist jetzt sehr gering, dass ich ihn noch dran kriege, was etwas schade ist. Ich versuche mal, ob ich das Einkehrkern-Komplott noch gegen ihn machen kann, sobald ich es freigeschaltet habe. Habt ihr eigentlich euer Haus-Motto schon selbstbestimmt? Oh, das geht. Oh, nee, noch nicht. Twitch Prime ist kostenlos. Oha. Oh, ich bin heute irgendwie ein bisschen auf Krawai gewusst. Ich weiß nicht, was da euch los ist. Ein klein wenig, ja. Ja, das könnt ihr bei der Dynastiv-Übersicht und dann oben bei der Feder bei eurem Haus. Mein Haus-Motto lautet jetzt Oh, das geht. Das ist unsere Einstellung hier im Haus Brotholm. Ich würde ihr vorschlagen, hast du mal einen Euro? Ja. Das sagen meine Gründer immer, wenn sie zu den 100 Mann, die ich noch habe, nachdem sie bei Hamburg dahin gemetzelt wurden, wenn die dann da durch Nordeuropa ziehen. Ah, schön. Immerhin kann ich schon Herzog werden. Ja, könnt ihr das? Könnt ihr das? Ja. Das ist sehr schnell. Das ist beeindruckend. Wie, das kannst du dir aber nicht leisten, oder? Ich kann es mir nicht leisten, aber ich könnte es, wenn ich es könnte. Ah, okay. Ja, wenn ich könnte, könnte ich auch viel, Micha. Also wenn es ginge, würde es gehen. Also ich habe, die Bauern haben ja so eine tolle Ernte gehabt und die habe ich gleich mal ein bisschen ausgepresst. Dadurch habe ich ein paar Euro. Schick gerne. So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier ein bisschen plündern kann. Was zu 100 Verlusten führt diese Bewegung, das gibt es doch nicht. Dann gehen wir da nicht durch. Mein Chat hat sich gerade übrigens sehr echauffiert darüber, dass das gerade Herzog genannt wurde. Du wurdest gerade als Ketzer betitelt. und als Christus ist es ein Jahr lang. Ich habe damit nur durchgeführt. Das stimmt, das stimmt. Wo ich eigentlich, dass ich eigentlich viel lieber nicht mehr nach Süden orientieren würde, aber. Habt ihr das gehört? Nach Sylt, ne? In unserer Mitte. Nach Sylt. Und es bin nicht ich. Darunter. Mein Chat fragt, ob irgendjemand mal gespeichert hat. Im Chat wird so ein profaner Ding. Der Chat soll dabei mal mein Motto bestimmen, denn es wird hier gerade gesagt, der Chat sollte Maurice Motto aussuchen. Schlagt mir gerne Dinge vor. Ich bin da offen für. Wieso ist der so teuer, wenn ich dir mein Geschenk schenken möchte? Reicht meine Liebe nicht, Jan? Weil der so mächtig ist. Aber, aber, aber es ist Leidenschaft im Spiel. Ich schwöre. Ja, Leidenschaft für eine große Armee. Ja, aber es hat ja keiner gesagt, was es für eine Leidenschaft ist. Das wurde nicht definiert. Das stimmt, das stimmt. Wikinger rechnen, glaube ich, auch nicht mit einer Wortklauberin bei den Frauen, wo sie auf Dates gehen. Ja, glaube ich auch. Das geht schon. So, wo kann ich denn überhaupt noch? So. Ich überfalle jetzt hier mal einen für 15 Goldstücke. Warum will denn niemand mein Kind haben? Oh, okay. Jetzt sehe ich, wie es ausschaut. Hm. Naja. Okay, mein Mordkomplott hat dem guten Mann jetzt immerhin sehr viel Prestige gekostet, weil ich ihm Löcher ins Gewand geschnitten habe an unziemlichen Stellen. Und weniger Prestige heißt ja auch weniger Truppen. Vielleicht kriege ich ihn doch noch dran. Du machst jetzt schon einen Mordkomplotte? Ja, ich wollte halt meinen Nachbarn umbringen, weil ich dachte, sein neunjähriger Sohn wird einfacher zu überfallen. Leider ist es aufgeflogen. Also meine ganze Intrige, für die ich ja so richtig diese Ketzerei hier auf mich genommen habe, bringt mir nicht mal was. So, ich glaube, das geht zu meinen Gunsten aus, diese Schlacht hier. Und die Plünderung wird erfolgreich sein. Du hast 24 Ränkespiel? Ja, und es hat mir nichts gebracht, um einfach so einen blöden, benachbarten Mini-Fürsten umbringen zu können. Wow. Ja, Ränkespiel ist, finde ich, eigentlich... Ganz stark, ne? Aber ich glaube, sie haben es genervt. Damals, irgendwann auch. Was habe ich denn für einen unglaublich unfähigen Marschall? Meine Güte. Zwei Punkte. Ah, er ist unversehrt entkommen. Das ist schade. Derweil ist diese Schlacht hier ein Sieg für mich geworden und die Plünderung ist ein Erfolg. Sehr gut, sehr gut. Steinwein hat schon drei Karnschaften, Leute. Das wird gefährlich da am Westen. Gefahr aus dem Westen. Also, ich freue mich. Genau. Das ist schön. Oh, schon wieder eine Tochter. Es ist doch nicht wahr. So, ich habe jetzt hier ein bisschen was geplündert. Das ist doch gut. 15 Gold habe ich erobert. Das ist fünfmal so viel wie mich ja gerade. Ja. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. So viel Geld kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn meine 200 Mann zurückkommen mit ihren drei Münzen im Sack richtig gefeiert. Böderweise ist natürlich mein Nachbar verabscheut mich jetzt, weil weil ich ihn ja umbringen wollte und der ist ja ebenbürtig mit mir. Aber er hat minus 133 Prestige, weil ich ihm die Kleider zerschnitten habe. Vielleicht kann er sich jetzt sein Fußvolk nicht mehr ewig leisten und dann hätte mein Komplott ja doch noch seinen Zweck erfüllt. Das fände ich schon nicht schlecht. Mein Sohn verheimlicht mir etwas. Da würde ich mal drüber nachdenken. Wie läuft dein Date, Pia? Ja, er ist ein bisschen weniger von mir beeindruckt wie ich von ihm, aber das wird noch das wird bestimmt noch. Aber ich habe gerade gedacht, das wäre doch eine super gute Idee, mal Vessex besuchen zu gehen. Vessex war nicht so beeindruckt davon. Ich mag sowieso lieber in der Heimat so arm und ohne Geld. Das ist ich bin bescheiden. Läuft gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Es ist hier auch alles nicht ganz optimal, sage ich mal. so will ich das jetzt noch nicht betiteln. So schlimm ist es nicht. Aber ich bin schon ein bisschen zürnt darüber, dass ich hier so verschmäht werde. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Aber vielleicht lernt er das ja noch, dass ich toll bin mit seiner elf Meinungen von mir. Wird bestimmt noch. Ich sehe auch gerade, dass meine Ritter wirklich meine Champions die schlechtesten sind, die man haben kann. Vier Kampfstärke 3, 2 und 0. Das ist ja sad. Jetzt habe ich einen rekrutiert. Botulfro, der hat 14. Der ist jetzt mein bester Mann. Haben die alle noch keine Kinder bekommen? Oh, die ist zumindest schwanger. Sehr schön. Ach ja, Gebäude kosten ja auch Prestige. Da habt ihr alles, was genetische Vorzüge hat, weggeheiratet? Ja, also meine wunderschöne und intelligente Frau sagt ja. Halleluja. So, kann ich jetzt nicht hier vielleicht dich entführen. 5% alle kriegen nur Töchter. Alle in meinem Umland kriegen nur Töchter. Und ich habe auch nur Töchter. Das ist alles, das funktioniert nicht. Ja, ihr habt wenigstens eine gute Frau. Ihr habt mir alles weg geheiratet. Ich musste eine Keucherin heiraten. Aber die keucht ja am abend schöne Dinge ins Ohr. Ja, aber tagsüber nervt das. Ich habe nur gar nicht geheiratet, weil keiner gut genug ist und ich bin offensichtlich auch nicht gut genug. Das ist schwierig. Aber ich habe ja nur ein paar Jahre. Das ist blöd, wenn man hohe Ansprüche hat und dann merkt die anderen blöderweise auch. Ja, das ist schwierig. Offensichtlich finden andere Leute mich auch sehr anziehend. Nicht nur ich. Das macht tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, ja, ich bin halt wirklich auch, ich suche einfach gerade, ich gucke mich so im Land um nach den schwächsten und erbärmlichsten Zünder Zielen, die ich weg von Gotland. Das ist jetzt super ärgerlich. Der hat jetzt was bekommen. Der zweitälteste Sohn, den ich mehr geiern wollte, hat jetzt einen Titel von seinem Daddy bekommen und jetzt mag der mich gar nicht mehr. Wir waren davor auf minus 40, jetzt sind wir auf minus 970. Abort Mission. Abort Mission. Das ist ärgerlich. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie den Pia-Move abziehe und mich einfach mal einem stärkeren Herrscher zum Vasall anbiete. Ja, hier, wir sind doch fast Nachbarn. Fast, fast, noch geht das nicht. Aber doch rein technisch geht das. Ich bin Jarl und du kannst das bemerken. Aber du bist weder mein De Jure Lehnsherr noch ein benachbarter Lehnsherr. Ich schicke mal gleich eine Anfrage, mal gucken. Ich bin aber erst mal in England und befinde jetzt da die Kirche. Wie kann sich Häuptling Rögenwalder seine Truppen noch leisten? Ich verstehe das nicht. Der hat minus 118 Prestige. Die sollten eben im Scharen desertieren. Ich glaube, das Desertieren gibt es doch gar nicht in dem Spiel. Es macht nur unmöglich jetzt neue Kriege anzufangen. Derweil gucke ich mal, was so das Volk hier als Motto Weiß jemand von euch, ob die Gebäude mittlerweile, wenn man feudal wird, umgewandelt werden oder werden die immer noch zerstört? Da werden jetzt wohl glaube ich irgendwie zufällig Weiche erschaffen, glaube ich. Okay. Das heißt, es ist nicht mehr komplett wasted. Nee, es ist nicht mehr komplett, aber es ist immer noch diffus irgendwie, aber es ist besser geworden, ja. Du machst ja schon Planungen, meine Herren, ich bin ja froh, wenn ich hier den nächsten Nachbarn besiege. Was geht in deinem Kopf alles ab? In meinem? Ja. Naja, es muss ja im Kopf abgehen, wenn es im Spiel nicht abgeht. Ja. Es läuft da nicht so, es läuft da nicht so prickelnd, wie ich das gern hätte. Ich versuch ja auch wirklich, dass Gutfried mich mag, aber das funktioniert jetzt nicht mehr, weil jetzt entscheidet es nicht mehr seinen Dad. Der mag mich auf plus 10. Das, ähm, ich bin nicht unbedingt, ich hätte vielleicht eher meinen Lebenswandelschwerpunkt anders wählen sollen, um, wenn ich da so auf verführend gehen möchte, vielleicht wechsle ich doch noch auf den Schwerpunkt Versuchung. Oh, Geld. Vielleicht wird das. Ich hab so ein bisschen Angst. Oh, da drüben erklärt sich jemand unabhängig und ist jetzt mega schwach, so ein komisches neunjähriges Kind. Komm, dich unterwerfe ich gnadenlos. Wo ist denn da drüben? Graf Schein. Ja, Moment. Warum hat der immer noch so viele Mannen, wenn er selbst so schwach ist? Ach, der hat noch Bündnisse. Ja, aber Bündnisse sind ja Bündnisse, ne? Ach, hier. Mit wem bist du genau? Ah, der ist mit Häuptling Rögenwalder verbündet, ausgerechnet meinem, beim anderen Nachbar. Durch Heirat mit Häuptling Hirilda. Ja, aber die kann man ja vielleicht um die Ecke bringen. Oh Gott, ich dachte gerade, der wäre verheiratet mit einem Kind, aber das ist einfach ein Zwerg. Oh, ich war gerade irritiert, Halleluja. So, wenn ich, wenn ich dich hier abmurkse, dann, dann wäre doch, äh, dieses Bündnis hinfällig und dann könnte ich meinen Nachbarn erobern. Das fände ich gut. Ey, dass die hier auch noch ein Bündnis haben, das ist echt, das ist absolut unterirdisch. Das geht gar nicht. So, was ist denn jetzt hier los? In der Weile bin ich mal wieder oberflächlich nett zu ihm, beeinflusse ihn ein bisschen, damit er vielleicht nicht bei mir einfällt. Und wo kann ich noch plündern der Weile? Ich bin ja der Bornholm. Das ist doch nett. Wer war denn hier schon in England plündern? Das ist ja alles schon abgeplündert. Ja, da in England sind ja die ganzen anderen Wikinger auch noch unterwegs. Hm, stimmt, ja. So, ich werde jetzt hier mal, äh, ich, ich nenne es auch mal meine Tochter nach Diapia, mal gucken, was, was deren Schicksal sein wird. Ich fühle mich nicht eingeschüchtert, die wird bestimmt die Schönste dort und wird ganz bestimmt mit Erben, ne? Oh, shit. Natürlich. Und alle Jarls bezirzen mit, mit ihrer großen Armee. Das finde ich gut. Ja. Kann, kann gar nicht anders passieren. Mein Nachbar hat sich gerade Söldner geholt. Überraschenderweise. Das ist im Krieg mit ihm. Ja, also. Ah, nee, nicht mehr. Aber ich plünder ihn, das irgendwie, das mag er auch nicht. Ja, komisch. Ja, ich hab, ich hab jetzt, ich hab jetzt halt wirklich, also meine beiden Nachbarn hier ist eigentlich super, die sind irgendwie zersplittert, äh, und, und sind richtig geschwächt einander, aber der eine ist immer noch verbündet mit dem anderen. Das ist halt sehr doof. Ähm. Oh mein Gott, es besteht die Chance, dass ich das gewinne. Das waren tausend Mann und die scheinen alle mit Stöckern bewaffnet zu sein oder so. So, dann haben wir das mal umgeswitcht. Den hier könnte ich doch kriegen eigentlich. Ich hab das mit einem Typen gewonnen. Ein Typ hat überlebt. Der letzte Mann. Das gibt's ja gar nicht. Der muss befördert werden. Ich hoffe, der bekommt jetzt einen besonderen Titel. Shit, shit, Leute. Wenn, wenn das geht. Wow. Okay, die Engländer sind doch stärker, als ich dachte. Ja, das ist, da bin ich auch schon drauf gekommen. Alfred F. Äffelwulfsson macht mich gerade fertig. Ah, der mag mich. Möchte der jetzt mit mir vielleicht ein bisschen mehr probieren? Alles verloren. Gut, dass ich mich dir nicht als, als Lehnsmann angeboten habe. Oh mein Gott. Das war ja, ich habe nicht nur mein ganzes Gold, ich habe keine ganzen Truppen verloren. Oh nein. Ah, das gefällt mir. Ich hätte so Bock, diesen Typ hier mit seinen 200 Truppen anzugreifen, meinen schwächlichen Nachbarn. Ja, dann machen wir erstmal eine Pause. Ich bin jetzt Herzog. Hui. Einfach so. Ja, einfach so. Nur von Gotland, oder wie? Was heißt hier nur von Gotland? Ja. Von Gotland. Nur von Gotland. Das ist ganz schön fech hier. Es ist, ja, ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich bremse mich so massiv ein, das ist unfassbar, nur weil ich mich nicht für einen Ehemann entscheiden kann. Ah, das ist, ich könnte mir halt einfach einen Verbündeten holen. Ich habe immer noch nicht geheiratet. Und ich will auch, die sind alle, ich will jetzt nicht sagen, Scheiße, aber die, die ich will, wollen mich nicht. Das ist irgendwie schwierig. Das ist echt, ich meine, das ist halt das Leben irgendwo, ne? Das ist nicht so gut. Nicht so gut hier. Huch, was geht denn hier ab? Warum hat... Das plündern nicht die Leute. Da wird man zum Jarl und dann wird man sofort geplündert, oder was? Das passiert schon mal. Mistkröten. Westmannland, wo ist das? Ah, hier. Okay, jetzt ist hier auch ein Nachbar von mir irgendwie mega geschwächt. Das ist ja interessant. Sind die A? Ja, die haben nicht so viele Truppen. Vielleicht schaffe ich es ja dort was zu plündern. Probieren wir das noch einmal. Vierter Anlauf. Ich werde vielleicht eine Geschichte darüber schreiben, bis wir dann das erste Mal irgendwas erfolgreich... Okay, ich muss warten, bis meine Amie sich wieder erholt hat, aber... Vierter Anlauf. Wird schon. Ach, hier ist der Jarl Denzel. Der ist ja auch schon ziemlich groß. Ja, ich bin gerade aufgeschrieben. Ah, und du überfällst diesen Sack da neben mir. Deswegen ist der gerade so schwach. Nee, das sieht nur so aus. Ich helfe dem eigentlich gerade, weil der einen Bauernaufstand hat. Deswegen. Ach, warum hilfst du dem denn? Hilfst du ihm zu sterben oder hilfst du ihm gegen die Bauern? Das ist im Grunde so wie mit Ost- und Westdeutschland. Das wird sich bald vereinen hier. Das ist eigentlich mein Land in Spee. Deswegen helfe ich dem. Ach komm, ich mach das jetzt hier mal. Ich will diese Grafschaft haben und ich hol sie mir jetzt. Das ist vielleicht nicht der schlaueste Schachzug, aber ich will jetzt auch mal was erobern. Mein Charakter oder auch ich sind großartig. Mein erster Versuch, ein Festmalt zu haben, lief schief. Mein zweiter Versuch, auf die Jagd zu gehen, hat jetzt eine 23-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe. Das ist ja... Eieieiei. Weil da ein Wildschwein ist und ich Krampffähigkeit drei habe. Oh, das ist natürlich hart. Gehe ich dieses Risiko ein? Das ist jetzt die Frage. 23, sind das Paradox-Prozent? Oder bin ich tot? Hast du ein Erben? Nein. Ja, dann würde ich es nicht machen. Ich habe mir jetzt helfen lassen. Ich habe jetzt kein Prestige mehr. Ich bin arm, ich kann nicht kämpfen, ich habe kein Kind, keinen Mann und keine Ehre. Na gut, ich habe mich nur auf einer Pilgerfahrt verirrt. Eigentlich um die Ecke liegt das. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt er mir hier entgegen und will kämpfen um sein Land. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe eigentlich deutlich mehr Mannen, aber seine sind besser. Oh Gott, das ist sehr knapp. Aber ich konter ihn ganz gut aus. Eigentlich läuft das gut. Und ich habe mehr Champions. Ja, ich gewinne. Ich werde hier endlich... Nein, oder? Oh Gott. Schaffen wir das? Und mein Komplott ist auch noch aufgeflogen. Ach komm, das kriegen wir aber doch. Gut, also ich habe sehr knapp diese Armee besiegt, aber jetzt habe ich nicht mehr genug Mannen, um die Belagerung fortzuführen, was ein bisschen doof ist. Ich kriege einfach keinen Sohn. Warum wollen die mich nicht heiraten? Kinder, ich bin ja verheiratet. Aber meine Kinder. Ah nee, ich habe sogar noch genug Mannen für die Belagerung. Ey, voll gut. Das wird ja richtig was hier. Bald besitze ich eine zweite Grafschaft. Leider konnte ich aber das Bündnis hier nicht brechen mit meinem schwachen Nachbarn hier. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben hier, aber das ist ein bisschen das Problem am Intrigen-Lebenswandel, dass du halt es geht schon ziemlich auf Glück auch irgendwie, mehr als andere, finde ich. Es kann dir halt passieren, dass dein Vorteil dir gar nichts bringt. Jetzt plündert der sackt mich hier auch noch aus. Das gibt es doch nicht. Ja, das war jetzt vielleicht alles nicht so schlau. Ich hatte eigentlich immer gute Chancen, aber es hat nicht gereicht. Ich habe auf jeden Fall mal meinen ersten Gefangenen den Göttern geopfert. damit sie beim nächsten Mal ein bisschen mehr dir zur Seite stehen. Genau. Weil das war wirklich nach England. Unfassbar, ein wirkliches Debakel, was wir da in Bessex erlebt haben. Ja, es wird hier leider glaube ich auch gerade eins. Wir hatten schon die Taschen voller Gold. 50 Gold hatte ich. Oh, geil. Ein zweiter Sohn. In Lofotre ist auch gerade leider ein Debakel am sich. Unserem Champion wurde der Kopf abgerissen von Berserker Gurudor. Gewinnen wir diese Schlacht noch? Nein, ich glaube nicht. Ich wurde gerade verwundet. Gab da eine Meinungsverschiedenheit. Unsere Mannen, sie werden, ah, sie wurden hingeschlachtet, das gibt's doch nicht. Äh. Mein Ratskanzler ist auch verwundet. Das ist alles echt suboptimal. Dass hier nichts klappt, das gibt's doch nicht. Jetzt werde ich auch noch ausgeplündert. Oh. Swarland ist im Krieg. Gut, mein Versuch hier irgendwie noch was zu erplündern lief eher mittel. Micha, erzähl doch mal ein wenig, was in in Gotland so passiert. Du wirst gerade ein wenig gezeigt. Nix. 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 Ich sitze hier und warte einfach piste, die Welt um mich herum reif ist, gepflückt zu werden von meinen 300 Mann. Ich beobachte gerade das Herzbuchtum, Ja-Tum, Entschuldigung, Smallland nebenan, in dem gerade ein Bürgerkrieg herrscht, weil Öland versucht, Möhre einzunehmen. Ich fähig Hunger bei den ganzen Sachen. Aber das hat wohl Öland, da hat Öland jetzt wohl versagt gerade dabei. weil ich wollte das eigentlich nutzen, diese Schwäche der Öländer, um mir die zweite Insel vielleicht unter den Nagel zu reißen, aber sie sind schon geschlagen und am Ende. Ja, sonst passiert hier nichts. Das ist natürlich eine Sache. Ja, bei mir ist das Leben sehr hart. Irgendwie meine Armee ist zu schwach und zu klein, um hier irgendwas zu bewirken und es gibt immer noch Plünderer. Okay, jetzt hauen sie woanders hin ab. Ich werde gleich nochmal, ich habe jetzt hier gerade einen Versuch eben unternommen, das Häuptlingstum von Lofotre zu erobern. Leider wurde ich im zweiten Ding zurückgeschlagen. Ich habe jetzt auch nicht mehr ausreichend genug Champions, die gut sind, aber meine Truppen regenerieren sich jetzt gerade tapfer und werden hoffentlich bald einen weiteren Versuch starten können. Ich habe sie jetzt sogar nochmal ein bisschen aufgestockt, während mich mein schäbiger Nachbar, Häuptling Harek Björgolfsson auch nochmal direkt geplündert hat, nur weil ich versucht habe, seine Mutter umzubringen, die mit meinem Nachbarn verbündet ist. Also die Leute nehmen auch die Dinge einfach teilweise finde ich ein bisschen zu ernst. Jetzt muss ich hier erstmal etwas abwarten, bis ich diese Truppen wieder regeneriere. Ja, plündern wollte ich auch. Ich plündere jetzt wieder, ja, genau. Das ist, plündern ist ungefährlich, da passiert wenigstens nichts Schlimmeres. Ungefährlich? Sagt das Steinwallens England-Expedition. Ja, also wirklich. Ja, wenn du halt auch nach England fährst, ne? Okay, ich werde mal das nächste Mal nach Gotland fahren. Hier ist, oh, wir sind verkündet, ja? Ach ja, stimmt. Oh, das hatte ich beinahe vergessen, ja. Ja, das ist ja in der Geschichte auch schon oft passiert, dass es vergessen wurde. Stimmt. Gut, mein nächstes Mordkomplott ist auch wieder gescheitert, das ist echt schlimm. Ich habe wirklich gute Stats eigentlich für Mordkomplotte und habe auch immer einen Agenten noch bezahlt, der mir Support gibt, aber es ist halt eine reine Zufallschance und entsprechend hatte ich beide Male Pech, wie es so passieren kann. Gott, ein Kind nach dem anderen. Bin wieder gesund. Ich habe nur Töchter bislang, das ist auch nicht so optimal. Du warst, ich kenne ja gerade bei Pia, wie das läuft, wenn man als weibliche Herrscherin sich durchsetzen will. Was soll das denn jetzt heißen? Die ganzen alten Jahre. Was ist das jetzt für eine Anfeindung hier? Muss ich das jetzt verstehen? Also, wenn du es genau wissen möchtest, bin ich mittlerweile die Affäre von Jarl Halfter in Weißkleid und mein Pop-Up hat mir erklärt, dass er sehr gut weiß, wie man die Bedürfnisse anderer Leute befriedigt. Bitte, ich weiß nicht, seit wann dieser Text so geendet wurde, aber es läuft hervorragend. Ich bin noch nicht schwanger, aber ich habe versucht, seine Frau, die ist 49, also ich habe versucht, die hinrichten zu lassen, damit er mit mir durchbrennt. Ist leider aufgeflogen, wir arbeiten daran. Es wird, es wird. Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Es läuft großartig. Es wird, ist auch so ein bisschen das Motto, was bei mir hier so passiert. Oh, Häuptling Björnäuf hat gerade nur vier Mann. Okay, los Männer, jetzt holen wir uns den Sack. Das ist die Gelegenheit. Der Typ hat irgendwo geplündert. Jetzt sind es 14 Mann, aber bis wir da drüben sind mit dem Schiff, ist es bestimmt, der ist gerade anscheinend in ein paar anderen Kriegen. Ah, in Jarl Denzel hat hier die Schwäche genutzt von diesem Mann. Und wie warst du? 50? Ich habe 650 Mann. Also bitte. Du kannst gerne noch rüberkommen, aber pass auf, dass du nicht auf dem Blut ausrutscht, wenn du landest. Tränke die Fjord in Rot. du bist hier schon am Start und holst es dir leider schon. Ach, wie schade. Dann kann ich da ja gar nichts mehr, ist ja nichts mehr zu holen. Ja, das war der Einzige, der hier antastbar war. Die anderen seien also stark. Ja, deswegen wollte ich ihn ja. Ja, der muss auch mal was erobern. Geht Denzel in Richtung Königreich Norwegen? Ich hole mir die Arktis. Ja, er holt sich den, den Häuptlingen Lofotr da oben. Was mache ich denn jetzt, ist die Frage hier. Wartet mal. Das ist aber in Norwegen, da musst du was, das musst du verhindern. Zu spät, zu spät. Das können wir uns nicht gefallen lassen. dass die Schweden hier sind. Wo meine Armee jetzt gerade hin ist. Ja, ich wollte hier tatsächlich gerade mein Reich erweitern, da ist Denzel mir zuvor gekommen. Das ist etwas ungünstig. Yes, 15 Euro geplündert. Das meiste, was wir hier hatten. Perfekt. Gut gemacht, Männer. Oh, meine Champions werden gerade zum Berserker. Weil sie eh so fantastisch kämpfen. Ach, ist jetzt hier doch noch, ist jetzt hier doch noch irgendwie zum Krieg gekommen, dass meine Leute hier noch, gegen wen haben die denn gekämpft? Haben die gegen dich gekämpft, Denzel? Ich dachte, wir sind gar nicht im Krieg. Ja, du hast recht, aber deine, ich habe es nicht mitgekriegt, aber deine Leute sind roh. Ich habe es auch nicht. Du bist ja auch woanders gelandet. Also wir dürften gar nicht gegeneinander gekämpft haben. Sonst müssten sie auch irgendwo hingerannt sein. Weil eigentlich, der hier hat auch nicht genug Truppen. Ich habe irgendwie gerade eine Sekunde nicht hingeschaut. Ich. Und nicht ganz kapiert, äh. Ne, das checke ich jetzt auch nicht. Eben war das noch ganz viele. Weil eigentlich, äh, Aber wo du jetzt hingehst, das liegt natürlich auf dem Rückweg meiner Truppen, ne? Ich, ich, ich sehe meine Armee gar nicht mehr. Ich glaube, die ist einfach weg. Die läuft, die greift mich jetzt an. Deine Armee läuft auf meine Armee zu, Junge. Aber warum? Du hast noch drei Sekunden, dann, dann, dann kannst du nicht mehr abbrechen. Und? Ich habe Pause hier. Aber wo ist, wo ist die denn? Sag mir mal ein Territorium, weil ich sehe das gar nicht. Die ist direkt östlich auf dem nächsten Feld von meiner Armee, die da gerade mit 911 Leuten im Norden die Fjorde unsicher macht. Haben die irgendwie gemäutert oder was ist los? Weil ich sehe die, ich sehe die nicht mal. Ist das wirklich meine? Ne, weißt du was? Das ist die Armee, die dich platt gemacht hat. Ja, genau, keine ausgehoben. Ne, genau, irgendeiner hat mich platt gewalzt. Ja, dann viel Spaß mit der. Ich weiß nicht, wer das ist. Wer ist es denn? Ich glaube, das ist der Typ, den du auch wolltest, hier, der Björnson. Wie heißt der? Ah, ne, Björg Sol, Björgolfson. Björn, Björnjolf, Björnjolf, Björgolfson. Der Typ. Ah, ich habe Harek Björgolfson, den wollte ich. Komisch, wie ist das denn? weil es den mal gerne platt, äh, weil dann, 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 äh, das ist nur, nur, nur gut. Ah, okay, ich dachte, du wärst das. Oh, ich habe ihn gefangen genommen. Bart Björnjolfsson ist gefangen. Soll ich, soll ich irgendwann? Wunderbar. Moment mal. Also, mein Chat ist mittlerweile darin ausgeartet, sich jetzt drüber lustig zu machen, weil ich bin immer noch nicht schwanger. Und, äh, bei Johann Halftern steht furchtlos und wir sind gerade am spekulieren, ob es vielleicht fruchtlos heißen soll. Steigt furchtlos. Er mag mich auf 100 Prozent. Ich glaube, er mag mich sogar mehr als seine Frau, aber irgendwie wird das nix. Und langsam tickt die Zeit. Ich bin schon 31. Langsam kriege ich Stress. Honestly. Also, nicht gut. Der nimmt doch erstmal den erstbesten Bauern. Der mag mich ja auf 100 Prozent. So, es ist ja nicht so, als ob nicht so. Der mag mich ja. Liebe. Es geht um Liebe hier. Ich bitte euch. Ja, bei mir ist das ein einziges Elend. All meine Komplotte scheitern. Norwegen ist nicht der Ort für Komplotte. Hier war diese... Sondern der Ort für Taten. Hier war die... Ich habe schon gegen dich gekämpft, Denzel, lustigerweise. Aber ich weiß nicht warum, weil wir waren ja nicht mal im Krieg. Und wir waren noch nicht mal auf dem selben Feld. Ich glaube... Nee, nee. Bist du dir sicher? Also, wenn ihr denselben Gegner habt, kann das sein, ja? Niederlage gegen Reichtum. Häuptling Björn will mir ein Bündnis vorschlagen. Wer ist das denn? Ach ja, komm. Es hat geklappt! Was? Schwanger? Ja! Oh mein Gott. Wundervoll! Und ich werde es... Oh Gott, ich könnte abtreiben versuchen. Oh mein Gott, das ist so furchtbar. Nein. Ich werde alle wissen lassen, wer der Vater ist. Das ist doch wunderschön. Jawohl. Und jetzt habe ich Prestige bekommen. 750. Was? Wow. Offensichtlich... Ich bin beeindruckt. Offensichtlich funktioniert das so mit den fremden Kindern. und der Prestige. Ich weiß nicht, ob das historisch akkurat ist, aber... Ja, die Sache ist halt, also das Problem an der Stelle ist, glaube ich, wirklich, ich bin jetzt sündig und alles, aber dafür habe ich Prestige bekommen. Ja, willkommen im Club. Das geht schon. Oh, jetzt mag mich seine Frau auf minus 100. Ich frage mich, woran das... Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja, blöd. Ich bin damit ganz zufrieden. Jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass ich nicht katholisch bin, weil dann würde ich jetzt einfach zum Papst gehen und ihm sagen, wie leid es mir tut, 150 Gold zahlen, und dann hätte ich keinen unsüchtig mehr, weil so funktioniert das ja bei den Katholiken. Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, so ist das jetzt ein bisschen schwierig, aber macht ja nichts. Ja, ich bin weiter in so einer blöden Patz-Situation. Ich meine, den hier könnte ich mir vielleicht mal schnappen. 390 hat er. Jetzt habe ich auch einen starken Verbündeten. Oh, ich habe gerade einen Mount gekriegt. Ein Schlagboss. Und darf dir meinen Namen geben. Echt, sowas gibt's? Ja, das war so eine 3-etappige Quest-Reihe, wo ich das gezähmt habe. Und jetzt nenne ich es Boreas, der altgriechische Gott des Nordwinds. Oh, schöner Name. Ich habe immer nur Katzen und Hunde gekriegt. Ist auch das erste Mal, dass ich ein Pferd habe. Das ist bestimmt irgendein Deal-Ziel oder so. Dass ich dieses Bündnis nicht brechen kann, das ist ganz schlimm. So, ich belagere gerade Slupsg. Im Pormann. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen. Dann können wir deine Sicht mal zeigen. Was passiert bei dir gerade? Ich belagere gerade Slupsg. Ja, da ich ja momentan noch keine Chance habe, mich nach Skandinavien auszubreiten, so richtig, beziehungsweise nach Schweden, muss ich ja jetzt mal irgendwie Nägel mit Köpfen machen. Und breite mich halt in Polen aus. Also hier so an der Ostseeküste. Und guck mal, wie lange ich das da halten kann. Aber das bringt mir zumindest ein bisschen mehr Steuerbasis und ein bisschen mehr Manpower-Basis. Und dann schauen wir weiter. Und die hatten gerade, denen habe ich auch geholfen, die müssten mir ja nicht dankbar sein hier in Pormann. Weil als ich da gelandet bin, hatten die gerade einen Bauernaufstand, den ich dann erst mal für sie besiegt habe, um dann ihre Stadt zu belagern. Also eigentlich hätten die mich mit offenen Toren und Herzen empfangen müssen und nicht mit geschlossenen Mauern. Aber es ist halt die Unterbarkeit gegenüber Brandschatzen und Eroberern. Ja, und das ist jetzt so meine, das dauert jetzt ewig, weil ich habe halt nur Stöcke, mit denen ich gegen die Mauer schlage aktuell, um Slups erobern zu können. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Zumal deren Anwendung, wie er völlig unterlegen ist. Gut, Häuptling Rögenwalder wird allmählich ein bisschen geschwächt, weil er angegriffen wird. Darf ich hier ganz kurz Pause drücken? Ich müsste mir ganz kurz was durchlesen. Ja. Ist das okay? Entschuldigung. Klar. Und ich müsste euch auch ganz kurz um euren Rat fragen. Ich habe tatsächlich ja jetzt mit Jarl ein Baby bekommen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, ob das legitimiert wird oder nicht. Wenn ich das legitimiere, ist das dann automatisch auch in seiner Dynastie? Wisst ihr das? Kommt das dann in seine Dynastie? Gute Frage. Oder bleibt das in meiner? Geht ja da um die Erbschaft auch so ein bisschen. Aber wenn du es legitimierst, mein Schatz sagt ja, aber bei einer Oder-Frage ist das so eine Sache, ne? Schatz, macht mal eindeutig. Macht mal bitte mehr als ja. Ich weiß es halt nicht. Seine oder ihre Dynastie? Okay, der Schatz sagt, es ist sehr eindeutig, seine Dynastie. Okay, das heißt, ich darf das nicht legitimieren, weil sonst habe ich wieder keine Erben. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Dynastie? Hat das damit überhaupt was zu tun? Denn er ist ja trotzdem Nachfolger, aber er ist eine andere Dynastie. Den spielst du, glaube ich, dann trotzdem weiter, aber mit einer anderen Dynastie. Ja, aber ich würde ja nicht, ich würde ja dann Schachmatt gestellt, weil ja meine Dynastie ausgestorben ist, oder? Das ist die Frage, ob das... Ich würde ja in eine andere Dynastie reingespielt, wahrscheinlich. Das Problem ist, du hast ja jetzt auch kein Erben, ne? Ja, das ist nicht schlimm. Also ich müsste dann einfach nur in, also quasi, ne? Also... Ah ja, kann aber auch nicht von mir erben, wenn ich ihn nicht legitimiere, ne? Ah, genau. Genau. Also ich muss denn sowieso... Du musst noch eine andere Lösung finden. Also brauche ich noch ein Kind. Das Volk hat übrigens... Das Volk hat ein Motto für meine Dynastie entdeckt. Vom Komplott zum Schafott wurde im Chat entschieden. Und das ist gar nicht so miserabel, wie diese Komplotte hier alle liefen, ist das leider sehr akkurat. Wo kann ich das nochmal einstellen, Steinwall? Du wusstest das. Du hast unten dein Haus, links neben dem Glauben. Ah ja. Also Herzglaubehaus. Und da oben steht dein Haus dann. Und da kannst du eine Schreibfeder Haus umbenennen. Ah. Und wenn du da draufklickst, kannst du auch das Motto umbenennen. Name und Adjektiv habe ich nur. Häuptlings... Ah, das ist Häuptlingszuh. Moment, wo ist mein Haus? Oben. Das ist meine... Ganz oben in dem Fenster, in dem Dynastiefenster. Ah, hier, hier ist es. Ja, perfekt. Also es ist jetzt mein Spielerber geworden. Motto, ich helfe, ist aktuell mein Motto, was natürlich mal gar nicht stimmt. Ah, cool, ist dein Erbe geworden, ja. Was hast du jetzt entschieden? Ich habe ihn jetzt legitimiert. Damit gehört er jetzt tatsächlich, weil wir nicht verheiratet sind in meine Dynastie, weil ich herrschend bin. Und er ist jetzt ein legitimierter Bastard von mir. Damit ist er mein Spielerber geworden. ist aber, glaube ich, auch dort, ist er dort auch ein legitimierter Bastard von mir. Er ist dort auch drinnen. Ja, er ist halt dort auch in der Liste unter seinen Kindern drin, weil ich das quasi, ja, nicht verheimlicht habe. Und müsste damit jetzt dort in der Erbschaftsfolge auf Platz 5 sein. Wow, okay. Damit hat sich mein kompetenter Job ja richtig, mein kompetenter Chat hat sich ja richtig blamiert. Ja, krass. Also das wundert mich jetzt selbst auch, dass das funktioniert hat. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich rumlaufen, könnte einfach mir überall, ohne die Männer zu heiraten, Kinder holen. Dann wären die alle legitimierte Bastarde bei mir. Und wenn ich alle anderen Kinder von den Männern töte, klaue ich ihnen halt alles, was sie haben, halt in meine Dynastie rein. Und deswegen nennt man dich eine Hexe landesweit. Aber ich mache gerade auch meinen geliebten Jorvik zu einer Hexe. Also, ich verbreite das. Ich verbreite das. Was hat das auch noch? Oh Gott, das ist wie eine Epidemie. Was soll das denn jetzt sein? Sehr gut. Epidemie hat er mich genannt. So, ich könnte jetzt wieder starten. Das wären eher die Liebesbläschen. Jawohl. Nee, die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht dieses Mal. Dankeschön, dass ich hier kurz Pause drücken durfte. War ein bisschen viel auf der Erde. Ja, ist ja auch eine komplizierte Sache. Aber ich glaube, bei deinem, bei dem Vater, da ist er nicht in der Erblinie. Ich weiß es nicht. Aber er steht zumindest dort mit beiden. Bei den Kindern, ja genau. Ja, also das reicht mir schon. Da schaue ich schon wichtig aus. Das war schon. Ja, hier ist jetzt hier nochmal. Wenn 750 Prestige getauscht gegen eine Hingabestufe, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Das stimmt, das stimmt. So, da werde ich jetzt Krieg haben. Ich habe übrigens jetzt einen Sohn. Also wenn ihr hübsche Töchter habt, dann zu mir. Ich habe hübsche Töchter, die sind aber glaube ich auch alle erst drei oder sowas. Nehme ich. Gepanzertes Fußvolk? Oh, vererbliche Eigenschaften sind intelligent, wunderschön und stattlich. Ey, das wird ja der Hammer. Also Pia, du wirst jetzt leider in Denzel's Nenastie verschachert. Was? Weil dieses Bündnis mir zum Vorteil gereicht. Was countert denn das gepanzerte Fußvolk? Sind das Bogenkämpfer? Oder leichtes Fußvolk? Was war das denn? Ich glaube, spießtreicher oder sowas, oder? Ne, ne, die gepanzerten Countern, die Spießträger, also die Pekiniere. Leichtes Fußvolk gecuntert, glaube ich, das gepanzerte, oder? Ja. Glaube ich. Glaube auch. Sehr schön. Gott, wie viele Kinder kriege ich denn noch, ey? Wo sollen die denn alle hin? Ist doch voll schön, freudig, fruchtbare Länden. Das sind immer mehr. Der ganze Hof ist voller Kinder. Ach so, Fußvolk. Oh, das ist nicht gut. Oh, das könnte für mich gleich sogar Schachmatt werden, tatsächlich, hier an der Stelle. Schachmatt? Mmh. Mich hat Schönhaar angegriffen. Und er hat einen sehr guten... Wie, dein Jarl, oder wie? Nein, 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 nein. Das ist der Nachbar von mir. Ähm, weil ich unzüchtig bin. Und ich habe zwar mehr Armee, aber er hat einen Buffetshaber mit 28 Punkten, aber... Oh. Aber es wird, es wird, es wird, es wird knapp, aber es wird. Sag mal, Dennis, wenn wir jetzt unsere Häuser schon in Freundschaft verbunden sind, willst wir dann nicht vielleicht beistehen gegen hier Häuptling Harek Björgolfsson? Der ist zwischen uns gerade. Ich könnte dir in dem Krieg helfen. Sind wir schon so weit? Ich glaube, wir sind jetzt erstmal so ein bisschen die unbekannten Schwiegereltern. Musst du erst noch ein bisschen kennenlernen, gucken, wie der Hare läuft. Nee, also ich habe schon sehr, sehr hohen Respekt vor dir. Hat das damit zu tun, weil ich viermal so groß bin wie du? Also vom Land her? Nee, gar nicht. Das ist genauso wie bei Pia, das immer echte Liebe war. Es ist bei mir aufrichtiger Respekt. Okay, wobei brauchst du denn Hilfe? Der Häuptling Biodin da, der ist zwischen uns beiden. Also du hast ja Norland gerade und der liegt zwischen uns. Äh, ja, wenn mein Bündnis mit dem ausläuft, kann ich da mitmachen. Ach, du bist mit dem verbündet. Ja, weil alle meine Nachfahren sind meine Freunde. Holte Hexe, ich kann helfen, ich kann dir in den Krieg eintreten. Das wäre tatsächlich sehr nett an der Stelle, weil ich habe immer noch keinen Ehemann. Aber ich bin schon wieder schwanger. Es ist ein interessanter Spielezug, den ich hier gerade mache. Wie wäre es denn danach mit dem Beugen des Knies? Ich weiß, ich weiß, ehrlich gesagt, an der Stelle, oh. Das Vaseilentum wäre dann die Belohnung dafür. Ja, ja, das würde ich, das Problem ist, ich weiß nicht, ob es denn danach noch geben wird, ehrlich gesagt. Ja, okay, also wenn du jetzt mir dein Wort gibst, dann bin ich dabei. Ich gebe dir dann mein Wort tatsächlich. Alles klar. Weil ich bin mit anderen Dingen hier beschäftigt. Also es passt so ganz gut. Scheiße, warte mal. Hab ich nicht erwartet, dass mich das da so aushängt. Ach, geht nicht, wir sind nicht. Ach, verdammt. Ich habe die zwei die Option. Aber das passt schon. Also warte mal, das klappt schon. Kann ich dir, ich kann dir auch, normalerweise könnte ich dir ein Bündnis vorschlagen, aber ich bin selbst im Krieg. Wenn du noch ein bisschen durchhältst, dann geht das. Ja, das klappt tatsächlich, glaube ich. Er hat nicht genug Leute, um mich zu belagern. Das ist gerade mein Glück an der Stelle. Okay. Das wird schon. Aber er jagt mich gerade auch so ein bisschen durch die Gegend. Dann habe ich hier Zeit, wieder ein bisschen mehr. Ich habe nämlich noch Armee, aber ich kriege die gerade nicht raus. Ah, das wird schon. Ich muss hier nur meinen Krieg beenden. Dann geht das. Der ist bei 74 Prozent. Sagen die auch nur so ein blöder Krieg. Ich helfe ja auch nur so einem Verbündeten. Ihr seht, ich bin hier total hilfsbereit. Den hätte ich halt gerne. Warum kann ich den nicht angreifen? Oder den? Fingerweg von Gotland. Oh nein, ich hatte eine Geburt. Das ist nicht schön. Was? Das ist nicht schön. Das ist leider nichts geworden aus dem zweiten Anlauf. Ach so, warte mal, scheiße. Ich sehe gerade, wir können, glaube ich, da du auch im Krieg bist, können wir gar keinen. Ich habe nämlich die Möglichkeit als großer Diplomat auch ohne familiäre Verbindungen ein Bündnisvorschlag zu schlagen. Aber du bist im Krieg und das verhindert das. Ah, ich glaube, das kriege ich hier schon geregelt. Ich habe ja, ich habe immer noch die Notbremse, in der ich immer noch jemanden einfach heiraten kann. Tatsächlich. Ich habe ja immer noch nicht geheiratet. Die Notbremse. Das ist, ich, das klingt jetzt irgendwie schlimmer als das Gemein, aber ist halt tatsächlich. Ja, ja. Ich glaube, ich komme damit aber auch so durch tatsächlich. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich meinen Sohn noch aufgespart. Aber ich habe jetzt auch meinen Rest ausgehoben, den ich hier noch hatte. Also, schaut gar nicht so schlecht aus gerade. Ich kann mir auch gleich mein nächstes Regiment leisten. Ja, ich kann mir da, ich könnte das noch erhöhen, das leichte Fußvolk. Ja, das sieht ja gut aus. Ja, das Prestige kommt mir jetzt richtig zugute tatsächlich. Klar, dass ich mir da geholt habe. Durch deine Unzucht quasi. Prestige, ja, also ich bin halt sündig bis zum geht nicht mehr, aber meine Armee ist jetzt hochgewachsen auf, wenn sie fertig ist, 725. Und ich habe immer noch nur eine Grafschaft, also ich bin eigentlich ganz zufrieden gerade. Man muss sich mal vor Augen führen, was das rollenspieltechnisch bedeutet. Dass diese nordischen Krieger alle so begeistert von deiner Unzucht sind, dass sie alle zu deinem Banner sich... Ja, für Fürstin Pia, die unsüchtige Hexe, dafür ziehen wir liebend gerne in die Schlacht. Wir nehmen nicht mal Gold, wir wollen nur an ihrem Prestigeteil haben. Ist das nicht schön? Oh, mein Sohn ist erster Erbe für East Riding von seinem Vater. Das hat doch funktioniert. Mein Sohn wird East Riding in England erben. Ja. Das ist ja großartig, so wie das läuft. Ich muss sagen, das ist auch das erste Mal, dass ich wirklich versucht habe, das über den Weg zu machen und da nicht direkt zu heiraten. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass ich darin scheitere, aber mir gefällt das tatsächlich unfassbar gut gerade. Irgendwie habe ich immer noch nicht kapiert, was du gemacht hast, aber ich würde es auch nicht wissen. Was? Naja, ich verlasse mich mal hier auf die alten Tugenden. Also tatsächlich ist es... Ja, ich versuche mich auf die alten Tugenden zu verlassen, aber es klappt nicht. Ich plündere jetzt einfach nochmal ein bisschen hier. Oh, ich sehe, der Graf von Gotland hat auch eine weitere Grafschaft erobert inzwischen. Das ist halt genau in der Mitte, ne? An der Ostseeküste. Da ist noch viel frei. So. Und jetzt nehmen wir dein Gebiet davor ein, dass du mich hier geärgert hast. Was hältst du davon? Schön, Herr. Ich habe dir einen Heiratsvorschlag schicken wollen, aber du hast ihn abgelehnt. Selber schuld. Du hast typische Söhne. Oh Gott. Warum fliegt jedes Komplott von mir auf? Das ist so schlimm. Mein Pferd ist krank. Ich habe so ein Pech. Oh, die ist empfängnisunfähig. So, an der Stelle müssen wir die nächste Werbepause schon machen. Wir sind gleich in ein paar Minuten wieder da und machen hier wieder Pause. Jo. Ey, das ist ein Elend hier. So, ihr Lieben. Da sind wir erstmal wieder unter uns. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Zeit für ein Käffchen, oder was? Kurz vor 16 Uhr. Jo. Na ja, man... Man kämpft sich so hier durch, ne? Ein Hühnerhaufen ist das ja. Ja, Island ist auch ganz nett, das stimmt. Ist aber auch sehr weit weg und ist sogar gespalten. Ich würde sagen, wenn wir weitermachen, dehnen wir uns erstmal bis an die Grenzen der menschlichen Spieler aus. Scheint mir der beste Weg zu sein. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie ich die 500 Frömmigkeit am besten einsetze. Müssen wir hier gucken. Das Herzogtum wäre nett, kostet uns nur 250, ist doch kein Problem. Dann holen wir uns das gesamte Herzogtum, würde ich sagen, als nächstes. Der hat nur 1000 Mann mit unseren Verbündeten. Ist das kein Ding. Ich frage sie mal, wie es bei ihr aussieht jetzt, nachher. Oh, sie ist einmal noch sehr schwach. Aber wir kriegen mit ihr kein... Geht nicht, ne? Wir kriegen mit ihr kein Bündnis, weil sie im Krieg ist. Und eine Heirat kriegen wir auch nicht hin, weil wir niemanden haben. Achso, sie gewinnt gerade. Stimmt, richtig. Richtig, sie ist ja die Verteidigerin. Stimmt. Ja, dann ist... Schade, das wäre eigentlich eine hübsche Gelegenheit gewesen. Wir können dasselbe eigentlich mal mit dem guten Maurice nachher machen. Und vielleicht ihm ein Bündnis anbieten. Aber wir werden noch mal ein bisschen stärker werden. Dann wird er sich vielleicht unterwerfen wollen. So, ich hole mir mal kurz ein Kaffeetässchen. Ja. So, ich hole mir mal kurz ein Kaffeetässchen. So, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die vielen Abos und Geschenkabos, die ihr hier reinhaut. Bitte seid nicht böse, wenn ich euch jetzt hier nicht einzeln erwähne und auch keine Sounds oder so habe. Ist ja ganz klar. Geht ja nicht. Beziehungsweise mache ich ja grundsätzlich nicht. Ja, ja, die Erbteilung wird kommen. Die Frage ist, ob wir vorher das Königreich kriegen. Wie sieht es denn aus mit unserem zweiten Sohn? Ich glaube nicht, dass... Achso, Enterben, das haut natürlich rein, ne? Kostet uns 300 Prestige, 150 Bekanntheit. Das wäre schon möglich. Ist eine Option, ne? Bevor nachher alles zerfällt. Können wir das machen? Ähm... Das ist für mich sehr schwierig zwischendurch, mich zu muten und dann mit euch zu reden. Das ist einfach jetzt diese Art von Stream heute. Das finde ich total nervig zu gucken. Bin ich jetzt gemutet? Wo sage ich jetzt was? Das ist einfach nur stressig, Leute. Aber ich bin mal kurz nochmal austreten. Wer weiß, wann die nächste Pause kommt. Ich mute mich jetzt auch mal für euch. Bis gleich. 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 Das ist eine politische Überlegenheit hier. Bis gleich. 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 Ich will jetzt natürlich nicht zu viel verlangen. Also ich habe ja erstens drei Konkubinen. Also der Genpool ist relativ groß. Die ich gerade genommen habe, ist zumindest eine Ärztin. Und eine unzüchtige Ärztin, ja. Weißt du, dass einer deiner Konkubinen homosexuell ist? Da hat jeder ja Verständnis dafür. Oh, das ist ja interessant. Ich frage mich gerade, was da los ist. Naja, gut, dass ich noch die Ärztin mir geangelt habe. Du kennst dich in meinen Betten besser aus als ich. Hier erkennt sich ja in den Betten aller benachbarten männlichen Fürsten Oh, so wollte ich jetzt nicht gehen. Aber tatsächlich habe ich vor meinem Stream beim ersten Mal Crusader Kings spielen den Titel Brutmutter bekommen, weil ich einfach bis in die fünften Generationen alles plane. So Enkel mit der Tochter da und nicht dort, dass ich die perfekten Kinder habe. Deswegen ist der Dynastiename auch Brut für die Brutmutter. Also übrigens, ich habe tatsächlich eine Enkelin gerade geboren, null Jahre alt. Das wäre vielleicht eine Option. Und zwar die Tochter die Tochter meines Haupterben. Also derjenige, der hier vielleicht mal König von Norwegen werden wird. Also das, da würde ich da würde ich, also wenn du die auch gut ausbildest, dann würde ich da jetzt eine Anfrage dafür schicken tatsächlich. Ja, ich werde mir Mühe geben. Ja, das wäre ja unfassbar. Ja, cool. Gut, dann habe ich da jetzt, das schaut gut aus. Gefällt mir. Und dann zuletzt noch Micha, was geht bei dir? Du bist irgendwie weit ab vom Schuss, aber eroberst ja durchaus recht erfolgreich. Was sind deine Pläne? Ich bin hier einfach ein bisschen in Europa am Erobern. Einfach ein bisschen so die Ostseeküste entlang. Bisschen Vorlauf machen. Sonne genießen, Strand und so. Das hier Sylt dann irgendwann, ne? Passt. Ja, ja, dann würde ich doch sagen, machen wir weiter, oder? Unbedingt. So, ich habe jetzt hier zumindest mal einen erfolgreichen Plünderzug wieder hinter mir und ja nun, nachdem mein getreuer Kamerad Dennis bald hier diesem Sack da hier oben mit mir auf die Nase geben wird, wird sich jetzt hoffentlich auch für die Grafschaft Naumile di Flaki allmählich hier was bessern Ja, ich melde mich, wenn ich hier Oh, ich habe endlich einen Sohn Und er ist wohlgestalt und schlau. Magnus Maurikson. Ja, das finde ich gut Ah, den bringe ich um Ah, das geht's nicht. Ich bin zu ehrlich dafür. Ne Ich hätte es nicht sagen dürfen, ich bin einfach zu ehrlich Ich habe mehr Mord wert als du wenn wir hier Söhne umbringen Wie viele Kinder hast du eigentlich? Ja, ich sehe es gerade Sechs Kinder Ja, und irgendwie sechs Millionen Enkel Ja, die Familie Brotholm wird immer größer So was, mein nächstes Komplott ist auch wieder aufgeflogen Das gibt's doch nicht. Wofür habe ich denn diese Diese Ich habe 29 Intrige, ja Und es bringt mir absolut gar nichts Weil alles auffliegt Kein Wunder, dass mein Typ zynisch geworden ist Aber das hat nicht für ein Bündnis noch gereicht Ne, Steinbein Das reicht erst, glaube ich, wenn er dann Wenn du tot bist Wenn ich tot bin, ja genau Sagt das nicht Maurice Ja, ja Natürlich war das nicht so gemein Nein, nein Das ist ein guter Nachbar, den ich hier habe Ich wertschätze den Wollen wir uns so Grenzen definieren, Steinbein Dass wir uns nicht in den Weg kommen Ja Also ich finde Die Grenze wäre Deine Grenze jetzt Ich hätte folgenden Vorschlag für dich Ich würde nicht versuchen, mich weiter nach unten auszubreiten Ich würde tatsächlich versuchen, Dänemark einzunehmen Und würde dir wirklich diesen Teil hier lassen Aber dafür unterstützt du mich im Krieg gegen Dänemark Ja, das klingt doch gut Ja, das gefällt mir Das ist das Schön Es freut mich, mit dir Geschäfte zu machen Das klingt doch wundervoll Das heißt, unser Ziel ist es, dich zur Königin von Dänemark zu machen Und mich zum König von Norwegen Ja, schau, das klingt wundervoll Das klingt doch großartig Prima Und dann unterwerfen wir den Rest Was? Was? Das habe ich nicht laut gesagt So, was läuft denn in Danzig? Schon wieder in leere Ratsposten Die sterben mir alle wie die Fliegen weg Ich bin sicher, dass da nichts dahinter steckt Natürlich nicht Dass die Belagerungen immer so lang dauern Wir müssen mal Katapult erfinden hier, Kultur Mach mal Das stimmt, das stimmt Wer ist denn unsere Kulturoberhaupt eigentlich? Der Jarl von Uppland Ah ja, der ist auch Ja, an den biedere ich mich gerade an Aha Also, ich möchte euch hier ganz kurz feierlich erzählen Dass ich mich jetzt an dem wundervollen Schönhaar rächen werde Ähm, ich habe nämlich tatsächlich seine Frau gefangen genommen Sie ist in meinem Knast Und ich glaube, sie wird jetzt hingerichtet Oh, das ist aber ärgerlich, dass mir das passiert ist Ups Die kann doch gar nichts dafür Er war doch der Bisse Täter Das ist mir doch egal Das ist ja auch keine Hinrichtung Das ist eine Opferung Das lief ja gut Und ich habe einen seiner Söhne auch Du Monster Nee, den töte ich nicht Der kann nichts dafür Das ist ja kein Problem Aber ich glaube, wir bekommen bei Azatruh Nicht mal irgendwie Mali dafür Dass wir Leute hinrichten, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich von unserer Religion Es gibt Menschenopfer Deswegen ist das gar nicht so kritisch tatsächlich hier Nee, wir kriegen Frömmigkeit dadurch Naja, das ist ja Damit werde ich meine Sündigkeit wieder los Das ist doch schön Ich finde ich gar nicht so schlecht Habe ich sonst noch Leute? Nee, sonst habe ich keine Kann ich denn sonst hier irgendwo mal Vielleicht kann ich mir den da holen Ja, Maurice, ich glaube, ich brauche noch so zwei Jährchen oder so Dann habe ich den hier klein und nämlich am Stahl Ich habe jetzt gerade einem einjährigen Kind den Krieg erklärt Häuptling einer Porzron Mal schauen, ob das vielleicht was wird Ich glaube an dich Aber ohne Belagerungswaffen ist das echt träge Wenn so eine Belagerung ein Jahr dauert Das war echt trage, ja Guck mal, der Typ Ja, da bist du hier So, komm jetzt hier Auf, auf Ich meine, den Wicht hier muss ich doch jetzt vielleicht mal kriegen Wutfalls habe ich ja immer noch Ich habe jetzt auch einen Verbündeten, den ich hier rufen kann Oh Gott, der hat eine stärkere Armee Nee, die ist nicht stärker, das ist eine bessere Güte als ich Das wird interessant Mal schauen Vielleicht kann ich ihn irgendwie aufreiben Diesen Wicht Ich konter ihn aber ganz gut aus Seine Truppen zumindest Das ist doch auch mal was Ja, aber der Feind hat dafür einen Vorurteil Ach Gott, das gibt es doch nicht Dass der jetzt echt noch bessere Truppen hat als ich Nein, noch so Alter, das kann doch nicht sein Ich hätte echt irgendwie auf Kriegsführung skillen sollen Das gibt es doch nicht Was hältst du davon, wenn du dich einfach mir unterwirfst Und dann helfe ich dir ein bisschen bei deinen Plänen Na, ich weiß nicht Ich klopfe gleich an deiner Tür an Irgendwann demnächst Söldner anheuern Mein Angebot ist quasi kostenlos Tja, da bin ich schon wieder schwanger Das ist ja groß Das läuft ja jetzt doch wie geschmiert hier Das ist ja Jetzt nur eine Tochter, das wäre doch schön Och nö Bauernaufstand Oh nein Was war denn das? Die Brutmutter brütet, sagt mein Chat Ja, das ist ja der Sinn der Sache Aber ich frage mich halt die ganze Zeit Kann ich nicht Jorvik dazu motivieren, mit mir durchzubrennen? Muss seine Frau wirklich tot sein? Ich meine, durchbrennen gibt es ja auch irgendwie irgendwo, oder? Ja, da musst du, glaube ich, diesen Affärenbereich haben Ich bin schon seine Affäre Nee, ich meinte, das ist, glaube ich, ein Perk, den du kriegen kannst In der Lebensfertigkeit Ja, da arbeiten wir dran Ah ja, du hast gewechselt Ja, ja, natürlich Stimmt Natürlich Stärken, stärken Stärke plus 30 Heimvorder Welches wäre das denn dann? Ich weiß es auch nicht so genau Ahlglatt Nee, das ist auch nicht Das klingt zwar ähnlich, aber Hm Man kann wohl so durchbrennen irgendwie Aber du musst dann richtig irgendwie doll verliebt sein Aber ich bin doll verliebt Das sagst du Ich weiß nicht, wie glaubwürdig das noch ist, Pia Man muss irgendwie so ein Seelenverwandter sein Ich muss an der Stelle aber anbringen Um das mal hier Ich muss trotzdem anbringen An der Stelle, dass ich nur mit ihm Geschlafen habe bis jetzt Ich habe zwar vielleicht mehrere Männer im Blick gehabt Aber ich bin nur von ihm verliebt worden Also kann mir hier keiner unterstellen Dass ich nicht doll verliebt bin Das stimmt Das stimmt Aber die Liebe wird gerade geringer Warum hat der nur noch 570 Einheiten? Was hat er gemacht? Ich glaube, du musst Seelenverwandt sein Ich lasse jetzt meinen Verbündeten hier diesen Krieg mal führen Mein Typ ist offenbar nicht zu militärischen Leistungen geboren Aber ich hätte den halt hier die Armee von Freysay auf den Hals Dem einjährigen Jungen Das sind 1000 Mann Der würde diese Insel schön ausplündern für mich Und dann Insel? Insel? Welche Insel greifst du? Ich gucke mich in der Ferne um Weil in der Nähe nichts ist Was mir dienlich sein kann Ah, okay Okay Und selbst der wird knapp Also dieser blöde einjährige Junge Hat eine echt starke Elitearmee irgendwie Der hier meinen Verbündeten ziemlich aufs Maul gibt Komm, du hattest 1000 Mann gegen 400 Wie kann das denn sein? Der verliert Das gibt's doch nicht Naja, Inseln sind ein Problem Weil du kriegst einen heftigen Anlandungsmalus Ja, aber jetzt Komm, jetzt Jetzt werde ich halt einfach nochmal meine Armee ausheben Jetzt ist diese Armee hier runtergeknüppelt auf 5 Mann Ne, ist immer noch 280 Okay, komm Wir segeln da jetzt nochmal hin Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Warum ist alles hier unter einem so ungünstigen Stern Ja gut, das bringt mir tatsächlich nichts Wenn ich den jetzt hier wieder angreife Mit seinen 300 Mann Der wird mich immer noch Dein Nachbar, den du angreifen wolltest Der schickt gerade eine Plünderarmee los Da kannst du von profitieren Aber ich bin auch in zwei Monaten so weit Ja, aber der hat noch Verbündete leider Der hat meinen anderen Nachbarn als Kumpel Und das habe ich immer noch nicht aufgebrochen Dieses Bündnis Ach, den da Ja, okay 800 Mann Genau Der ist ja schon schwächer als ich Sonst würde ich den ja sogar kriegen Okay So, komm Mein tapferer Verbündeter Wir werden jetzt einfach gemeinsam angreifen Und das einjährige Kind dann zusammen Wie tapfere Nordmänner bezwingen Liebe Hexe jenseits des Berges Wie willst du eigentlich nach Dänemark kommen? Was ist da der Plan? Einfach so Es gibt da irgendwie Königreich Invasionen oder so Einmal im Leben kann man das machen irgendwie Ist das der Weg? Sie ignoriert mich Also ich bin gemutet Ich bin mir noch nicht sicher gewesen, wie ich das mache Ich habe mir ja extra Jarl Heif dann ausgesucht Und er hat aber seinen ganzen Söhnen schon lauter Gebiete gegeben Weswegen der jetzt nicht mehr stark genug als Verbündeter ist Damit ich da so einmarschieren kann Und jetzt bin ich am Überlegen Wen ich heirate Damit ich da tatsächlich eine Königs Also Königreich Invasion machen kann Naja, ich meinte, wir haben ja einen Deal Also So in zehn Jahren oder so Wird das Bündnis dann aktiv Ich glaube Beziehungsweise wir können auch jetzt eigentlich schon ein Bündnis machen Warte mal, theoretisch geht das Einmal ins Königreich Ja, da bräuchte ich ja 2000 Prestige Da muss ich noch ein paar andere Männer bütze Das geht mit dem einen leider nicht mehrfach Das habe ich probiert Das ging nur einmal Ich glaube, das Spiel ist pausiert, ne? Ja, das ist durch dich statiert Ich? Mhm Achso, dann war das vielleicht Reflex Ja, sorry, das habe ich gar nicht gemerkt Nein, das ist gut Vielleicht heirate ich mich dort auch War das lange pausiert? Eine Minute Na gut, okay Möchte ich jetzt vielleicht doch noch heiraten? Mein Typ ist irgendwie homosexuell geworden Ohne, dass ich es gemerkt habe, habe ich das Gefühl Ich habe gerade Er wollte sich eine neue Flamme aussuchen Und hat einen Kerl mir angeboten Den Oberhäuptling Pavie von Projana Ich weiß nicht mehr, wo das ist Ich könnte mir auch versuchen, mich in Dänemark einzuheiraten Aber da kriege ich ja nichts, ne? Wenn davon Die haben alle beide so viele Kinder schon Das ist furchtbar Oh, aber das sieht interessant aus Da ist der Sohn gestorben Was ist denn Was ist denn hier los? Lauter Könige schicken mir hier Ach, guck Großpolen führt Krieg gegen das Ostfrankenreich Ah, das heißt, sie sind abgelenkt, ha? Hm Hm, das war jetzt ein Gamble Nicht Dampfnicker, Oberhäuptling? Denzel, du wirst mir gerade als neue Flamme angeboten Vielen Berichten zur Folge ist Jarl Denzel von Norland Ein wahrer Augenschmaus Ob das Porträt ihm wohl gerecht wird? Das gefällt mir sehr gut Und kommt auf den oberen Stapel Jarl Denzel wird mein aktueller Favorit Und genießt so besondere Aufmerksamkeit Ja, sehr gut Die Auswahl ist echt beschränkt hier in diesem Spiel zu dieser Zeit Na, aber du bist doch stark nicht Ja, ja, aber wenn ich dir schon vorgeschlagen werde Und das Naja, du hast schon recht Ich bin schon eigentlich der krasseste Fang hier auf dem Kontinent Also so ist das ja nicht Ja, voll Ja, aber ich bin ready jetzt für deine Schandtaten Aha Ich muss gerade nur noch mal Ich glaube, ich muss erst mal versuchen, diesen anderen Krieg zu beenden Mein Kumpel legt schon los Werden wir jetzt gemeinsam versuchen, ob wir das hinkriegen Und dann können wir Hast du den Bauernaufstand bei dir? Hast du sie zur Raison gebracht? Ja, sie sind alle überzeugt Sehr gut Mein Schwert ist sehr überzeugt Mit 1300 Mann müssten wir doch jetzt eigentlich Moment, siegelt der jetzt hier nicht mehr weiter? Oder was ist los? Schuryogi, ich könnte dir jetzt ein Bündnis vorschlagen Ist das nicht in meinem Sinne? Ein Bündnis oder eine Unterwerfung? Das ist jetzt die Frage Also Ich musste dir ja noch nicht helfen Also Bündnis wäre absolut in meinem Sinne, ja Vor allem, wenn du dich da so von unten gerade rankriechst Oh, warte mal Ich wurde jetzt gerade in den Krieg gerufen Was ist das denn schon wieder? Warte mal Machen wir das Bündnis nochmal schnell Sonst Im Krieg geht das immer nicht Ja Und jetzt will er auch noch schnell ein Bündnis machen Als wäre das nicht eine lebenswichtige Entscheidung Die man gut durchdenken sollte Mein Leben ist nicht mehr so lang Ja So Mein komischer Verbündeter ist jetzt einfach irgendwie Nicht mehr am Start Wer kämpft denn jetzt hier? Der ist nicht hier an der norwegischen Küste Ach komm, das gibt's doch nicht Ey, ich hab so ein Pech heute Das gibt's doch nicht Warum macht er denn jetzt nix mehr? Muss ich jetzt hier Ach komm Warum haben die denn so wenig Truppen? Da hat man einmal einen Verbündeten Da hat er so gut wie keine Truppen Dann könnte ich den überfallen Ja, meiner macht Meiner macht ja auch gar nix Äh, irgendwie Aber jetzt kommt er Nachdem ich den Kampf angefangen hab Äh Kommt er noch zu spät Dann, äh, zur Hilfe Das ist natürlich Sehr praktisch Äh Sag mal, Steinwallen Mhm Hast du vielleicht bei dir auf dem Hof Ich, keine Sorge Ich will niemanden heiraten Ähm Hast du vielleicht einen super krassen Krieger Der meinen Sohn ausbilden möchte Und der vielleicht Berserker oder so ist? Würdest du meinen Sohn Für mich ausbilden Mein Sohn und Erben Grimia Schujogirson Der mit deiner Enkelin verlobt ist Na, ich hab selber Kriegsführung 17 Aber Ich weiß gar nicht Ja, wenn der am Hof ist Kann ich den Joachim Da bin ich ja überfallen gerade Was ist das denn? Ey, diese Inselinvasion ist so krass Das gibt's doch echt nicht Ja Der hat jetzt echt hier nochmal 700 gegen 300 Gegen irgendwie 200 Und der hat echt nochmal gewonnen Das kann ich komplett ver- Ach komm ey Das ist so schlimm Würdest du mein Mein Mündel Würdest du das übernehmen? Ja, können wir gerne Ist der denn schon 6 oder so? Äh, warte mal Ich zieh den da mal jetzt da drüben weg Der ist erst 4, ne? Ja Ich zieh den da drüben jetzt weg Ja, mein Aber ist ja egal Vormotschaft können wir machen Wie, der ist gerade gefangen genommen worden? Ja, ja Ich hab auch mit ihm Schluss gemacht Hä? Wie, du hast mit deinem Sohn Schluss gemacht? Nein, nicht mit meinem Sohn Ja, aber der ist gefangen genommen Oh, Jesus ey Von wem denn jetzt? Ja, da drüben Ich werde gerade beplündert Das ist so ein bisschen nervig hier an der Stelle Ich krieg übrigens immer mehr Söhne Oh Gott, ich weiß gar nicht Da ist das jetzt nicht War der nicht gerade noch drüben? Also der ist jetzt im Kerker Jetzt kannst du ihn gar nicht ausbilden Ja, ja, ich weiß Nee, aber der war doch gerade noch drüben Wie konnte der denn gefangen genommen werden Wenn der gerade noch in England war? Hä? Ui Ich bin verwirrt Der war nämlich eigentlich bei seinem Vater Äh Ich bin verwirrt Der muss bei dir gewesen sein, ne? Wenn bei dir geplündert wurde? Ja, ich weiß, ich hab Also wirklich Also ich war eigentlich mit der Plünderung War schon durch Und eine Sekunde später Ähm Ach, der ist zum Herrscher geworden Der ist jetzt schon Ja, das ist alles ein bisschen Das gefällt mir nicht Dass der da drüben ist Warum ist der denn schon Herrscher? Der ist gerade Herrscher geworden Und deswegen ist er gefangen genommen worden Das ist alles ein Elend hier, ey Das ist ein Elend Ich will nicht, dass der schon Earl ist Ich meine, er hat fünf Ansprüche Das gefällt mir eigentlich Deswegen kann ich ihn auch nicht auslösen, ne? Oh, das ist ja ätzend Jetzt verstehe ich das Chaos Das da drinnen herrscht Das ist ja eine Katastrophe Das ist ja eine komplette Katastrophe da drüben Äh, Maurice Meine Truppen Würden sich bald anderen Zielen widmen Wenn dein Krieg da nicht mehr Gewünscht ist Oder hast du da noch vor? Ja, der ist leider eine Katastrophe gerade Also ich kann Nicht wirklich den Krieg noch gerade anfangen Weil ich den anderen ja voll verliere Achso, okay Es sei denn, du willst mir helfen Die Insel Yaldland zu erobern Yaldland Du zur Hölle Das ist zwischen England und England Willst du mich verarschen? Das ist ja fast schon Amerika Ich dachte, der hätte wenig genug Truppen Dass man ihn kriegen könnte Dir ist klar, dass ich an der West Ich muss erst durchs Mittelmeer Ich kann ja nicht mal hier Aber du bist doch in Norland Das gehört doch dir Ach ja, stimmt Ach, sorry Das hatte ich vergessen Das ist ich Mittlerweile ist so groß Ja, ich helfe dir Du musst halt nur So einen Antrag schicken Weißt du? Dann rufe ich dich in den Krieg Jawohl Oh shit Ich habe jetzt gar nicht geguckt Ob das cool ist Wie viele Truppen die haben Aber ich bin dabei Die haben nur 400 Die sind nur recht stark Weil sie auf dieser Insel sind Aber die müsste man zu zweit eigentlich Ich habe ja noch einen anderen verbunden Wir sind ja sogar zu dritt Wir kriegen den jetzt schon Okay, meine Leute kommen Ja, voll gut Das kostet ja nicht mal was Dann schickst du das hier ein Doch, vier Gold nur Das ist ja mega günstig hier Die Schifffahrt im Mittelalter Ja Ja Wir sind ja auch Wikinger Ich meine, wir können das ja Wir wissen ja, was hier Sache ist Ich bin mein Erben zurück Von diesem dreckigen Eumel da drüben Das ist ja furchtbar Und ich kann ihm nicht mehr den Krieg erklären Was ist denn da genau passiert? Erzähl mal Ich habe meinen Geliebten verlassen Weil er sehr gebrechlich war Und er hat mich nicht geschätzt Er wollte nicht mit mir durchbrennen Kurz darauf ist er an gebrochenem Herzen Offensichtlich verstorben Deswegen ist mein kleiner Sohn Schon Graf von East Riding geworden In England Und das wurde belagert Und deswegen ist er jetzt im Kerker Und ich kann ihn nicht auslösen Weil er ein Graf ist Und jetzt sitzt er da im Kerker Mit vier Jahren Und wird nicht ausgebildet Er wird dumm sterben Das ist das Schlimmste an der Sache Ah, und ich kriege den da nicht raus Oh nein Und ich kann ihm nicht mal den Krieg erklären Weil der Dude, der ihn hat Sitzt am Rockzipfel Von Jarl Björn Eisenseite Und das ist mein nächster Geliebter Das ist ein bisschen schwierig Aber zumindest mag mich Eisenseite schon ganz gern Mal gucken So soll ich wieder abdrüsen, Maurice? Jetzt müssten wir es hinkriegen, ja Vielen Dank Jetzt wo alles Wichtige schon von dir getan wurde Quasi den peinlichen Rest Kriegen meine Männer hin Naja, du kamst doch rechtzeitig Als die letzten zwei Mann noch Zugrunde ging Ich war voll am Start Wie ein guter Kriegsgenosse Was sind denn deine nächsten Ziele? Wahrscheinlich der Oberhäuptling Vigu, oder? Ach, auf dem Weg zur Weltherrschaft Ist eigentlich mehr jeder Landstrich recht Muss mal gucken Ich habe jetzt gerade noch keinen Plan Ähm, ja, gräulich Ich werde gerade in einen Krieg gegen dich gerufen Dann würde ich dir doch raten abzulehnen Ja, ich würde gerne annehmen Aber ich tue einfach nichts Ich tue einfach nichts Wäre das auch okay Weil ich habe schon Minus Prestige Und ich kriege Probleme Ich glaube, das ist kein Ich habe auch Minus Prestige gerade Ne, also das bedeutet nichts Wenn ich jetzt annehme Ja, ihr solltet euch mehr an mir orientieren Ich habe schon plus 0,4 Prestige Durch Babys machen Das funktioniert unfassbar gut Tatsächlich Ist aber unfair Ich habe auch haufenweise Kinder Aber ich kriege kein Prestige dafür Ja, du musst ja auch Kinder Von prestigeträchtigen Menschen bekommen Such dir eine berühmte Frau Für deine Affäre Das funktioniert Trust me Ich glaube, die einzig berühmte Herrscherin im Umkreis bist du Ne, ich bin beschäftigt Ich möchte Jarl Böhren Eisenseite Besonders, ne Ist ja nur der Sohn von Ragnar Nicht so Ich hätte 30 Ich hätte auch nur 30% Erfolgschance Dich in einem Komplott zu verführen Habe ich gerade gesehen Ey, das ist so wenig krass Auch da Aber halt Weißt du 29 Ränkespiel Das ist alles wertlos Ich habe auch noch nicht so viel Auf die Verführung geskillt Vielleicht soll ich das mal machen Ich glaube, was liegt da drin? Meiner ist ja jetzt auch schwul Vielleicht kann ich ein paar Hohe Herren verführen Das gilt auch Aber das wird mit den Kinderkriegen nichts werden Ne Ja, ja Oh nein, mein Verbündeter ist ein kompletter Idiot Ja Damit bin ich jetzt um mich gemeint, oder? Nein, nein Nein, nein Der Alter, mein Erbe ist immer noch im Knast Jarl von Smallland Liegt sich hier mit der ganzen Welt an Ohne Truppen Oh, mein Sohn ist frei So, die Frage ist Kannst du dem eine Vormundschaft anbieten? Wahrscheinlich nicht, ne Jetzt ist Herr Earl, ne Das geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr Aber ich habe hier Dann kommt er zu Torste Das ist einer meiner Dudes Ich kann ihn ja mit dem Druckmittel dazu zwingen Dass der zu Torste kommt Wenn ich den ausbilde Wird das nicht so was Besonderes werden, leider Aber ich muss den dazu zwingen Dass er eine Ausbildung kriegt Weil sonst ist der richtig schlecht Bis ich den übernehme So, wundervoll Oh, Entschuldigung Ah, habe ich gerade pausiert? Ne Ne, ne, alles gut Ne, ich dachte Weiter So, jetzt habe ich zumindest hier mal Aber ich würde dir anbieten, die Enkelen auszubilden tatsächlich Also die zukünftige Weil die hat Schwerpunkte Diplomatie und Ränke spielt Und da, ähm, Diplomatie hatte ich 18 Punkte Und in Ränkespiel hatte ich 17 Also wenn du mir die geben würdest Wollen, würde ich das übernehmen Damit ich da eine tolle Schwiegertochter bekomme Also wenn jemand Ränkespielausbildung will, ne 29, ich sag's nur Ja, aber jemand, der so viel Ränkespiel hat Ich weiß nicht, ob ich dem das anvertrauen möchte Meine Schwiegertochter auszubilden Ich kann, ich kann, äh, ohne Lüge sagen Dass ich bislang kein einziges Verbrechen begangen habe Weil ich ja immer gescheitert bin Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Mehrargument für die Ausbildung ist Ich hab, ich bin der unschuldigste Mann in ganz Skandinavien Ich hab zwar ungefähr 10 Mordkomplotte begonnen Aber ich hab niemanden umgebracht Das ist doch friedlich Das ist doch schön Diese KI, die könnte ich mal wieder in die Tonne klappen Scheiße Hm Naja Gehen wir mal auf die Hauptstadt Will ich Palisaden oder ein Kriegslager? Steinwallen, gegen wen kämpfst du denn gerade? Ich seh hier, dass dein Land sich immer weiter ausweitet Heldenhaft Ich versuche jetzt mal hier diesen Typen, der sich auch immer weiter ausweitet Oh Gott, schon wieder ein Sohn, ey, ich seh nicht mehr durch Ich hab fünf weitere Söhne Oh Gott, schon 55, langsam wird's eng Ich schick da jetzt einfach eine Anfrage für diese Enkelin Und schau einfach mal, ob das angenommen wird Äh, Maurice, du hast doch hier diesen unangenehmen Uplunder vielleicht schon beachtet Der auch, der richtig groß wird Ja Dem wollte ich jetzt mal Einheit gebieten Das fände ich gar nicht verkehrt Oh, wem? Nee, nicht Dem Jamel Dark von Uplund Nicht Upland, sondern Uplund Achso, oh, schade Bei Upland wäre ich dabei gewesen Mhm Was wollt ihr mit meinem Zukünftigen in Upland? Was wird hier gemacht? Der wird jetzt bald mein Vassal Noch ein Zukünftiger? Naja, der andere ist ja tot Wie kannst du mich dafür kritisieren, dass ich Liebe suche? 2300 Truppen, das ist viel Liebe in meinem Herzen Du kannst uns aber, finde ich, nicht verübeln, Pia Dass wir allmählich bei deinen Zukünftigen so ein bisschen den Überblick verlieren Das waren zwei Ich meine, ich verstehe schon, dass sie für mehr zählen Weil sie halt mächtig wirken und euch das einschüchtert Aber es waren nur zwei Ah Und ich bin, ich habe mit 23 begonnen Jetzt bin ich 37 Ich finde zwei Geliebte in so vielen Jahren Das ist okay, das stimmt Das stimmt, ja Also, ich bitte euch Das stimmt Ich sehe auch langsam nicht mehr durch Ich habe hier drei Kriege am Start Ja, ich auch Der ganze Kontinent brennt Und ich glaube, einer meiner Kriege ist gegen dich Ja, ich weiß Das habe ich dir doch gesagt Aber ich mache ja nichts gegen dich Ja, du machst nichts gegen mich, ne? Ah, okay Ja, nein, Quatsch Ich mache auch nichts Ich habe keine Truppen mehr Die sind alle in Finnland geblieben Das erinnert mich aber Mein Chat hat mich gerade daran erinnert Dass das eigentlich gar nicht so fair von euch ist Dass ihr mich hier so kritisiert Ich meine, ihr seid die, die die ganzen Konkubinen haben Ihr habt doch viel mehr Geliebte als ich Ja, wir haben ja auch nie gesagt, dass es fair wäre oder sowas Das Mittelalter war ja jetzt, sage ich mal Was Geschlechterbilder angeht Auch nicht unbedingt die gerechteste Zeit In der Menschheitsgeschichte Ich bin sicher, die nordischen Herrscher Haben das genauso verfahren Die haben irgendwie die eine weibliche Häuptlingsfrau Beim Ting oder sowas Scharf kritisiert für ihre Unzucht Und dann sind sie zu ihren fünf Konkubinen gegangen Vermutlich lief es ja genau so Da hast du wahrscheinlich sogar recht Ich habe schon wieder 750 Prestige bekommen Das ist ja Was? Warum? Und du redest hier Weißt du, jammerst du noch rum Wie unfair wir alle sind Ja, die hätte jetzt das Prestige in den Rachen geschoben wird An jeder Ecke vorne und hinten Und wir hier Ich muss hier Steinbein hatte auch vorher negatives Prestige Ja, ich muss auch Um jeden Ich habe gerade eine Jagd veranstaltet Um wieder ins Positive zu kommen Ja Und du hier Ne? Hier Umhob mir mal Ich meine ja nur Absolut fair, so wie das läuft Absolut gut Ne, ich beschwere mich nicht Ich finde das großartig alles so Wie das gerade ist Ist hier ein Bauernaufstand Was habe ich euch denn getan? Undankbar So, und ich muss da jetzt eine ganz besondere Liebe mit dem ein Oh Ich habe Ich bin schwanger Das funktioniert ja wundervoll So wie ich mir das vorgenommen habe Und jetzt muss ich Ihr habt gesagt Er muss mich ganz besonders viel mögen Damit er mit mir durchbrennt Seelenverwandtschaft glaube ich heißt das Das habe ich schon mit ihm Achso, ernsthaft, okay Seelengefährter von mir Ja, er liebt mich Sag ich ja Wahre Liebe Sollte nicht Von anderen Menschen beeinflusst werden Und dann sollte auch seine Frau nicht dazwischen stehen Das ist Interessant argumentiert Ja, ja Das ist Gut, ich kann meine Frau Zur perversen Machen gerade irgendwie So Bitte? Oh Ich glaube, das mache ich auch Alles klar So, probieren wir das wieder mit dem Mordkomplott da drüben Wer kämpft jetzt hier eigentlich gegen sie? Das klingt immer so böse, wenn du das sagst Was? Nein Es ist ein liebevoller Mordkomplott Ich streichle sie dabei Oh, das klingt furchtbar Ich liebe dieses Spiel Das klingt echt Das klingt schon sehr daneben Wir Und wir sind verbündet Ich kriege immer mehr Angst Ach was Du hast meinen guten Sohn bekommen Der hat Renkespiel nur vier Punkte Der ist nicht die Gefahr Seine Schwester wird eher das Problem Die bilde ich nämlich jetzt im Renkespiel aus Die wird Die wird ein größeres Problem Alle sind verbündet Ja, das ist mega schlimm Ich Ich habe auch immer noch Kein Bündnis Durch einen Mord Irgendwie Aufbrechen können Ich probiere es jetzt einfach nochmal Was ist denn da eigentlich los bei dir? Bist du jetzt ausgewandert? Bist du jetzt auf Großbritannien-Boden? Ich habe jetzt Ich habe jetzt Eine Ferienwohnung Die wird gerade noch errichtet Mein Marschall muss da noch ein bisschen Ordnung schaffen Und jetzt Versuche ich weiter irgendwie Diesen Kerl da über mir Halt sein Bündnis irgendwie zu brechen Um Um den noch Der ist verwundet Reizbar Und so Das ist total der ekelhafte Typ Ich würde der Welt einen Gefallen tun Wenn ich sein Reich übernehmen würde Ähm Das ist halt nur wichtig für meine Expansionspläne Wo du deinen ersten Wohnsitz hast Ne? Das musst du schon direkt angeben Wenn du jetzt Brite bist So Sag Bescheid Ne, ne Ich bin immer noch Überzeugter Nordmann Wo du deinen ersten Wohnsitz hast Milderegister Hallo Oh schön Aber langsam wird das mit dem Prestige Das ich brauche Um in den Markt einzufallen Also Also ich muss sagen Das ist Wenn das so durchgeht Dann ist das echt ein cooler Move Mit einer Grafschaft Ohne irgendwas verobern Ich wollte auch das sagen 2000 Prestige Na gut Du brauchst mich noch dabei Ich brauche mich tatsächlich dabei Ja aber sonst Also ich müsste jetzt eigentlich Ich bekomme halt für jede Affäre Die ich mir nehme Das ist halt dieser Dieser Verführungsschwerpunkt Auf Versuchungsdings Ne Mit jeder guten Affäre Die ich mir nehme Kriege ich halt 750 Prestige Sobald es mein Seelengefährte wird Dafür verliere ich halt jedes Mal Eine Hingabestufe Wenn ich halt schwanger werde Von dem Ich finde es halt auch toll Dass du tatsächlich 700 Frömmigkeit trotzdem hast Obwohl du so sündig bist Oh Gott Meine Tochter ist ein Bluter Ähm Äh Tatsächlich Muss ich an der Stelle sagen Das liegt daran Dass ich dazwischen Ähm Pilgerreisungen gemacht habe Ja Das mache ich auch Ah Das sollte ich vielleicht Auch mal ein bisschen tun Um meine Sündigkeit So ein wenig Warum ist die ein Bluter geworden? Naja das kann schon mal passieren Ne Das soll aber nicht passieren Der soll doch starke Gene haben Eisenseite Wie kann denn das passieren? So Kann dieser Krieg hier endlich mal aufhören? Ich sitze doch nur auf meiner Insel Und will, dass es vorbei ist Erzähl Wie läuft dein Krieg? Beschreib ihn doch mal Es ist ja nicht mein Krieg Es ist der Depp hier von nebenan Mit dem ich leider verbündet war Den Krieg vom Zaun gebrochen hat Um irgendeine dämliche Grafschaft Die ihm eh jetzt nicht mehr gehört Äh Und Der Es einfach nicht schafft Zu sterben An Belagerungen Und so zieht sich das hier ewig hin Und ich greife da natürlich nicht ein Weil die Gegner völlig überlegen sind Und Steinwallen dazu gehört Dem ich natürlich kein Herrchen gründen möchte Aus Alter Verbundenheit Ja ich bin aber auch schwer beschäftigt Also ich würde sowieso nicht In diesem Krieg eintreten wollen Du bist ja schon drin Ja ich meinte also aktiv Ich meine das ist reine Formal Das ist Das ist so ein Verwaltungsakt Weißt du? Die Formulare waren schon ausgefüllt Ja die Stempel Ja genau Da kannst du nicht mehr sagen Jetzt mach ich doch nicht mit Ach der Gegner kann sich auch nicht entscheiden Was er hier macht Jetzt habe ich hier gerade mal Ein Mordkomplott Mit 95% Erfolgschance Das muss doch jetzt mal was werden Mein Typ will zumindest noch Eine Person erfolgreich umbringen Bevor er selbst stirbt Ist es wirklich so viel verlangt Mein Riesenreich wird sowieso bald zerfallen Weil ich fünf Söhne habe Und ich will nicht alle fünf Söhne enterben Ich kann dir helfen mit den Söhnen Was geh für Söhne Du hast zu werden Kannst du das? Das ist nicht möglich Ich dachte deine Qualitäten liegen Noch woanders 17% Das wird schwierig Aber du kannst ja sonst auch Maurice fragen Wer kann das gut mit dem Typ Ich habe gerade geschaut Ich habe 54% Chance Deinen jüngsten Sohn zu ermorden Das ist ja nur einer von fünf Ich habe zehn Kinder Ich sehe nicht mehr durch Leute Ich bin völlig verzweifelt Ja das stimmt Das wird ein bisschen Ich kann ja zwei Mordkomplotte auf einmal machen Ich habe ja diesen Skill Also ich kann Könnte versuchen Mich durch dein Haus zu schlachten quasi Aber die Chancen sind leider auch immer nur eben 50-50 Weil anscheinend dein Reich ja relativ Dann doch irgendwie ganz gut aufpasst auf sowas Was interessant ist Wenn man bedenkt Dass der Herrscher eigentlich will Dass das anders läuft Aber So jetzt hier gleich gleich wird dieses In einem Monat wird mein Komplott hier gegen meinen Nachbarn Und vielleicht kriege ich den Sack dann jetzt Mal gucken Wenn der jetzt stirbt Und seine siebenjährige Tochter an seiner Stadt Die Grafschaft übernimmt Kann bitte jemand den Jarl von Smallland umbringen Ich möchte mit dem nicht mehr verbündet sein Aber ich möchte auch das Bündnis nicht brechen So Wen? Jarl von Smallland? Ja Wer ist das? Wo ist das? Hier ist Smallland Ja Mord 54% Chance Komm ich probier's einfach mal Dann Ich schick dir Wenn du's schaffst Schick ich dir 20 Euro Ja So jetzt hole ich mir diese Grafschaft hier Gelungener Mörder Oh Gott Die sind auch alle verbündet Es ist ja nicht zu glauben Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier los? Oh der vergeht gerade den Krieg Das ist ja hervorragend Ist irgendwas verbündet Der Pannen gekommen Warte mal jetzt Ach gegen Preußen Ich frage mich Ob ich dich einladen kann Micha zu diesem Komplott Versuch's mal Äh Ne Leider nicht Das wäre aber lustig gewesen Ich kann halt Leute noch bestechen Kannst du mir denn Geld geben Damit ich Leute dafür bestechen kann? Ich kann dir Geld schicken Aber nur 20 Euro Wenn du mir Achso Ja also ich Ich bräuchte halt Ich könnte für 15 jemanden bestechen Aber wir können einfach mal gucken Ob die 54 reichen Vielleicht klappt's ja Wie schick ich denn Geld? Ah da kommt der direkt an Zu kompliziert Ich weiß nicht was mein Was mein Angriffsziel hier gerade macht Der ist irgendwie in die Welt weg geschippert Während ich jetzt hier seine Grafschaft hole Ja aber schade Dass man nicht Wenn ihr sogar verbündet seid Dass ich dich nicht irgendwie Dazu holen kann Sag ich mal Ja und ich hab ja schon In diesem Kreis hier Meine absolute Bereitschaft geäußert Alles zu tun Ja Also ich würde ihn ja jederzeit auch einladen Mich zu besuchen In meinem Schlangenraum Und sich den mal in Ruhe anzuschauen Warum ist der überhaupt noch Jarl Der hat nur noch zwei Ländereien Ob bin ich mit ihm überhaupt verbündet Das ist irgendwie Ah ok Falls euch interessiert Mein Pferd ist mittelfristig Mal zum wilden Pferd aufgestiegen Aber jetzt ist es wieder krank Also es unterhält mich hier ziemlich Dieses Pferd ist eine mega Nummer Es kostet aber sehr viel Wusstet ihr, dass Pferde sehr teuer sind? Kostet unglaublich viel Gold Oh, das ist ja interessant Na dann Freunde in Preußen Oh halt, ne, die haben verbündete Gott Nein Wo ist denn hier mein Gegner? Ich Wer zum Klops Es geht wieder in die Werbung Meine lieben Freunde Ähm Naja Deswegen Machen wir hier mal wieder Pause Und Sehen uns in fünf Minuten wieder Ok So Leute Jetzt bin ich wieder bei euch Mann Was ist denn das für ein Ätzender Krieg? Was ist denn das für ein Ätzender Krieg? Ich muss erstmal hier mich orientieren Hier ist der Gegner Der läuft hepanisch durch die Gegend Die haben wieder eine Sache zurückerobert Jetzt ist die Frage Wollen wir das erstmal wieder uns holen? Wollen wir abdrehen, versuchen diese Gegendarmee zu stellen? Aber ich habe irgendwie das Gefühl Dieses Gejagen des Gegners ist irgendwie gerade hier in dem Gebirge eine ganz ätzende Angelegenheit Tja Lass meine Söhne ermorden Ja Eine Befreiungsarmee Das hat vorhin eben nicht geklappt Ich konnte keine Belagerungsarmee abspalten Das fand ich merkwürdig Er hat mir gesagt Das ist irgendwie ganz merkwürdig gewesen Ich weiß gar nicht, woran das liegt da am Einzelnen Das kann ich nachher nochmal probieren Ich weiß nicht Wie ist nochmal genau die Regel? Wie viel muss man haben? Wie viele Truppen muss man mehr als die Garnision haben? Oder hängt das mit der Festungsstufe zusammen? Wie viele Truppen brauchen wir, um das zurückzuerbern? Wisst ihr das noch? Ne Leute Ich werde jetzt mal ein bisschen zocken Also ich habe die Hoffnung Dass wir mit Uplund Vielleicht und mit noch einer anderen Provinz Genug haben, um Norwegen zu gründen Ich habe echt keinen Bock Meine fünf Söhne umzubringen Wenn das so ist Dann ist es eben so Dann zerfällt alles wieder Ist ja auch irgendwie lustig Die Festungsstufe bestimmt die Garnisionsgröße Sagt ihr? Ja, aber jetzt in dieser Situation Wie viele Männer muss ich da lassen Um belagern zu können? Wisst ihr das? Das wäre jetzt nochmal wichtig 250 plus Tote durch Belagerung Okay, das heißt mit 500 Könnten wir klarkommen Dann könnten wir 500 hier lassen Und mit dem Rest versuchen Diese Armee da irgendwie zu jagen Um dann auf unseren Kriegstand zu kommen Muss man nur hoffen Dass die da oben Nicht auf die Idee kommen Dann uns dort zu nerven Ja Ich glaube, das ist der Weg Puh Aber Nervig Ich meinte Wenn wir das kriegen Dann haben wir natürlich einen mega Mega Fortschritt gemacht Das wäre schon geil Äh, Söldner Ja Aber mit 199 Da kriegt man nicht viele Söldner Da Ja, ja Ich werde 500 abspalten Ein Diplomatie-Tree Gibt es da was, was Gesundheit stärkt? Das ist noch Ein guter Hinweis Aber ich glaube nicht Müsste ich jetzt nicht Das ist alles nur Familie Wo ich jetzt weitergehe Prestige 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 Ne Ja, Gold brauchen wir doch Das ist noch ein Thema, ja Bei Familie Da bin ich ja schon Freundlicher Rat Feste Grundmauern Hm Patriarch vielleicht Weiß ich nicht Genau Gesunder Körper ist bei Bildung, ja Belagerungsexperte Können wir mal gucken, ja Ich glaube, wir haben keinen In der Armee Doch, wir haben einen Oh ja Das ist gut Das hätten wir Oh, das ist ja doof von mir gewesen Das hätte ich schon machen können Das hätte uns ein bisschen Zeit gespart Versuchen wir das mit unseren 500 Okay Leute Ich schaue mal wieder rein Ob die anderen durch sind Da war nichts zu hören Kaiser 81 Auf sowas habe ich keinen Bock Jetzt die Söhne in den Tod zu schicken Wisst ihr was Ich Das ist jetzt einfach mal gezockt Entweder kriegen wir das Königreich Oder Es Zerfällt In Tausend Teile Dann ist das eben auch so Dann haben wir unsere Dynastie Eben auf ganz Norwegen Ausgebreitet Ich habe Maurice schon leiser gedreht Das müsste eigentlich okay sein Ich finde auch Es ist okay Ich finde, man muss jetzt nicht hart auf MinMaxing gehen Und jetzt anfangen Fünf Kinder zu ermorden Damit man ja Alles behält Ich meinte Wir können uns das ja mal angucken Und das ist der Haupterbe Der behält das Herzogtum Ich weiß nicht Eigentlich müsste doch ein anderes Herzogtum gegründet werden, oder? Die anderen kriegen Grafschaften Denn es ist ja nicht so schlimm Weil dann Dann Ist das ja okay Eigentlich ist das nur das Problem Wenn Herzogtum gegründet werden Sehe ich im Moment nicht Könnte aber trotzdem passieren Ich weiß nicht Manchmal ist die Anzeige auch komisch Ja, bei Bundteilung entstehen Neue Titel Ja, aber müssen die nicht auch angezeigt werden? Weil hier unten Ach so Weil wir wahrscheinlich noch kein zweites Herzogtum haben Ach, erst wenn wir Upland haben Dann Haben wir überhaupt Die Jure ein zweites Herzogtum Weil ich hier nur eins erobert habe Ist das noch nicht so Ja Genau Ähm Genau, ich kann auch keine gründen Insofern ist das Ist das noch kein Problem Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen Dann wird das ein Problem Ich schalte mal rein Ob es da weiter geht Allein erobert Wie die Skalden berichten werden Ich habe nicht zwei Verbünde dazu gebraucht Sondern ganz allein Ich Mein Ruhm war das Und jetzt habe ich hier endlich Meinen Nachbarn umbringen können Ähm Sodass seine siebenjährige Tochter Häuptling Grima herrscht Und ich habe glaube ich Das ganze Spiel bislang Nur Krieg gegen minderjährige Kinder geführt Weil da dann Mein hinterhältiger Sack hier Sich tatsächlich irgendwie Mächtig fühlt Das mal zu machen Und das wird jetzt endlich mal klappen Derweil hat aber Häuptling Denzel von Norland Schon deutlich mehr erobert Denzel, erzähl uns doch mal Was du hier alles Äh, oh Gott Was du hier alles hast Alter Schwede Ja Also ich muss zugen Ich war noch nie so weit nördlich In Skandinavien Ich habe keine Ahnung Was da ist Aber ich hole es mir Und ähm Ich habe zumindest viel Küstenlinie Wenn man sich das mal so angucken kann Das sieht alles sehr verschachtelt aus Und ich marsche hier weiter vor Weil irgendwie habe ich ja nach Osten hin Niemanden von euch im Weg Um den ich mich immer irgendwie kümmern muss Oder wo ich aufpassen muss Dass ich die nicht verärgere Das stimmt Die kann ich alle nach Osten hin platt machen Und ich werde Richtung Go East Und dann einmal rum Und dann müsst ihr halt aufpassen Irgendwann komme ich von Westen dann rein Und kümmere mich um euch Ihr könnt tatsächlich mal gucken Wie die Reiche nämlich aussehen Dass Denzel tatsächlich hier Ich habe jetzt mal auf die Spielerreiche geschaut Nicht nur, dass Denzels Reich Glaube ich so groß ist Wie wir alle zusammen Fast schon Ähm Ja, aber Aber was ist da? Da ist Schnee Schnee und Permafrost Ja, ich habe drei Drei Rindhese Und vier Vier Markten Da lebt keiner Und äh Sehr interessant Ist aber übrigens Der einzige Den du irgendwann So bei deiner Kreisbewegung Dann mal in Finnland Antreffen könntest Ist Micha Der sich hier irgendwie Ähnlich wie ich hier Mit meiner Ferienwohnung Gleich mehrere Ferienwohnungen Geholt hat Du hast von Gotland gestartet Und bist jetzt In Büthoff Und in Porvo Ja, das sind unsere Sommer- und Winterresidenzen Jeweils Ich breite mich einfach so fleckchenmäßig aus An der Ostsee entlang Immer dort, wo jemand gerade keine Verbündeten hat Oder geschwächt ist von dem Krieg Klopfen meine Leute an und sagen Hey Braucht ihr Schutz? Ja Wir haben Waffen Und helfen euch Aber das ist Schönes Königreich habt ihr da Wäre doch schade, wenn ihm was passiert Ja, schöne Insel hast du Ich glaube, das ist meine Es ist aber ein sehr mühsames Business Jetzt werde ich zum Beispiel In Rügen einfallen demnächst Weil die nicht verbündet sind So unvorsichtig sind Keine Verbündeten zu haben Und an der Ostsee liegen Also das ist so das nächste Ziel, glaube ich Und Pia, deine Eroberungen Misst man ja weniger in Gebiet Als in Männerherzen in dieser Runde Deswegen hast du zwar noch nicht Also das sieht man vielleicht gerade noch nicht Aber mein Spielererbe ist ja tatsächlich schon Graf in England Dort drüben Und hat fünf potenzielle Titel, die ihm zustehen Nämlich Jorvik, Northumbria, Northriding, Westriding und Pellermörk Das heißt Ich gehe sie alle mal durch Die Eroberungen werden erst später sichtbar werden Aber er ist schon Graf Darum hast du gut Ansprüche, ja Das stimmt, das stimmt Er ist Graf von Eastriding Und ist da aber noch Tatsächlich noch Basal von Jarl Siegfried Halfdansson Ja, das ist nicht schlimm Das sieht nur so aus bis jetzt Aber dessen Gebiete gehörten ja auch zu besagten Ansprüchen Die du dir vielleicht holen könntest Das heißt Tatsächlich ist das die Zukunft von Reich Pellermörk wahrscheinlich relativ golden Wenn du dem Folge leisten kannst Ich bin echt zufrieden Also ich kann mich nicht beklagen Meine jüngste Tochter ist auch mit dem Erben von Dänemark verlobt Also das heißt da drüben sitzt halt schon die nächste drin Der letzte Jarl Björn liebt mich mehr als seine Frau Also auch da kann ich mich echt nicht beklagen Und ich habe vielleicht angefangen so ein bisschen rumzurühren in den Familien von euch Was Hexen angeht Also die ein oder andere Überraschung Der war euch auch ploppen Ja, ich hatte das schon Ich hatte das schon Ups Dann Steinwallen, kommen wir zu dir Steinwallen habe ich nicht geärgert Weil mit dem lege ich mich erst mal noch nicht an Erst mal Ja, ich bin gerade Ich führe einen gerade sehr großen Krieg Wenn der glückt, dann Ja, dann Verdoppelt sich dein Reich hier, ne? Ja, das kann man so sagen Du holst dir das ganze Uplond Ja, und dann wird es spannend Das Problem ist, ich habe vier oder fünf Söhne Ich bin 57 Das gibt jetzt so zwei Möglichkeiten Also ich habe keinen Bock jetzt meine Söhne irgendwie umzubringen Das ist doch alles cheesy Nein, es gibt nur zwei Möglichkeiten Entweder ich schaffe es das Königreich zu gründen Dann ist alles gut Dann kann ich auch der Hexe jenseits des Berges richtig helfen Oder ich sterbe Oder ich sterbe vorher Und dann zerfällt das In vier Teile Und dann geht es wieder von vorne los 15 Grafschaften brauchst du dafür Das ist eine Menge Ja, Upland hat auch ein bisschen was Eins, zwei, drei Hallo, nicht da hinten rumrühren Es hieß Norwegen Warum gehst du denn jetzt auf Schweden? Das ist mein Zukunftiger Nein, halt, stopp Nein, stopp mal Nicht Upland, sondern Upl- Ne, Uplönd Achso, Uplönd Uplönd, ja, ja Nicht zu verwechseln Ja, das Interessante ist eher, Pia Dass dein Zukunftiger Der ist halt Also der ist da ja mit dabei Der ist verbündet Der hilft da auch noch dabei Das heißt Uplönd Kriegt gerade von Upland Auf den Sack Und von Steinwallen Und deswegen Haben sie auch Haben sie auch nicht wirklich eine Chance Also da stehen 2000 Mann Gegen 3400 Interessant aber, dass tatsächlich Da dein Zukunftiger Die deutlich größere Armee stellt Aber Steinwallen ist der Anführer Der den gerufen hat Das heißt Er wird dann wohl Auch das meiste davon hier abbekommen Das heißt Dein Zukunftiger hat sich eigentlich Ziemlich übervorteilen lassen Würde ich jetzt mal behaupten, Pia Versuchst du gerade irgendwie In meine Richtung Zu sticheln Und mir sagen Zu sagen, dass meine Wahl Nicht richtig war Oder was genau ist da jetzt Dieser Versuch hier Warte mal Ihr Zukunftiger hilft Dem zukünftigen Bündnispartner Ja, das ist doch alles gut Damit wir gemeinsam Hier Königreich erobern Das ist also Der Masterplan Ich will ja nicht nach Dänemark Also alles gut Aber das versteht Maurice nicht Nee Aber vielleicht Er kann nur umbringen Und nicht mal das richtig Ich wollte gerade sagen Ich verstehe nur Mord Maurice, vielleicht verstehst du ja für mich Wie du Oberhäuptling Ileana von Upland Hinrichten könntest Vielleicht können wir uns da ja auch Irgendetwas einigen Damit mein zukünftiger Schneller mein jetziger wird Das wäre ganz schön Wer ist denn das? Das ist die Frau Ach, die ist doch schon 61 Ja, aber ich werde auch nicht jünger Ich bin auch schon 39 hier Also ich habe da 54% Mordchance Ja, das wäre ja großartig Wenn du mir da Ja, wir können ja dann später mal gucken Dass du mir vielleicht irgendwie auch dann mal unter die Arme greifst Wenn es notwendig wird Natürlich, natürlich Aber ich kann gerne mal hier Ich werde einfach mal das komplett Das kann ich mir jetzt auch nochmal sagen Ich habe gerade zwei Komplotts am Laufen Um für euch Leute aus dem Weg zu schaffen Die euch unliebsam sind Der andere ist Jarl Wagen Von, wo ist der denn nochmal überhaupt? Hier unten Der Michas Bündnispartner ist Der ihn ständig in Kriege reinzieht Auf die Micha keinen Bock hat Und deswegen ist Micha Ich bin der Bündnispartner Und hat mich gebeten Ihn abzumurksen Und das versuche ich jetzt gerade Genau, das ist der Stand der Lage Von mir aus können wir weitermachen Oder habt ihr noch was zu ergänzen? Ich mache gerade eine Massenhinrichtung Zu viele Leute im Kerker Ja, das ist deine ganze Kriege Ja, richtig Richtig Aber man muss halt danach auch aufräumen Das will ich nicht abstreiten Dann lasse ich dich das mal machen Und wir machen weiter Auf geht's Eine Frage an dich direkt nochmal, Maurice Du willst jetzt aber, glaube ich Dein Landstrich Bodin einnehmen, oder? Weil wenn du da noch länger warst Genau Okay, dann lasse ich ihn dir Ich habe ja schon den Krieg erklärt Ich bin da schon am Start Ja, das Das macht ja keinen Unterschied Ne? Willst du jetzt etwa auch hier Diesem armen Menschen Den Krieg erklären? Nein, nein, nein Ich wollte es nur absprechen Weil es ist quasi Niedrig hängende Frucht Die da Im Nordwesten von mir Das ist richtig Deswegen Aber ich habe sie ja auch erst Niedrig hängend gemacht Weil ich sie ja Weil ich den Typen ja Seines Bündnispartners Durch meinen ersten erfolgreichen Mord Beraubt habe Alright So, jetzt will der mir hier wieder ankommen Das gibt's doch nicht Warum habe ich so viele Truppen? Oh Habe ich mich auch gerade gefragt Du hast echt eine fette Armee Ich bin mächtiger als ich dachte Aber das höre ich häufiger Ich kann nicht mehr als 95% Erfolgschance bekommen, oder? Auf einen Mordkomplott Ich glaube nicht, ne Ich glaube nicht, ne Ich habe da jetzt jemandem Geld gezahlt Jetzt habe ich da Agenten Jetzt habe ich 95%ige Wahrscheinlichkeit Dass sie leider stolpert Das ist ja Das ist ja wundervoll Und wenn das schief geht Dann habe ich noch Maurice Und wenn das nicht klappt Dann ist sie wahrscheinlich eine Hexe Vielleicht ist es auch besser Wenn ich jetzt gleich sterbe Fällt mir gerade mal ein Weil jetzt Wenn du ein Selbstmord versuchst Jetzt Ja, ich bin Maurice kann ich dich umbringen, Stefan Ja, weil Jetzt gibt's noch keine Erbteilung, weißt du Aber dann ist, glaube ich, auch der Krieg zu Ende Warum hast du jetzt noch keine Teilung? Achso, weil du nur das Herz Das Jahr Ja, weil meine Eroberungen noch nicht dazu führen Dass neue Titel geschaffen werden können Ja, okay Aber wenn ich jetzt die Eroberung beende Dann können halt eine Menge neuer Titel entstehen Und dann fällt alles auseinander Ich meine, du kannst ja einfach mal gucken Ob du irgendwie Ob du Selbstmord begehst Ja, das kann man, glaube ich, nur Wenn man irgendwie depressiv ist oder so, ne? Hm Das ist eine gute Frage Ich könnte... Ne, Moment Wenn dein Kind oder sowas stirbt Dann reicht das manchmal auch Dass man... Also, nicht, dass ich da jetzt was vorschlagen möchte So war das jetzt nicht gemeint Leider ist Jarl Wagen ist entkommen, Micha Dein komischer Verbündeter Das ist nicht wahr Er entzieht sich Er klammert sich an seine eigene Dummheit Der Hass in der Stirn ist erraschend Und das ist Michas Verbündeter, ne? Nur mal, nochmal Das schlimmste Des ganz Skandinaviens Na gut Aber du hast es versucht Rechne ich dir hoch an Ja, ja Vielleicht habe ich ja mehr Glück Bei Oberhäuptling Ilyana Da habe ich jetzt auch schon Eine 64-prozentige Chance Sehr gut, sehr gut Die kriege ich noch, sage ich dir Ja, bei meinem Glück Kommt sie mir durch die Lappen Ich habe da auch jetzt ordentlich rein investiert Ich habe eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit Aber ich bin mir ziemlich sicher Dass es nicht klappen wird Also Ich habe einen Agenten angeheuert Einen teuren Agenten Also Schau gut aus Tatsächlich So Wer hat denn hier keine Verbündeten? Ich gehe auf Pilgerreise Schön, wenn man Deinen zukünftigen damit einladen könnte Dass der irgendwie von sich aus sagt Ich will lieber mit Shurioka-Gräfin zusammen sein Wer möchte mit wem was Wie wohl zusammen sein? Ja, dass ich deinen künftigen Mann hier Freiräume Damit er bereit ist, seine Liebe mit mir zu teilen Offiziell Genau Finde ich gut Also ich meine eigentlich Aber macht er nicht Also wie Obwohl er schon die Eigenschaft Ehebrecher hat Magst du bitte nicht darin rumrühren, dass er mich immer noch nicht geheiratet hat? Bitte Ich arbeite dran Wenn er sie nicht von sich aus verlassen möchte Dann helfe ich halt ein bisschen nach Ist ja nicht schlimm Sie fühlt sich auch nicht gut Komisch Könnte daran liegen, dass zwei Mordkomplotte gegen sie laufen Sie ist die begehrteste Frau Schwindens Das ist doch auch was Schönes Ja, mein Feind hier hat Mein Fürstensitz Mein Ferienlager belagert Wenn ich in seiner Hauptstadt bin Das ist von mir aus ein fairer Tausch Oh Gott, ein zweiter Sohn Das ist ja für die Erbfolge natürlich Ich habe mich leider auf meiner Pilgerreise verirrt Wenn mich einer findet, bitte schickt mich nach Hause Ja Vor allem bist du jetzt fünf Jahre lang Verwirrt quasi Verirrt und verwirrt Ja, ja So, wer möchte meine Tochter haben? Bitte nicht alle auf einmal drauf stürzen Ich kann nur Angebote machen Ihr kriegt ein Hunderter oben drauf Uiuiui Was ist jetzt gerade? Meine Verwandten versuchen sich gegenseitig umzuhalten Oh, so ein Pech Oberhäuptling Ilyana von Upland Wurde durch das Gift eines Tieres dahingerafft Ich habe sie tatsächlich erwischt Das warst du? Wie kann das sein? Entschuldigung Wie kann das denn sein? Wie, der ist schon wieder verlobt! Das war eine Sekunde! Das war eine Sekunde! Und ich wollte gerade meine Tochter ansehen Aber ich war zu langsam Gut, dann haben wir jetzt noch einen Komplott Oh mein Gott Du bist halt jünger als du, Pia Männer sind da sehr simpel gestrickt Warum eine irgendwie Wie alt bist du inzwischen? 40 oder sowas? Alter! Das kann nicht wahr sein! Vor allem Du bist halt eine 40-jährige vernarbte Hexe Und Ich glaube, da gibt es schon eine Schlange Und du stehst halt nicht vorne Ja Er ist ja auch der mächtigste Mann Norwegens Wobei, ich weiß gar nicht Inzwischen ist vielleicht auch Denzel der mächtigste Mann Norwegens Das geht ja gar nicht Das geht ja gar nicht Denzel ist gar nicht in Norwegen It's Maurice Verrate doch hier nicht unsere Die Zeit meiner Blüte ist vorbei 40 40 und vernarbt Wobei die Narben tatsächlich bei mir Prestige und Anziehungsmeinung plus 5 auslösen Also die sind gar nicht negativ, die Narben So, ich habe jetzt hier auch endlich mal Ja, Glückwunsch Ja Jetzt kann man hier Dinge tun Allmählich Sehr gut Jetzt gewinnt er seinen Krieg Jetzt gewinnt dieser Depp von Smallland auch noch den Warum gewinnt er das? Ich muss aber kurz klarstellen Alles, was sich östlich meiner westlichen Grenze befindet Gehört mir, habe ich Anspruch drauf, okay? Was? Östlich deiner westlichen Grenze Östlich deiner westlichen Grenze Okay Ja, da kann, da komme ich doch eh nicht hin Außer Südfinnland In Südfinnland gefällt mir Außerdem bin ich ja ein, ein, ein Bin ich ja ein nobler Verbündeter Ich würde ja nie auf die Idee kommen, dir in die Quere zu kommen Genau, deswegen sage ich ja Osten Ich breite mich jetzt nach Osten aufs Ne, und der wollte nur, dass da vielleicht nicht irgendwer unschöne Landverteilung irgendwie produziert Nein, nein, das käme mir Das soll schon eine schöne gerade Grenze werden hier zwischen uns, ne? Ich, ich habe ja hier, äh, ganz, ganz andere, äh, ganz andere Schurken im Blick, die ich, äh, die ich hier noch, äh, den ich auf die Fresse geben will Hier, den da, Häuptling Rögenwalder, den ich auch schon vor zehn Jahren versucht habe umzubringen, zum Beispiel Das wäre doch hier mal jemand, den man jetzt auch wirklich mal allmählich Hm Dem man ist doch allmählich mal Hier so ein bisschen Ah, ich habe mich auch verirrt auf meiner Pilgerreise Oh nein, jetzt greift mich einer an, was zum anderen Krieg Och du Scheiße Oh Entschuldigt, Leute Das läuft jetzt gerade ganz übel Oh mein Gott Und mein Bündnispartner ist nicht in dem Krieg mit Oh mein Gott Okay, ich glaube, ich habe kein Problem mit der Erbteilung Hm, die vielen Kriege Die brechen uns jetzt das Genick hier Kämpfst du gegen? Ach nein, äh, der, der Herzog von, äh, Jarl von Upland ist auf deiner Seite gegen Upland, ne? Ja, ja, aber inzwischen sind da noch einige andere eingetreten Und außerdem gibt es noch so einen zweiten nervigen Krieg Die öländische Eroberung von Möhre Ja, das ist ja da, das ist ja hier der Kollege aus Smallland Ja, das ist ja wirklich nervig Ach nee, oder ist das? Moment Und, ach, der versaut alles Ja Was, die öländische Eroberung von Möhre? Ach, das ist hier Aha, okay Ja, hm Söldner geht auf Oh, meine Pilgerreise war ein Erfolg Wer ist denn, wer steckt denn da alles mit drin? Grundgütig, was ist das hier? Das ist ja unübersichtlich alles Oh, ich kann einen Herzogstum-Titel schaffen Oh cool, meine Pilgerreise war erfolgreich Herzogstum von Hallgoland Äh, ich bin gerade verwirrt Ich bin mit 41 gerade noch einmal schwanger geworden Naja, ja, die Brutmutter lässt sich halt nicht aufhalten von Dingen wie hohem Alter oder sowas Ja, das verwundert mich auch gerade Ich war gerade wieder Pflicht schuldig, jetzt bin ich es nicht mehr Ähm Aber das ist, äh Das wundert mich gerade tatsächlich, dass ich hier nochmal Ja Aber geheiratet hat er mich trotzdem nicht, der Arsch Ja, ja Ja, bis 45 Sagt mein Chat, kannst du schwanger werden? Du nutzt es noch voll aus Hm Bis zum, bis zum letzten Monat Hm Ah, nee, da kann ich nicht wieder hingehen Wie läuft denn, wie läuft denn der Krieg? Ich muss hier weg Oh, Steinwallen, dein Krieg ist auf einmal wieder ebenbürtig, oder wie? Weil die Leute eingetreten sind Ja, es ist eine ganz schwierige Situation gerade Oh, das heißt, Wuppland könnte da ein bisschen ins Hintertreffen geraten Nee, die sind noch, die sind noch ganz gut dabei, aber Hörst du, Pia, wie Micha deinen zukünftigen attackieren will? Ist das noch aktuell? Ich, ähm Ich bin, ich habe so viele Ich habe hier so viele, ich habe so viele Pop-Ups gerade Ich bin, ähm So Völlig überfordert gerade Oh, das ging jetzt schnell Also, dieser andere verdammte Krieg, der muss sich mal zu Ende Der mag mich nicht genug Für eine Hochzeit Das kann doch nicht wahr sein Oh nein Oh gut, er wird meine Tochter heiraten Das kann doch nicht wahr sein Minus acht Warum denn? Der mag mich auf plus hundert Was soll das denn jetzt? Hallo? Tja, manchmal ist plus hundert nicht genug Ich, ich bin gerade Ich bin gerade völlig Irrit Das, das kann doch nicht wahr sein Hallo? Wie kann der mich verschmähen? Ja, dann werde ich halt irgendwas finden, um dich zu erpressen Das ist auch okay Irgendein dreckiges Geheimnis hast du doch bestimmt Wo ist denn mein Verbündeter? Oh Gott Was macht er denn? Oh, ich kann ihn nicht erpressen Warum denn nicht? Warum kann denn derzeit kein Geheimnis benutzt werden? Für die Erpressung Was, was, was? Komm her Ich habe doch schon ein Geheimnis Steinwallen Du willst nicht zufällig Björk Daxdottir in deinem Gefängnis mal eben schnell hinrichten lassen Die ist ein Bündnis hier Die ist ja für ein Bündnis zuständig an meiner Grenze, das mir missfällt Er hat schon wieder geheiratet Für dich Okay Meine Tochter übrigens Wie heißt er? Das hast du nicht gemacht Björk Er war frei Meine Tochter war da Er war frei Brothilde Gräulichsdottir von Uppland Ah, Brothilde Ja, also was soll ich machen Er ploppte so im Heiratsregister auf Und ich so, na Oh Gott Ich mag das Spiel Das ist blöd, ne? Ich habe gerade sein Kind mit mir legitimiert Also die Ehe zwischen den beiden wird bestimmt großartig laufen Da hast du deine Tochter ja in die richtige Ecke gesetzt Das macht nix Sie kann das auch Sag mal Steinwallen Ja Ich habe hier solche Kriegsvibrationen von der rechten Seite Was hältst du davon, wenn wir uns da so ein bisschen zusammentun? Du, ich habe gerade einen ganz blöden Krieg an den Hacken Und ja, im Moment bin ich nicht wirklich hilfreich und einsatzfähig Das ist nicht die Antwort, die ich jetzt haben wollte, muss ich an der Stelle sagen Ich kämpfe hier quasi gleich auf mit einem gleich starken Gegner Und kriege mein Kriegsziel nicht Und weiß auch im Moment nicht so richtig, dass ich fürchte Mein, dieser Krieg, den ich hier gerade fühle, der zieht sich hin bis zum Tode meines Herrschers Soll ich wen für dich umbringen? Du musst dafür nur eine Gefangene hinrichten Ja, sag mir nochmal Ich habe, ich habe es nicht Wer, wer soll hingerichtet werden? Björk? Björk Dachsdottir Björk Dachsdottir Dann verliert er nämlich auch einen Verbündeten, dein Typ, dein Jarl Dach Was? Weil damit, dadurch ist er mit Häuptling Rögenwalder verbündet So Und wenn dieses Bündnis weg wäre Ja, jetzt ist es nämlich weg Siehst du, jetzt hat er 800 Mann weniger in seiner, in seiner Ecke Und dass dieses Bündnis weg ist, ist ja uns beiden nur Ja, aber das ist der andere Krieg, der mich eigentlich gar nicht interessiert, aber egal Ah, okay Dafür kann ich jetzt, wenn du willst, versuchen, jemanden für dich umzubringen Wenn es irgendwen gibt, der dir gerade auf den Sack geht Soll ich mal Jarl Dach probieren? Was hab... Ne, Moment, Krieg erklären will ich nicht Was habe ich denn bei dem für eine Chance? Immerhin 54% könnte ich den Jarl von Ob-Üplund erledigen Oder ist das ein anderer Krieg, der das Problem ist? Ja, ich wollte, das nützt eigentlich nicht Einen Verbündeten von dem könntest du umbringen Das würde eher helfen Jarl Barit Iverson Das kann ich mal probieren Moment Äh, ich muss noch mal Von Sudreya oder... Jetzt muss ich noch ein bisschen aufpassen Ja, den Jarl von Sudreya, das kann man doch mal probieren 72% Chance Ja, der Sudreya kommt, der ist bald weg Da ist nämlich direkt ein Agent am Start Hier, 72% Chance Kann ich auch irgendwen einladen Ne, aber Ja, den kriegen wir doch Den kriegen wir doch Ah, jetzt bin ich auch nicht mehr versorgt Es wird alles immer schlimmer Aber der Gegner ist auch nicht versorgt Ach ne, das ist nur ein Prozent Ich bin versorgt Okay So Verbündete, jetzt kommt mal her Jetzt werden wir die entscheidende Schlacht schlagen Aber die kommen nicht Oh, warte ich mal Könnte man ihn auch in den Hinten beißen So, wenn ich jetzt hier diesen Mord auch noch kriege Dann, dann hab ich ihn hier am Arsch Tja Das wär schon schön Jetzt helfen meine Verbündeten nicht Ja, das hatte ich vorher auch das Problem Das ist manchmal, wenn man sich da auf die KI verlässt Äh Ist nicht immer nur positiv, leider Ne, ich meinte es ja Sie meint es ja ganz nett Sie belagert jetzt Und das ist alles ganz schön Aber wenn gleichzeitig meine Hauptstadt belagert wird Und wir die Schlacht gewinnen könnten Dann kann man manchmal so richtig In die Tischkante behalten So, jetzt klappen hier endlich mal meine Mordkomplotte, Leute Ich hab schon wieder jemanden umgebracht Na wen Ja Kann das sein, dass Wieder, wieder einen, einen, einen Nachbarn Der ein ungünstiges Bündnis für mich hatte Häuptling Rögenwalder steht jetzt allein Mit seinen 800 Mann Das heißt, wenn ich jetzt hier die Grafschaft erobern will Ja Ja, so mögen wir das Vielleicht noch einmal eine, eine Truppe auf Erhöhen hier So, jetzt verliere ich die Hauptstadt Wegen meinen blöden Verbündeten Hauptsache Eine meiner 15 Kinder wird nicht entführt Das wäre ja grässlich Mein Pferd ist aufgestiegen In, 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 in jedem Reich passieren, äh Gewichtige Dinge Ja, Ereignisse überschlagen sich Ja, ich muss mich entscheiden, ob ich mein Pferd stärker mache Schneller oder mehr Ausdauer Oder wilder Das ist schon ein wildes Pferd Wenn ich das wilde Pferd noch wilder Oh, das mache ich Oh nein, scheiße, das hat gescheitert Man darf nicht zweimal das Wenn ihr ein Pferd kriegt, trainiert nicht zweimal das gleiche Sind meine Verbündeten, sind das Deppeln, oder was? Nee, Quatsch Ich glaube, ich glaube, mein, mein komischer Kumpel hier Hat nicht mal seine Truppen gerade am Start Weil die irgendwo anders in der Welt rumgondeln Ah, Junge Und er verliert gerade irgendwo eine Schlacht Ah, die, die Gelegenheit ist günstig Für den feinsten Nordmann von allen Eine aussichtsreiche Schlacht zu schlagen Jetzt endlich greife ich mal einen erwachsenen Mann an Sobald er mir zur Hälfte unterlegen ist Ich habe versucht, dich umzubringen, Rögenwalder Ich habe versucht, deine Frau umzubringen Ihr seid mir immer entkommen Aber jetzt kommt der Schnitter für euch Es gibt einfach Grenzen Das wird der glorreichste Sieg, den das Reich Norwegen je gesehen hat, sage ich euch Die Belagerung einer wehrlosen, hilflosen Stadt Deren Garnison irgendwo anders ist So wird es auch in den Geschichtsbüchern stehen Oblönd ist aber schon ganz schön groß Es wird immer größer Du, das gründet gleich das Königreich Schweden Na, noch lange nicht, oder? Na, Schweden ist relativ klein Wenn du dir mal das... Oblönd, äh, ne, Oblönd meine ich Ja, äh, Steinwallen, freu dich Jarl Barit von den Sudreyan ist leider bei einer Wanderung Äh, es stürmt ein Wegelagerer Zwischen den Bäumen hervor Äh, bequemerweise wurden die meisten erschlagen Und die Toten reden nicht Der Jarl ist, äh, dahin gerafft worden Sehr schön Wollen wir dir das in deinem Krieg hilft? Ja, das weiß ich im Moment auch nicht mehr Ich habe den langsamen Überblick verloren Ich bin alleine... Ich bin jetzt leicht truppenmäßig überlegen Aber ich glaube, ich sterbe, bevor dieser Krieg zu Ende ist Aber es wäre eigentlich ganz gut Weil dann könnte mein Sohn den Krieg beenden Und alles wäre zu schön Ihr wisst ihr was? Ich werde den Krieg einfach verzögern Bis ich tot bin Und ich glaube, ich mache meine Sache auch sehr gut In dieser Verzögerung Das ist der Plan Sehr gut Ach, das ist ein Verlöbnis Oh, ich kann das Verlöbnis brechen Das wusste ich gar nicht Ja, dann Oh, mein Haupt... Mein Erbe scheint hier irgendwie zu morden An meinem Hofe Eigentlich könnte ich... Ich wäre einverstanden, wenn er meinen König jetzt ermordet Wie kann ich ihm das jetzt stecken? Sag mal, ich meine, Stefan Ich kann versuchen, mich umzubringen Ja, warte mal Ich muss ja jetzt mal wirklich... Soll nicht? Ich habe 54% Chance Ja, warte mal kurz Ich muss das nochmal mit der Erbschaft checken Das ist der bizarste Gefallen, den ich glaube ich bislang jemandem getan habe Ja Versuche es doch mal Ja, dann Ich schicke meine Meuchler los Ich hoffe, ich verzocke mich jetzt nicht Das könnte ganz übel enden Das ist schon mutig Aber, äh... Maurice, sind deine Truppen gerade beschäftigt? Warum fragst du das? Weil ich... Weil ich... Nee, ich will nach... Ich will ein bisschen expandieren Nach Osten Und, ähm... Die sind alle verbündet im Osten miteinander Ah, also ich habe gerade noch einen Krieg Aber ich glaube, ich habe ihn bald gewonnen Ähm... Dann könnte ich dir unter die Arme greifen Ja Maurice, du bist so freundlich Wir spielen hier so mega kooperativ Merkt ihr das? Ja, kooperativ Total kooperativ Arbeite mein halbes Leben auf einfach eine Ehe hin Und dann... Ne, es ist total kooperativ, ja Ich kann mich vor Kooperation kaum retten In der Gruppe hier Und dann habe ich einen verbündet, ne? Ja, nee, sorry, ich habe gerade was Besseres zu tun Ja, 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 ja Naja, wir haben ja gar kein Bündnis Ich sorge gerade dafür, dass wir... Natürlich, das ist der Grund, warum ich nicht heiraten konnte Zu viele Bündnisse Mit dir Wieso? Wir sind doch nur be-Enkel oder so Wir sind verbündet Achso, stimmt Ja, ja, wir sind verbündet Stimmt, ich erinnere mich, ja Naja Aber gleich... Wie hast du es vergessen? Ja, ich hätte dir jetzt auch nicht helfen können Das ist eigentlich egal, ob ich es vergessen habe Oh Gott So, nein, aber was ich... Mein Sieg hier ist errungen, glaube ich Oder noch nicht? Forderung jetzt So, jetzt Also, Denzel, ich kann dir ab jetzt Bei einem Krieg zur Seite stehen Und natürlich Das hat ja nicht nur was mit Kooperation zu tun Sondern Dennis hat mir vorher den Arsch gerettet Bei diesem bärmlichen Krieg Gegen das einjährige Kind Deswegen bin ich natürlich mehr als bereit Mich, äh, zu revanchieren Ja, schön gesagt Aber du bist schon vom Haken Ich kann mir das gar nicht leisten Prestigetechnisch Okay Gut, dann, äh Leider nicht So, was machen wir denn hier jetzt? Was? Ich will den nicht beschlafen Der ist hässlich Maurice, du gibst mal so ein bisschen Signal, ne? Wie es bei dir ist So wie viele Monate noch Stand der Dinge Hier, Prozentzahlen Also in, 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 in sechs Monaten Bist du zu 54% Chance tot Also ich schenke dir auch noch ein bisschen Gold Wenn du das noch ein bisschen Wenn du da noch ein bisschen bestechen willst Oder so Also wenn, wenn du, wenn du Gold hast Lass mal sehen Ich kann Für 15 kann ich noch einen anheuern Jo Ich hab dir mal 25 Oh, du bist ein Gentleman Dann tun wir doch hier mal Den Oberhäuptling Fredis Ja genau Selbst mit Stechung nicht Ja genau Das Problem ist Ja, das ist halt so ein Problem Ich bin halt so mega beliebt bei meinen Leuten Aber hier Oh nein Was für ein Problem Bin so mega beliebt Ja, ich bin auch ein bisschen Ich bin auch ein bisschen unsicher Weil ich meinte, jetzt gewinne ich gleich den Krieg Aber jetzt, jetzt bist du zu Es ist zu schnell, ob du den Krieg gewinnst oder nicht Stefan, du bist zu 95% tot in vier Monaten Ernsthaft? Ja, okay Ich hab gerade noch Ich hab gerade noch Mit deinem Gold Jemanden angeheuert Um die Chance zu erhöhen Das ist Das ist an sich eine sehr gute Sache Das wird jetzt passieren, Stefan Ja, ich hoffe nur Es ist tatsächlich so, wie ich denke Dass der Krieg fortgesetzt wird Wenn ich tot bin Dass mein Erbe den Krieg miterbt Müsste eigentlich so sein Nein Du lässt mich jetzt auch noch allein hier im Regen stehen Obwohl wir verbündet waren Das heißt, das Bündnis bricht jetzt auch noch Weil du dich töten lässt Für das ich meinen Ehemann nicht bekommen habe Nein Um Gottes Willen Ja, das hab ich schon mitbekommen Der Sohn meines Erben Der jetzt gleich König wird Der ist doch mit deiner Der Eng, genau Die Tochter meines Erben Der jetzt gleich König wird Wenn alles klappt Der ist doch verheiratet Mit deinem Haupter Verlobt Ja Und dadurch haben wir jetzt erst ein richtiges Bündnis Vorher, das war ja nur so ein Diplo-Bündnis Weißt du, ich mach das alles Wie wir uns das vorgestellt haben Ich bin mir nicht so sicher Ob du das so machst Wie wir uns das vorgestellt haben Doch Ich bin immer noch nicht verheiratet Mit Jarl Björn Eisenseite Und du hast es nicht verhindert Naja Das ist Das frisst schon Also Das ist ein Spielfeld Auf dem ich mich nicht so auskenne Aber das wird Rache geben Das wird tiefsitzende Rache geben Tiefsitzende Die Rache kommt jetzt vielleicht gleich In einem Monat Wird Jarl, Walder, Stein, Sonn Wahrscheinlich So, dann drücken wir mal Als alle die Daumen Dass das auch planmäßig alles läuft So, einer meiner Agenten Hat ein giftiges Tier besorgt Und dafür gesorgt Dass es im Bett von Jarl, Walder, Stein, Sonn Versteckten vor es dunkel wird Fehlt nur noch meine Order Hoffentlich hast du keine Angst vor Spinnen Oha Andere Bündnisse sind natürlich auch weg Ja Okay, alles klar Jarl, Walder, Stein, Sonn ist zu So, und jetzt hätte ich ihn heiraten können Alles gut Jetzt haben wir natürlich ein Problem Oh ne, wir haben noch Bündnispartner Das ist doch alles gut Die Bündnisse sind geerbt Und jetzt können wir in Ruhe diesen Krieg führen Ach Gott Das hatte ich halt echt noch nie Dass ich Grissette hier spiele Und ich einem Mitspieler den Gefallen tue Ihn umzubringen Also Warum bin ich jetzt auch mit Westfold im Krieg? Oh Gott, ich sehe Ach okay, die sind mit Bündnispartner Ja Ja, 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 ja So, jetzt müssen wir nur noch diesen Krieg gewinnen Aber wir haben jetzt alle Zeit der Welt Naja, 46, der ist ja auch schon so alt Ach so, muss ich das am besten machen Ja, genau Ich muss Das kostet mich jetzt zwar viel Geld Aber gut Ja Wieder das gleiche Dilemma Und jetzt kann ich das hier abgeben Ja, genau so muss das gehen Ne Ah, besiege ich erst den Gegner Das alte Thema So, ich bin tatsächlich jetzt hier endlich mal zufrieden damit Wie es hier läuft Hm Was ist denn das jetzt hier? Ich habe ein bisschen ein Land Es ist nicht so groß wie Dennis Äh Gott, Dennis ist ja riesig inzwischen Alter Schwede Guckt euch das an Guckt euch mal Norland an Kommt nach Norland Land der unbegrenzten Möglichkeiten Wunderschön Grüne Bäume Rote Flüsse Ja, aber ich bin Ich möchte an der Stelle anbringen Dass du sehr viel Glück hattest mit deiner Tochter Mit dem Mordkomplott Aber die Rache wird trotzdem kommen Ich bin ein nachtragender Mensch Meine arme Tochter Was kann die denn dafür? Das war einfach Das Die kann nichts dafür Dass ihr Vater egoistisch ist Aber es interessiert mich nicht Du hast meine Liebe zerstört Aber überleg doch mal Zwei Kinder habe ich von ihm Zwei Wollt meine Tochter Eigentlich schon ein Kind von ihm Ne Oh doch Oh shit Mein Spielererbe wurde gefangen genommen Oh nein Soll ich den umbringen Der ihn gefangen genommen hat Langsam blüht er auf Das geht hier gerade so schnell Langsam blüht er auf Ja Endlich Passieren hier mal die Dinge Wie sie halt passieren sollen Das ist gut Mit wem hast du jetzt eigentlich noch Kriegsteinwallen? Ja mit allen Mit Westfold und Upland Der große Krieg Geht weiter Wie läuft es denn? Naja Jetzt sind wir Auf jeden Fall will ich jetzt überlegen Aber jetzt muss sie auch noch gewonnen werden Verstehe Und worum geht es da? Du willst ganz Upland haben Ja genau Ganz Upland Verstehe Verstehe Es geht ums große Ganze Weißt du Ich führe keine kleinen Kriege mehr Aber meine Verbündeten Sind so nervig Habe ich selten so erlebt Oh So Wo ist denn mein Sohn eigentlich? Hey Hey äh Maurice Jawohl Du hast doch bestimmt Lust Meinen Sohn hinzurichten Oder? Warte mal Aber das ist nicht der Mit Den wir haben Doch Das ist genau der Du Von wegen ich Hallo Ich hab den ausreden lassen In Kriegsführung Vier Punkte hat er bekommen Vier Er ist Ruhig Hinterlistig Stur Ja aber es ist doch kein Kein Grund für Doch Unser heiliges Bündnis Das ist ein Verlob Das ist doch kein heiliges Bündnis Das kann man anders lösen Ich bin entsetzt Was? Wieso denn? Na alles Was wir uns ausgedacht haben Baut darauf auf? Ja schon Aber ich töte jeden Aber Kriege ich Kriege ich denn was dafür? Wir können ja Und dann Das noch Wir können Freunde bleiben Ja ja schon klar Du hast mich auch nicht unterstützt Du musst jetzt verstehen Dass das eine schwere Zeit für mich ist Und dass ich hier Lösungen finden muss Na gut Ich wertschätze Wenn du meinst Ob du jetzt jemanden Ich wertschätze Der bald König von Norwegen ist So enttäuschen willst Okay Du kriegst eine wundervolle Tochter von mir Was hältst du davon? Ja Ich hab meinen Geliebten verloren Hab ein bisschen mehr Mitgefühl mit mir bitte Ich hab Ich seh gerade Ich besitze nur Töchter Ich habe nur vier Töchter Ja aber guck mal Ich hab Glott Schurjokirstotir Die ist drei Das ist übrigens auch die Tochter Von dem großen Jarl Björn Eisenseite Hm? Vielleicht Vielleicht ist das ja was Ja Ja Glaubst du nicht? Ja das wird schon Das Problem ist Ich hab gar keine Söhne Die kommen ja bestimmt noch Du bist ja erst 47 40 Da lachst du selber ne? Vielleicht in der nächsten Generation Ich nehme erstmal die Konkubinen meines Vaters Ich übernehme die jetzt Schön wie die wieder benutzt werden Das ist ja großartig Aber ich hab auch noch Gefangene Wie lang hält denn der Malus eigentlich Wenn man an Land geht Wenn man auf See war Sehe ich das irgendwo? Ja das siehst du Wenn du über das kleine Symbol rüber gehst Also Ah ja hier Sehr gut Meistens 40 oder 50 Tage oder so Genau dann Ja sehr gut Das ist auch schon weg Und dann kann man doch jetzt hier mal Also Pia Wer ist es denn Den ich umbringen soll? Earl Grimia Ach der Der ist tatsächlich der tolle Sohn Der ist nicht toll Guck dir seine Werte an 95% hab ich Ja schau Wundervoll Krieg ich ein bisschen Gold dafür Umzubringen Also ich krieg den sicher tot Aber da krieg ich ein bisschen Gold Weil ich bin gerade sehr pleite Wenn das Das Problem ist Ich bin gerade auch sehr pleite Deswegen ist das gerade so ein bisschen schwierig für mich an der Stelle Du heißt Zordraff in game ne? Ja Wie viel müsste ich dir denn Wie viel Wie viel Ja du willst halt auch nur 37 Gold von mir Aber das können wir machen Ja dann machen wir das Ja bitte sehr Ich hab dir Gold geschickt Dann werde ich jetzt Ja voll gut Dann werden wir jetzt hier Einen Komplott schmieden Und Wundervoll Ah voll gut Jetzt kann Jetzt kann Mein Fürst Wirklich endlich mal aufleben Weißt du Jetzt kann er tun Wofür er Geboren wurde Geboren wurde Ich gebe England auf Ich gebe England auf Aber Meine Erbin Ist Zehn Jahre alt Sie wird im Ränkespiel ausgebildet Und wir probieren einfach Alles was die Mutter gemacht hat Nach unten Und du hast ja auch bei mir gesehen Das Ränkespiel auf jeden Fall Mega viel bringt Unfassbar viel Ey ey dein Sohn ist so hart unbeliebt Weißt du warum das so erfolgreich ist Weil direkt 5 Agenten beigetreten sind Das ist ja Sein eigener Rats Sein eigener Ratsspitzel Ja Sein eigener Ratsspitzel ist dabei Ihn umzubringen mit mir zusammen Das ist doch schön Also Ich meine Ich bin ungeliebter Sohn Dein Sohn ist hinterlistig Stur Und rauflustig Ich hab ja gesagt Der ist unfähig Siehst du Jetzt kriegt er Ja Ein schlechtes Omen Für einen schlechten Menschen Kriegt er jetzt auch noch Es wird auch im Chat Schon schön kommentiert Da kommst du rein Und Pia beauftragt Maurice zum Mord Wie sympathisch Ja Jetzt bringe ich gerade noch ein Kind um Ein Kind verirrt sich im Wald Trabius Passiert Weil ich weiter Ein verstümmelter Leichnam Und die Leute sagen Kinder seien die Zukunft Oh Leute Ja weiter werden hier Bündnisse beendet Das sieht alles ganz übel aus Ey das ist voll gut Hier passieren jetzt wirklich mal Dinge ey Ich sag's euch Das Leben ist gut Vor allem zum Mord am eigenen Sohn Ja Hier im Chat Findet moralische Kritik an dir statt Was sagst du dazu Ja Ich hab da nicht so die Bedenken Leute Es kann sein Dass ich gleich diesen großen Krieg verliere Ich hab da eigentlich so krass moralische Bedenken Ich mein schließlich hab ich extra Zwei Frauen getötet Diese Schlacht entscheidet alles Komme ich noch rechtzeitig rein Stefan erzähl uns Was passiert Ja es ist ja Meine Hauptstadt ist besetzt Ich bin bei minus 95% Und jetzt ist die Frage Ob mein Herr Gerade jetzt in diese Schlacht noch reinkommt Oh ja Und wenn ich sie gewinne Dann kriege ich wieder Kriegspunkte Oh Gott Das war Herzschlag Oh mein Gott Meine Nerven liegen blank Ja wie sich das Geschick wendet Na jetzt ist endlich Hab ich mal ein bisschen Glück Und dafür bist du armer Mensch Oh mein Gott Ja Ich würde ja Ich würde ja wollen Dass wir einfach beide vom Glück bevorteilt werden Steinwallen Das wären wir ja am liebsten Zum Glück habe ich Söldner jetzt finanzieren können Für sage und schreibe fast 400 Gold Ey Stellt euch mal vor Was hier investiert wird In dem Chat wird angemerkt Hamster Mütter essen auch ihre Nachfahren Wenn die zu schwach sind Damit der Rest stärker wird Ich bin ein Hamster Genau Das nehme ich Das nehme ich So Ich möchte Zum Zeichen Dass ich es gut meine Steinwallen Würde ich gerne Meine jüngste Tochter Zu dir in die Ausbildung schicken Was hältst du davon? Ja Immerher damit Mit Zeichen Dann kenne ich mich aus Das Finde ich jetzt nicht so Also Was? Wie genau ist das jetzt gemeint gewesen Mit den Töchtern Mit denen du dich auskennst? Naja Ich habe vier wunderbare Töchter Zwei davon sind irgendwo im Gefängnis Und Ansonsten geht es ihnen gut Ah Schön Ja Ich bin Ich bin derweil übrigens dabei Weil Weil mich in Norwegen Das Glück mir nicht Heult ist hier ober jetzt Einfach mal Island Gerade Äh Das läuft auch ganz gut Wir haben glaube ich Nicht damit gerechnet Dass sie je angegriffen werden Dass auch jemand bemerkt Dass sie da oben existieren Ich habe eine Person Schon umgebracht Entschuldigung Ich muss mich da aufregen So wo sind jetzt eigentlich Meine Verbündeten Ich sehe sie nicht Was machen die? Ja das geht nicht Steinwallen Du wählst gerade schon aus Was? Schicken Heiratseintrag An Achso meine Töchter Ja gut ich Ach Michael ist dynastie Geht hier Durchs Durchs ganze Also jetzt geht's Alle Königshäuser Deine Ingrid Und mein Brotbert Ja das ist aber nett Ingrid und Brotbert Brotbert oder Brutbert Brutbert Brotbert Mit so einem Durchgesprochenen U Also Brötbert Ja okay Ja Also mein König Ist aber halt ein Verwalter Ich weiß nicht ob Ja das Ich lasse sie in Verwaltung ausbilden Das ist die kleinste Ah okay Das ist die kleinste Auf was du als achtest Oh dein Sohn Kriegt jetzt Seine Lieblingsspeise serviert Doch seine nächste Leckerei Wird teils Nussbrot Und teils Gift sein Meine Gänz Wird sie ganz aus Versehen Vor dem Kind liegen lassen Pias Sohn Oh Ganz aus Versehen Und wir werden Nach der Werbung Nein nicht nach der Werbung Er ist tot Ich muss das tun Ich hatte keine Wahl Steht hier So ist es Das ist doch ein schöner Punkt Um in die Werbung zu gehen Leute Wenn ihr noch mehr Morde Sehen wollt Offensichtlich Ist ja viel Bedarf Hier Ich bin auch weiter Für jeder Schandtat bereit Nachher geht es auch weiter Mit der Eroberung von Island Und wir werden gucken Ob der arme Steinwallen Doch noch seinen Krieg Rumdrehen kann Also dranbleiben Ihr wunderbaren Menschen Wir sehen uns gleich wieder Dankeschön Ja ihr Lieben Wow Das war ja mega knapp eben Ich bin wieder gemutet Kann euch Mich jetzt nur mit euch unterhalten Crazy Crazy Shit Was hier gerade passiert Ja Ist ein bisschen schwierig Man kann sich eigentlich Um sehr sehr wenig Nebenbei kümmern Wenn man so einen Krieg Am Laufen hat Aber man muss auch mal Ein bisschen Mut Zur Lücke haben Was die Verwaltung Des Reiches betrifft Jetzt erstmal Kriegsrat Ich muss glaube ich Erstmal wohin Ihr könnt ja schon mal Kriegsrat halten Ja Wir müssen jetzt Natürlich relativ schnell Mal sein Oh schaut mal Krieg geht schon Zehn Jahre Nicht schlecht Wir werden versuchen Die Truppen hier unten Zu besiegen Das Blöde ist halt Dass unsere Verbündeten Nicht richtig mitziehen Und dann müssen wir halt Schleunigst endlich mal Die Hauptstadt des Gegners Erwischen Und ich meine Jetzt hat er nichts mehr Zu bieten Also eigentlich ist es Jetzt wirklich nur noch Eine Frage der Zeit Wie wir das hinkriegen Naja klar Ist halt die Frage Ich meinte wir könnten auch Gleich zur Hauptstadt gehen Und das hier einfach Sein lassen Es wäre so cool Wenn man den Verbündeten Sagen könnte Was sie tun sollten Halt Wir könnten natürlich Mit den Söldnern Dahin gehen Wir haben jetzt Zwei Armeen Die besiegen Und mit dem Rest Dorthin gehen Ich glaube das wäre Das klügste Ja das machen wir Wir schicken das Söldnerherr Da unten hin Und die anderen dorthin Das müsste eigentlich Funktionieren Ja Lösegeld ist ja auch noch Am Start Ich weiß aber nicht Ob das der Kriegsgegner Das will ich mal Lieber nicht machen Okay gut Leute Ich muss selber hier nochmal kurz austreten Mich kurz stärken Ich bin dann wieder da Wir haben zumindest einen Plan Ich bin dann Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich hoffe, wir kriegen noch. Also König von Norwegen, das müsste eigentlich noch drin sein, oder? Das sollte doch irgendwie das Ziel sein. Ich schaue mal, ob die anderen schon wieder am Start sind. Nein, es ist noch Ruhe. Vorzug ist doch verfügbar. Gott, Leute. So, wir gehen mal voll auf Gier. Wir gehen mal voll auf Gold irgendwie. Ich glaube, wenn wir ein Königreich gründen, dann brauchen wir auch Gold. Was ist jetzt los? Oh, oh. Ich bin hier irgendwie komplett eingefroren. Ich kann meinen Mauszeuger nicht mehr bewegen. Wisst ihr was? Ich habe eine Funkmaus und die ist alle. Oh mein Gott. Das ist natürlich jetzt mega peinlich. Jetzt geht's wieder. Oh. Bester Zeitpunkt, ja. Die wollte ich echt noch heute Nacht aufladen. Hab noch dran gedacht. Oh mein Gott. Warte mal. Der hat das hier schon durch. Administrator. Ach so, das habe ich jetzt erst gesehen. Ja, komm. Dann gehen wir auf goldene Pflichten. Und wir machen der Rest hier. Der ist nett. Puh. Klassiker. So. Wie ist es da drüben? Geht's weiter? Werbung. Alles klar. Da können wir nochmal rausschalten. So. Jagd wollen wir jetzt auch nicht. Wir verlieren ein bisschen Gold. Prestige ist kein Problem. Ähm. Also erstmal von der Sache her sind wir ganz gut dabei. So. Was uns fehlt ist ein Sohn. Die Konkubinen sind 41. Die kann noch was. 25 geht auch. Okay. Was ist eigentlich? Warum sind unsere Töchter gefangen genommen? Ach. Wahrscheinlich von unserem Kriegsgegner. Ja. Weil der unsere Hauptstadt belagert hat. Das ist der Grund dafür. Naja. Okay. Ansonsten gibt's irgendwie Probleme. Jetzt mal kurz um die anderen Dinge kümmern. Wir haben nur unseren Halbbruder. Aber der ist zu schwach, um Stress zu machen. Alles soweit in Ordnung. Gefangene machen wir nach dem Krieg. Ja. Den Rest würde ich sagen lassen wir. Hofarzt haben wir glaube ich noch nicht besetzt. Das ist glaube ich noch mal eine wichtige Geschichte. Mal gucken, ob wir einen suchen müssen. Oder ob wir einen im Reich haben. Bildung 21. Das sieht doch schon mal gut aus. Weiser Mann. Ist hier irgendwo ein Arzt? Oh ja. Oh ja. Anna. Anna ist Ärztin. Das war ja doch glaube ich die alte Ärztin. Die kann auch wieder die neue Ärztin sein. Ach. Die ist ja auch unsere Konkubine. Warte mal. Warum kann ich sie nicht zum A hier als Hofarzt einsetzen? Perfekt. Gut. Alles klar. Und was wir auch noch mal machen könnten. Ich finde wir sollten mal ein paar Champions einladen. Ach es kostet 150. Ne. Das ist zu viel. Das brauchen wir. Das geht nicht. So. Ich schalte wieder rüber. Das aber auch daran liegt, dass ich mich halt nicht mit euch anlege. Ich habe halt das Glück, dass ich in der Himmelsrichtung keine Gegner habe. Und einfach nur die KI versuche ein bisschen überzurollen. Ich muss immer mal den, mal den angreifen. Weil es ja diese zweijährigen Friedenszustände manchmal gibt, die man nicht brechen sollte. Aber ansonsten beim Pferd geht es super gut. Das ist vom wilden Pferd zum sehr wilden Pferd jetzt auch aufgestiegen letztens. Unsere beiden Kinder haben jetzt das Verlöbnis. Zu Ende geführt und geheiratet. Gerade eben habe ich das bestätigt. Und ansonsten, ja, Pia geht es gut. Die sind glücklich hier, die Skandinavier. Ja, ich meine, wir sind ja auch treue Bündnispartner. Ich habe ja meine Tochter, die ich nach Pia benannt habe, in dein Haus eingeheiratet. Sie ist ein analytischer Schurke. Und sie ist wunderschön und intelligent. Also ich finde, Pia, da habe ich dir keinerlei Unrecht getan, dass ich die nach dir benannt habe. Das wusste ich noch nicht, dass sie so treu sich am Ende... herausstellen würde natürlich. Aber ich sage jetzt einfach, dass das von Anfang an geplant war als Kompliment. Das ist aber nett. Wie läuft es denn bei dir derweil? Ich habe gerade deinen Sohn umgebracht, auf dein eigenes Anheißen hin. Erklär doch mal ein bisschen, was war dein Gedanke dahinter nochmal? Warum sollte ich das tun? Und was ist jetzt dein Plan? Also ich spiele heute ein bisschen anders als sonst, weil ich mir gedacht habe, ich probiere heute mal, ohne jetzt direkt überall einzufallen, einfach nur mich mit Liebschaften durchzufüttern. Das hat recht gut funktioniert. Ich habe vier Kinder bekommen, zwei von dem großartigen Jarl Halfdan Weißkleid, zwei von dem noch großartigeren Jarl Björn Eisenseite, den ich auch heiraten wollte. Aber unsere Liebe wurde leider verhindert von einem böswilligen Angriff und Komplott. Ja, der ist beide mittlerweile tot. Das ist furchtbar. Ja, mein Sohn hätte in England Sachen einnehmen können, das wäre mein Eintritt gewesen, aber er ist echt nicht wirklich gut geworden. Ich weiß nicht genau, was da schiefgegangen ist. Nach der Mutter sollte er eigentlich wundervoll werden. Und jetzt habe ich mich ihm entledigt, um mit meiner Tochter, die bei mir auch ausgebildet wird, das Weg ihrer Mutter weiter fortzuführen. Und sie ist jetzt elf Jahre alt, wir warten jetzt darauf, dass sie 16 wird und dann werde ich Selbstmord begehen und mich in Dänemark einrissen. Na gut, ich meine, ich darf nichts sagen. Wenn du willst, wenn es mit dem Selbstmord nicht klappt, ich kann dich auch um die Ecke bringen. Lass mal sehen, wie viel Chance ich bei dir hätte. 83 Prozent. Ja, immerhin, immerhin. Das ist schön. Maurice, ich glaube, deine Preise müssen langsam steigen, ne? Dein Service wird besser. Angebot und Nachfrage. Ich habe euch ja so ein bisschen, ich habe euch ja so ein bisschen, es war jetzt tatsächlich so, ich kann ja auch mal hier vielleicht nochmal für alle, die nicht ganz, was hier so vor sich geht. Mein Typ hat einen unglaublich guten Ränkespielwert, der ihm bislang nie zum Vorteil gereicht hat, außer ein, zwei Mal, wenn er zum eigenen Vorteil jemanden umbringen wollte. Aus irgendeinem Grund klappt es aber ganz gut, wenn ich im Auftrag meiner Mitspielerleute umbringen soll. Deswegen habe ich mich jetzt darauf verlegt, wie so ein Powerbroker zu sein quasi. Der halt immer, man kommt zu mir, wenn man ein Problem hat und ich löse es diskret. Und tatsächlich habe ich jetzt angefangen, für meine Dienste Geld zu nehmen, weil es ist ja nur fair. Ich habe, wie so ein Free-to-Play-Spiel, habe ich euch erstmal natürlich ein paar Freebies gegeben, um euch abzufixen. Und jetzt, und jetzt kommt ihr auch nicht, jetzt, 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 ja genau, und jetzt, wie, wie, wie Microsoft ja gerade irgendwie gestern versucht hat, den Xbox Live-Preis zu verdoppeln und jetzt wieder zurückgerudert ist. Genauso bin ich, aber ich rudere nicht zurück. Und man merkt ja auch, dass ihr sofort alle süchtig geworden seid, ne? Sobald die Option im Raum steht, da ist jemand, der jeden umbringen kann, der mir blöd kommt. Wenn ich ihm nur ein bisschen Gold gebe, sind auch alle sofort am Start, ne? Und, und bizarrerweise eben auch zum Selbstmord, weil auch den eigenen Herrscher loszuwerden, wenn man will, nicht ganz trivial ist. Man kann nicht einfach immer Selbstmord begehen. Ähm, deswegen bin ich auch da natürlich, für alles zu haben. Ähm, und derweil erobere ich, also mein Typ ist halt das größte feige Arschloch auch in Norwegen. Also während den einen ruhmreichen Krieg nach dem anderen führt, suche ich mir immer die Armen und die Schwachen und die Lahmen aus. Äh, ich bringe erst ihre Bündnispartner um, um die Bündnisse zu isolieren. Und dann ist es irgendwie, ah, jetzt ist da noch ein siebenjähriges Kind ohne Bündnispartner, da kann ich ja mal. Und jetzt falle ich hier gerade in Island ein, wo auch niemand mitgerechnet hat und mach hier so die einfachsten Eroberungen der Welt. Ähm, derweil, äh, Micha, wie, wie geht's mit den plünderten Horden von Gotland? Micha, du bist, glaube ich, noch gemutet gerade. Genau. Jedenfalls hört man dich nicht. Glück gehabt, ähm, sonst hätte ich mich Nudeln flürfen hören. Ähm, ja, es läuft nicht so gut. Ich hab mich, äh, ich hab mich vertan. Ich bin nämlich im Krieg mit Upland, äh, gerade und wollte den in der Grabschaft abnehmen. Und es hätte auch geklappt, aber ich hab ne Belagerung, die Belagerung von Öland zu früh abgebrochen. Ich dachte, die wär schon fertig und bin aufs Festland marschiert. Und das hat meine Truppen dann zu sehr geschwächt, sodass sie jetzt die Schlacht knapp verlieren. Und ich denk mal, ich werd auch den Krieg verlieren. Oh. Aber Upland ist grad auseinandergefallen, oder? Ja, du darfst halt... Ja, Upland hat sich gerade geteilt, äh, in zwei Nachfolgeländer. Oh, oh. Ja, weil Pias, äh, Geliebter gestorben ist, der Jarl Björn. Ja. Das ist die Erbfolge wohl, war nicht so optimal. Ja. Ich hab fast mitleid. Aber es ist doch jetzt Karma, ne? Und das ist meine Strafe jetzt. Ne, ne, ne. Das ist jetzt dein Problem. Die Strafe kommt noch. Das soll jetzt sicher sein. Naja, aber es ist nicht auch deine eigene Tochter, war die nicht da, äh, die ist jetzt landlos, ne? Also das hat nicht mal was gebracht, dass du sie mit dem, mit Pias Geliebtem verheiratet hast. Die ist jetzt, äh... Nö, das war einfach nur so, just for the, for the lols. Mhm. Großartig. Und dann haben wir noch, äh, und dann haben wir noch, äh, Steinwallen, der den, den Krieg des Jahrhunderts irgendwie führt, seit einer ganzen Weile schon. Ja. Und das auch, ähm, über zwei Generationen schon hinweg, weil du mittendrin dir, erklär uns das nochmal, du bist irgendwie drauf gekommen, dass es einen Vorteil dir bringen würde, wenn ich mitten im Krieg deinen Herrscher umbringen würde. Was war dein Plan und ist er aufgegangen? Ob er aufgeht, das wird sich noch zeigen. Ja, der Krieg ist sehr groß gegen ein nahezu gleich großes Reich gewesen. Er geht jetzt schon zehn Jahre lang. Also das ist schon, naja, also ich würde sagen, den Rekord werde ich vielleicht hier halten an diesem Abend. Nein, also wenn ich gewinne, dann, dann ist es richtig fett, was darüber kommt. Aber das Problem ist... Dann kriegst du ganz üplond. Ja, genau, ganz üplond. Aber das Problem ist, hätte ich den Krieg gewonnen, ähm, als mein alter Herrscher noch lebte, dann, und ich hätte noch nicht das Königreich gründen können, was es, glaube ich, noch nicht geht, mit üplond, dafür ist es dann nicht groß genug, dann wäre danach alles sofort wieder zerfallen. Um das, um das sozusagen zu vermeiden, habe ich jetzt dann die Maurice Pay-to-Win-Agentur beauftragt, mir zu helfen. Und jetzt, und man erbt, also man erbt nicht nur Ländereien, sondern man erbt auch Kriege. Und dadurch kann mein Sohn jetzt den Krieg vollenden, wenn das dann klappt. Aber muss sagen, es gab in dieser Phase ein ganz, ich hatte minus 96 oder minus 97 Prozent Kriegstand und eine Schlacht am Laufen, die ich gerade verloren hätte. Und es ging um zehn Tage oder so, wenn ich da nicht rechtzeitig gewesen wäre, dann wäre alles umsonst gewesen. Der Tod meines Herrschers und so weiter. Aber es ist nochmal gut gegangen. Und es steht auch immer noch nicht geil. Du bist bei minus 65 Prozent Kriegswert. Ja, aber das, ja, das ist auch ein bisschen unschön, aber ich glaube, das kann ich jetzt drehen, weil der Gegner keine Arminen hat. Aber du hast deutlich mehr Mannen dafür. Ja, genau. Ich muss jetzt nur noch das Richtige tun. Sehr gut. Und ich bin derweil halt hier, wie gesagt, bei Leuten, die sich nicht wehren können in Island. Seid ihr dann bereit, weiterzumachen? Ja. Ja. Jawohl. Ja. Also, soweit man bereit sein kann halt. Schließlich ist ja gerade was ganz Tragisches passiert. Mein wundervoller Sohn ist gestorben. Ja, natürlich. Das tut mir auch auf ewig leid. Wer könnte es gewesen sein, ne? Boah, ich weiß auch nicht. Strange. Warum manchmal solche Ungerechtigkeiten einfach passieren, ne, in der Welt. Ja, furchtbar, furchtbar. Furchtbar. Aber langsam, also bis jetzt war ich sehr entspannt, was die Dinge angeht. Langsam habe ich das Gefühl, ich sollte vielleicht doch noch mal aktiv irgendwann was angreifen und einnehmen gehen. Weil ihr seid ja auch echt schnell unterwegs hier. Vielleicht sollte ich da mich ja auch ein bisschen mehr dran halten. Ich meine, wenn alles bei dir aufgegangen wäre, hättest du ja inzwischen durch deine Machenschaften mehr geerbt, als wir je erobert hätten. Ja. Aber es gibt hier so gute Teamspieler in dieser Konstellation, die einem nichts gönnen wollen. Deswegen, wir werden da schon Lösungen dafür finden. Ich habe da, das wird schon. Also so schlimm finde ich Steinwallen jetzt auch nicht. Apropos Steinwallen. Ja. Hast du mittlerweile jetzt irgendeinen nützlichen Sohn, den du vielleicht, wo du noch raus brauchst? Wie soll das über die Pause gehen? Also Wunder kann ich auch nicht wirken. Ich habe gehofft, dass du dich hier ein bisschen anstrengst, was da sein geht. Ich glaube, Pia hat halt gerade gemerkt, wie schnell Söhne verschwinden können und hat irgendwie daraus gedacht, dass sie vielleicht genauso schnell auch erscheinen können. Das ist nicht seltsam. Also es sind ein paar Sachen in Arbeit, sagen wir es mal so. Es gibt Schwangerschaften, aber was da rauskommt, das liegt in Odins Hand oder wie wir auch immer sagen hier. Leider habe ich keine Hexen zur Hilfe. Die helfen mir bei solchen Dingen auch manchmal. Ich kann dir schon eine Hexe zur Seite stellen, wenn du das möchtest. Schauen wir mal. Das geht? Ich könnte tatsächlich deine Frau zu einer Hexe machen. Ja. Mit 93%iger Wahrscheinlichkeit würde sie das annehmen. Okay. Und was ist der Vorteil für mich? Hex-Hex. Hex-Hex? Tatsächlich weiß ich das gar nicht. Ich bin offen für sowas. Aber wir können das ja mal ausprobieren. Sie mag mich danach auf jeden Fall mehr. Das finde ich gut. Und ich bin bisexuell, aber sie ist nicht bisexuell, oder? Also meine Frau ist auch schwanger. Ich meinte aber nicht, dass da irgendwas schief geht bei dieser Operation dann oder bei der Aktion. Also eine Hexerei ist doch keine Operation. Das ist auch nicht. Ich bitte dich. Genau. Aber auch da kann ja manchmal was schief gehen. Das sind halt alles Katholiken da unten. Da will ich keine Tochter reinschicken. Das ist ja ekelhaft. Furchtbar. So. Das läuft hier alles ziemlich gut. Die, äh... Die Isländer führen noch dümmliche Kriege gegen irgendwelche anderen Fürsten und schwächen sich damit nur gegenüber meiner Übermacht. Hm. Oh nein. So, ich habe ein Kind, glaube ich. Aber es ist wieder eine Tochter. Tja. Ja, ich habe jetzt mal diese Tochter, weil die wird dann eh schon zu alt werden, tatsächlich, für deinen Sohn. Ich habe die jetzt mal, ähm, anderswältig verheiratet. Und dann müssen wir in der nächsten Generation nochmal nach einer Lösung suchen, weil das wird halt einfach so nichts. Das, das wird so nichts. Also musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen. In der nächsten Generation mit den Söhnen. Ich merke gerade, dass ich all meinen männlichen Nachkommen Frauennamen gegeben habe, weil ich irgendwie nicht lesen kann. Gut, das funktioniert ja großartig. Ja, so läuft alles. So, über mir ist jetzt tatsächlich weiter erstmal, jetzt ist wieder ein bisschen Pause angesagt und, und, äh, wieder aufbauen, nachdem ich, äh, nachdem ich, äh, gerade wieder erstmal ein paar Morde begehen muss, um ein paar Bündnisse zu brechen. Dennis, ist das wieder pausiert? Ist das beabsichtigt? Nee, das ist, ähm, weil, kennt ihr das, wenn ihr zu oft Singleplayer spielt und das einfach in euch drin habt, dass ihr immer wieder auf Pause drückt? Ja, total. Nee, kein Stress. Das ist einfach nur unterbewusst. Ich könnte ja auch pausieren, dass man irgendwie mega stressig wird. Ja, ja. Nee, wenn euch das auffällt, ist, eigentlich ist es ja ganz entspannt in der Geschwindigkeit. Also wenn ich pausiere, dann weist mich bitte darauf hin. Das ist meistens einfach nur aus Versehen unterbewusst. So, Leute, ihr könnt einmal einen Blick auf die Karte werfen jetzt. Oh Gott, nicht schlecht. Und ich bin das Kulturoberhaupt, Leute. Ja, das ist tatsächlich, ich fühle mich ein bisschen bedrängt gerade. Ich, 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 ich fühle mich, ich fühle mich sehr bedrängt. Naja, ich erinnere dich nochmal an vor 15 Minuten, wo du einfach hier schändlicherweise unser wunderbares Bündnis durch einen Mord auftragst. Hast du einen Sohn gesehen? Es hält, dass du das freut, dass deine Enkelin mit dir heiratet. Ja, es, es geht um, um viel mehr als so schnöde Eigenschaften. Alter. Mann, 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 Mann. So, ich hab mal kurz einen Königstitel mir geholt. Ich sehe schon, hier bilden sich, hier bilden sich zwei Machtblöcke, Denzel und Stefan. Die, äh. Ich bin König. Du hast den Königstitel. Wow. Gratulation. König von Lappland. Gratulation. Ja, danke. König Denzel von Lappland. Respekt, Respekt. Nicht schlecht. Ja, leider alles nur Lappen hier. Ja, ja. Lol, haha. Oh, hier soll ich vielleicht mal die Religion. So. Weine, das kann ich nicht. Das soll mein Basal machen, diese Leute hier bekehren. So, das sind die nächsten 750 Prestigepunkte für mich. Ich hab mir jetzt den dritten Sohn von Ragnar geholt, Jarl Sigurd Schlangenauge. Vielleicht klappt das ja dieses Mal. Aber ich hätte es jetzt genug, ich hätte es jetzt wirklich geschafft, mit meiner Grafschaft so viel Prestige zu bekommen, dass ich direkt in den Königreich einfallen kann als Graf. Das, ähm, finde ich selbst auch ein bisschen gruselig, tatsächlich. Ich meine, du hast ja, glaube ich, so viel Prestige, dass du auch eine richtig fette Armee ausheben könntest damit jetzt. Tatsächlich, ja. Also ich bin, äh, äh, ne, Illuster. Ne, ich bin Illuster geworden, ja, als Graf, ohne einen einzigen Krieg zu führen. Also es funktioniert wirklich, das ist echt absurd. Und ich kann jetzt gleich unten in, äh, Schleswig einfallen, sobald ich nicht mehr verschuldet bin. Und dann schauen wir mal, das ist spannend. Das ist echt, äh, interessant. Das hab ich auch noch nie gesehen, diese, diese Spielweise. Ich auch nicht. Ähm, das, äh, ja, vor allem, du profitierst doch ja auch gerade tatsächlich auch davon, dass diese, von eben dieser Sache, dass in den nordischen Ländern halt Truppen mit Prestige bezahlt werden, diese Eliteeinheiten, weil du halt wirklich eine ziemlich große Armee damit haben könntest jetzt, wofür du sonst, äh, Gold bräuchtest. Also ich hab jetzt auch gerade 1226, äh, ne, Entschuldigung. Ah, der zeigt mir da die, die anderen Dinge auch mit auf. Das sind die Aufgebote meiner Verbündeten, ne, oben seh ich's. Äh, 1036 hab ich tatsächlich gerade und sieben Champions. Also es ist gar nicht so wenig für mich, wenn man überlegt, dass ich eine Grafschaft hab und ein Gebäude gebaut hab bis jetzt. Das ist, verläuft, also, es wundert mich selbst. Ich wollte das einfach mal ausprobieren heute, weil es halt einfach normalerweise im Norden und so ja irgendwie ein bisschen anders läuft. Und es wundert mich absurderweise, dass das wirklich funktioniert. Aber gut, ja. Ja, wollt ihr irgendwen umgebracht haben, ne? Also, äh, die beiden Mordklotte sind gerade wieder frei. Ich arbeite gerade daran, dass wir Nachbarn werden, Steinwein. Äh, bitte nicht Jamtalant. Du hast doch gesagt, du willst nur nach... Ja, aber ich hab den Osten jetzt schon. Ne, das ist jetzt echt ein Problem, weil das ist Teil meines Jury-Königreiches. Und das benötige ich, um das... Also, wenn du das machst, dann gibt's Zoff. Das kündige ich hiermit an. Oh, oh, jetzt geht's... Jetzt geht's los, ja. Ja, weil... Das ist die Jury-Gebiet. Also, das heißt, das brauche ich, um den Königstitel zu erschaffen. Und das kannst du natürlich damit unterbinden. Das hättest du jetzt, glaube ich, Denzel gar nicht sagen sollen, weil wenn ich mir König Denzel von Lapland hier mal so angucke im Charaktermenü, der sieht auch so aus, als fände das ganz geil, gerade der einzige König zu sein unter uns. Ja, wir können das gerne austragen. Dann, ihr werdet mich tatsächlich damit auch mit reinziehen, weil der Jarl Björn ist mein Verbündeter. Ernsthaft? Ja. Okay. Das war der, der es nicht geschafft hat. Aber er ist nicht wirklich gefährlich. Er hat es nicht geschafft, eine Insel da mit mir zusammen zu erobern. Da brauchte ich ja noch Denzel dazu. Ah, okay. Das wird interessant. Während derweil Pia noch Rachepläne gegen Micha schmiedet. Also allmählich ... Nee, nee, ich bin ... Also ja, aber nee. Willst du nicht König von ... Ich muss meine Prioritäten neu ordnen. Bis jetzt war ich sehr entspannt, aber mir geht das gerade so ein bisschen gegen den Strich, dass wir hier Könige haben und ich hier in einer Grafschaft sitze. Deswegen bin ich gerade so Stück am Stück damit beschäftigt, mich da ein bisschen weiter zu bewegen, um auch ein bisschen mehr Macht zu bekommen. Also grundsätzlich finde ich das so großartig, wie das hier läuft. Alles macht Spaß, aber es wird mir jetzt ein bisschen zu eng hier unten. Das verstehe ich voll und ganz. Aber meine Tochter ist wundervoll. Also die hat jetzt schon ungeduldig, zynisch und lüstern. Es wird sehr gut werden in der nächsten Generation. Ich darf mir Westfold nicht mehr holen. Das ist etwas, was dich auch stören würde, vermute ich, Malsteinwein. Ich brauche jetzt fünf Grafschaften. Und die gehören dazu, ja. Gut, dann lasse ich dir das, aber dafür marschierst du mit mir in Dänemark ein, ne? Weil sonst würde ich jetzt links und rechts einfach die Sachen da fressen. Aber wenn du das brauchst, dann... Ja, klar. Das mache ich, wenn ich dann König bin. Du willst Dänemark aufteilen oder ganz für dich? Ich hole mir ganz Dänemark. Also da kannst du dir sicher sein, dass ich mir da ganz Dänemark holen werde. Na dann heirate ich doch da gleich mal. Sag mal, Dennis... Ich bin da schon reingeheiratet, ich habe da keinen Stress. Dennis, dein Typ will mich gerade verführen. Ist das mit dir abgesprochen? Shit. Ich muss ehrlich zugeben, mir gehen gerade so viele Fenster auf, dass ich manchmal einfach nur... Ja, 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 ja. Das habe ich dir... Also ich bin dabei. König Denzel... Ihr schmeichelt mir, Fürst. König Denzel wird versuchen, euer Herz zu erobern. Okay. Ja, mal gucken, was passiert. Ich meine, ich habe das nicht initiiert. Das ging von dir aus. Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte aber irgendwie, drück einfach mal, okay, mal gucken, was passiert. Aber ihr kennt das, wenn so fünf Fenster auf einmal aufgehen, ne? Ja, ja. Ja, da wird man auch versehentlich mal schwul. Das kennen wir alle. Wem ist das nicht schon mal passiert? Ja, ich bin von Anfang an bi, um mir alle Optionen offen zu halten. Eine taktisch kluge sexuelle Orientierung, nenne ich das. Sehr schön. Ach, Denzel, du bist mit dem sogar verbündet. Mit Jammtaland. Wie wolltest du dir den denn holen? Oder hast du jetzt mal knallhartes Bündnis geschlossen? By force. By force und gleichzeitig verbündet? Warum kann ich den nicht aus? Ach so, nee, ich greife Bergslagen an. Bergslagen ist mein. Ach so. Wir haben gar keinen Stress. Weiß nicht. Ihr habt zumindest noch nichts gemerkt hier. Bergslagen ist mir egal. Bergslagen ist mir egal. Die Frage ist jetzt, wenn ich Jammtaland angreife, dann wirst du gefragt, ob du mit reingehst. Du kannst dann auch mit reingehen. Aber wirst du dann Jammtaland einfach mir überlassen? Ja, die Frage ist, wie werde ich Kaiser? Okay. Ja, dann brauchst du drei Königreiche. Ich würde sagen, Lappland, Schweden und Finnland. Das macht sich doch gut, oder? Ja, mal gucken, mal gucken. Ich bin gerade leider, also meine Kinder machen hier auch Stress. Ich kriege gar nicht mit, was da abgeht. Mach gerne dein, ah, warte, ich muss, naja, wobei. Pass auf, also nur, dass du nicht nervös wirst. Meine Korkobine hat übrigens Liebesbläschen, nur nebenbei. Nur, dass du nicht nervös wirst. Es wird jetzt gleich eine Anfrage kommen von dem Jammtalender und der wird dich bitten, in seinen Krieg einzutreten. Das kannst du gerne machen, damit du kein Prestige verlierst. Aber es wäre ja schön, wenn wir unsere Truppen nicht zufällig in der gleichen Provinz dann haben. Das ist eine gute Idee, ja. Ich bin in den neuen Ländereien. Das betrifft dich aber auch, Jarl Maurik. Du bist nämlich auch mit dem verbündet. Ja, das ist richtig. Also, der hat einige Verbündete. Ja, der hat nur euch zwei. Das ist jetzt natürlich eine Frage, ne? Du hast keinen Steinwein. Wie siehst du das denn? Ich sehe das so, dass wir jetzt erstmals ernsthaft diskutieren sollten. Hört ihr mich? Ich habe einen großartigen... Wollen wir vielleicht mal Dennis und mich in ein Einzelrad verschieben, liebe Regie? Jetzt kommt das mal zum Tragen hier. Dennis und mich, den Denzel und mich bitte in das Intrigen-Ding verschieben, dass wir mal... Die Regie ist schon... Weil wenn hier... Regie ist am Start. Die ist schon nach Hause gegangen. Ich kann auch intrigieren, dann werden alle zuhören. Nein, nein. Danke. Danke. So, ich glaube, wir sind verschoben, oder? Ja, ihr seid verschoben. Nee, nicht so ganz. Ja, wunderbar. Nein. Das ist noch nicht korrekt. Ich will sein ganzes Zeug haben, oder? Ist das... Entschuldigung, mein Fehler. Ja, das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Also, ich bin da kurz davor einzufallen und jetzt scheitert es halt wirklich einfach daran, dass ich sündig bin. Ich verstehe das nicht so ganz, warum das irgendwas daran ändern sollte, aber offensichtlich, ja, finde ich nicht gut. Sage ich euch ehrlich, wie es ist, dass jetzt die Sündigkeit da ein Problem ist. Finde ich echt nicht gut. Nee, echt nicht. Du bist ja nicht absichtlich sündig. Es ist, es ist, es ist. Und das hast du dich immer so vorbildlich benommen. Immer. Ich war... Liebenswert ist das Wort, das ihr sucht. Ja, das ist halt, das ist halt jetzt wirklich ärgerlich für mich, weil ich könnte halt eigentlich den Harald gerade schlucken und ich könnte auch den Jal neben mir schlucken, aber ich soll ja nicht. Und das ist, das bringt mich jetzt schon in so eine echt blöde Situation. Muss ich halt schon sagen. Ich werde gerade in den Krieg gerufen. Oh Gott. Denn, okay. Was, was geht denn hier gerade? Was ist das jetzt für ein Krieg, wo ich da mit drin bin? Oh Gott. Ach, war es da hinten? Ja, da kann ich gerade nicht. Was wirst du für ein Krieg? Ich nicht, also was ich fanden will, das erzähle ich euch, wenn ich ihn führe. Hier wird ja ganz aktiv gegen mich gespielt, deswegen erzähle ich euch das. Aber doch nicht von mir, doch nicht von mir. Ja, aber es hören hier alle. Das stimmt, das stimmt. Deswegen geht das hier so nicht, also... Hä? Scheiße, ich habe das falsche Land eingenommen. Das ist interessant. Hm. Gut, mein... Ich wollte meinen Erben irgendwie in Verwaltung erziehen, stattdessen ist er jetzt ein Kriegsführer geworden. Das ist natürlich... Ah, ich darf das ja noch gar nicht einnehmen. Ich bin ja ein Eumel. Sonst heilt sich ja mein Reich. Ich habe ja drei Töchter. Das ist jetzt bitter. Gut. Ich habe auch gerade einen Riesenfehler gemacht. Ich wollte ein Herzogtum angreifen, habe es aber nicht das Richtige ausgewählt und jetzt einfach nur zum gleichen Preis eine Grafschaft eingenommen. So, ihr habt also gesprochen miteinander. König Denzel von Lappland kniet vor mir im Staub, die rechte Hand über dem Herzen. Mein einziger Wunsch ist es, euch Ehre und Glückseligkeit zu bringen. Was? Sagt mir doch bitte, wie kann ich euch meine Liebe beweisen? Töte einen Wolf und bring mir seinen Pelz. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben war, bevor Denzel mir seine Gefühle gesteckt hat. Diese Tage kommen mir so düster vor, so traurig. Aber mit ihm an seiner Seite erscheint mir plötzlich alles möglich. Ich wünschte, es könnte auf ewig so weitergehen, aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich mich entscheiden muss. Bin ich tapfer genug, meinen Gefühlen nachzugeben oder muss ich Denzel mein Herz auf ewig verschließen? Ich bin dein Denzel, jetzt und auf ewig. Ich habe den Wolf persönlich gejagt. Ja, ja. Ach Gott, jetzt habe ich irgendein Bündnis durch eine Hochzeit mit irgendeinem Würstchen von irgendwo. Der klassische Michael-Graf-Fehler. Häuptling Swain. Du hast doch die ganze Zeit dich über deinen komischen Verbündeten beschwert. Ah ja, das ist ja auch mal Unser Techtel-Mechtel hier, das führt jetzt gerade, ich weiß nicht, wollen wir unser Bündnis mit einem gepflegten Beischlaf ausbauen? Ja, voll. Okay. Absolut. Okay. Oh Mann. Ich brauche meinen Augenstern hier und jetzt. König Denzel von Lappland wird mein Seelengefährte und beschläft euch. Ich finde, ich hätte auch meinen Pagen vorschicken können, aber ich beschlaf dich selber. Denzel hat mich vor einem wilden Tier gerettet. Mit einem Pfeil zwischen die Augen. Ja, voll. Da bin ich so am Start. So, 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 wie kann man denn jetzt hier weitermachen sinnvoll? Liebe Hexe, wie bist du eigentlich in diesen Krieg da reingekommen? Du hast doch gar kein Bündnis mit dem Westfold. Was? Du bist da in so einem komischen Krieg, ne? Das war Überforderung. Ich bin in einem komischen Krieg, ja. Ich bin in einem komischen Krieg. Doch, natürlich. Ich habe mit Jarl Baxek ein Krieg, ein Verbündnis, weil meine Tochter mit dem verlobt ist. Ach so, mit dem Jylländer. Ach so. Ich habe gerade so ein kleines, so einen kleinen Struggle, den ich in mir habe. Oh, oh, das ist was Gutes. Uiuiui. Ich möchte halt Schleswig holen. Oh, Schleswig ist gerade klein geworden, ist ja gerade gestorben. Ach, komm schon, jetzt muss ich das unehrenhaft gegen ein Kind gewinnen. Ich möchte mir halt Schleswig holen und ich möchte mir Lübeck holen. Aber um Schleswig holen zu können, muss ich erst wieder pflichtschuldig sein. Das geht sündig nicht. Und wenn ich Lübeck holen möchte, muss ich gleichzeitig gegen Ostfrankenreich kämpfen. Und das wäre kein Problem, aber meine Verbündeten führen gerade einen anderen Kampf. Und deswegen muss ich jetzt warten. Entweder bis der andere Krieg vorbei ist und meine Verbündeten Zeit haben oder bis ich nicht mehr sündig bin. Und dann sitzen wir da unten. Und davor sollte ich mich auch nicht umbringen. Das klingt alles so dermaßen verkehrt. Halleluja. Und den neben mir kann ich nicht schlucken. Das ist das ja... Ich plündere den einfach wieder. Hat er wieder Geld? Den nehmen dir, den greife ich jetzt an. Ja, kein Geld. Hat der da Geld? Der hat 19 Gold. Ja, da hole ich das. Ich kann... Ich kann keine Räuber ausheben, weil ich angeblich im Krieg bin. Ist ja nicht mein Krieg, Mann. So, bei mir ist jetzt tatsächlich wieder gerade eine Ruhephase. Ich habe jetzt Island erobert. Da bin ich ganz glücklich damit. Und jetzt muss ich wieder Prestige sammeln oder glaube, bevor ich neue Kriege erklären kann. Aber ich sage mal, wir sind über den Berg. Und wenn jemand, also das Angebot steht weiterhin, wenn ihr ein bisschen Geld im Beutel habt und ein bisschen zu viele Leute, die euch auf den Sack gehen, dann könnten wir da gerne einen Austausch vornehmen, dieser beiden Variablen. Micha zum Beispiel. Gibt es doch einen Stimmungen, den du tot sehen willst. Nö, nö. 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 Das ist alles... Ich bin ein Freund von allem. Ach so, ach so. Ich finde es schade, dass Kaiser der höchste Titel ist. Soll dir noch so ein weiter, so Imperator... Du kannst noch deine Religion reformieren, dann kannst du die selbst zum Oberhaupt deiner Religion machen und dann bist du der gottgegebene Herrscher. Kannst du Papst werden oder so. Also das geht. Echt? Das habe ich noch nie gemacht. Cool. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Also du kannst den Katholizismus, zum Beispiel du kannst das Christentum neu reformieren und hast dann den eigenen katholischen Glauben, kannst dort auch Papst werden und kannst dann gegen den eigentlichen Papst Krieg führen, um der wahre Papst zu werden. Das war echt lustig, das habe ich mal gemacht. Okay. Wie schnell geht das? Das weibliche Papst, der den eigentlichen Papst in Rom angreift. Das finde ich lustig. Das ist sehr aufwendig, weil du musst halt irgendwie drei heilige Städte in deiner Region irgendwie haben, ne, oder? Ach nee, das ist, wenn du unreformiert bist. Ja, sind wir ja. Ja, auch dann. Also du musst die heiligen Städte haben, damit du quasi eine Berechtigung dafür hast, das zu reformieren. Also das wirst du, glaube ich, nicht bis 22 Uhr schauen. Ich fürchte auch. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber man muss sich ja Ziele setzen. Stichwort Dänemark und dann Land. Wie kann ich denn meine eigenen Kinder eigentlich nochmal ermorden? Das lässt sich nicht. Rechtsklick. Du musst, glaube ich, eine Eigenschaft haben. Ja, genau. Das geht normal nicht. Ah, das ist ja dreist. Du musst statistisch sein. Aber eigentlich müsste das doch auf deiner Linie liegen. Intrigen und... Ja, ich dachte mir nämlich auch, ne, also, dass mein Typ sowas könnte. Ach nee. Ja. Oder Bildungsperk. Ich weiß gar nicht. Die Erbfolge wird allmählich eine Frage, der ich mich stellen muss. Und wie sieht's da bei dir aus? Ich hab drei Söhne. Sie klingt nach Teilung. Ich müsste doch fein raus sein jetzt mit Königstitel, oder? Ja. Denn er erbt doch einer König und alle anderen sind dann unter ihm, ne? Außer du expandierst jetzt noch so weit, dass du quasi das Gebiet eines zweiten Königreiches schon die Jure gründen könntest. Ja, ist klar. Dann wird's wieder schwierig, aber ansonsten bist du fein raus, ja. Uh, okay. Das war knapp auch, was das alles gekostet hat und so. Ja, das ist teuer, ne? Ja. Das ist dann ärgerlich, wenn man alles bereit hat, aber dann fehlen irgendwie 50 Gold und man ist kurz vor Exitus und dann nachher zerfällt das Ganze reich wegen so ein paar läbbischen Goldstücken. Ja. Jetzt kann ich abdanken. Kannst ja Maurice beauftragen. Falls du den Zeitpunkt selbst beeinflussen willst. Maurice, Bestattungsunternehmen. Schon vorher. Ja, wobei auf dich, lass mal gucken, hab ich nur 47% Chance. Das ist tatsächlich... Aber ihr seid ja auch in Laf. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das geht schon. Okay. Aber, äh... Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, ja. Wenn ich mich jetzt umbringe, sollte doch eigentlich meine Tochter den Krieg einfach weiterführen können, oder? Denselben Weg hab ich ja auch schon. Eingeschlagen. Was heißt, du bist jetzt erwachsen geworden? Aber dann verliere ich wahrscheinlich auch meine Verbündete. Verbündeten, oder? Nee, aber wenn der Krieg läuft, dann bleiben die Verbündeten erst einmal in diesem Krieg noch da. Nur erst, wenn der Krieg beendet ist, gehen sie, glaube ich, dann weg. Glaubst du, oder bist du dir sicher? Ich bin mir zu 80% sicher. Ich frag mal den Chat. Okay, dann warte ich, bis die Leute da sind und mir die Armee zerschlagen haben und dann bringe ich mich um. Und dann wird meine Tochter gleich den ersten Krieg gewinnt. Der Chat bestätigt meine Auffassung. Bei mir war es auch so. Okay, perfekt. Was? Jarl Eirik ist jetzt Kultu überhaupt? Das kann ja nicht sein. Ich bin's nicht mehr. Und ich hab meine Macht auch gar nicht ausgenutzt, um irgendwie eine Erfindung nach vorne zu bringen. Na, ich war so beschäftigt. Ich mein, Steinwallen, ich muss ja jetzt schon mal anfragen. Was sind denn hier deine Pläne für Jamtaland? Oh, ah ja. Der Selbstmord hat geklappt. Das hab ich, als ihr weg wart, hab ich das verkündet. Aber ihr wart ja nicht da. Naja, also ich mein, ähm... Bist du denn eine Gefahr für den Frieden? Hm. Ich liebe Frieden. Ich sage nur... Ich sage nur, ich möchte König von Norwegen werden. Und damit kann man sich arrangieren, finde ich. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Vielleicht kann ich mich ja nicht damit arrangieren, ähm... Tja. Also kann man noch ein bisschen bescheidener sein, als König werden zu wollen? Du bist es ja wie Fischers Fuh. Nein! Welches Schwein? Welches Schwein hat dies getan? Karma. Unfassbar. Ich habe nicht die geringste Anwärts. Das ist ein Schwein. Ich kann dir sagen, ich es habe. Das ist ein... Das... Das... Also das ist jetzt wirklich... Ewiger... Ewiger Krieg. Ich werde jetzt alles daran setzen, bis 22 Uhr dich zu vernichten. Alter Schmiede. Es hat kein 95% der Erwanderung. Ich habe dich rundheraus gefragt, ob du den Frieden bedrohst. Und du wolltest... Und ich habe... Ey, ich habe nicht Jamt-Tailand angegriffen, weißt du? Ich habe extra jetzt die Alternative angegriffen. Ja, guckt doch mal hier unten. Siehst du, Steinwein? Ich fürchte, wir werden hier eindeutig von allen Seiten sabotieren. Also wirklich. Ich finde, das ist offensichtlich so ein aggressiver Komplott, so wie mein Liebhaber mir gestohlen wurde. Unglaublich. Aus der Ecke dort hinten. Ja. Unglaublich. Das finde ich schwierig. Das finde ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich schwierig, was ihr da veranstaltet. Das wird nicht verziehen werden. Das ist halt einfach... Da ist jemand ein bisschen zu aggressiv geworden. Und da musste man halt auch mal so ein wenig... Mit den Mitteln, die einem halt zur Verfügung stehen, was bei mir halt nichts irgendwie Ehrenvolles ist, musste das halt so passieren. So, mit Familie Gräulich sind wir jetzt auch... Das ist ja alles eine große Familie hier. Außer die Westküstler. Oh nein, der hat eine Konkubine mit Louis. Boah, jetzt habe ich noch einen Krieg geerbt, oder was ist das hier? Meine arme Schwester, ey. Das ist ja ekelhaft. Oh, das ist ja richtig ekelhaft. Ja, das ist bitter. Also, sehr bitter. Das braucht ja mit den Belagerungsgeräten, braucht das ja Ewigkeiten. Ha. Puh. Das ist aber... Alter, Alter. Das war jetzt einfach... Die Gelegenheit war einfach zu gut. Ich habe gesehen, dass die Chance bei dir 83 beträgt. Und habe gedacht, bevor jetzt hier, weißt du, bevor jetzt hier Krieg kommt, und das ist dem Land nicht zuträglich... Ach, der Krieg wäre gar nicht nötig gewesen. Du wolltest einfach nur meinen Königtitel verhindern. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber jetzt verbreme das doch nicht so in eine vermeintliche Friedenssehnsucht. Also... Es war eigentlich viel weniger als das. Es war einfach... Ich habe gesehen, ich kann es. Naja. Heute habe ich es getan. Das war einfach nur derart... Also, es wurde, glaube ich, noch wenig aus weniger noblen Motiven ein Mord begangen in der Geschichte als das, was ich gerade getan habe. Brodelnde Wut. Ja, hier, genau. Das spüre ich gerade. So ein Event habe ich gerade. Das passt. Ist das zwischen all deinen Töchtern aufgeteilt worden, oder? Weil du nicht mal Söhne hattest. Bohrst du gerade extra noch so... Also, ich frage nur so, was auf den Stehen, ne? Ist das irgendwie... Böswillig? Ich versuche die... Nein, ich versuche die Lage zu überblicken. Dass jetzt hier zum Beispiel eine Tochter ist, die in nur drei... Ja, natürlich. Das sind jetzt alles... ... was man sich ja holen könnte. Ja, ja, genau. Das sind jetzt alles Stan Borgans. Ich werde mich jetzt mal als Hexe hinter dem Berg mit der Wikingerfrau hinter dem Berg anfreunden. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht da drüben. Ich glaube, Stein, weil wir sollten als Frauen hier, ne, sollten wir hier eindeutig mal aufräumen. Können wir nicht auch heiraten oder sowas? Nee, aber ich... Ich will nichts mehr mit Madden zu tun haben. Das wäre aber doch irgendwie... Das wäre doch relativ. Das wäre doch auch irgendwie eine Sache für die Skalden, dass im Norden eine Allianz aus schwulen Königen geschmiert wird und im Süden eine Allianz aus lesbischen Hexen. Ich brauche jetzt erstmal einen Mann. Leider. Ich brauche einen Mann. Es geht nicht anders. Wie? Ja. Die Schnellachse. Ja, kannst du mir nachkommen? Also ich meinte, als Hexe kann man einiges, ne? Ja, nachkommen schaffe ich nicht. Aber bist du eine Hexe schon? Nee, noch nicht. Ja, hinterher an, das erhelfe ich dir. Kein Ding. Wir machen gemeinsam einen riesigen Hexenzirkel. So. Das ist... Nimmt der das... Versucht der das da unten wieder zu befreien? Was ist mit euch? Mein Neffe Philipp wurde erschlagen. Das ist jetzt alles hier Chaos. Ich brauche echt mal... Naja, ich freue mich schon auf die nächste Pause. Kinder habe ich da noch, ey. Jetzt wird es ziehen. Naja. Das hört nicht auf. Das sind die Konkubinen. Ich habe die Fähigkeit Friedensstifter erlernt. Bist du Bescheid? Der friedlichste Friedensstifter von allen, der je Frieden gestiftet hat. Ja, wo Frieden gestiftet wird, da fallen Späne. Kennt ihr das nicht? Äh, ist der 20? Und sieht aus wie ein Kind? Nee. Was? Das verstehe ich nicht. Mein Gode mag mich nicht. Dann tauschen wir dich mal aus. Die ist ein religiöser Alpera. Das würde ich vielleicht sogar anbieten. Ich kann einen Bolten heiraten. Ich finde, das ist gut, wenn man auf Rache schwört. Das stimmt. Das mache ich jetzt einfach mal. Maurice, ist deins eigentlich das Jartum-Haluga-Land? Äh, ja. Da ist das, ist Gürit Mauryx-Dott hier. Das ist deine Tochter, ne? Ja. Kann ich die haben? Oh, das werden immer mehr. Ich würde es mal anbieten. Ja, gerne. Wo sind denn meine Verbündeten hingeflogen? Weil mein Erbe hat gerade eine Frau verloren. Bitte sagt, dass sich das ausgeht. Oh, das wird so knapp. Oh, das wird richtig knapp. Oh, Gott sei Dank. Das war ja auch gar nicht knapp. So, ich bin Häuptling geworden. Oh, du hast... Wie, Häuptling? Du warst doch von Anfang an Häuptling. Jetzt bin ich ein größerer, bedrohlicherer Häuptling. In Wismar. Oh, direkt nebenan sozusagen. Okay. Begeisterung klingt anders. Weiß nicht, dass du mir gerade sagst. Nichts, nein, nein. Noch ein Sohn. Das kann nicht sein. Oh, keine Konkubinen mehr. Oh Gott. Das ist doch gar nicht so schlecht, gerade. Mein Gut ist es auch noch nicht, aber es wird. Dann wollen wir mal... Ah, das ist zu teuer. Dafür habe ich nicht genug Geld. Habe ich ein paar Leute, die ich opfern kann im Kerker? Hm. Hm. Mein Enkel König Denzel, du hast meinen Enkel eingesperrt Oh, sorry Ich mein, der ist null Jahre alt Welcher ist das? Wie sieht der aus? Ja, Arngrimr Gunnarsson Sekunde, ich geh kurz in den Kinderkerker und guck mal, was ich da finde Oh Gott Ah, sehr schön Wie heißt der bitte nochmal? Hab ich wieder vergessen, warte Es ist der kleine Arngrimr Gunnarsson Ja, sonst behalte ich ihn Also, so sehr mochte ich ihn jetzt eh nicht Ich hab den hier wirklich nicht König Denzel von Lappland Bin ich nicht Ach nee, sorry Sorry, ich hab falsch Ich hab bei meinem Hof geguckt Nicht bei Gefangene Ich Idiot Ich hab den Namen auch schon wieder BjörnGolf Arngrimr Ey, verdammten Skandinavier Ach, Arngrimr Gunnarsson Ja, der Ja Wie groß bist du denn geworden? Gehört das zu dir? Ich dachte, das gehört nicht zu dir Sag mal, du hast mir den Krieg erklärt Ja, das war mein Fehler Ich hab nicht gesehen, dass das zu dir gehört Ja, das war mein Fehler Und jetzt? Tja Wollen wir das ausfechten? Hast du dich grad noch irgendwie, dass die Hexe vom Berge jetzt hier zum Bündnis Ich möchte dir das anbieten, dass wir hier einen friedlichen, ne Und ich möchte nicht über dich drüber fahren, das wäre ja gemein, wenn ich das machen würde I don't know, es tut mir wirklich leid Ich wollte eigentlich nur ein paar Leute verkaufen gehen Das war, glaube ich, jetzt dein Prestige, was da flöten gegangen ist Ja Es ist halt super dumm Ich wollte halt eigentlich einfach nur ein paar Geiseln nehmen Damit ich ein bisschen ein paar Leute hinrichten kann Ähm Wie man es halt so macht Ja Ich hab Meine Güte Es ist schwer Es ist schwer, versteht ihr? Mich hier auszubreiten überall Das gehört mir Das gehört da bin ich hin Die heirate doch ich Es ist schwer Du bist ja überall Wie soll ich mich denn überhaupt noch irgendwo hinbewegen? Wieso, du wolltest doch nach Dänemark Ja, aber ich muss ja irgendwo trotzdem das finanzieren, indem ich Geiseln hinrichte Und das geht jetzt nicht mehr Das ist eine Katastrophe, ey, wirklich Ich muss das finanzieren Kann ich nicht, da ist meine Schwester drinnen Das ist eine Katastrophe, ey Kann ich dem einen Krieg erklären? Ja, das Herzogtum will ich nicht Ich brauch irgendwas, wo ich Leute Der hat keine Verbünde Da ist sie gut aus Der gehört auch nicht bei dir dazu, oder? Du siehst doch Du siehst doch was Eigentlich zu mir Ja, die hab ich nicht Ich hab nicht gesehen, dass du jetzt gelb bist Ich hab immer gedacht, du bist so ein bisschen rosa Aber du bist so geschrumpft, deswegen Und wer hat jetzt hier nochmal reingetrieben Ja, komm Wer kreist wie ein Aasgeier direkt über Steinwallenslinder rein Weil sie ein paar Sklaven hinrichten muss Außer ich muss jetzt meine Verwandten angreifen Ich find das ganz unangenehm Das kommt auf die Verwandten an Das sind alles nette Mädels Das sind alles meine Schwestern Um genau zu sein Das tut ja wirklich leid Nee, das hat ja nichts mit dir zu tun Das ist ja hier dieser miese Intrigant im Norden Ich hab den Frieden gewahrt Also ich hab mehr getan für Frieden Als alle anderen hier Und mit diesen schönen Worten Und bevor jemand widersprechen kann Entlasse ich uns alle in die Werbung Denn das muss leider so sein Das tut mir sehr leid Ich hoffe, ihr bleibt alle dran Denn wie ihr seht Jetzt wird es hier gerade erst so richtig spannend Und mal schauen, wie es mit den Intrigen und sowas Nächste nach der Werbung weitergeht Es steht uns glaube ich noch ein interessanter Abend bevor Ich hoffe, ihr seid dabei Jawohl So Leute Wir haben auch nur 1300 Mann Das ist so ein bisschen das Problem im Moment Und wir brauchen erstmal irgendwie Bündnispartner Ich weiß gar nicht, unsere Schwester Die können wir auch verheiraten, ne? Das gibt auch Bündnisse, oder? Das ist so ein bisschen ein Thema Aber die Bündnispartner Die Potentiellen sind alle so weit weg Was ist denn mit ihm hier? Jaja, wir können die Nachbarherzogtümer töten Das würde gehen Ich will jetzt einmal hier was checken Das würde Zum Bündnis führen Das ist doch zum Beispiel mal ein geiles Bündnis Wer ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist wieder unser Freund aus Upland Ja, das ist doch schon mal gut Das Ding machen wir schon mal Da haben wir schon mal wieder 2700 Mann Äh, er würde sogar materilinear heiraten? Was? Okay, ich glaube, da spricht nichts dagegen, oder? Umso besser Puh Jaja, die Schwester im Norden hat nur 400 Mann Die hat Das ist kein Problem eigentlich Die Frage ist Wir haben den Anspruch, ne? Kostet uns so 338 Das ist kein Problem Das kriegen wir relativ schnell wieder Dann haben wir Upland Das ist auch unsere Schwester Die hat 514 Hat aber das blöde Bündnis mit Upland hier geschlossen Mit 2700 Das ist übel Im Prinzip sind es nur zwei Kriege eigentlich Um das wieder zurück zu erobern Ich kann Vasalisieren Ne Also nicht einfach anfragen Das geht nicht Weil wir Kein De Jure Anspruch haben Nur zwei Kriege Also nur 20 Jahre Wie ist denn hier die Bündnislage Das ist immer noch Jüland Das ist nervig Der ist zu stark Na gut Upland kriegen wir Wir müssen Auf jeden Fall Wisst ihr was wir machen müssen? Wir müssen eigentlich Unseren Wir können nur eins machen, ne? Stehen wir mit dem jetzt? Ratsspitzel minus 11 Ne, das muss was werden Dem schicken wir nochmal Gechenk Ja, ich brauche Ich brauche Provinzen Das stimmt Wie ist das, wenn ich Wenn ich Ansprüche durchsetze Dann kriegen wir die direkt, ne? Wir erhalten die umkämpften Titel Ja, dann kriegen wir die zurück Ja, das ist der Punkt Ja Äh, Haupterbe von Upland Bin ich tatsächlich Aber Morden ist nicht unser Ding 39% Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Ein Agent kriegen wir noch dazu Das wäre aber an sich eine gute Sache Wir können natürlich Maurice morden lassen In der Tat Aber es wäre Ziemlich Ich habe noch tausend Wollen wir mal aus dem Chat, ja? Ähm Kann sie denn morden? Ja Sie kann das Das ist gut Sie fragen wir Ich schalte mal wieder rein, Leute Nicht, dass wir da was verpassen Und auch noch auf Firmenkosten Ich muss sie nicht mal bezahlen Das Leben ist gut Alter, der Neid Wie, der hätte ich mir aber zwei bestellt, du Pfosten Das stimmt, das stimmt Ich habe ja immer nur fünf Minuten Werbepause Um ihn zu essen Deswegen gibt es Grenzen leider Grenzen sind nur imaginäre Dinge In deinem Kopf Das geht schon so Das ist so eine poetische Aussage Okay, ich schalte mich mal wieder raus Die Philosophieren Wir schmieden Pläne Ich kann den Titel beanspruchen Was meinst du das mit Titel beanspruchen? Ich kann Krieg erklären Ja, warte mal Titel beanspruchen Ja, wir haben den schon Wir haben ja Die kompletten Ansprüche Das ist kein Thema Wir haben alle Ansprüche Wir können mit diesen Ansprüchen Sehr günstig Geld Krieg führen Das ist überhaupt kein Ding Wir kriegen das für 75 Prestige Alles kein Thema Bloß das wird ein bisschen schwierig Weil die mit Oplan verbündet sind Das wird einfach Deswegen müssen wir hier den Mord hinkriegen Das ist das Entscheidende Dann hätten wir es Wie mir nicht zusteht Dann macht bei unseren Gewinnspielen mit Die wir mit unseren Partnern NordVPN, Recaro, Be Quiet, WD Black Und die Elder Scrolls Online Den Erben von Maurice töten Das wäre völliger Quatsch Da helfen wir ihm ja noch Weil im Moment hätte er eine Erbteilung Also das macht keinen Sinn Wir können Maurice selbst töten Aber das wird schwierig werden Das ist aber jetzt auch nicht unser Ding Wir könnten Maurice um einen Mord Als Wiedergutmachung bitten Ja, weiß ich nicht Das wäre ziemlich unsinnig Weil dann führt das Zu dem gleichen Ergebnis Das er verhindern wollte Ich glaube nicht Dass er so drauf sein wird Ihn selbst töten Ja, das wäre natürlich ein Weg Ja Dann hätte er Die Erbteilung Ja Na, ich weiß nicht genau Gut, ich guck mal wieder rein Stimmt, das mag ich nicht leugnen Aber Meine Bescheidenheit Ähm Ist Zu groß Als dass ich das jetzt groß feiern würde Ähm Das kann nämlich auch noch nach hinten losgehen Denn je größer ein Reich ist Umso schneller hat man sich strategisch überdehnt Und dann kommen dann irgendwelche Belge Und sagen, ihnen gehört da die Hälfte von Und dann zack, ratzfatz Hat man irgendwie eine Rebellion Ihr wisst, wie schnell das geht Ich mein, Steinwein hat das auch schon gesehen Der hat sich da versucht Von Westen her auszubreiten Und plötzlich ist der auseinandergefallen Das ist ein Schicksal Das sich, glaube ich Nicht vermeiden lässt Die Frage ist nur, wann Und man kann immerhin aber Nicht abstreiten Dass du, glaube ich Deinen Charakter Am passendsten von uns allen gestaltet hast Der hat nämlich die Eigenschaft fleißig Und offensichtlich war er echt ziemlich fleißig Äh 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 Paar Jahre Ähm Man sollte vielleicht auch noch erwähnen Dass er mein Seelengefährte geworden ist Äh Im Lauf der letzten Jahre Und den König und mich Eine sehr innige Leidenschaftliche Liebschaft verbindet Er hat sogar einen Wolf für mich erlegt Ähm Und ich fühlte mich sehr geehrt davon Ähm Ich hoffe, den trägst du auch mit Mit Stolz Ich Ich trage den immer Kann ich das Das muss ich gleich mal machen Ob ich das im Charaktereditor Kann man einen Wolfspelz tragen? Ich glaube leider nicht Wäre aber cool Derweil Äh Micha, aus deinem Reich Wäre dich immer noch nicht so ganz schlau Ich auch nicht Wie so an drei verschiedenen Küsten Wie ist das passiert? Es gibt keinen Plan mehr Äh Ich hab keinen Überblick mehr Sowohl über meine Familie Ich hab selber elf Kinder Und 400 Enkel Die alle unverheiratet sind Gleichzeitig Und von mir verheiratet werden wollen Und ich Ich schnapp mir einfach immer ein bisschen In Pommern Was ich kann Weil hier Schweden und so Das ist mir zu heiß Ja, da könnt ihr euch drum Balgen Dann am Ende Steinwallen Und Dennis Das ist Das ist alles irgendwie zu hot Deswegen Mal gucken, was in Pommern so geht Und Richtung Süden Nach Polen Das ist momentan mein Plan Aber ich weiß nicht, ob er aufgeht Ja, äh Ich bin gespannt Ähm Pia Deine Pläne sind Glaub ich Sie tragen jetzt auch allmählich mal Früchte Ähm Was heißt das denn jetzt? Naja, immerhin wiss mal Ich meine Auch du bist Auch du bist Ich meine Wenn man dein Reich anguckt Hast du zwei Also an anderen Seiten des Meeres Äh Worauf zielt das ab Für die Zuschauer? Ähm Nachdem mir meine wundervolle Liebe Genommen wurde Der Reich Ich habe die Selbstmord begangen Und spiele jetzt in zweiter Generation Mit meiner jungen 18-jährigen Ränkespiel-Tochter weiter Ähm Wir haben jetzt hier unten Unser erstes kleines Gebiet eingenommen Und ich werde mich hier komplett Dänemark einverleiben Es wird spannend werden Weil meine Schwester tatsächlich mit dem Ähm Jarl von Dem nördlichen Teil da oben Ähm Von Jilland Verheiratet ist Das heißt ich werde wahrscheinlich auch Krieg gegen meine eigene Schwester führen müssen Aber Es läuft ganz gut Als nächstes holen wir uns Schleswig Also Und da warte ich tatsächlich Krieg gegen die eigene Schwester ist Das am wenigsten moralisch verwerflichste Was wahrscheinlich diese Also allein in diesem Abend passiert ist Da bist du glaube ich Kann man dich freisprechen von Mach Das ist Das ist ja Wundervoll Also ich warte tatsächlich wirklich nur noch drauf Dass meine Meine Glaubenspunkte gerade hochgehen Ähm Damit ich Schleswig Den Krieg erklären kann Das ist alles woran es gerade noch scheitert Und Dann werde ich Dänemark hier langsam Stück für Stück Verbinden Und Mich dann Stück für Stück an meine eigene elendige Rache machen Für Die Liebe die mir gestohlen wurde Die dir von wem nochmal gestohlen wurde Von Dem Dem Ne Also da gab es doch jemanden Ja das ist halt Hier Ne Hier Ich habe kein Ziel Ich habe viele Kinder Ich weiß gar nicht Was ich damit machen möchte Eigentlich keine Aufgaben Aber Hauptsache Meinen tollen Mitspielern Ihre große Liebe stehlen Mit einer Tochter Die nicht mal ein Kind aus dieser Ehe getragen hat Ja 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 Ich bin einfach nur froh wenn die weg sind Alle Kinder einfach weg Ich mach die weg Kein Ding Alle Alle elf Ja ich meine Wer kann sich jetzt vielleicht aufschwingen Zur nächsten Äh äh Murderbrokerin Die hat ja auch ganz gut Intrigenwerte Ähm Weil du es auch gerade nochmal gesagt hast Das kann man vielleicht auch den Den Zuschauern nochmal erklären Die Crusader Kings nicht so äh kennen Man muss hier eigentlich für jeden Krieg Den man erklärt Punkte einsetzen Das ist meistens entweder Prestige oder Glauben Und das klettert teilweise recht langsam Nach oben Es gibt Wege das zu bekommen Aber wenn ihr euch manchmal fragt Warum greifen wir denn nicht schon längst an Sehr oft ist einfach Wir können noch nicht Wir haben sogar einen legitimen Kriegsgrund Aber wir brauchen irgendwie 500 Prestige oder sowas Und ich zum Beispiel habe gerade nur 300 Das brauche ich aber eigentlich gleich Um meinen zweiten Sohn zu enterben Weil ich nicht will Dass das Reich geteilt wird Wenn ich sterbe Ähm Und Reichsteilung ist doch ein gutes Stichwort Äh Stefan Ja Man kann es sehen Das sieht etwas zerpflückt aus Und es gibt auch einen Verantwortlichen dafür Wer 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 würde so etwas tun Meine Zuschauer Ich zeige ihnen mal meinen Zuschauern Das verschlagene Gesicht ist schon schuldeingeständnis genug Ich gucke gleich Ich kann gar nicht mehr gucken Ich sehe immer schuldig aus Aber in dem Fall bin ich es auch Ähm Es ist natürlich Es war vollkommen gerechtfertigt Ne Also dieses Reich hier Was Stefan hier jetzt hat Äh Das ist ja Wie ihr seht So in zwei Hälften gespalten Das war aber mal hier Fast dieses ganze Ding Und dann hat er irgendwie Anstalten gemacht Meinen noblen Verbündeten Vielleicht angreifen zu wollen Hier in Jamtaland Der Einer meiner Ein mitfühlender Lakaai ist Ein nobler Freund von mir Und Und dann habe ich halt Rein zufällig Weil Ich gucke eigentlich gerade immer so Wer ist vielleicht ermordbar Ähm Dann habe ich gesehen Ja Steinwallen ist ermordbar Mit 80% Und dann habe ich das einfach mal In Auftrag gegeben Ohne auch zu wissen Ob ich vielleicht überhaupt Den Trigger ziehen würde Und dann habe ich nochmal gefragt Willst du hier angreifen Und er hat es nicht Sehr überzeugend verneint Und dann habe ich halt gedacht Ist Reichsteilung Vielleicht für ganz Norwegen Besser Weil Dann können wir wieder Frieden haben Und ich kann in Ruhe Island erobern Ja ja Da sind wir dann verblieben Alles klar Steinwallen ist bei dir gerade Eine Frau als souverän? Ja natürlich Und jetzt geht es andersrum Ah okay Anderslang Der Abend ist noch Dauert noch ein bisschen Das stimmt Das stimmt Ähm Das ist sehr wahr Äh ich derweil Hab äh Ein sehr albernes Reich Weil auch ich An drei Küsten eigentlich bin Ich hab hier Island da oben Ich hab äh Das Häuptlingtum von Hjaldland Was diese Insel ist Äh was ich nur mit Zwei Verbündeten erobern konnte Diese Da war ein zweijähriges Kind Hat die geführt Und ich hab drei Armeen gebraucht Ähm Deswegen verlege ich mich jetzt eben Auf so schäbige Taktiken Wie Leute umbringen Bevor sie gefährlich werden Ähm Und bin jetzt hier grad so ganz Also Jetzt bin ich grad mit der Erbfolge beschäftigt Weil ich hab noch einen zweiten Sohn Der erben wird Und das ist halt nicht so geil Ähm Und deswegen hoffe ich Dass ich hier noch den irgendwie Abservieren kann Bevor Man kann leider seine eigenen Kinder Nicht umbringen lassen Ähm Nicht immer Was etwas komisch ist Dass mein Typ da dann Skrupel hat Also es geht unter bestimmten Umständen Die erfülle ich nicht Ähm Deswegen ist das nun wie es ist Schade eigentlich Und damit können wir weitermachen, oder? Absolut Preußen ist verwundbar Wird das jetzt die vierte Küste An der dein Reich sich erstreckt Ja Ja Ich nehm jede Küste Die ich kriegen kann Und dann wird sie aufgeteilt Unter elf Kindern Am Ende Jeder kriegt einen Strandkorb Ja fuck Ich kann meinen zweiten Sohn Noch nicht enterben Weil meine Dynastie Nicht genügend Bekanntheit hat Das ist natürlich etwas doof Dann kann es sein Dass auch mein Reich Der Reich sich noch teilen wird Das wollen wir natürlich nicht Shit Was ist denn jetzt hier schon wieder los? So Jetzt habe ich Rügen Erobert Aber Naja Oh, Moment mal Ja Was für albernereich Die sind hier nicht mehr verbündet? Die sind hier nicht mehr verbündet? Warum denn das? Oh, ich habe den König gefangen genommen Ich habe den Hauptkling König Ich bräuchte unbedingt Belagerungsmaschinen Aber Ich glaube, das wird heute nichts mehr Ja Ja, Belagerung wäre echt Irgendwie Das wäre echt nicht schlecht Mann, Mann, Mann Jetzt habe ich auch noch einen Bürgerkrieg Was ja gerne mal passiert Wenn der Herrscher wechselt Weil das Spiel dann Du hast immer so einen Beliebtheitsbonus Durch Lange Herrschaft Und der springt dann auf Ein Malus durch kurze Herrschaft Das heißt, ein neuer Herrscher Hat immer erstmal die Arschkarte Maurice, du schaffst es auch Immer noch weiter Ich versuche dem Spiel zu erklären Ich habe ja selbst Glaube ich bald Eine sehr unschöne Reichsteilung vor mir Also ich prophezeie Auch gerade nur so ein bisschen Den eigenen Untergang Der mir auch noch bevorsteht Was ist das denn denn bitte? Jetzt lauft doch mal schneller Ihr dummen Soldaten Ganz sehr dank Okay, erwischt Ich versuche hier Ich warte eigentlich hauptsächlich gerade drauf Dass ich genug Prestige habe Um Um meinen Sohn zu enterben Weil ich will das gerade nicht auf einen Krieg verschwenden Und dann eine Reichsteilung haben Deswegen Gibt's denn bei dir spannenderes, Micha? Können wir deinen Gameplay mal zeigen? Du hast ja hier gerade wieder was erobert Bist du gerade heldenhaft im Krieg? Ich erober hier ständig irgendwas Weil irgendwie alle Nicht verbündet sind Neuerdings Sehr gut Ja dann Das heißt Moment Wir haben hier gerade geheiratet Mit der lieben Ingrid Schöne Grüße an König Denzel Genau Ja und so Ja so erobern wir hier Ein bisschen Vor uns hin Solange die hier alle irgendwie Mehr oder weniger Wickrig sind Aber so spannend ist es nicht Mein Typ ist derweil Ja Mein Typ ist derweil melancholisch geworden Weil es ihm wohl so langweilig ist Wie wenig ich gerade machen kann Geschätzte Zizilia hinter den Berge Ihr seid ja so eine große Intrigenspinnerin Ja Wie wäre es Wie wäre es Ich bin unschuldig Ich weiß gar nicht wovon du wählst Wie wäre es mit einem Mordauftrag Ein Mordauftrag Ich bin gespannt Ich zahle auch ganz gut Ja ich habe da eine Schwester Die mag ich nicht Die heißt zufällig nur auch Zizil Ja das ist ein bisschen unglücklich Aber dies trägt der großen Sache bei Am Ende sich gegen die Ja sich gegen die Männer dort zu wehr zu setzen Das ist ja die große Sache Könnte ich schon probieren Und zwar geht es um die Uplünderin Das wird schwierig werden Warum ist denn das jetzt Hä warum war ich da nicht auf 45% gerade Und wenn ich jetzt meine Dame frage Ob sie mir hilft Dann bin ich plötzlich weniger Ich muss glaube ich Meine Ränkelspielfrau mag Die mich so wenig Dass sie mir nicht wirklich helfen will Oder was genau ist da jetzt Mal gucken Ich habe gerade eine große Schlacht gewonnen 4.000 Leute gegen 4.000 Leute Das nimmt hier schon langsam Ausmaße an Wegen Upland Ah Upland Bisschen Michaels Garten sichern Haha Ist aber nett Ja ich bin hier die Nachbarschaftspolizei Sie selbsternannte Hey solange Gutland unabhängig bleibt Kannst du mit dem Festland machen was du willst Das wird eine Challenge werden Okay Wir probieren das mal Ist das zu schwer ja Ja Ich habe 14% komischerweise Ich habe ein bisschen mehr Aber ich habe vielleicht Agenten Die da mithelfen können Also wenn die das was kosten Sagt Bescheid Die kosten was Aber Naja Ich habe es befürchtet Ähm Kosten immer was die Säcke Ich kann nicht so motivieren Gott wie lang kann denn eine Belangerung dauern So Dann brauche ich noch 14 Ja das schaut gar nicht so schlecht aus Also ich brauche noch 14 Gold Dann kann ich da noch jemanden motivieren Oder möchte der jetzt nicht mehr Ja der will jetzt nicht mehr Weil ich die andere da Angeworben habe Ja gucken wir mal Ich bin jetzt auf 61% Auf jeden Fall Ja das sieht auch ganz gut aus Schauen wir mal Wie lange? 61 Paradox% Sind meistens 2 Neun Monate Die Erfahrung habe ich ja auch schon oft gemacht Leider Neun Monate ist ja wirklich schnell Respekt Aber ich probiere es Also ich kann nichts versprechen Aber ich versuche es Mhm Wollen wir mal Ich bräuchte halt echt mal Ein Kind jetzt Warum machst du denn nichts? Du hast sogar einen Mann Offensichtlich wollen die Frauen Aus meiner Dynastie Nicht verheiratet sein Wenn es ums Kindermachen geht Das ist schwierig An der Stelle Wirklich Alle Kinder die mir angeboten werden Sind von Denzel und Maurice Das ist ja Und dann muss ich runterscrollen Bis irgendwie Das nennt man genetisches Monopol Ja das ist aber Wir drei sind irgendwie die Was ist denn jetzt schon Wie du bist jetzt schon wieder tot? Oh Alter was ist denn Was passiert denn jetzt da? Ja Jarl Maurik Es wird mir auch hier sogar Schwarz auf Weiß Präsentiert Alter Ernsthaft? Ach du Schade Langsam wird das echt heavy Holy Shit Alter Wenn du mir ewige Rache schwörst Dann muss ich doch Du hattest schon wieder mehr Truppen als ich Eieieiei Ich werde immer mehr Truppen als du haben Ja verdammt So aber jetzt Ja mehr kann ich nicht Jetzt wird es ein bisschen unlustig Weil Wenn ich jetzt sterbe Dann Ach du bist null Ach scheiße Ach du bist jetzt Baby Ja das ist richtig Ich bin Baby ohne Erbe Du hattest doch Du hast doch sechs Kinder oder so Ja Dachte ich Ne ja Das hatte ich mal ja Dann hast du noch umgebracht Und dann hat er keine sechs Kinder mehr Sondern eine unverheiratete Frau Das war Genau Genau So war es Und dann hast du die unverheiratete Frau hingerichtet Aber die hat Die hatte gerade so noch ein Baby bekommen Ansonsten wäre ich jetzt hier Wäre jetzt Feierabend gewesen Also ich muss an der Stelle sagen Ich werde jetzt Maurice den Krieg erklären Weil mir ist dieses Ränkespiel nicht nordisch genug Das erinnert mich an einen hinterrichtigen Franzosen Und das ist für mich ein Ketzer Also werde ich da oben jetzt in den Krieg reiten Ich finde das ist absolut fair Ich habe mich nur für den Frieden eingesetzt Eine unverheiratete junge Frau hingerichtet Und ihr nulljähriges Baby zu einem Waisen gemacht Für den Frieden Oh Gott Ja 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 Ich meine Ich sage mal Ihr nulljähriges Baby Du hör auf zu lachen Du bist der Nächste hier Der die ganze Zeit Intrigen spielt Wahnsinn Ich habe keine gesponnen Das war nur eine unglückliche Hochzeit Mhm So Steinwein Kann ich dich irgendwie Ach du bist jetzt ein Junge ne Ja Schwierig Aber kann ich dich irgendwie Die Sache mit der Tötung Ja Zizilia töten Das wäre mega gut Das würde helfen Okay Ich arbeite daran Ich arbeite daran Ich kann dir Ich kann dich Ach du bist ein Junge oder Du bist kein Mädchen Ich bin Junge ja Ich bin ein nulljähriger Junge Ich hätte ganz viele Enkelinnen Um sie dir zu geben Aber Ja Das Ja Ich fürchte Das wird noch nicht so schnell Ein Erben geben Ich kann kein einjähriges Kind Zur Hexe machen Jetzt gib mir doch mal Ein bisschen Zeit Na klar Da hast du schon mal Von Hexen gehört Oh Gott Oh dein Erbe Ist der Äh Ach nee Ich bin schwanger Schön Schön So Wie sieht das jetzt hier aus Mit dem Krieg Ne Die Sache ist Die Sache ist Ich habe jetzt Sorgen Nachdem ich Maurice Oh es war großartig Du bist toll Das war fantastisch Ich habe sogar Gnade gezeigt Und nun Kann ich leider erstmal nicht mehr Ja ich bin jetzt eindeutig Steinwalls größte Verbündete würde ich sagen Sie ist jetzt tot Steinwall ist wieder mächtig Ich bin eine Mörderin Ja gut dann kann ich jetzt auch wieder fremd gehen Dann ist das ja auch schon egal Ja wir rollen die jetzt auf Das Jetzt wird's Ich kann Ich kann Cecilia Schuyogier Stottier Vasalisieren Das glaubst auch nur du Dass du das kannst Ich kann es ja Ich kann es ja Du weißt schon Dass du Gleich viel Armee hast Wie ich Ne Aber ich habe Hass an mir Also meine Armee gewinnt das Maurice du weißt auch Dass wir im Krieg jetzt sind Wir sind im Krieg Ja wir sind im Krieg Und freu dich schon mal auf 4000 Mann die deine Hauptstadt belagern Oh nein Und Morden und töten werden Und Ja 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 Die komische Komische Baronie von irgendwas angegriffen Ja Ja Genau Diese ja Ich werde mich schon noch Für den Mord bezahlen lassen Chat Aber erstmal soll der erwachsen werden Bevor ich den da wieder ausnehme Wie eine Weihnachtsgans Ein nulljähriges Kind Kann sich nicht wehren Ich bin davon überzeugt Dass Steinwein mir das nicht vergessen wird Und das wird nicht vergessen Wenn er mehr als Ba 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 Sagen kann Wir werden auf ewig Verbündet sein Und ich Ich erobere für dich Dänemark Aber erstmal Aber guck Ja ja Völlig richtig Dich hier zu stutzen Wie schnell du schon wieder Das alles erobert hast Ja Ich fühle mich hier gerade nur Befehlt In allem was ich tat Alles was ich tat Tate ich für Norwegen Du willst Du verhändest den Königsfrieden Endlich könnte hier Zivilisation und Ruhe einziehen Und diese ganze Kleinstaaterei Beendet werden Aber nein Mit Händen und Füßen Wehrst du dich dagegen Mit wem hab ich denn da Hä Was passiert denn da Ich hoffe wirklich Dass du noch so lange lebst Bis meine Truppen bei dir In der Hauptstadt Aufmarschiert sind Wer ist das denn Mit wem hab ich denn Darf ich mal ganz kurz Pause drücken Ich muss hier Ich bin völlig befordert Da sind zwei Männer Auf meinem Screen Und beide sind nicht mein Ehemann Was ist da los Denzel wir sind übrigens auch im Krieg Aber ich werd da bei dir Natürlich nichts tun Wir sind im Krieg Ja weil Du mit meinem Verbündeten Im Krieg bist Mit Opland Und du hast gesagt Machst du mit oder was Ne ich hab das Ne Quatsch Ich glaube die Die ich Gerade wo ich gerade geerbt hab Die Ich hab den Krieg quasi mitgeerbt Weißt du Da kann ich nichts dafür Aber ich wollte Ist ja ganz schön Ganz schön fett Dass du jetzt sozusagen Fett nach Schweden gehst Aber gut Ich gönne es dir natürlich Äh Ja Also Hm Ja Das Spiel lässt halt nicht viel mehr zu Als die Welt zu erobern Das ist jetzt The name of the game Und ähm Ich verstehe Wenn ich euch ein bisschen Angst mach Aber Solange mich und meine Verbündeten Respektiert Und mir wöchentlich 100 Jungfrauen schickt Ist eigentlich alles Alles im Buddha Also Honestly Ich bin gerade sehr verwirrt Über meine eigene Tochter Die ist nämlich jetzt 20 Und hatte gerade den ersten Dreier Und ihr Mann war nicht dabei Ich weiß nicht so genau Was hier gerade passiert Also das mit den Jungfrauen schicken Wird in meinem Königreich Ein bisschen schwierig Tut mir leid Nö Ey du Verbündeter Hau doch nicht ab Ist alles etwas ungünstig gerade hier Ich kann noch Jarl gräulich in den Krieg rufen Ja Nee Gibt es irgendwo eine Anzeige Wo man sehen kann Wie viele Menschen man schon getötet hat Ja gibt es Echt? Ja natürlich Auf deinen Charakter Und da gibt es hier so einen Totenkopf Links daneben Ach hier Auf meinen Charakter So du willst es also jetzt drauf ankommen lassen Na dann Ich erwarte dich Achso nee Ich meine wie viele Ich habe zwar 400 Männer weniger Aber Komm ruhig Braucht man Mein Verbündeter ist jetzt auch am Start Hier dafür Dann werden wir es jetzt gleich hier sehen Oh da bringst du noch Verstärkung her Ah wie ungünstig Was für die Verstärkung Nein meine Männer Sie werden bezwungen Tja Masse ist nicht alles Sage ich an dieser Stelle Das stimmt Das stimmt leider Das stimmt leider Wie steht es denn mit meinem geliebten König von Lappland Will er eingreifen in diese Ungerechtigkeit Die mir gerade widerfährt Was? Ungerechtigkeit? Unglaublich Selbst im Krieg Aber brauchst du dringend Oder was? Ja ja Der Steinwallen will hier Hast du nicht gehört Wie er meine Hauptstadt niederbrennen will Doch schon Aber ich habe dich nicht Hilfe rufen gehört Ich dachte du hast das im Griff Jetzt Jetzt rufe ich um Hilfe Okay Wir sind doch schon im Krieg Du brauchst gar nicht einsteigen Du kannst mich auch so bekämpfen Ja aber ich muss ja zu deinen Truppen Oder? Ich will ja Ja Wo muss ich denn hin Um Prügelei zu kriegen Zu meiner Hauptstadt im Grunde Also in meinen Ländereien wird sich gerade geprügelt Okay Ich hoffe ich nehme nicht aus Versehen deine Hauptstadt ein Meine Leute sind unberechenbar Wie wir ja vorher gesehen haben Ja Ganz am Anfang haben wir uns tatsächlich mal gegenseitig abgemurkst Ja 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 Der Chat wird Hat moralische Urteile über uns Maurice lässt Säuglinge und deren Mütter töten Um den Frieden zu wahren Shurioka betreibt eine aggressive Fortpflanzungspolitik Und Micha sagt jede Küstenregion ein Sobald sie schwächelt Ja das passt eigentlich ganz gut zusammen Würde ich sagen Ja und was ist jetzt schlecht daran? Ja ich weiß auch nicht Weiß ich auch nicht Es war eigentlich nur eine Antwort auf die Frage Was passiert in diesem Spiel Ah ja ok Und Preußen ist schon wieder geschwächt Und hat nur 66 Mann Ärgerlich schlecht für Preußen Man ist ja auch mitfühlend dann bei sowas Das stimmt 4000 Mann Hm nicht so gut Aber da ist ja gar nichts bei deiner Hauptstadt Direkt darunter Also da ist gerade eine 2300er Armee Bei Nidaros Werden die unschuldigen Bürger Hingeschlachtet von Von rachsüchtigen Dienern Eines Einjährigen Kindes Das nur irgendwie Ein 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 Auf Blut aus Ist Währenddessen Hast du aber deinen anderen Krieg Ja auch Den solltest du nicht vergessen Das ist gar nicht in deinem Interesse Was du hier gerade machst Ach der kann warten Die kämpfen da unten Ich komme da gleich wieder Und hau dir nachs Maul Alles klar Ich kann ja dafür Vielleicht kann ich bei dem anderen Krieg Irgendwie behilflich sein Indem ich jemanden umbringe Das kann ich besser als Krieg führen Nee 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 Alles gut Nein noch ein Kind Das ist nicht wahr Jetzt flüchtet er Der Steinwein flüchtet Ja er hat ja Geplündert und gebrannt Schatz Die armen Leute von Niederrost Die haben nie irgendwas getan Oh Gott Mein halber Rat ist weg Tatsächlich hat dieser Krieg Glaube ich auch Mein Erbenproblem gelöst Weil der eine Im Kampf Vernichtet wurde Deswegen ist jetzt Mein deutlich schlechterer Erbe Mein Erbe Zieh da nicht hin Zieh da nicht hin Wenn du das Du machst ein Battle jetzt Ah ja Nein das will ich ja gar nicht Aber warum denn Wir sind doch verbündet Nee nicht offiziell Ich könnte den Kriegsbeitritt anbieten Ja du hast recht Aber ich muss ja erst den Kriegsbeitritt Ja richtig Aber ich habe keinen Kriegsbeitritt Habe ich nicht Haben wir nicht Und da ich gerade im Krieg ja schon bin Geht das auch nicht Deswegen sind wir eben so neutral Sehr wunderbar So ein Friedensangebot von Ja das kann man doch Kann man doch mal machen hier Leichte Probleme bei dir Maurice Deine Ländereien sind ein bisschen Nicht wirklich hochwertig Meine Leute verhungern da Es gibt nicht genug Essen und alles Ja das wurde ja schon ausgeplündert Von den Schergen hier Die eingefallen sind Aber der Krieg ist jetzt auch Tatsächlich vorbei Ist vorbei Sehr gut Ja Ich hasse Krieg Haben wir das doch noch friedlich beigelegt Ja Tun mir leid Steinwein Aber du bist einfach der Der Die Konfrontation Die am offensichtlichsten ist Wieso Du bist schön groß Ja ich kann ja Ja ich greife natürlich Ist doch gut Du bist groß und ein schöner Gegner Ich hab doch den Krieg gewonnen Ist doch alles okay So diese Friedensschlüsse sind mir die Liebsten Ohne Schlacht zu siegen Tatsächlich gab es ja eine Schlacht Das stimmt ja in der Tat Denzel besiegen Sondern mich Und deswegen hattest du ja auch den Score dafür Das ist ja auch immer Auch mal für die Zuschauer Um das ein bisschen zu begreifen Diese Kriege funktionieren Relativ förmlich in diesem Spiel Also es wird sehr genau gezählt Wer ist formell drin und wer nicht Das heißt die Armee von Dennis Hat jetzt gerade auf den Kriegswert Gar keinen Einfluss gehabt Sondern nur dass ich Gegen Steinwein verloren habe In dieser Schlacht Und deswegen Und er dieses Gebiet von mir besetzt hatte Deswegen konnte er da ganz gut Was erzwingen Genau ich hätte vielleicht noch warten sollen Bis Dennis das Gebiet da gerade zurückerobert Das wäre vielleicht schlauer gewesen Aber so ist das nun So ist das nun Und derweil Hat gräulich von Götland Weitere Küstengebiete eingenommen Wie ich sehe Man nimmt was man kriegt Das liegt halt rum Und wird aufgeklaut Aber ich glaube nicht Dass es von Bestand ist Weil die hassen mich da komischerweise alle Weil sie natürlich nicht meine Kultur und Religion haben Die Leute Es wirkt schon Es wirkt schon Sag ich mal Wie ein Ein recht fragiles Imperium Das du da hast Ja aber das ist ja egal Hauptsache Imperium sag ich immer Und Das stimmt Das stimmt Wenn die Leute halt dann irgendwie rebellieren oder so Dann Komm ich irgendwann später wieder in der Obersee nochmal Also Mal gucken Und Toppern ist gerade irgendwie geschwächt Da guck Da guck doch mal Du bist so ein Arschgeier Hm Ja So Wieder eins Ich war tatsächlich etwas überrascht Wie schnell du Steinwallen das Ganze wieder An dich gerissen hast Das war irgendwie fast in einem Schlag irgendwie Nachdem das davor noch irgendwie drei, vier Einzelreiche von irgendwelchen Geschwistern waren Hast du da einfach einen Krieg wieder um das ganze Reich geführt oder wie? Nein, ich habe doch meine Schwester im Geiste jenseits des Berges gefragt um Mithilfe Und sie war so Ach so, du hast geerbt oder wie? Ah Das fiel dir dann wieder zu Sehr gut So wie du es mit einem Mord zerstört hast, habe ich es mit einem Mord wieder geeinigt Sehr schön formuliert, ja Das ist sehr poetisch Das ist sehr poetisch Weil eigentlich war ich halt noch voll am Start, mir so einzelne Krumen davon zu schnappen Und dann war es plötzlich alles wieder Schon wieder ein Großreich So gesehen ist es natürlich Endlich Selbst ein schlechter Mensch wie Jarl Maurik Ist dann vielleicht mal kurz Zur Introspektion geneigt Ob das ganze Blutvergießen es wirklich wert war Weil wirklich sehr viele Leute gestorben sind, ohne dass sich irgendwas geändert hat eigentlich Aber andererseits kann er seinen niederen Impulsen auch nicht wirklich widerstehen, glaube ich Also das Er würde es immer wieder so machen, weil er einfach ein schlechter Mensch ist Und natürlich müssen wir ihn komplett hier differenzieren Von mir als Person Weil das ja eine völlig mit mir nicht zusammenhängende Spielfigur ist Die drei eigenen Entscheidungen tritt Bestimmt Und überhaupt nicht auch irgendwie Und überhaupt nicht irgendwie nach mir gebaut wurde oder sowas Nein, 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 nein So, das wäre ja... Das ist halt, wie es ist, ne? Manchmal passieren solche Dinge Oh, hervorragend, die kommen bei Rellen, hm? Jetzt wird's mal, jetzt wird's langsam interessant hier unten Was kämpfen die auch die ganze Zeit gegeneinander? Wenn man schuld Ach, schön Was will mich denn jetzt hier so einen Sack ausplündern? Da muss hier, glaube ich mal... Ja, wie mache ich das denn hier? Jetzt habe ich zwei Söhne Du konntest das wie ich machen Provoziere einen Krieg mit Steinwallen Und lass einen in der Schlacht verrecken Ähm Dann ist die Erbfolge plötzlich wieder sehr gesichert Nein, ich will keinen Krieg mit Steinwallen Aber ich hoffe halt, dass ich eine Tochter bekomme Damit ich da Steinwallen eine tolle Tochter zur Seite stellen kann Oh, das wär schön, ja Ich bin schwanger, also... Oh, das wär schön Ich hab übrigens... Ich hab gerade einen Brief von Steinwallens dreijähriger Herrscherin erhalten Herrscherin? Herrscherin? Ich hab mit... Es wird immer schlimmer Herr Scherl Das sieht man doch für den Kind noch nicht an Ich hab einfach gedacht Jedenfalls schreibt der dreijährige Egel mir Ich hab mit eurem Ratskanzler Gunnar einen Briefwechsel geführt Der sich wahrlich als heimliche zur Schausstellung schlechter Diplomatie erwies Ihr seid nicht der Mensch, für den ich euch gehalten habe Und er hat mich bereits für den Mensch gehalten Der seine Mutter und seinen Großvater umgebracht hat Wie schlecht ist mein Ratskanzler? Und ich weise darauf hin, dass der Ratskanzler mein Erbe ist Ähm... Das ist alles suboptimal hier Aber jetzt müssen wir erstmal den plünderten Wikingern hier Einhalt gebieten Ist das korrekt, dass ich gerade eine Kriegseinladung kriegt hab, Michael? Was? Ne, das war nicht... Dann hab ich mich verklickt Oh, scheiße, ich hab zugesagt Vielleicht ist es einer, vielleicht auch gleich auf der anderen Seite Auf der anderen... Ne, das glaub ich nicht Ne, das war meine Ich hab nur... Ich wollte eigentlich in einem anderen Jahr hier klicken Und dann hab ich dich erwischt, glaub ich Ja, aber mach doch mit Ja, ja Ja, ich hab ziemlich viele Kriege gerade am Stecken, muss ich zugeben Aber ich muss sie hier... Das ist wie beim Arzt, ne Musst halt auf deinen Termin warten, aber ich komm dann Wie ist eigentlich deine Erbfolge, Denzel? Weil wenn bei dir das zerfällt, würde ja schon... Bei mir ist das rechte Stärkere Wenn ich das richtig sehe, oder? Das rechte Stärkere Was für ein Quatsch Das ist wie der Zweikampf Genau Ne, ehrlich gesagt ist das ja, glaub ich, Wuppe, weil... Du bist König, ja? Dementsprechend ist es völlig egal, wie viele Kinder ich hab Einer kriegt den Titel König und alle anderen werden sich dahinter einreihen Das stimmt Ja, das war auch mein Plan Aber Maurice, wie kommt's eigentlich, dass du Steinbein so krass angegriffen hast, aber Lappland lässt du da machen, was du möchtest? Ja, das frag ich mich auch Mein Seelengefähr... Ist doch mein Seelengefährte Wir haben eine innige Liebe, verbindet mich mit König Denzel von Lappland Genau, wir haben zwei weiße Teele Habt ihr immer noch eure Startcharaktere? Ihr habt euch doch das hingesheetet, ihr habt ihr mit 16 irgendwie... Liebe hält gesund Liebe hält gesund Ich bin jetzt... Warte mal, warte mal, ich muss mal ganz kurz... Ich hab zu viele Pop-Ups, was ist das denn? Was ist das denn jetzt eine Anfrage hier? Mach mir noch Pause, wenn du willst, ja Ja, ich bin gerade... Irgendwelche Leute rufen mich in ihren Krieg Dich auch? Ach nee, ah, das sind irgendwelche... Oh je, was ist das denn? Was ist das denn? Volksaufstand Ja, okay Du verlierst der Land, Michael, ne? Ja? Du hast ja... Was ist das... Nuland hast du, glaube ich, gerade verloren. Kann das sein? Nuland? Nö. An der Südsch... Bei Finnland oder was das da sein mag, diese... Ja. Da ist im Süden Nuland. War das nicht deins? Nö. Was? Doch, das ist meins. Doch, doch, das ist meins. Sorry. Ist das immer noch oder ist das weg? Nö, ist immer noch meins. Ist immer noch... Achso, manchmal spinnen die Farben, ja. Ich hab das, genau, ich hab das nur... Okay, weil das ist der Krieg, glaube ich, in dem ich mit drin bin. Hast du das? Das kann sein, ja. Ich glaub, das ist kein Problem da oben. Kein Problem? Alright. Ich denke nicht. Wir haben derweil übrigens eine Umfrage im Chat. Welchen Herrschaftsstil gefällt euch am besten? Stimmt mit 1 für Maurice, 2 für Micha, 3 für Shurioka, 4 für Steinwallen, 5 für Denzel. Ähm... Weil wir ja tatsächlich alle ziemlich unterschiedliche Strategien fahren, dieses Mal. Ja, mit unterschiedlich viel Erfolg. Sag mal, Micha, vermisst du was? Sehr subtil. Hast du ne Tochter jetzt? Was? Nee, ich frage mich, ob Micha was vermisst. Nee? Vielleicht fällst du da noch auf. Vermiss ich was? Ja, sehr cool. Oh nein, mein Kind. Nicht, äh, nein. Ich bin gestorben. Was, nee? Nee? Was, nee? Bist du nicht? Was ist jetzt passiert? Ein Sohn ist gestorben. Jetzt wird dein... Nein, das war nicht der Sohn. Das war der Enkel. Ich hab geguckt, ne? So. Hm. Blöd. Also du hast ja jetzt noch Zeit mit deinem 54-jährigen Sohn, ähm, noch da so Kinder zu machen. Aber der eine ist weg. Wär schade, wenn dem zweiten auch noch was passiert, oder? Das wäre schon ziemlich ärgerlich. Aber der hat doch selber schon Kinder. Ja, wäre ja ärgerlich, wenn da weiter Dinge passieren und weiter Dinge verloren gehen. Ach, der ist 26, der wird das man schaffen. Der kriegt das von ihm. Ja, wenn man sich die Tötung anzeigt, dann sieht man tatsächlich, wen man getötet hat. Aber nur Charaktere. Ich hätte gern mal die Zahl an Leuten, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Durch die Entscheidung. Das wäre ja auch mal interessant. Dann verglichen mit der Pest und so. Ich find's faszinierend, dass Pia tatsächlich gerade mehr Truppen hat. Sowohl als ich, als auch als Steinwallen. Hatte ich vorher schon. Einfach mit ihrem riesigen Prestige. Ja, aber wenn man sich die Reichskarte anschaut, wie du halt so ein kleines Ding da in Steinwallens Riesenreich bist. Ich bin ja auch unten schon. Das zeigt nur, wie viel, wie viel, stimmt. Aber trotzdem noch deutlich kleiner. Das zeigt die Früchte deiner Prestigeunterfangen. Naja, sie hat, was geht denn jetzt ab? Sie hat halt vier Grafschaften. Und ich hab zwar ein Riesenreich, aber nur zwei Grafschaften, die mir selber gehören. Und der Rest trägt kaum was dazu bei. Ah, tatsächlich. Das ist halt, davon kommen die Truppen eigentlich. Was ist denn das hier jetzt gerade? Weiße Friede. Ja, wobei, ich hab halt schon auch 800 ausgebildete Truppen von den 1740. Ich hab's aber reduziert. Ich war vorher auf 900. Aber mit der hab ich noch nicht so viel Prestige wie mit ihrer Mutter, deswegen. Und noch weiß, also noch ist nie irgendwo irgendwie was aufgeflogen oder irgendwas in die Richtung. Und ich hab auch, doch, ich hab eine Affäre, glaub ich, immer noch gerade. Aber ist auch ein Berserker. Ist schon cool. Ich muss mal irgendwie ein bisschen wieder Gäste an meinen Hof bekommen, weil tatsächlich, äh... Sehr viele meiner Ratsmitglieder verreckt sind und ich gar nicht groß Leute hab, mit denen ich sie ersetzen kann. Dafür ist ein Intrigenspinne eigentlich ganz gut. Da kannst du ja Druckmedal an jedem quasi fingieren. Und rechts unten diese drei Punkte kannst du ja auf Charakter finden klicken. Und dann suchst du dir einfach den Typ, der den höchsten Wert auf, was weiß ich, Bildung oder Ränkespieler ist. Das ist eine gute Idee. Und dann, genau, so hab ich das in meinem Singleplayer gemacht. Dann holst du dir die krassesten Leute der Welt an den Hof. Ja, als König hast du auch schon eine schöne diplomatische Reichweite. Kleinere Länder reichen da noch nicht so. Die würde ich gerne sehen, die Reichweite. Kann man sich die irgendwie einblenden lassen? Weil die muss man ja irgendwie raten. Kann das sein, dass man... Ja, nee, ich glaub, da gibt's keinen Kartenmodus für. Weil die hat mich häufig schon geärgert, dass die Reichweite da nicht... Ach. Mein Ehemann ist grad ein Perverser geworden und ich weiß nicht so hundertprozentig, was ich davon halten kann. Und die Entscheidung, ob er einer wird oder nicht, lag bei mir. Die Sache ist, werde ich den jetzt so los? Perverse sind gute Menschen. Also ich müsste mich da jetzt eigentlich mit der Begründung, dass er pervers ist, von ihm scheiden lassen können, um einen jüngeren Mann zu suchen, oder? Ich frag noch. Das ist eine gute Frage. Ich frag noch. Ich weiß nicht, ob pervers dafür zählt. Ist pervers schlimm genug? Eigentlich ist er gar nicht so schlecht. Will ich den überhaupt nicht werden? Ich weiß es nicht. So, sind wir hier schon fertig mit Plündern? Ja. Dann geht das hier nach oben. Dann geht das hier nach oben. Ah, das sieht ja nicht besser aus. Bessere Charaktere rekrutieren. Das ist vollkommen richtig. Vielleicht kann ich ihn ja auch so ein bisschen... Das sieht doch besser aus jetzt hier. Ja, du hast ja einen Krieg im Süden gewonnen, ne? Ja. Deswegen meinte ich im Norden, das ist nicht so wichtig jetzt. Herrscher der FKK-Strände da unten. Herrscher der FKK-Strände da unten. Ja. Als Kind kann man nur warten, ne? Man kann nicht jagen, man kann nicht auf Pilgerschaft gehen. Nee, du darfst glücklich zu Hause sitzen und Lollis essen. Mhm. Und dich über deine Verlobte freuen, die du bekommst. Diese wundervolle Verlobte, die jetzt ein Jahr alt ist. Ist das nicht schön? Sie ist entzückend, ja. Das ist das Einzige, was mir bleibt. Das ist was. Oh, das klang sehr überzeugend. Du hast doch dein Reich zurückbekommen. Ja. Aber... Naja, was heißt zurückbekommen? Es gibt ja noch dieses eine Ziel. Und dafür brauche ich ein bisschen Prestige. Welches Ziel könnte das wohl sein? Und es gibt eigentlich zwei Ziele, aber egal. Und dieses Prestige würde ich bekommen und zum Beispiel durch jagen. Aber ich verstehe auch nicht, warum kann ich ein Fünfjähriger auf Jagd gehen? Zum Beispiel auf Hamsterjagd oder sowas. Man könnte es, finde ich, eigentlich schon arrangieren. In dem halt einfach sagt irgendwie, dass... Also es wurde immer gefakt, dass Könige Dinge getan haben. Man könnte genauso gut die Propaganda verbreiten, dass der Fünfjährige König jetzt halt das Wildschwein im Alleingang erlegt hat. Ich glaube, da wird die Glaubwürdigkeit ein bisschen in Frage gestellt. Ja, aber ich meine, wer will denn... Ich meine, wenn irgendein Bauer die Glaubwürdigkeit in Frage stellen will, dann, ich meine, das ist ja sein Problem. Ich meine, jetzt eher andere Adelige werden das vielleicht nicht so cool finden, wenn du so krass lügst. Nicht, dass ich jetzt jemandem hier Lügen unterstellen möchte. Nee, gelogen hat ja, glaube ich, noch niemand hier. Wir waren eigentlich immer relativ ehrlich, selbst wenn wir niederträchtig waren. Das ist wahr. Ich glaube, die Lüge ist eigentlich die einzige Sünde, die heute noch nicht begangen wurde. Nee. Was ein bisschen traurig ist. Kriegen wir auch noch hin. Das klingt unfassbar furchtbar, aber... Das sind ein Set. Einmal zum Mitnehmen. So, dann schauen wir mal mit der Pilgerreise, ob das was wird. Oh, ich beneide dich. Fliegt ihr jetzt von mir, ihr Narren? Ich habe extra ein bisschen geplündert, damit ich mir das leisten kann. Nimm mich doch mit auf deine Pilgerreise. Das fände ich echt gut. Ja, ich würde ja, aber... Das geht nicht. Ich würde tatsächlich. Dennis, du hast übrigens Fans im Chat, die gerade noch immer noch über die Dengen reden. Also, die hat wohl tatsächlich damals... Ach, das Ding, ja. ...eine Spiele-Engine der Zukunft nachhaltigen Eindruck gemacht. Ja, aber... Die war ja auch echt gut, ne? Die muss ja kommen. Zweifellos. Umtriebige Perversion. Als ich mich in meine Gemächer zurückziehe, blablabla... Ist hier ein Typ drin, Bersi. Ist das nicht das, wonach es aussieht, mein Fürst, behauptet er. Der Umstand, dass er halbnackt und gerade dabei ist, sich körperlich mit einem unschuldigen Gegenstand aus meinem Besitz zu vergnügen, verriet mir allerdings, dass das hier aber ganz genau das ist, wonach es aussieht. In den Kerker! Moment, du schmeißt andere Perverse in den Kerker tatsächlich? Äh, ja, ich lass die danach wieder frei. Das ist nur... Das ist, also... Das gehört zur Perversion dazu. Ach so. Das einsperren und dann wieder freilassen. Genau. Ah, warum kommt der jetzt? Ich bin doch, ich bin doch in meinem Gebiet. Lauf mir nicht hinterher. Du großer, gruseliger Mann, der in... Was wird das? Warum? Wofür? Das sind doch nur Räuber. Ist doch keine, ist gar keine richtige Armee. Sehr viel Anspannung. Ich muss kurz in den Puff. Ach, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut hier unten. Es sind Kinder hier im Spiel. Ach, Ferdinand. Ach, Ferdinand. Du bist schon fünf. Ja, ich bin schon fünf, ja. Und verheiratet mit einer Einjährigen. Verlobt, ich bitte dich, verlobt. Oh ja, verlobt, richtig, ja. Ach komm schon, Ferdinand, mach nicht diesen. Ich hab doch, ich hab doch nur so getan, als hätte ich bei dir geplündert. Ich hab oben geplündert. Nicht bei dir. Das ist mal scheiße. Ja. Ostfranken findet das nicht so cool, dass ich hier oben eingezogen bin. Ich frage mich, woran das liegt. Würdest du dich auch wieder verziehen oder bleibst du jetzt da? Ich, ich möchte meine Amiga auflösen. Denzel hat jetzt tatsächlich auch gerade noch Upland eingenommen, damit halb Schweden. Ja, klar. Du hast ja auch jeden, der ihn vielleicht Parodie bieten könnte, zerstört. Das Salz. Er war ja mein, er war ja mein, mein nobler Verbündeter. Ist er das nicht mehr? Er ist ja schon längst untergegangen. Er ist es immer noch. Und mein Seelenverwandter. Ja. Ja. Ich würde diese Armee jetzt klein auflösen. Hallo? Das ist echt ärgerlich, dass ich das nicht kann. Ah! Ich bin gestorben. Oh nein. Und Island. Oh nein. Die Leere, die zurückbleibt. Oh! Oh mein, am Tage können meine Pflichten mich ablenken. Hat man den Mixer hier auch noch, äh, äh, Land verloren? Oh! Oh! Huh! Äh, das, äh, ein Jarl Gandalfur Maurikson. Äh, ich dachte, den Sohn. Den hatte ich nicht enterbt, nee. Ja, ja, ich hab nicht gecheckt, dass der Enkel von dem vorherigen Sohn, der gestorben ist, mein Haupterbe ist. Ich dachte, der wird halt dann mein Haupterbe. Äh, aber jetzt bin ich der Enkel, der Siebenjährige. Ach, wie ungünstig. Ach, ist ungünstig, minderjährig zu sein? Das ist aber schade. Oh! Euer mangelndes Mitleid ist absolut gerechtfertigt. Äh, damit sind leider auch meine Möglichkeiten als, ähm, als Intrigant die Weltbühne weiter zu beeinflussen, äh, sag ich mal, äh, etwas eingeschränkt. Ähm, aber ich bin sicher, Jarl Trigwe Magnusson wird das Beste daraus machen. Irgendwie. Und, äh, mit dieser sehr traurigen Konstellation können wir in die Werbung gehen und, äh, ich glaube, ähm, ihr könnt euch sehr drauf freuen, dass, wenn wir zurückkommen, ich so richtig aufs Maul kriegen werde und ich kann nicht mal sagen, dass ich's nicht verdient habe. Gleich. Pause drücken muss man doch, ne? Jawohl. Immerhin ist mein, mein Burger gerade noch gekommen, das heißt, äh, Dein Burger. Ich kann mich noch etwas, ich möchte auch einen Burger haben. Ich kann mich noch etwas stärken, bevor, äh, bevor hier, äh, bevor hier das, das Elend über mich hereinbricht. So, Chat, ich bin wieder bei euch. Das sind ja sehr interessante Entwicklungen. So, äh, Leute, Jamtaland ist jetzt nicht ganz frei. Das Problem ist, also, wir kriegen, wir haben immerhin schon 423 Prestige, wenn wir ein bisschen plündern, könnte es was werden mit 500. Das Problem ist, die sind verbündet mit, äh, mit wem? Mit Niederschlesien. Niederschlesien ist weit weg, hat 2000 Mann. Ja, könnte eng werden, wenn die da sind, ne? Die Frage ist, ob wir den Kriegsstand bekommen, bevor die da sind. Äh, Island ist, leider, 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 Island wäre so geil, aber Island ist nicht erreichbar. Wir sind zu weit entfernt. Wir haben keine diplomatische Reichweite. Äh, das heißt, wir können auch nicht den Krieg erklären, Island, was ziemlich crazy ist. Ist der da unabhängig? Ne, der gehört dazu. Ähm, ne, ich glaube nicht, also auch selbst mit Anspruch. Ist scheißegal. Ich kann ja halt gar nicht, äh, Krieg erklären. Egal ob Anspruch oder nicht. Die Pharreur gehören zu ihm selbst. Ich meinte, was hat er denn? 1300? Ah, er hat überhaupt keine Verbündeten. Die Frage ist, mit welchem Kriegsgrund könnte ich ihn angreifen? Ähm, das geht ja auch nur mit dem 500er. Das heißt, ohne Prestige, wir brauchen das Prestige. Dann geht das. Wir müssen jetzt durch Plündern Prestige bekommen. Das ist der einzige Weg, den ich sehe. Als Kind kriegt man halt kein Prestige. Ähm, naja, Shuiok ist nicht das Problem. Das Problem ist, ist sozusagen das Prestige. Also ich könnte natürlich jetzt für eine Grafschaft kämpfen oder so, aber das, wir brauchen ja zwei. Und wenn wir Krieg führen, dann müssen wir den Krieg so führen, dass wir König werden können. Dann muss es sich richtig lohnen. Leute, ihr könnt das nochmal diskutieren. Ich muss hier dringend nochmal auf meinen Thron, ne? Auf den wahren Königsthron. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Grafschaft holen und eine von Jamtalant. Das können wir mal kurz checken. Ne, kann ich nachher nicht checken. Ja, das Problem ist, was eine Grafschaft, bin mir gar nicht mehr so sicher, was das kostet. Das kostet... Wir haben ja keine Ansprüche. Das kostet 50 Frömmigkeit. Wir könnten probieren, das wäre eine Möglichkeit. Auf was denn eigentlich? Ich warte mal. Auf hier so eine Popli, ja? Da ist die Frage, ob es nicht besser ist, mit dem Prestige den großen Schlag zu setzen. Geht weiter, okay. Okay, danke. Und die Elder Scrolls Online. Bequemlichkeit ist der Recaro Gaming Seat im Wert von rund 1000 Euro. Der ist lächerlich bequem. Ich wünschte, ich könnte mich in dem jetzt... Geht nur halb weiter. Äh... Warte mal. Brauchen wir Prestige für Königreich gründen? Das brauchen wir nicht. Da brauchen wir nur Geld. Äh... Das ist kein Thema. Na, wir plündern erstmal ein bisschen. Wir plündern erstmal und dann gucken wir weiter. Wir wollen es nicht übertreiben. Vielleicht gibt es da noch einen Weg, den wir geben können. Das heißt, das Problem ist halt, der Krieg gegen Jamtaland ist auch nicht ohne, ne? Wir dürfen jetzt unsere... Unsere Möglichkeiten auch nicht verpulvern. Mir ist es eigentlich lieber nur einen Krieg zu führen. Ja, nicht zu beeilen. Ja, das ist richtig. Geht's bei dir? Du hast grad schon wieder Sachen erobert. Äh, ja, das stimmt. Lappland heiße ich jetzt. Und, ähm, mal gucken, wie ich nach der nächsten Werbung heiße. Ähm, aber... Nee, also mir passiert nicht viel Neues. Mir passiert nichts. Es geht immer vorwärts. Ich hab ja auch tatsächlich einen relativ kriegerischen Typen gebaut, der auch immer noch lebt. Wenn es mich nicht täuscht als einziger... Du bist, glaube ich, der Letzte, oder? Oder nee, Graf... Ist Graf Gräulich auch noch am Start? Doch, Jarl Gräulich ist auch noch am Start. Der ist 74. Wow, Respekt. Michael ist 74. Nicht schlecht. Aber, äh... Lebenswandel. Wenn ich's schon nicht schaffe, dann wenigstens hier mein Charakter. Wie ist denn deine Gesundheit, Michael, wenn du aufs Herzchen drüber hoverst? Ist die schon sehr schlecht? Oder sag nicht, dass du noch fit bist? Sie ist nur... Sie ist schlecht. Okay, bei mir auch, aber ich bin erst 61. Ja. Ich bin nicht lang danach gestorben, Micha. Melancholisch ist der Vorbote. Ich stand vorhin, nachdem meine Söhne unglückend zum Opfer gefallen zu sein scheinen, an der Schwelle des Todes, weil mich das ja mitgenommen hat, aber das ist jetzt wieder weg. Ah, okay. Jetzt geht's wieder bergauf. Das hätte, das hätte Pia, glaube ich, sehr gut gefallen, wenn sie dich damit aus Depressionen umgebracht hätte, durch den Mord an deinen Söhnen. An Graben gestorben, Partner. Ja, dann gehen wir doch mal direkt zu dir. Du bist weiter irgendwie... Plünderst jede Küste, die dir unterkommt. Ne, nicht mehr. Wie läuft... Ach so. Ich hab zu spät angefangen zu denken, das fällt mir immer erst im Nachhinein auf, weil ich bin ja jetzt leider schon sehr alt und habe jetzt es geschafft, in Pommern mehrere Herzogtümer zu erobern. Aber das Problem ist, die werden ja dann aufgeteilt zwischen meinen nichtsnutzigen Belgern irgendwann. Wenn ich noch jünger wäre, hätte ich die Chance, das Königreich Pommern noch zu gründen, bevor ich sterbe. Das wird aber nicht mehr klappen. Also, ich kann's mir nicht vorstellen, damit ich noch irgendwie zehn Jahre leben oder so. Ähm, deswegen schade, aber ihr habt bald viele neue lustige Herzogtümer im Süden. Ähm... Es wird übrigens gerade im Chat... Es wird im Chat gerade geschrieben, dass man Pia nicht hört und man ist nicht ganz sicher, ob sie gerade noch mit ihrem eigenen Chat redet, äh... Oder ob sie schon mit uns reden wollen würde und wir sie nicht... Michael, wenn du ein Königreich willst, dann geh doch nach Estland. Das ist ziemlich klein. Für mich ja nur ein kleines, ne? Stimmt. Hm... Aber dafür ist zu spät jetzt. Das ist mein Engagement in Pommern schon. Am Laufen. Ich brauch auch nicht mehr viel, aber... Es reicht wahrscheinlich. Shuyokka redet, glaub ich, mit dem eigenen Chat. Die hat noch Pläne zu schmieden. Ja, dann, ähm... Ich wollte jetzt jetzt eigentlich natürlich herauszögern, aber, ähm, wir müssen natürlich leider zu dir kommen, Steinwallen. Habe ich dir schon mal gesagt, dass, dass das Rache dich nicht glücklich macht? Ha ha ha! Ha 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 ha! Entschuldigung... Hm... Das klingt jetzt anders, oder? Hm.. Na ja... Mal sehen. Wir werden das ausprobieren. Ich erzähl es dir. Erzähl den Zuschauern, was... Was dein Plan ist! Man sieht es hier leider auch schon. Und es gibt hier diese Plünderarmee, die völlig ungerechtfertigt in Jitre Naumunda einfällt. Wieso? Also ich meine, ein siebenjähriger Junge hier hat nie was getan, was falsch war. Der ist neugierig und schlau und mehr hat er auch nicht. Ja, und mein sechsjähriger Egil ist rauf lustig. Und damit ist die Sache geklärt. Und es gibt halt nichts, was ich sonst tun kann. Man kann nicht auf Ja gehen, man kann nicht auf irgendwie sozusagen heilige Tour gehen, aber immerhin man kann plündern. Also mit irgendwas muss sich ein kleines Kind noch beschäftigen. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Du hast heilige Tour gesagt, nicht schlecht. Heilige Tour. Ja, also. 2020. Es ist eine Beschäftigungstherapie, Maurice. Nimmst du dich persönlich? Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Derweil ist mein Reich ins Chaos gestürzt, weil ich nicht ganz die Erbfolge überrissen habe. Und halt hier drüben jetzt dieser Penner sitzt, Jarl Gandalf R. Maurikson, der mein zweiter Sohn war, wo ich nicht gecheckt habe, dass der noch erbt. Und mein Haupterbe, der siebenjährige Sohn meines toten Sohnes ist. Das übersehe ich tatsächlich gerne mal, dass ja dann auch, wenn dein Sohn stirbt, aber schon einen Sohn hatte, gilt der wiederum als Erbe. Und deswegen habe ich jetzt meine Ländereien in Island verloren, die ich mir so mühsam erobert habe, indem ich hilflose, unschuldige Leute abgemurkst habe. Und das Land liegt vergleichsweise schutzlos da vor Steinwallens marodierenden Horden, die aus irgendeinem Grund Anlass haben, mich anzugreifen. Ich weiß gar nicht, wieso. Das ist die Lage. Ich kann nicht beruhigen, Island ist für mich so weit weg, ich kann dem Herrscher dort noch nicht mal den Krieg erklären. So weit weg ist es. Echt? Ja. Das ist, das ist, freut den da drüben. Das hilft mir jetzt gerade auch nicht so viel. Aber Steinwall, da ist dazwischen, dazwischen ist da so eine kleine Insel. Ja, ja, die gehört aber leider. Für den Sprung. Die habe ich schon gesehen, das stimmt. Die Insel ist aber leider verbunden mit dem Hauptland. Und naja. Aber es ist ja noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Wann machen wir 22 Uhr? Ja, ja, alles gut. So dreist von der Seite reingrätscht. Da habe ich nie was getan, um das hier mal anzumachen. Ich habe sogar für dich, ich habe für dich deinen Sohn umgebracht, ja? Ja. Dankbarkeit wäre hier mal. Ja, das ist in der Tat wahr, deswegen greife ich dich auch gerade nicht an. Das passt doch. Aber du ergötzt dich schon sehr an meinem Leid. Ja, ich finde tatsächlich Ränkespiel mit Ermordungen von gespielten Herrschern finde ich immer etwas, was mich selbst beunruhigt. Zurecht. Ich weiß, es gibt halt die Ehrenwerte Art und Weise, da holt man sich Macht mit einer Wikingergleichen Schlacht und dann gibt es halt die Hinterlistigen. Und hinterlistig sein, ja, aber die Herrscher-Hinrichten ist schon hart. Also, muss ich schon sagen. Wie viel Macht hast du dir denn im Lauf des Spiels mit Wikingergleicher Schlacht geholt und wie viel, indem du Wikingergleiche Schlachtleute verführt hast? Schamlos. Also tatsächlich, alles was ich habe, habe ich mir im Krieg geholt. Und ich hatte tatsächlich nur Liebschaften mit krassen Wikingern, die ich heiraten wollte. Aber es gibt da so ein paar andere Spieler hier, die mir einfach meine wahre Liebe nicht gönnen wollten. Dafür kann ich doch nichts. Ja, stimmt, ja. Wir sind alle sehr missgünstig in dieser Woche. Das muss man schon mal festhalten. Ja, das, äh, dann, äh, ich würde eigentlich gerne noch weiterreden, einfach gar nicht mehr die Pause aufheben und noch ein bisschen kontrollieren und so. Das fände ich gar nicht so verkehrt. Wofür hast du denn Angst? Aber ich glaube, wir müssen leider, ne? Ich verstehe das nicht ganz, wovor du Angst hast. Ja, das frage ich mich auch. Da sind ja Horden von Plünderern in meinem Land. Naja, die können doch nicht. Plünderer, wo es nichts zu holen gibt. Also, wofür ich, hm. Da sind mal gerade 15, 15 Euro, wie der gräulich sagen würde, liegen dort. Das stimmt. Das sind doch arme Länder. Für eine Handvoll Euro. Ja, sag mal auch. Unter Wikingern ist das ja so. Ja, dann, äh, machen wir wohl mal weiter, oder? Mhm. Jawohl. Ich muss jetzt mal, äh, ein Appell an König Denzel richten. Ähm. Ein Appell? Ich lausche. Ein Appell, eine Anfrage. Du bist ein sehr weiser Mann und es gibt ja noch nichts, was in unserem, was zwischen uns steht, kriegstechnisch. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht ein oder vielleicht sogar beide meine Söhne ausbilden würdest. Ähm, ich erbild meine eigenen Kinder schon aus. Ich hab gar keinen Platz. Oh, doch. Doch, du hast zwei Püße. Die sind alle schon groß. Ich hab geguckt. Oh ja. Also, ich höre mal ein und ich hab mich überall erkundigt. Und es gibt keinen weiseren Mann hier in Skandinavien als dich. Und deswegen würde ich gerne zumindest einen meiner Söhne zu dir in den Unterricht schicken. Äh, ja. Schick rüber. Ich werde ihm seine Faxen schon austreiben. Ja, das finde ich großartig. Aber pass auf, wenn das nicht klappt, dann kann der auch mal schnell ermordet werden. Wie jetzt? Mein Herrscher oder der Sohn? Nee, der Sohn. Da herrscht, bei der Brutmutter herrscht so knallharte Auslese. Das stimmt, das stimmt. Die Frage ist halt, möchte ich meinen zweiten Sohn klug werden lassen oder möchte ich meinen ersten Sohn stark werden lassen? König Denzel kann halt beides. Wie schmeichelt sich jetzt gerade diese Anfrage an? Erzähl weiter. Aber schick deine Jungs rüber. Das wäre ja großartig. Dankeschön. Dann können wir ja, dann machen wir auch so eine Art Familientreffen. Wir sind jetzt alle schon eine große Familie. Wir treffen uns alle bei mir hier in, wie heißt das, Uppsala, Heilige Städte, mitten in Lappland. Und der Einzige, der noch nicht zur Family gehört, ist der etwas semi-expansionistische Steinwein. Naja, meine Family besteht aus einem kleinen Jungen, ja. Ja, das stimmt. Der ist einsam. Es ist sehr gerecht, dass ich jetzt sagen kann, ich kenne das Gefühl. Mich hat es eben nun auch ereilt. Und ja, das Leben ist manchmal hart. Naja, aber ich meinte, du hast ja hier auch wirklich nichts zum Plündern. Das ist ja auch ein Trauerspiel. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Das lohnt sich ja gar nicht. Genau in der Mitte da. Die Macht, die die Grafschaft, das Herzogtum, Halgoland ausgeübt hat, die ging halt wirklich komplett von der Softpower ihres Herrschers als Intrigenmeister aus. Jetzt, wo der weg ist und so ein siebenjähriges Kind da herrscht, fallen wir rapide in die globalpolitische Bedeutungslosigkeit. Was ziemlich traurig ist irgendwo. Jetzt hast du abgelehnt. Wieso denn? Ich habe abgelehnt? Ja, du hast gesagt, schick rüber. Seid gegrüßt, Häuptling Cecilie von Pellermorg. Leider findet die von Ihnen euch vorgeschlagene Ausbildungsvereinbarung nicht unseren gefallen. Aber wieso denn jetzt? Ich habe gar nicht eine Meldung gekriegt. Ich habe gerade, mein Pferd war wieder krank. Und ich musste wieder Geld ausgeben fürs Pferd. Das war alles. Schick gerne nochmal raus. Ich habe hier nichts gekriegt. Jetzt probieren wir das nochmal hier. Sehr, sehr ernüchternd. Probieren wir das nochmal. Kam es jetzt an? Ah doch, ja. Okay. Ah, das kommt hier oben an. Ja, das kommt dort oben. Okay. Ist angenommen. Alles cool. Dankeschön. Dankeschön. Ach, jetzt bin ich auch noch krank. Ich habe das Gefühl, dieses arme Kind wird gerade sehr für die Sünden seines Vaters gestraft. Der, glaube ich, die Dynastie in den Augen Odins verflucht hat mit seinen Missetaten. Du geißelst dich so selber und sagst, du bist, ich verstehe gar nicht, wo ist dein Problem, Maurice? Du hast da einen schönen Landstrich an der Nordflanke von Norwegen. Da ist bestimmt voll schick, frische Luft. Keiner greift dich an. Das stimmt, das stimmt. Und du expandierst hier auf irgendwelche Inseln am Rande. Da, wo bei Ultima die Seerose wäre, wo drunter eine geheime Insel versteckt wäre. Das stimmt, ja. Da, da siedelst du. Das ist doch mega krass. Du kannst voll... Oder warte mal, gehört Island dir noch? Das gehört dir gar nicht mehr. Aber ich bin schon... Willkommen in der neuen Gegenwart. Wie hast du denn Island verloren? Jetzt weiß ich, dass dein Problem ist. Das hat er gerade vor fünf Minuten zwar ausführlich lamentierend erläutert, aber scheiß. Ja, kennt ihr das nicht auch, wenn Maurice fünf Minuten redet, dass man irgendwann so auszohnt? Ja, ja, als König von Lappland hast du auch jedes Recht dafür. Gut, ich hab's anscheinend nicht mitgekriegt. Oh Lappland, oh Lappland. Also, lass mich doch da jetzt endlich... Immer noch nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Na, Densel, wenn du jetzt mal nicht langsam... Was meinst du? Ganz schön groß geworden bist. Ja, ne? Also ich kann auch aufhören mit wachsen, aber... Aber ich will nicht. Wozu? Ich hab halt so mega viel Truppen, die wollen halt auch echt alle... Das ist ja auch das Ding von Stammestum, ne? Wenn ich Krieg führe, krieg ich mehr Unterstützung. Wenn ich mehr Unterstützung hab, krieg ich größere Truppen. Wenn ich größere Truppen hab, kann ich besser Krieg führen. Das ist der Kreislauf des Stammestums, weißt du? Ich kann das gut nachvollziehen. Ja? Ja. Ich bin halt immer noch nicht illustrer und ich versteh nicht warum. Ich könnte jetzt das erzwingen, indem ich wieder ein paar Affären eingehe. Aber dann bin ich halt... Dann bin ich halt nicht mehr gläubig. Dann geht das halt in die andere Richtung wieder so. Das ist halt... Das ist halt echt ärgerlich alles. Ist richtig ärgerlich. Und ich kann über diese... Ich kann halt da nicht einfallen, bei diesem kleinen... Ich will einfach seit 10 Jahren Schleswig einnehmen. Und das ist so ein kleines Pupsding. Und ich kann nicht, weil ich nicht illustrer bin. Ich müsste das einzeln einnehmen. Weil ich das einzeln eingenommen hätte, hätte ich es wahrscheinlich schon. Und über Ansprüche? Du kannst ja auch Herzogtumsansprüche auch bekommen. Mit einem guten Priester. Das geht schon. Ich habe einen Anspruch. Ich will es haben. Das ist mein Anspruch. Anspruch. Das geht schon. Nee, ich nehme das jetzt einzeln an. Ich wollte eigentlich mich Stück für Stück da vorkämpfen. Aber wir machen das jetzt einfach in einem. Neuer Krieg. Neues Glück. Steinwall und Schurioca, wollen wir vielleicht mal die Lage besprechen? Äh, nein. Was habt ihr denn gegen Michael? Wieso nehmt ihr den denn nicht mit? Er hat meine Liebe heute verbrochen. Mit dir bespreche ich gar nichts, mein Freund. Meine wunderschöne Liebe. Aber mit euch anderen beiden habe ich gute Bündnisse geführt. Und war euch immer treuer. Nie was gegen euch unternommen. Das stimmt. Ich behalte das immer im Hinterkopf. Steinwall, ich möchte jetzt eigentlich nicht das Arschloch sein. Aber wenn du dich mit Micha verbündest, dann sind wir keine Verbündeten mehr. Ich verbünde mich überhaupt nicht mit Micha. Ich wollte das nur anbringen. Aber ich bin es nicht. Schau mal, ich bin in Pommern. Ich werde euch allen nicht gefährlich. Für mich ist alles gut. Meine Liebe. Meine Liebe hast du mir gestohlen. Und du hast es nicht mal mitbekommen. Boah, ich habe so viele Kinder. Ich habe gar keine Pläne. Ich habe das geplant. Ja, das ist unser Stahl. Das ist unser Stahl auf Gotland einfach casual Intrigen verhindern. Wir bleiben treu beieinander. Das ist ganz klar. Ui. Was passiert jetzt? Nein. Steinwallen ist raus. Bitte stopp. Ohne diese Spieler fortfahren drücken und dann Pause. Und dann ist es kein Problem. Dann kann er wieder rechnen. Dann müsstest du, ja genau, dann müsstest du ja direkt. Oh mein Gott. Es ist sogar schon pausiert, oder? Dann müsstest du ja, genau. Ist das übrigens jetzt so, möchtest du mir damit jetzt was sagen, dass du gesagt hast, wir bleiben treu beieinander und drei Sekunden später so gut zeneckt. Ich frage ja noch. Ja, es ist merkwürdig. Müsst du mir hier unterschwellig irgendwas mitteilen? So, warte mal. Jetzt muss ich, muss ich ja neue ID, habe ich die noch eingespeichert? Kurz mal gucken. Da bist du wieder. Ich glaube, das Spiel, ich glaube, das, wisst ihr was, ich glaube, das ist auch ein Komplott von Maurice. Denn ich hatte gerade was vor und so weiter. Das war wirklich, also, crazy. Mein Chat kann es bezeugen. Überhaupt nicht. Das war kurz bevor ich das angeklickt habe, was ich tun wollte. Was hier wieder mir unterstellt wird. Guckt euch, könnte dieses unschuldige Kind lügen, guckt ihn euch an. Hier, Jarl, Trinwe, Magnusson. Vollkommen unschuldig. Du hast dich gar nicht verheiratet. Das stimmt, das stimmt. Ich bin, glaube ich, erst mal wieder da. Sehr gut. Okay. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh nein. Gibt's noch nicht. Jetzt gibt's Probleme. Oh nein. Nein. Ist das nicht schön? Jetzt ist der Host raus, steht bei mir. Nee, das steht ja immer nur bei dir, weil du raus bist. Du bist raus. Okay, soll ich Menü klicken oder Einzelspieler? Nee, verlassen. Und dann kommst du wieder auf den Multiplayer-Lobby-Bildschirm. Nicht Einzelspieler. Also Menü. Okay. Ja, genau. Und deine KI hat gerade den Krieg erklärt. In der Sekunde, die es nicht pausiert war, gegen Lappland. Quatsch nicht, gegen Skane. Was wäre ich? Oh, da sollten wir aber... Und mich hinzugerufen. Also zur Eroberung von Dänemark. Wann ist denn der letzte Autosave? Nein, das geht ja nun gar nicht. Nein, das geht nicht. Nicht zurück auf den Autos. Ja, ich meinte, das will doch Denzel auch diesen Krieg führen. Drei Söhne. Was ist hier los? Er hat doch gerade seine große Strategie verkündet oder seine Doktrin. Truppen müssen beschäftigt werden. Ich weiß nicht, ich sehe leider nicht, von wann der letzte Autosave ist. Ich sehe, ich habe einen, wo ich auch schon das kleine Kind bin. Das Problem ist, dass... Aber er ist angezeigt. Das Problem ist, dass mit den... Wenn der Host das Safe ladet, dann können sich Probleme häufen. Also wenn wir es vermeiden können, sollten wir es vermeiden. Aber gut, das muss natürlich... Das muss Denzel jetzt sagen, ja klar. Es sei denn, er hatte natürlich eh vor, hier als nächstes einzufallen. Dann ist das ja... Bist du überhaupt noch da, Denzel? Er scheint komplett raus zu sein, ne? Ganz weg. Nee, er ist im Waiting Room. Kann ihn einmal da reinziehen? Oh, dann, liebe Regie, könnt ihr ihn wieder hochziehen. Denzel ist im Waiting Room. Im Discord. Bin wieder da, hört ihr mich? Da bist du wieder. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass blöderweise in dieser einen Sekunde, wo du weg warst, deine KI einen Krieg erklärt hat. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also das Daily Biz. Du musst noch die Kamera anmachen, Denzel, im Discord. Oh ja, okay. Und danach müssen wir einmal kurz schauen, dass ich nachjoin. Ich habe es gerade zweimal probiert. Das hat nicht funktioniert. Wenn ihr mir nochmal... Es geht nicht. Wie, äh, kann das sein, dass du auch wieder nicht mit Paradox, mit deinem Account verbunden bist? Das hatten wir ja am Anfang auch. Ähm, das müsstest du mal prüfen. Da müsste irgendwo so ein grüner Punkt leuchten. Im Hauptmenü. Du hast vollkommen recht. Ich bin da nicht mehr drin. Genau, dann kannst du auch nicht joinen. Du musst komplett alles nochmal schließen. Den Launcher schließen. Ich kann mich aber auch aus dem Spiel heraus einloggen. Ich probiere das erstmal, weil das dauert bei mir Jahre, bis das Spiel gestartet ist. Nee, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Aber probier's. Oh Leute, das ist jetzt an dieser Stelle. Jetzt, das passiert. Das muss Maurice sein. Ich weiß gar nicht, was ihr immer denkt. Hier, da kommt er. Ich könnte jetzt nur auf Ablehnen drücken und behaupten, ach nein, die Disconnects, ne? Aber, äh, nein. Ja, wartet eine Sekunde. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Initialisiere das Spiel hier. Habt ihr das auch, dass es ein mega langladendes Spiel ist? Oder hab ich einfach nur einen schlechten Computer? Hast du keine SSD wahrscheinlich, oder? Ich wollte gerade sagen, hast du das auf der Festplatte oder auf der SSD? Ich glaube, das habe ich nicht auf der SSD. Na, dann ist das der Grund. Davon wahrscheinlich. Ah, okay. Bei mir geht's echt super, super schnell. Ja. Okay. Aber ich hab... Ah, gut, okay. Ähm, okay, also es wurde Krieg... An wem denn? Irgendjemand von euch? Ne, gegen Seeland da unten. Ne, Skane. Skorne. Naja, um Skorne, aber gegen Sjorland. Jarl siegt durch Schlangenauge von Sjorland. Genau. Okay, das ist aber auch ein recht krasser Krieg, weil der hat 4000 Mann. Du hast zwar 5000, aber trotzdem... Ne, der hat nicht so viel, weil die anderen kommen von Gräulich. Und die muss er ja nicht in den Krieg führen eigentlich. Ah, stimmt, stimmt. Das ist nur überbundenes Partner. Also wenn du nur gegen ihn Krieg führst, sind es irgendwie nur 3000 oder so. Und du hast 5000. Ich meine, es sieht jetzt nach einem Krieg aus, den du wahrscheinlich eh als nächstes begonnen hättest, weil der genau die nächsten schwedischen Gebiete hat. Ja, ja, also wir brauchen da jetzt... Oh, ich bin wieder da. Lass mich noch einmal kurz gucken. Nicht, dass irgendwie nachher sind alle meine Kinder tot oder so. Charakter auswählen. Wartet. Ich glaube, ich bin wieder drin. Könnt ihr das bestätigen? Ja. Wurde uns auch angezeigt. Korrekt. Okay, und jetzt bin ich im Krieg mit... Ja, ist cool. Sehr gut. Gut, dann können wir weiter, oder? Wir machen weiter, ja. Ui. Ah, da wird mir der Krieg erklärt von Steinwallen. Ah. Nein! Jetzt bin ich gestorben. Ah, nee, doch nicht. Mein Sohn. Goddamn. War das wieder Pia? Ups. Äh, woran lag das? Nee, tatsächlich habe ich nichts gemacht dieses Mal. Jetzt habe ich versehentlich pausiert. Moment, ich starte es wieder. So. Ich bin mit... Ich bin gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe gerade einen Bonus bekommen für viele Kinder, die ich zur Welt gebracht habe. Ich bin dieses Mal in Glückseligkeit meiner Familie verstrickt. Ich habe nichts mit Mordanschlägen zu tun. Irgendwo anders. Ausnahmsweise. Ich lebe immer noch jetzt mit 75 und mein Sohn ist mit um die 50 rum jetzt schon von uns gegangen. Was ist denn das für eine Familie? Was ist denn jetzt mein Erbe? Was passiert denn jetzt? Oh Gott. Du siehst aber auch... Oh nein, der Typ. ...eicht bissig aus. Also du siehst aus, als würdest du einfach sagen, nee, ich sterbe heute nicht. Und die KI würde sagen, okay. So gegarbt sehe ich aus. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, es gibt auch sehr wenige Söldner, die man gerade anheuern kann. Wie doof. Oh, was? Der Typ ist jetzt mein Erbe? Ja, ich glaube, ich kann tatsächlich wenig machen, um die Unterwerfung durch Steinwallens Truppen zu verhindern. Das ist die gerechte Strafe, die mich ereilt. Du hast ja noch deine Faröer-Inseln. Jetzt bin ich gestorben. Aha. Ah, so viele neue Herzogtümer. Oh, das geht doch noch, oder? Aber ist es das? Es sieht doch noch ganz okay aus. Ja, aber es ist doch ein bisschen... Es fehlt ein bisschen was. Ah, und ich habe diesen Krieg geerbt jetzt gegen Vormann. Nicht so gut. Wir haben eine Umfrage. Ich sehe die leider nicht so gut, weil der... Ja, ich sehe die Ergebnisse nicht gut, weil der Monitor hier ist aus. Und ich habe nur hier einen, wo das... Das kann ich tatsächlich nicht lesen aus der Ferne. Aber Steinwallens Herrschungsstil führt wohl. Er gefällt den Leuten am besten. Mein Ratsmitglied ist an einem Hustenanfall erschickt. Das ist schon egal. Und dann ist Shuriokas Herrschungsstil der Zweitbeste mit 30%. Oh, danke schön. Also hier die... Die Bündnispartner stehen. Die Bündnispartner stehen. Ist wohl hier dem... Dem Volke... Gefällt es. Es gibt ja einen Grund, warum man den Pöbel Pöbel nennt, ne? Erst kommt Maurice, dann kommt Denzel. Sag mal Dennis, können wir irgendwie... Können wir es irgendwie arrangieren, dass du mir in diesem Krieg zur Seite stehst und ich danach dein Vasall werde? Kriegen wir das irgendwie hin? Welcher Krieg denn? Du gegen Steinwallen? Ja, da war ich nämlich ja gerade unterwerfen. Okay. Ja, dann komme ich gleich hoch da. Ja, komm mal hoch. Und danach werde ich dir natürlich die Treue schwören. Mein Vater hat dich ja geliebt. Er hat oft von dir erzählt, von den schönen Nächten, die ihr gemeinsam verbracht habt. Wie eilig ist denn das? Und das will ich natürlich auch ehren. Ziemlich eilig, leider. Ach man. Ich bin grad beschäftigt. Was ist denn Phase da oben? Also deine Ländereien werden einverleibt oder wie sieht's aus? Genau. Er wird einfach mein Vasall. Das, was schon lange Not tut. Okay. Die rechtmäßige Ordnung in Norwegen wird dann endlich hergestellt. Uff, das war teuer. Oh Gott. Chase, ich glaub, ich kann dich auch gar nicht irgendwie in ein Bündnis kriegen, dass du mir da hilfst. Nicht, weil du im Krieg bist, glaub ich. Sonst könntest du ja immer Bündnisse eingehen, wenn du schon im Krieg bist. Ja, das ist das Problem. Ich bin auch im Krieg, den ich nicht so einfach canceln kann, ohne ihn zu gewinnen. Ja gut, dann ereilt mich jetzt die rechtmäßige Strafe für meine schurkischen Intrigen. Also ich komm nach oben, aber ich weiß nicht, ob ich's rechtzeitig schaff, weil meine Leute, ich kann die erst auflösen, wenn die alle weg sind. Ja, aber was machst du denn da oben? Guckst du dir das an, das Elend? Hm, gute Frage. Ah nee, warte, wenn ich meine Truppen... Ah, ich hab schon einen Plan. Mal gucken. Irgendwas geht schon. Ich hatte tatsächlich direkt auch noch den Gedanken, dass ich dir mich natürlich eigentlich direkt als Vasal anbieten sollte, aber da kam die Kriegserklärung ein wenig schneller. Du, das können wir auch jetzt einfach durchziehen, du kannst ja einfach annehmen. Ja, das äh... Ja, du musst schon dafür arbeiten. Ach so, okay. Warum soll ich dir jetzt Zeit ersparen, dass... Damit wir dann danach in Frieden zusammenarbeiten können. Du meinst, dass wir die Sünden unserer Väter hinter uns lassen? Genau, wir geben uns die Hände. Warte mal, jetzt bin ich umgedreht, hab mein Krieg abgebrochen und du gehst da oben unter den Rockzöpfel von Steinwein oder was? Aber du kannst ja, glaube ich, gar nicht dagegen ankämpfen, oder? Ich glaube, wir kriegen keinen Krieg erklärt, dass du ihn angreifen kannst. Wer weiß nicht, wozu ich fähig bin. Dann, 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 dann lasse ich jetzt einfach mal schauen. Ich schau mal, was passiert hier. Also mein, mein Land steht als Vasal dem zur Verfügung, der es sich mit Wikinger-Macht krallt. Chuyokka, kannst du vielleicht mir helfen in diesem entscheidenden Moment? Oder ist es gerade schwierig? Es ist gerade ein bisschen schwierig. Und das Größere schwierig ist tatsächlich daran, dass mein Erbe bei König Denzel auf dem Hof sitzt. Das ist ein ziemlich gutes Argument, das er da tatsächlich gerade hat. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Ich weiß gerade noch nicht wirklich... Lass mich, lass mich jetzt darüber nachdenken, wie ich mit dieser Situation jetzt umgehe. Ich versuche hier eigentlich nur, Dänemark zu bekommen, das mir versprochen wurde. Und deshalb habe ich einfach immer noch keine Hilfe bekommen. Und jetzt machst du da oben so komische Dinge. Ach, die Bündnistreue zerfällt. Ach so, ach so. Nee, da zerfällt gar nichts. Ich bin immer überlegen, wo ich meine Präsenz... Ich habe immer gesagt, wenn ich König bin, und wir stehen kurz davor... Oh, ich bin gestorben! Ja, und ich wusste es! Schweden gründet sich! Ich wusste es! Das meinte ich, du bist ganz schön groß geworden, mein Freund. Ja, ja, ja. Und du hast... Oh, 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 oh nein! Oh nein! Oh nein! Aber jetzt! Jetzt kann ich natürlich ihr Führungskrieg an... Das ist ja gut da. Okay. Oh nein! Also ich nehme einen Weißen Frieden an, Denzel, das ist kein Problem. Du könntest das Ganze als kleiner Fauxpas, als Bürofehler, können wir das abstempeln. Ich bin gerade komplett jetzt überfordert hier. Was ist denn hier los jetzt? Ja, ist auch egal. Die Sache ist sowieso hier oben geritzt. Du bist eh nicht rechtzeitig da. Sind wir jetzt noch im Krieg, Steinbein? Ja, wir sind im Krieg, ja. Komm, biet mir den Weißen Frieden an. Du kannst hier noch natürlich zur Rettung kommen, aber ich glaube, es wird... Ja, ich meine, inzwischen, jetzt wo du wieder kleiner bist, ist mein Land durchaus ein wertvolles Puzzlestück, sage ich mal, wenn das Steinweilen kriegt. So, soll ich das jetzt noch zu Ende durchziehen oder würdest du jetzt... Ja, Maurice, ich muss hier, das ist jetzt, wie sagt man, höhere Gewalt quasi gewesen. Ich sterbe ja nicht durch natürlichen Tod, sondern das war göttliche Eingebung, äh, nee, wie sagt man, Intervention, ähm, dass mein Leben ausgehaucht wurde. Jetzt habe ich hier ein Problem. Mein Land ist gespalten. Hier die verdammten Schweden da im Süden. Du warst zu gierig, darf ich dir das mal sagen? Du warst zu gierig. Ja, aber das ist ja auch das Problem. Guck mal, was hätte ich machen sollen? Ich war irgendwann groß. Hätte ich mich zurückgehen sollen und zugucken, da macht man einfach weiter. Ein Land nach dem anderen, weißt du? Das kann man nicht aufhören. Das stimmt, das stimmt. Weltherrschaft ist wie eine Droge. Du hättest deinen Verbündeten und Partner, deinen Mordgesellen, hättest du einfach fragen können, ob er dich im richtigen Moment umbringt. Und dann mit dem nächsten König weitermachen. Das stimmt. Aber jetzt hätte ich es ja auch nicht mehr machen können. Jetzt war er mein eigener Typ leider weg. Deswegen, äh... Ach man, die verdammten Schweden. Aber ich habe da ja Ansprüche drauf. Ja, ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Wenigstens ist mein Neffe an der Macht. Das gibt mir fett Prachtpunkte hier. Wie heißt das? Bekanntheit? Das stimmt, ja. Dynastietechnisch bin ich weit vorne. Für alle, die nicht ganz kapiert haben, vielleicht auch als Zuschauer, was gerade passiert ist. Dennis Herrscher ist gestorben. An Altersschwäche. An Erbe, geerbt. An Altersschwäche, richtig. Und dann ist es so gekommen, dass die Schweden halt die Gelegenheit ergriffen haben, zu sagen, Moment, wir wollen jetzt eigentlich nicht weiter unter der Knute der Lappländer stehen. Nee, nee, nee. Und haben wir ein eigenes Königreich gegründet? Nein, nein, er hat eine Erbteilung gehabt. Ach, eine komplette Erbteilung. Ach so. Ah ja. Weil er hat halt zu viel Land aus von Schweden erobert. Deswegen sagte ich, er war zu gierig, dass quasi Schweden als Königreich die Jure gegründet werden konnte. Und wenn das möglich ist, dann hat der Erbe darauf, also wenn du einen zweiten Erbe darauf hast, hat der einen Anspruch darauf. Und dann geschieht es auch. Bei der Erbteilung. Mal im Ernst, wer hat denn damit gerechnet, dass ich sterbe? Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. In der Situation war es echt unglücklich gerade, das muss man echt sagen. Ja. So. So, dann bin ich ein treuer Vasall von Steinwall. Hallo. So, ich denke, wir können jetzt alle... Was wollen wir heute Abend tun, mein Leesherr? Steinwall. Wir könnten ein bisschen im Sandkasten spielen und so. Ich habe ein Angebot für dich. Ich habe ein Angebot für dich, weil wir so gut verbündet sind miteinander. Ich würde tatsächlich, wenn du das möchtest, dir meine jüngere Tochter anbieten. Die hat nämlich den Robust-Perk bekommen. Dafür müssten wir das jetzige Verlöbnis lösen und dann könntest du die jüngere haben. Wie viel jünger ist die denn jetzt? Sie ist gerade auf die Welt gekommen. Das ist schwierig, weil ich muss irgendwann loslegen, wenn es geht. Mit... Na, du weißt schon was. Weißt du? Und da kann ich nicht jetzt... Ich bin jetzt schon neun. Kann ich noch neun, ja. Also es ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, verstehe ich, dass das schwierig ist. Dann nimm lieber die Fünfjährige. Schon recht. Ich fühle mich so, dass ich diese Macht über die Mordkomplotte nicht mehr habe. Es ist so deprimierend. Da ist es wie als würde ein Körperteil mir fehlen. Das ist schrecklich. Ja, schlimm. Wie jetzt bist du... Hast du dich einverleiben lassen? Ich musste ja. Ich hab mich ja nicht einverleiben lassen. Ich wurde im Kampf bezwungen. Ich hab das so lange rausgezögert, wie ich konnte. Weil ich dachte, vielleicht mein... Der Geliebte meines Vaters wird mich noch retten. Aber ist nicht passiert. Und jetzt bin ich natürlich der treueste Vasall, den es auf Erden je gegeben hat. Weil mein Fähnchen hängt voll im Wind, wie es in meiner Sippschaft üblich ist. Wir sind nicht für unseren Mut bekannt. Und wir haben den Ruhm von Steinwallen immer schon anerkannt und geschätzt. Es war sehr schade, dass da zweimal an natürlichem Tod ein Mitglied der Dynastie gestorben ist. Und sonst wäre Steinwallen sicher schon längst König von Norwegen und Schweden geworden. Unglücke passieren halt. Aber eindeutig war es immer Schicksal. Deine Tochter und mein neues alter Ego hat ein Kind gekriegt jetzt. Gerade eben. Wir sind Großeltern, Maurice. Gemeinsam. Maurice, jetzt kannst du auch ein bisschen dich freuen. Weil jetzt bist du nicht nur einfach ein Vasall irgendeines x-beliebigen Jarls. Sondern gemeinsam haben wir das Königreich Norwegen gegründet. So könnte man es eigentlich formulieren. Das ist doch schön. Du bist gerade König geworden. Ja. In brüderlicher Zusammenarbeit. Das sehe ich auch ein bisschen als meinen Erfolg. Werd ich da hinten gerade geplündert? Was ist das denn? So. Jetzt würde ich sagen, jetzt können wir Dänemark angehen. Ich habe das nicht vergessen. Sag mal, sag mal. Also ich stehe jetzt an deiner Seite. Echt? Würdest du? Ja. Ja, ich würde. Also wäre ich schon super glücklich, wenn du mir diese nervige Armee bei meiner Haustüre abnehmen würdest. Weil ich greife gerade sein Gebiet ein. Und er hat sich gedacht, ja. Ach, du bist schon im Krieg oder was? Ja, ja, schon die ganze Zeit. Aber der will nicht gegen meine Armee kämpfen. Und ist feige an meine Küste gefahren. Und jetzt müsste ich... Sind das diese 700 Mann da? Jo, ist doch kein Thema. Ja, die 800 Mann. Also ich kriege den auch weg. Das Problem ist nur, da müsste ich jetzt zurück. Und ich kann gerade nicht zurück. Ruf mich doch mal in den Krieg hinein. Wir sind doch verbündet. Ja, das wäre ja wundervoll. Steinbein, lass mich dir auch noch einen Vorschlag unterbreiten. Wenn ich als dein nobelster Verbündeter... Dankeschön. Soll ich dich in meinen Rat holen? Hast du irgendwelche Kompetenzen? Ach nee, du bist ja noch Kind. Entschuldige. Genau wie du. Wir haben beide keine Kompetenzen. Aber was mir halt natürlich schon aufgefallen ist, ist, dass die Freundschaft mit Lappland... Also ich habe ja sehr drauf gebaut, vielleicht, dass wir uns zur Hilfe kommen. Das haben sie nicht getan. Er fällt jetzt in den Rücken. Er fällt jetzt in den Rücken. Mir ist ja was dazwischen gekommen. Ich bin gestorben. Er ist lieber gestorben, als mir zu helfen. Ja, das ist, was ich meine. Ich bin so ein hinterlissiges Schwein. Schau mal. Und Steinwallen, findest du nicht auch, dass die Königskrone von Norwegen viel besser aussieht, wenn du auch noch obendrauf, so wie eine zweite Krone... Lass dich nicht so missbrauchen. Maurice, spielt euch alle gegeneinander aus. Das ist eine Katastrophe. Also ich habe Treue geschworen meiner Verbündeten hinter den Bergen. und der werde ich jetzt auch zum... Ja, aber die hat ja gerade... Der werde ich zum... Aber die hat gerade gesagt, dass sie nicht mehr braucht, als dass du halt diese eine Armee plattweist. Nein, Dänemark ist groß. Sie braucht noch meine Hilfe. Ich bin mir sicher. Ach so. Ich bin mir sicher, dass sie unsere Hilfe braucht. Naja. Mumis, weißt du, was du bist? Ich stehe zu meinem Wort. Von Jabba, das ist die kleine Kreatur, die immer hinter ihm ist und lacht. Das bist du für mich gerade. Nein, wir... Also Dänemark muss jetzt noch kommen hier, ne? Außerdem ist sie wesentlich dafür verantwortlich, dass es das hier gelungen ist, denn sie hat den entscheidenden Mordanschlag gemacht. Das wollen wir auch noch mal nicht vergessen. Das stimmt. Das ist leider sehr traurig. Ich hätte sie auch umbringen sollen. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich dachte, ich bin ausnahmsweise mal nett. Einmal widersteht man seinen mörderischen Impulsen. Häuptling Cecilia hatte ich auch schon mit 75 Prozent. eine Chance, ja. Welche? Nee, das wäre jetzt gemein. Welche? Ja, die aktuelle. Die aktuelle bin ich, im Übrigen. Ja, genau. Ja, die habe ich schon... Alter. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich dachte, das wäre ja gemein jetzt. Und schon hier bezahle ich den Preis. Man muss einfach immer rücksichtslos und gnadenlos sein. Das ist die Lektion des Häuser. Lass es mit Sicherheit die Lektion. Schau dir die Karte an. Ich bin gerade äußerst schockiert darüber. Das ist, ähm... Ich weiß gar nicht, was ich dazu gerade noch sagen soll. Wirklich. Worüber... Ach so. Ja, über diese... Über diese Gedanken, ne? Das ist mir auch ein bisschen peinlich. Allgemeine Gerechtigkeit, ja. Das ist so ein... Das ist ein Vasall, ne? Das ist so ein... Naja, es ist mir ein bisschen unangenehm. Aber was soll man machen? Er gehört halt auch zu Norwegen. Das war ja mein Vater. Ihr wollt doch nicht den... Ihr wollt doch nicht den Sohn für die Verbrechen seines Vaters verantwortlich machen. Ja, doch. Das stimmt. Doch, doch. Definitiv. Also, doch. Eigentlich schon. Was wird denn aus dem Sohn? Er ist tapfer und neugierig. Och, ich finde, das klingt erstmal sympathisch. Das bist du doch, ne? Ja, wir werden sehen, was daraus wird. Und schlau. Und ja, es ist ein wenig... Mit jeder Werbepause wird es schlimmer. Und jedes Mal denke ich mir, eigentlich könnten wir einfach den Cut machen. Machen wir aber natürlich nicht. Ihr könnt uns weiter an meinem Elend ergötzen. Wir sehen uns gleich wieder. Und Pause natürlich. So, lieber Shad. Ah, sehr schön. Ich meinte, wir sind in einer gewissen fragilen Situation. Wir können immer noch komplett ausscheiden. Aber wenn wir jetzt ausscheiden, haben wir wirklich das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ah, sehr geil. Sehr, 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 sehr schön. Ich würde mal sagen, jetzt... Ich weiß nicht, es wird ein bisschen knapp. Ich würde sie ja gerne wirklich noch zur dänischen Königin machen. Aber ansonsten habe ich jetzt keine großen Ambitionen. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen um Island kümmern. Da haben wir jetzt auch diplomatische Reichweite. Ja, das würde gehen. Das Einzige ist halt, wir brauchen halt ein Erben. Das ist das Einzige, was wir nicht haben. Das kann noch übel enden. Außerdem habe ich Hunger, Leute. Aber ich habe noch nicht gegessen. Ach, ich weiß nicht. Ob ich jetzt hier mal irgendwas schnell reinpfeife. Das habe ich nicht gut organisiert. Oh, Armee auflösen. Haben wir noch die Armee am Start? Das ist natürlich nicht gut, ja. Stimmt. Ah, der Krieg war ja auch gerade erst vorbei. Maurice sicherheitshalber einkerkern. Ja, ich würde mal sagen, im Moment vertraue ich erst mal darauf, dass er ehrlich bleibt. Wenn es irgendeine Andeutung von Zweifel gibt, dann, ach, guck mal, einkerkern geht gar nicht. Nee. Geht gar nicht. Leute, ich ziehe mir mal schnell was zu essen rein. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir gucken, was da drüben los ist. Vielen Dank. Es wird auch noch passieren. Es gibt immer noch Königreiche zu erobern, Intrigen zu spinnen, Versprechen zu erfüllen. Mal schauen, was noch so alles kommt. Und davor erfüllen wir noch mal unser Versprechen, dass ihr bei uns ganz tolle Sachen gewinnen könnt. Nämlich mit unseren Partnern, haben wir Gewinnspiele im Wert von... Ei, 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 ich würde mal sagen, also Island müsste noch dazugehören, aber ansonsten Situation stabilisieren, würde ich mal sagen. Das müsste es jetzt sein. Jamtalant würde noch dazugehören, ja. Die haben wir haben auch keine Bündnispartner, bloß da brauchen wir halt, obwohl da haben wir den Jura-Anspruch, ne? Hm, nee, haben wir nicht. Da brauchen wir wieder unsere, oh, diesmal 750 Prestige. Die hätten wir aber tatsächlich. Aber das ist ganz schön viel für so eine Aktion. Oder 250 Glauben. Oh, es wird schon weit gespielt. Eindeutig. Ich meine, mittlerweile haben wir jetzt ein interessantes Machtverhältnis. Ja, ich finde es, also das uninteressante Machtverhältnis, das wir bislang eigentlich hatten, mit weitem Abstand. Ja, das ist klar, das stimmt. Ja, aber mal objektiv betrachtet. Ja, wie, sprich weiter. Ich finde, Norwegen ist saturiert. Außer natürlich die Jure-Gebiete, die da noch so dazugehören, aber das sind nur noch wenige. Ich habe jetzt das Problem, dass die ganzen Geier aus allen Richtungen kommen, nach dem Ableben meines Vorfahren. Und, ähm, na, das ist, ähm, angefangen hat dieses Gegeiere mit dem Seitenwechsel des Moris. Und, ähm, da sind ihm einige andere Schlangen, Geier und was es da sonst noch für Ungeziefer gibt, gefolgt. Ja, ich bin immer der Erste beim Ungeziefer. Das will ich hier für mich schon beanspruchen. Dass, äh, meine Ehrlose-Dynastie, immer wenn es was Ehrloses zu tun gab, waren sie die Ersten, die es getan haben. Das ist großartig. Also, wirklich, ähm, wundervoll. Ist doch auch, auch mal irgendwas, oder? Also, ein Vermächtnis. Ja, ist auch, ist auch ein Vermächtnis. Irgendwie ein bisschen, vielleicht. Ich meine, also, man kann, glaube ich, schon mit Fug und Recht sagen, dass, das Geschlecht der Meinigen Norwegen ungefähr 100 Jahre mehr Blutvergießen beschert hat, als wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Das ist, ja. Als vor allem auch nötig gewesen wäre, ja. Wofür? Und wer, wer sonst, wer sonst kann sich rühmen, die Weltgeschichte so beeinflusst zu haben? Also, die norwegische Weltgeschichte. Das, äh, finde ich, kann man hier schon mal. Also, ich finde, ich habe das definitiv auch festgehalten, also, ordentlich beeinflusst. Denn ich habe dafür gesorgt, dass wieder ein funktionierender Herrscher, der nicht nur Blutvergießen, sondern halt eingesetzt wird. Also, ich, ich sehe mich da auch nicht beeinflusst. Das ist ja voll langweilig. Du hast drei meiner Kinder umgebracht. Eines meiner, fairness halber, nein. Zwei meiner Enkel. Nein, ich habe nur eins umgebracht. Ich habe nichts mehr angerührt danach. Du hast das zweite gestorben. Ich weiß es nicht, aber ich habe nur einen umgebracht. Das war ja, deswegen habe ich mich doch so aufgeregt, weil zwei sind direkt hintereinander gestorben. Ich habe nur einen getötet, ich schwöre es. Ich habe nicht, ich habe einen, habe ich getötet. Und da hatte ich nichts. Da muss aber die, da ist, da geht aber die Spusi nochmal ran und guckt da nochmal, ne? Das kannst du gerne machen, aber ich war, aber du könntest ja mal Mauriz fragen. Aber der, der schreit so. Ich bin krank, Leute. Ich war da schon ein siebenjähriges Kind. Ich bin krank. Ja, und jähzornig, wie siebenjährige Kinder nun mal sind. Ne, das ist ja, meine beiden Enkel sind ja gestorben, sodass ich jetzt von meinem, da mein Herrscher gestorben ist, bin ich von meinem Sohn, der auch gestorben war schon vorher, direkt zu meinem dritten Enkel übergesprungen, der irgendwie absolut unfähig ist. Obwohl es geht. Ja, tell mir about it. Er tut, was er kann. Also ich schwöre, ich war das wirklich nicht. Ich würde dir das ehrlich sagen, ich habe dich auch das erste Mal ehrlich darauf hingewiesen, ich war das nicht. Ich bin mit ganz anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel meinen sechs Kindern. Hm, ich habe einen Albino-Perk bekommen. Ja, wir waren immer ehrlich. Ja, cool. Ich habe einen Albino-Perk bekommen, das ist aber, das ist aber nice. Wie, nach, also während der Geburt oder während deines Lebens? Bist du, wie alt bist du? Ne, meine Tochter meine ich, also ich habe in meine Dynastie den Albino-Perk reinbekommen. Achso, okay, ich dachte, du bist irgendwie mit 20 Jahren plötzlich Albino geworden. Nee, so lief das nicht. Ja, im Moment, dann muss ich eigentlich einfach nur, ich muss unbedingt an 250 Gold kommen. Das ist gerade mein Auftrag hier. Wir arbeiten daran. Um da irgendwie einen Titel zu schaffen, oder wie? Genau, ja, das ist das Einzige, was mir gerade noch für meinen Herzogtitel hier fehlt. Und, ähm, es zieht sich, es zieht sich ein bisschen. Ach, Mensch. Man hat es aber auch als Siegel, die Geier kreisen ziemlich übel über Lappland gerade, ne? Ja, ich verliere auch gerade tatsächlich ohne Flachs das erste Mal eine Schlacht. Das ist auch ein subtiler Flex, den du hier noch so nebenbei einfließt, ne? Nee, ich finde das, es ist nicht unbedingt Flex, aber ich finde das schon interessant, weil ich mega Glück hatte, teilweise gegen, ähm, Armeen, die doppelt so groß waren wie meinen, weil ich so krass auf Ritter gegangen bin und so. Mehr Ritter und mehr Ritter-Bonus. Meine Ritter sind die Mega-Killer gewesen. Ah, und, ja. Nein, mein Marschall. Sag mal, geschätzte Cezil, ja, ich brauche jetzt vermutlich mal deine Hilfe. Schon wieder? Na, was heißt schon wieder? Du hast mir natürlich einmal geholfen. Also, bitte. Die hat dich gemacht, Steinwallen. Ohne die wärst du gar nicht. Ja, ich brauche jetzt aber mal wirklich, ernst, also Truppen, sagen wir es mal so, Truppen. Verwaschen. Weil gleich ein Bürgerkrieg ausbrechen wird. Ach, so, der wird ziemlich unangenehm werden. Ach so, der wird unangenehm, okay. Sind deine Vasallen dir etwa nicht treu, Steinwallen? Das ist ja so schlimm. Hey, ich dachte, du unterstützt mich jetzt auch. Ich will jetzt eigentlich nicht die Person sein, ich will jetzt nicht die Person sein, die das macht, aber ich bin's jetzt einfach trotzdem. Er hat übrigens auch schon wieder geliebäugelt mit Denzel, während du weg warst, ne? Nur so nebenbei. Ich sag's ja nur. Moment, Moment, Moment. Also gut, dann packen wir jetzt hier mal ganz aus. Als ich gesagt hab, dass ich Steinwallen unterstützen will, was hast du gesagt, Pia? Wär's nicht viel spannender und lustiger, wenn du versuchst, nochmal deine Unabhängigkeit zu erkennen? Ja, weil du so triste vor dich hin gesagt hast, ja, und ich hab ja jetzt eh nichts mehr zu tun. Und ich war so, ja, probier doch, wieder unabhängig zu werden. Ich hab nicht gesagt, dass du's schon hinkriegst. Aber versuchen, versuchen, das wär doch das. Also, du hast mich aufgehetzt gegen meinen Lehnsherren, das kann man hier schon so festhalten. Nein, ich hab eigentlich nur versucht, den Kampfeswillen in deiner feigen Dynastie zu suchen. Aber ich helf dir gerne, Steinwallen. Kein Ding, ich helf dir unfassbar gerne. Ich schick dir gleich meine Truppen vorbei. Ja, das ist super. Ich ruf dich mal in diesen verdammten Krieg mit rein. Oh mein Gott, ich hab ja... Wie viele sind's dann? Oh, das wird kritisch. Da kriegt jemand richtig auf die Presse. Oh, lol. Ich bin jetzt vor meiner Burg, aber die dürften mein Gebiet, glaub ich, nicht angreifen. Nein, die laufen da weiter. Ja, wir müssen das ein bisschen... Wir müssen das ein bisschen koordiniert tun. Ja, jub, jub, jub. Das ist doch ganz, äh, ganz, ganz, äh, traurig, was da passiert. Ja, Maurice, das ist deine Chance auf Freiheit jetzt. Ja, würde ich gerne, würde ich tatsächlich gerne, aber du kannst als Kind halt keine Fraktionen gründen oder ihnen reichreden. Das heißt, äh, es wäre, also, es wäre die perfekte Gelegenheit für einen intriganten Schritt, den ich aber nicht gehen kann. Äh, und ich hab leider auch null Prestige oder sowas, deswegen kann ich tatsächlich eigentlich gar nichts machen aktuell, außer so ein bisschen lustig von den, von den, von den Rändern zugucken, wie, wie andere Leute, äh, äh, leiden. Wobei, ich, ich könnte mir vielleicht Island mal wiederholen, wie wär's damit von meinem Bruder oder meinem Onkel oder was das ist. So, Witz, also, wenn du deine Truppen irgendwie zu mir schickst, einfach an, anbinden erlaubst, dann kriegen wir das gebacken. Wenn was? Komm, ich hol mir Island. Äh, wenn du deine Truppen jetzt zu meiner Armee schickst, und dann gibt's da so ein Button bei den Truppen, äh, an Armee ankoppeln oder so. Geht das mittlerweile mit, mit verbündeten Armeen? Ach so, das müsste eigentlich gehen, ja. Also, probieren wir es mal. Ich bin gerade am Ausheben. Ja, kommt, kommt. Genau, wir treffen uns da unten. Da geht's richtig ab, hier. Na, Alter, das ist einfach, das ist nicht schön. 6.000. Geht aber richtig Action hier gegen Ende. Ja, das wird mir mein, mein Herzogtitel tatsächlich stehlen, weil ich jetzt Geld verliere, das ich bräuchte, um einen Herzogtitel zu gründen. Das ist unfassbar, ey. Steinwein, du schuldest mir eine sehr große Pizza für diesen, für diesen Kampf heute. Zweite, zweite Mal jetzt. Ich bin so knapp vor diesem Scheiß-Herzogtitel, und jetzt führe ich hier fremde Kriege. Ja, 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 ich seh das schon. Wenn wir das gewinnen, dann krieg ich auch ordentlich Geld als König, und dann geb ich dir das. Ach so, du meinst, nachdem du mich für das andere bezahlen wolltest, du das auch nicht gemacht hast, ne? Für den Mordkomplott, für den du Geld ausgegeben hast. Ja, ja, also, bitte, bereust du deine Entscheidung schon hier? Nee, nee, du bist aber geil. Weil, ich bereue gar nichts. Also, auch wenn ich unzufrieden bin, ist es immer noch eine gute Wahl gewesen. Ich bereue es nicht. Ich möchte nur ein bisschen nörgeln, das ist was Österreichisches. Ich will nichts ändern, ich will nur Jermann, das war schon. Huch, warum hat der denn jetzt hier so eine fette Armee, mein isländischer Bruder? Was hat er denn hergenommen? Das gibt's ja nicht. Ja, der holt sich jetzt sein angestammtes Land wieder zurück. Nee, ich wollte mir ja mein angestammtes Land zurückholen, weil ich dachte, der hat irgendwie 400 Mann oder sowas. Jetzt stehen hier 1000 an der Küste. Wo kommen die denn her? Ach, der hat auch wieder sich Verbündete geholt. Und ich hab nicht mehr meinen alten Trick, ihn, seine Verbündeten einfach umzubringen, um auf diese Art und Weise das Bündnis zu brechen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt seh ich gerade, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie durch die Schaffung des Königreiches müssen die Herzogtümer des Königreiches irgendwie miterschaffen. worden sein. Kann ich mir sonst hier eines erklären? Dadurch gab's ein Meinungs- Im Chat wird übrigens deiner Einschätzung der Österreicher recht gegeben. Da sind anscheinend Landsmänner von dir. Und die sagen, muss Shurioka recht geben? Wir nörgeln wirklich gerne, ohne dass wir tatsächlich was ändern wollen. Ich kann jetzt gar nichts machen, außer zu gucken, wie ich, wie Prestige auf meinen Kopf schaue. Kann ich mich irgendwie da so anhängen? Glaub nicht, ne? Ja, guck mal, da ist halt so ein Button, so ein... An Armee ankoppeln. Genau. Ich hoffe für dich jetzt, dass du drauf aufpasst, ne? Auf die Armee. Warte, ich schick dir noch meinen Mann mit. Den will ich loswerden. Ja gut, dann sollte ich schon... Den könntest du in einer kleinen Armee selber todesmutig gegen irgendeinen Feind sind. Nein, 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 nein. Der soll da schon ordentlich mitcampen. Das passt schon. Ist mein Geliebter auch in der Armee? Kann ich den auch loswerden? Ich glaube, mein Geliebter ist auch mit drin. Ja, perfekt. Ein bisschen... Das bringt echt wenig Glück, sich mit dir einzulassen. Kann das sein? Was? Wieso? Er lebt doch noch. Ja, noch. Ich habe auch keinen Überblick mehr, welche von meinen sechs Kindern von wem ist. Also ich glaube, es ist irgendwie so 3-3 oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber das macht ja nichts. Nee, es ist... Nee. Offiziell bin ich friedvoll und habe gar keine Affären. Offiziell habe ich auch nie jemanden umgebracht. Noch eine Stunde, ich will jetzt ein Gemetzel, sagt Terrorbrezel. Ja, ich glaube, du kriegst es doch gerade. Ja, das passiert gerade, ja. Was ist das denn hier für eine Armee? Kann ich so die Söldnerarmee ausheben? Brauchen wir Söldner? Kommst du so durch? Oh, jetzt greifen die Angreifer, die eigentlich nur dein Land wollen, greifen mich jetzt auch an als armen, unschuldigen Vasallen. Also ich lasse mir ja viel einreden, aber unschuldig, in Bezug auf dich, lasse ich mir definitiv nicht einreden. Der unschuldigste aller Vasallen, der je gelebt hat. Ja, das komische ist, das habe ich aber so noch nicht erlebt, dass die ganzen Herzogtümer plötzlich alle da waren des Königreichs Norwegens und das habe ich nicht gesehen. Und wenn man mehr als drei oder zwei hat als König, dann gibt es totale Meinungsabzüge bei den Vasallen. Oh Gott, ich habe so viele Pop-ups gerade. Da muss man die ganzen Titel dann einzeln weggeben. Ja, das hätte man ja machen können, wäre kein Problem gewesen. Aber es ist mir nicht aufgefallen und das ist die Strafe dafür. Ja, jetzt bin ich in einem zweiten Krieg. Ah, jetzt bin ich auch gegen... Hä? Was ist das jetzt für ein Krieg? Ja, das kriegst du auch alleine hin. Achso, du meinst deinen Verbündeten, nicht mich. Ja, ich meine den Verbündeten, alles gut. Ich meine nicht dich, kein Stress. Ja, ich habe so ein bisschen so ein bisschen Problem tatsächlich gerade mit Stress. Stress ist gerade so... Ich weiß gar nicht, woran es liegt mit den ganzen Kriegen hier und dass ich immer noch nicht meinen Herzogtitel habe und sechs von drei Domänen, weil ich immer noch nicht meinen Herzogtitel habe. Aber hey. Absolut unnachvollziehbar. Ja. Absolut ist es. Das wäre... Also wenn das Reich jetzt im Bürgerkrieg untergeht, dann wäre das ein unrühmliches Ende. Das ist wahr. Das ist in der Tat wahr. Lapland. Lapland geht auch unter. Ja, wehrt sich mit Händen und Füßen. Lapland lässt sich nicht unterkriegen hier wie irgendwelche Schlangen aus dem Norden. Aus dem Norden? Ich glaube, du bist der Nerdlichste. Nee. Aber ich bin nicht mit der Verschreibung. Das ist sehr liebenswürdig. Du bist sehr hilfreich heute, Pia. Das muss man dir wirklich lassen. Sehr hilfreich. Sehr gut. Gerne. Das ist eine gute Eigenschaft, hilfreich zu sein. Zynisch. Jetzt das Wort, dass du suchst. Ja. Lüstern, ungeduldig und zynisch, wie wir ja festgestellt haben. Lüstern? Also ich bitte dich. Das ist deine. Drei Freunde. Guck dir deine Heldin doch an. Drei, also ja jetzt, die jetzige. Die Charaktereigenschaft lügt nicht. Fleischliche Lüste lodern tief im Herzen von Cecilia. Das ist ja offensichtlich die objektive Wahrheit, weil das Spiel hat immer recht. Deswegen bist du auch tapfer, ehrgeizig, fleißig. Ja. Und schlau. Und schlau. Also ich sehe da absolut nichts und neugierig. Nur positive Eigenschaften. Ja, unfassbar. Unfassbar. Wo ist denn hinterlistig? Das ist leider mit meinem Vater, der ein anderer Mann war als ich, gestorben, diese Eigenschaft. Seitdem wird in unserem Hause der Edelmut großgeschrieben. Wir haben quasi das Licht gesehen, weil wir ja auch ein bisschen gesehen haben, wie der Vater das Haus runtergewirtschaftet hat mit seinen Mordgelüsten. Es gibt nur noch Edelmut in meinem Adelsgeschlecht. Nichts, nichts weiter. Mhm. Ja, ja, ja. Hat mich fast abgeholt, aber nur fast. Glaubst du ernsthaft, dass wir das machen? Was? Also, meine Armee wird jetzt sterben, Steinwallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ... Nicht nur deine Armee ist gestorben. Ah, schön. Und der Herrscher ist gestorben und ist jetzt ... Ich hab einen neuen Lehnsherren, der den Titel geerbt hat. Woran bist du denn gerade gestorben? Tja. Er starb unter mysteriösen Umständen. Oh, ernsthaft? Schon wieder? Hm. Alter, diesmal kann ich es nicht gewesen sein. Diesmal kannst du es nicht gewesen sein, das stimmt. Ich hab zwar gerade meine Mordschancen angeguckt, die wesentlich höher sind als früher, weil ich endlich was kann in dem Bereich, aber ich war's nicht. Aber hey, äh ... Oh, und ... Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin ... Wo bin ich hin? Das ist sehr, sehr schön. Wo gehen wir hin? Da, wo die Hunde sind. Ja, ich bin komplett raus, ja. Ach, du Schande. Nee, ich hab doch kein Erbe. Ich hab doch kein Erbe. Ach, du bist der Typ. Ach so, du bist das hier gar nicht. Aber das ist ein AI-Spieler? Nein, ich bin raus. Ich bin doch nur der kleine Junge. Der kleine Junge, der König geworden ist. Oh, nein. Ich hab mich gerade schon gewundert, warum der neue Herrscher mir direkt wieder das Jaltum verliehen hat. Ich dachte mir, okay, ist das jetzt ein plötzlicher Sinneswandel? Hat er der Rache abgeschworen? Und zudem ist es einfach die KI gewesen. Also Steinbein hat heute mit Abstand die lustigste Runde gespielt von allen. Er wurde einfach viermal hingerichtet von hinterlistigen Schlangen. Ja, zuletzt möglicherweise von der Kranke. Ich will mir anbringen, dass ich nächstes Mal bitte nicht mehr mit euch in Skandinavien spielen möchte, weil ihr entehrt Wikinger mit eurer Spielweise. Bitte geht nach Frankreich, damit ich mich nicht schämen muss dafür. Wirklich. Das ist... Frankreich war tatsächlich im Gespräch. Sogar Steinbein, wir haben ja drüber geredet. Deine Idee war ja Skandinavien oder Frankreich. Und dann haben wir uns für Skandinavien entschieden. Das ist toll! Wir haben durchaus auch Frankreich im Gespräch. Vielleicht wird es nächstes Mal tatsächlich ein dekadenter französischer Hof, wenn wir das nochmal wiederholen. Und persönlich wäre ich stark dafür, weil ich es mega geil finde. Ich habe ja Bayern vorgeschlagen. Weil in Bayern geht alles. Und wir müssten alle Trunkenheit als Eigenschaft wählen am Anfang. Weil das ist alles viel lustiger. Also gut, wenn wir mit Bayern spielen, dann kann ich auch in Österreich starten. Das ist ja basically das Gleiche. Das stimmt. Das macht keinen Unterschied. Das stimmt. Sag mal, was machst du denn jetzt, Steinbein? Naja, das ist eine gute Frage. Du, ich bin jetzt im Zuschauer... Ja, klar, ich könnte jetzt einen anderen Charakter übernehmen. Aber es ist 21.15 Uhr. Ich habe jetzt den Zuschauermodus an. Das heißt, meine Zuschauer können sehen, was ihr macht. Ich kann überall mich reinklicken. Und für eine Dreiviertelstunde übernehme ich jetzt nicht noch irgendjemanden. Also hast du mich jetzt hier im Stich gelassen? Mich? Wenn du das so formulieren willst. Auf genau die gleiche Art und Weise, wie Denzel vorher mich im Stich gelassen hat. Die sterben einfach immer weg, diese Verbünde. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich den nicht dazu zwingen, dass wir irgendwie... Können wir das bitte angreifen? Weil die KI ist halt wirklich wieder mal... Du bist doch überhaupt erst nur in diesem Krieg, weil du Steinwallen unterstützen wolltest. Ja! Und jetzt kriege ich meinen Herzogtitel nicht. Oh, das ist wirklich... Ist das ein Elend hier am Ende? Es geht ja... Der Einzige, wo es nicht in die Brüche geht, ist Micha, oder? Wobei bei dir ist auch ein bisschen in die Brüche gegangen, aber weniger schlimm. Na, bei mir ist das Reich halt ein bisschen in die Brüche gegangen, aber ich versuch's gerade wieder zusammen... Ich glaube, ich fahre gleich bei Micha ein oder so. Aus Hass. Einfach damit alle leiden. Das ist halt... Was? Hier, in Lappland ist doch hier total chillig alles. Da ist gerade Bürgerkrieg, meine Güte. Da flüchten die gerade in alle Richtungen. Lappland verliert gerade zwei Bürgerkriege. War das jetzt... Also jetzt mal ganz im Ernst, war das jetzt wirklich die KI, die Steinwallen getötet hat? Oder war das einer von euch? Das muss die KI gewinnen. Das muss die KI gewinnen. Naja. Das war die KI. Ach du Schande. Also ich hab... Ich hab viel drüber nachgedacht, aber ich hab dann gesehen, das ist halt dein letzter Charakter. Und dann dachte ich mir so, mach's mal lieber nicht. Warum ist denn mein Erbe so verprügelt? Na, am Ende hab ich nicht gecheckt, dass das Problem mit den Herzogtümern... Dann wär... Na gut. Ich weiß nicht, ob's dann anders gelaufen wär. Ich mein, die KI kann immer noch mal einen Mordkomplott machen in so einer Situation. Ja, so ist es. Aber ist doch eine tolle... Ist doch eine tolle Geschichte. Triumph und totaler Absturz. Liegt nah beieinander. Ist doch großartig. Ja, vor allem schön, wie wir das alle nacheinander so durchgehen irgendwie, ne? Ich hatte ja auch davor, ah, es läuft alles ganz gut und so. Und dann zack und zack und zack. Und dann ist kurz... Dein Stern hat sich erhoben. Immerhin, ich habe doch die Rache bekommen. Dein Stern erhoben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, absolut. Nee, ich muss... Also tatsächlich, das muss ich auch auf meine Kappe nehmen. Ich hatte nicht gecheckt, dass das dein erdloser letzter Charakter war. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ich hab nur... Da waren irgendwie acht Charaktere in dem ganzen Familienfeld und ich dachte, da ist auf jeden Fall noch irgendwie was dabei. Das war natürlich auch jetzt nicht der coolste Move. Das gebe ich sehr offen zu. Das habe ich nicht gecheckt in der Hinsicht. Also es war jetzt nicht meine Absicht, dass du die letzte halbe Stunde jetzt hier zuschauen musst. Nein, ach Quatsch. Alles gut. Wie gesagt, ich hab dich doch vasalisiert und damit war das wieder vom Tisch. Du hast dich gerecht. Ja, das befriedigt mich ungemein. Ich finde absolut, ich finde absolut, dass diese Partie wirklich mal wieder sehr exemplarisch zeigt, was für geile Geschichten Crusader Kings einfach schreibt. Also was wir jetzt hier für Reichsgeschicke hatten, die aufgestiegen und gefallen sind in diesen acht Stunden, äh, finde ich faszinierend. Ähm, wir haben ja sogar, glaube ich, mal gepodcastet über dieses Thema unter anderem. Das stimmt, ja. Wie geil ist das, dass so ein eigentlich sehr trockenes Strategiespiel, äh, so coole Storys schreibt. Ich finde das so geil. Mhm. Ja. Ja, absolut. So, jetzt ist die Frage natürlich, kann ich jetzt hier noch irgendwo irgendwas Opportunistisches tun? Jetzt wo dieses Reich auch wieder voll zerfallen ist, kann ich hier nicht irgendwie noch, äh, Es ist übrigens der, Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich irgendwann aus Gag einen Bolton geheiratet habe, weil ich Rache wollte und das mir passend erschien? Ja. Ja, dieser Bolton ist jetzt der König. Ja, ähm, wer hätte es gedacht, wie das halt manchmal so passiert, ne? Ähm. Und auch kein schlechter. Dieser Mäden kann ich hier mal auflösen, äh. Wie, wie steht's denn hier in Island? Der krieg ich ja immer noch, ach, der hat viel zufällige Truppen, komm. Das ist doch irgendwie einen weißen Frieden. Ich will er auch nicht. Äh, ich hab leider auch all meinen Prestige verballert. Ich würde jetzt gerne noch irgendein, irgendein Aufbäumen machen, um hier irgendwen noch backstabben zu können. Ich mein, äh, streng darum könnte ich jetzt natürlich, wenn, wenn wir, wenn jetzt noch ein bisschen mehr Zeit wäre, jetzt bin ich ja wieder Teil von diesem Königreich und könnte halt innerhalb des Königreichs anderen Rosallen mir einverleiben. In der Tat. Wie zum Beispiel hier Jarl Töste von Uplond mit 316 Truppen. Ähm. Da, da ginge noch gut was weiter tatsächlich. Äh, ich glaube nur auch, alles, was ich damit jetzt noch anfangen würde, ist einfach, ich muss jetzt erstmal warten, bis sich Prestige regeneriert. Ähm. Das wird heute nichts mehr. Ähm. Aber ich finde auch das wieder lustig an dem Spiel, wie halt, also wenn du halt nicht das totale Pech hast, das erst dich jemand umbringt und dann dein letzter Typ stirbt, dass du selbst halt aus solchen blöden Lagen nochmal rauskommen kannst. Aber das war jetzt halt auch echt Pech, dass die KI dich in der Schlacht, das, das tut mir echt leid. Das ist echt. Alles gut. Am Ende geht's doch darum, dass wir eine tolle Geschichte hier erlebt haben. Das stimmt, das stimmt. Und auch mal. Ich hab meinen Titel verloren. Sag mal, Denzel, brauchst du deine, brauchst du deine dreijährige Irsa? Ich hätte da so, was meinst du? Für meinen Erben? Dreijährige Irsa. Ja, dreijährige Irsa. Die ist, die gefällt mir sehr gut. Sekunde. Ich frage gerne. Also die anderen haben wir schon abgeschlossen, aber ich möchte hier bitte noch so das Maximum hier rausholen, was hier irgendwie geht. Ja, die kannst du gerne haben. Ja, das freut mich. Das freut mich. Ich merke gerade übrigens, habt ihr das schon gesehen? Das Denzel hat ja Schweden verloren, aber aus irgendeinem Grund hat er jetzt nebenbei hier so halb Finnland. WTF? Und das heißt jetzt auch Samisch, ne? Nicht mehr Lappland. Ja. Ja, ja, das ist alles wie, das ist so. Und dein König ist halt derweil verstümmelt worden irgendwie, aber hat sich offensichtlich gelohnt. Ich muss das noch annehmen. Ich hab da das geschickt, das ist wahrscheinlich wieder oben irgendwo drin gelandet, dass das nicht vergisst. Okay, aber keine Faxen. Was hast du da gemacht? Was ist das denn für einer? Der hat einen Namen im Gesicht. Das ist mein Erbe. Den hast du ausgebildet. Der wurde angegriffen, aber das macht ja nichts. Der wird auch, der wird ja auch... Zornig und herrisch. Denkst du, meine kleine Tochter gebe ich an so einen zornigen, herrischen, vernerbten, blonden, langhaarfutzi? Den hast du ausgebildet. Den hab ich ausgebildet. Ja. Der verdient ist zu sterben. Wow. Okay, das ist, das ist jetzt schmerzhaft. Oh, das, das, das ist schmerzhaft. Das ist äußerst schmerzhaft. Schmerzhaft, Männer. Er ist halt ein richtiger, er ist ein richtiger Nordmann. Jetzt gerade sieht er fertig aus, aber irgendwann sind das verheilte Narben und dann gibt das plus fünf in hübsch bei den Nordmännern. Also, das wird schon noch. Der wird noch ein ganz hübscher. Gib ihm ein bisschen Zeit. Den wechseln auch noch ein Bart, dann wird er schon. Der ist schon dreimal so alt wie meine Tochter. Ja, das ist... Gib ihm noch mal ein bisschen Zeit. Das geht schon. Das Einzige, was mir wirklich leid tut, dass die Dänemark-Aktion ich jetzt nicht mehr unterstützen konnte. Das ist schade. Das hätte dem Ganzen jetzt noch ein schönes Finale gegeben. Oder, dass du mich auch nicht bezahlt hast für die ganzen Sachen und du jetzt kein Geld mehr hast, dass du damit... Ja, das ist natürlich... Hat mich gefreut, dich kennenzulernen, Steinmeilen. War cool heute mit dir. Ja, finde ich auch. Das ist natürlich der ultimative Weg, sich aus Schulden, aus der Affäre zu ziehen. Aber ein Weg, der ja heute schon häufiger auch absichtlich gewählt wurde. Irgendwie, jetzt könnte ich mich mal aus der Affäre ziehen, lasse ich mich mal umbringen. Der Tod löst Probleme irgendwie. Ja, ehrenvoll ist was anderes. Oder? Du hast ehrenvoll die Reichsteilung in Kauf genommen. Ich glaube, guck mal, im Hauptspiel, wenn man Singleplayer spielt, ist ja auch der Freitod mit einem Malus verbunden, der, glaube ich, extremst auf die Hingabe geht. Nee, wie heißt das? Auf die Prachtstufe. Ja, das stimmt ja. Das stimmt ja auch. das stimmt ja auch. ist auch hier der Fall. Ah, okay. Aber es war ja immer kein Freitod. Ich wurde ja engagiert, um den Freitod herbeizuführen. Ja, Denzel meint halt, das ist so ein bisschen cheesy. Könnte man regeltechnisch verbieten, wenn man wollen würde. Das stimmt. Ja, ich will euch nur nicht, dass ihr denkt, dass das eine ehrenhafte Sache ist, was ihr da macht. Das müsst ihr schon anerkennen. Du hast doch mir jetzt acht Stunden zugehört. Ich habe viele schlechte Eigenschaften, aber das gehört sicher nicht, dass ich mir irgendwelche Illusionen über meine Moralität in diese Spiele mache. Das ist korrekt. Das stimmt. Das stimmt. Aber während ich hier alle möglichen Völker versklave, ermorde und unterwerfe, springt ihr von einem Turm nach dem nächsten, weißt du? Das stimmt, ja. Das stimmt. Der Druck ist zu groß. Naja, also ich hätte schon die meisten Fälle gerne gelebt. Will ich nochmal festhalten. Das stimmt, ja. Aber ich wäre auch gern unabhängig geblieben. Wir kriegen alle im Leben nicht immer alle, was wir wollen. Außer Denzel, der kriegt ja scheinbar wirklich so weit geht alles, was er will. Auch wenn er dafür entstellt wurde. Bin ich entstellt? Ich bin wunderschön. Ja, dann gibt's doch jetzt eine Eisenmaske. Nein, du verwechselst mich mit, keine Ahnung, Pff, Eisi-McEisenstein. Du bist, Hä? Ist doch Quatsch, du hast Eisenmaske. Aber von Samisch, bist das nicht du? Doch, das ist ja. Ich bin Jarl-Borgwart-Denzelsson. Was? Du bist gerade der König? Wunderschön. Ne, ich hab das alles verloren. Was? Ich bin jetzt nur noch Herzog. Was? 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 Das heißt, wir haben jetzt zum Abschluss, wo bist du denn? Lass mal dein Reich sehen. Du bist aber so ein Mega-Herzog. Hä? Ja, ich bin ein Mega-Herzog. So nennt man das, so nennt man das. Ich bin ein Mega-Herzog. Aber du kannst doch den Titel übernehmen, oder was? Ja, das ist so ein bisschen die Tour, die Fäden aus dem Hintergrund ziehen. Weißt du, was ich meine? Dann findet mich nicht so einfach. Aber du ... Ne, aber tatsächlich ist das irgendwie aufgesplittet und ich muss zugeben, ich weiß selber jetzt nicht mehr, wer hier der Chef ist. Du kannst doch aber den Titel übernehmen. Du hast doch das Land. Du kannst doch irgendwie das Königreich wieder übernehmen. Ja, ich weiß, aber ich hab ja ein ähnliches Problem wie du. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Soll ich da noch ein Kaiserreich angehen? Wieso Kaiserreich, Alter? Ja, wenn denn ganz. Also klar, das nächste wird jetzt Schweden einnehmen. Und ich kann auch den Krieg erklären und so. Aber irgendwie würde ich lieber mein Land erstmal konsolidieren, damit mir das nicht nochmal passiert, was mir gerade passiert ist. Weißt du, dass es auseinander ... Ich war viel zu aggressiv, viel zu expansionistisch. Und jetzt kommst du, der das hat kommen sehen und sagt, ich soll das gleich nochmal machen. Nein, nein, nein. Nein, Missverständnis, Missverständnis. Du hast, es geht um das Königreich von Samisch, ne? Das ist ja ein Königreichtitel. Und da hast du gefühlt 80 Prozent des Landes. Und da müsstest du, wenn du auf diesen De Jure-Titel gehst, Königreich von Samisch, ist da unten übernehmen. Das kostet, glaube ich, 500 Gold oder so. Und dann kannst du das einfach, du bist dann wieder König, weil du das Land hast. Und das ist auch keine, ne? Das ist sozusagen keine Überdehnung. Ja, das stimmt. Aber ich hab die 500 Tacken nicht und dazu darf ich auch nicht im Krieg sein. Das bin ich immer noch. Aber du hast vollkommen recht. Aber das wäre dann der nächste Schritt, würde ich mal sagen. Und dann kannst du vielleicht die Partie noch als König beenden, als einziger König von uns allen, oder? Wie, bist du auch keiner mehr? Na gut, ich habe die Partie als König beendet, das stimmt. Aber etwas vorzeitig. Du hast dein Leben als König beendet. Ja, aber ich finde es faszinierend, wie hier alles nochmal irgendwie, also bei Denzel ja am wenigsten, aber wirklich alles nochmal in die Brüche gegangen ist, bei jedem Einzelnen. Ja. Nach und nach sind wir alle so ein bisschen vielleicht näher am, also haben ein bisschen mehr nach den Sternen gegriffen, als wir sollten. Oh, mein Typ nimmt mich in den Rat. Jetzt bin ich auch erwachsen. Jetzt kann ich ja vielleicht nochmal irgendwie eine Rebellion starten oder sowas. Wir müssen nun noch ein letztes Mal aber in die Werbung gehen. Danach würde ich sagen, gucken wir nochmal, ob sich noch was machen lässt. Ansonsten würde ich sagen, halten wir auch nochmal einen Abschlussrat, wo wir die Partie vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen und ein wenig diskutieren, was wir alles falsch gemacht haben vielleicht, was wir hätte anders machen können. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wir sehen uns gleich. Ey, was für eine Runde, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Das tut mir aber echt, dass das nicht weitergeht. Oh ja, sorry. Ja, logisch, logisch, ja. Aber tatsächlich, Steinwald, es tut mir echt leid, dass du rausgeflogen bist. Das war tatsächlich... Alles gut. Das habe ich nicht überrissen in dem Moment. Ich dachte nur, ah, der hat mir Rache geschworen, völlig gerechtfertigt. Ja, ist auch alles... Ich bin militärisch schwächer, wie halte ich ihn weiter klein? Ähm, das habe ich nicht... Also das war nicht mein Ziel natürlich. Ja, aber er ist doch auch nicht mal eine Stunde vor Ende gestorben. Das ist doch dann eigentlich doch mega cool, dass sowas dann am Ende passiert. So nochmal kann er sich jetzt nochmal... Also... Maurice, ich habe mir gerade eine Zigarre angesteckt und genieße jetzt die letzte drei, vier Stunden. Ja, genau so stelle ich mir das auch vor. Geiler Typ. Sehr gut. Das hat ja die Runde dann nochmal rund gemacht. Aber ich muss auch sagen, also ich finde es mega cool, dass ihr alle mitgemacht habt. Das war eine mega witzige Runde. Also sowohl spielerisch als auch vom Dialog her sau witzig. Ich hätte auf jeden Fall Bock, das irgendwann nochmal zu wiederholen in irgendeiner Form. Sehr gerne. Ich fand es mega geil. Ich fand es richtig geil. Absolut. Kann ich irgendwie Bündnisse auflösen, die ich habe? Also ich frage nur, weil ich gebe hier noch nicht auf. Du fragst für einen Freund. Ich frage für einen Freund. Kann man Bündnisse auflösen? Ja, wenn sie... Es gibt halt den Bündnisgrund, ne? Also der... Und wenn du den auflöst, also zum Beispiel irgendwie eine Verlobung revidierst, dann ja. Also du kannst... Ich habe ja sehr viel gemacht. Du kannst Bündnisse halt durch Ermordung auflösen. Na, du musst den Bündnisgrund beenden. Genau, das heißt, wenn zwei Personen verheiratet sind und du bringst eine davon um, dann ist das Bündnis weg. Ja, das ist nicht gut. Meistens. Weil das ist nicht das, was ich möchte. Das ist nicht mein... Ich habe kein Bündnis durch Verlobung, außer jetzt mit Denzel. Und das will ich eigentlich nicht auflösen, weil ich das eigentlich echt gut finde. Aber... Egal. Ich... Ich... Ich rede darüber, wenn wir nachher in unserem Rat sind. Das ist alles so ein bisschen schwierig gerade. Ich habe ja meine Kartoffelecken und die trösten mich immer ein bisschen. Auch wenn eine Zigarre schon noch besser wäre. Also Steinballen hat mich da übertrungen, ganz klar. Was den Lebensstil angeht. Naja, ich war ja auch König. Du hast es noch irgendwie... Als Basal gibt es nur Kartoffelecken. Als König kriegst du eine Zigarre. Oder irgendwie so ein Salzhering oder sowas. Eingepökelt. An dem man so lutschen kann. Salzhering am Stiel. Ich bin nochmal kurz gebutet. So Leute, ich bin nochmal kurz nur bei euch. Letzte Werbepause vermutlich gleich. Ja. Ach, schön. Hat aber super Spaß gemacht. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mal schauen, was hier noch in der letzten halben Stunde passiert. Aber ich lehne mich jetzt einfach nur zurück. Und lasse für mich das so ein bisschen Revue passieren. Diesen wunderbaren Abend. Und der König wendet sich dem Volke zu. Ja, sehr schön. Steinwaller in der arabischen Welt, ja. Ja, ja. Das Schwierige an solchen Wiederholungen ist, dass es dann ganz gerne immer gemessen wird an dem, was es toll war beim letzten Mal. Aber klar, es ist einfach ein zu schönes Spiel, um es nicht nochmal zu machen. Klar, anderes Setting ist selbstverständlich, ja. Ne, ne, Wikinger wird es nicht geben. Ergebnis offen, ja. Fand ich auch gut. Ich war erst ein bisschen skeptisch, dass es sozusagen ohne irgendwelche Siegziele so gibt. Aber man hat gemerkt, wenn die Konstellation stimmt, dann ergibt sich eine Eigendynamik bei diesem Spiel. Automatisch. Weil jeder ist ehrgeizig genug und dann passiert schon irgendwas. Ja, klar. Das mit den Herzogtümern war ärgerlich. Ich meine, ich glaube, wir hätten den Bürgerkrieg mit sehr viel Mühe vielleicht noch vor Ende gewinnen können. Aber eigentlich finde ich dieses dramatische Ende auch ganz schön. Ist sehr symptomatisch für die Runde gewesen. Aber ich will jetzt hier nicht dem Fazit vorgreifen. Ich schaue mal wieder rein, was da drüben gequatscht wird, ob da noch Werbung ist. Und zudem vielleicht ein paar Festplatten, wo ihr das alles aufzeichnen könnt, damit ihr es euch immer wieder und wieder anschauen könnt. Alles klar. Festplatten werden beworben, Leute. Oha. Einige von euch sind seit 14 Uhr dabei. Krass. Ich glaube nicht ganz wenige. Ich meinte, die Zuschauerzahl ist ja auch konstant gut. Jetzt gehst du mal ein Kommen und Gehen, ganz klar. Uh, ihr schreibt schon. War wahnsinnig viele. Ja, Shuyoka war auch eine super tolle Mitspielerin. Geht weiter. Okay. Ich geh rein. Dringend gerade. Run, go. Run, go. Ich mein ... Nachdem Steinbein hier alles, alles wirklich sabotiert hat damit, dass mir jetzt einfach dieses Geld fehlt. Ich? Wir wählen 200 Gold, okay? 200. Das ist eine Katastrophe. Ich wäre der Erste gewesen, der es dir zu Füßen gelegt hat. Aber hast du nicht. Wehre bringt mir gar nichts hier. Naja, die letzte Stunde. Es war ja alles so geplant. In der letzten Stunde machen wir doch das Dänemark-Ding. Katastrophe. Wollt ihr waghalsig sein, wir können die Geschwindigkeit natürlich hochdrehen für die letzte halbe Stunde. Auf drei? Auf drei wäre richtig gut. Ich bin da voll drin. Sie hat noch was vor. Mhm. Ja. Was hast du noch vor? Lass die Leute noch mal teilhaben. Was ist bei dir der Stand? Also ich habe den alten norwegischen König gerade getötet. Der zweite ist fast so gut wie tot. Und der dritte, der alles erbt, ist mein zukünftiger Verliebter. Wir sind kurz davor zu heiraten. Und wenn ich das noch durchbekomme, dann bin ich mit dem König von Norwegen verheiratet. Oh, das heißt, ich müsste auch meine Tochter mal wieder irgendwo hin heiraten. Das kann nicht wahr sein. Dann erzählst du es und dann kommt er schon wieder. Ich schwöre es dir. Ich marschiere in der letzten halben Stunde bei dir ein. Wer ist wert? Das wäre aber natürlich auch noch ein cooles Ende. Das kann nicht wahr sein. Habe ich noch überlegt, erzähle ich das, erzähle ich das nicht. Ja, 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 ja. Ich sehe das schon. Alle meine Hochzeiten sind strategisch völlig unsinnig, aber lustig. Aber destruktiv. Ja, destruktiv. Mir bringt es gar nichts. Meine Familie ist ruiniert, aber ich ruiniere auch eure damit. Das heißt... Super. Das ist großartig. Ja, komm, dann hauen wir doch hier mal nochmal auf Norwegen drauf. Ich werde jetzt noch einen Unabhängigkeitskrieg erklären. Jetzt will er mir Norwegen auch noch zerstören. Das ist ja wieder mal der Klassik. Echt mal. Es ging doch darum, Norwegen... Ey, das ist doch das Erbe, was ich hinterlasse. Dieses Königreich. Und das willst du kaputt machen? Ich finde es toll, wenn Schujocka das kriegen würde. Ich rufe noch meine Verbündeten mit dazu. Kommt, Leute. Eure Ehrlosigkeit hat ihren Preis. Ich habe jetzt noch eine Ruhmstufe verloren. Ich habe weder... Ich habe gar nichts mehr. Aber ich werde meine Unabhängigkeit haben, sage ich euch. Jetzt hoffe ich, dass meine Verbündeten auch einigermaßen zeitig aufkreuzen. Ich erzähle euch nie wieder, was ich vorhabe. Das habe ich jetzt gelernt. Ich hätte das für mich behalten sollen. Los, Männer! Wir werden uns unabhängig machen für die Freiheit! Wobei ich meine Tochter trotzdem verheiratet hätte, weil es war ja wirklich nicht, um deinen Plan zu durchkreuzen, sondern nur, weil ich gesehen habe, oh cool, der eine Typ ist frei und gibt ein gutes Bündnis. Jetzt kriegt der König von Norwegen hier mal von seinen Feinden erstmal auf den Sack. Der tut gar kein Bündnis. Der tut sitzt in England. Der hat nix, um den es geht. Nee, ich meinte bei... Wie hieß es damals? Upland? Achso, Upland. Jetzt kriegt... Mein Lehnsherr kriegt von allen Seiten auf die Fresse gerade. Das finde ich mega gut. Steinwallen, wir trampeln auf deinem Erbe rum, auf deinem Vermächtnis. Hier kommen meine Verbündeten, die jetzt gemeinsam mit mir hier für die Unabhängigkeit streiten werden. Boah, ist alles gut. So, los Männer. Das ist ja auch noch so ein Kindergartenkrieg hier. Mann, Mann, Mann. 2,500 hat Schweden zurück. Holst du Schweden zurück? Ich bin doch... Nein, warum greift mich jetzt der Typ an, der Norwegen angreift? Ich will doch selbst Norwegen angreifen. Nein. Wir haben doch gemeinsame Interessen, du dummer Sack. Ach, Häuptling Harald Schönhaar, ey. Geh sterben. Der ist toll. Der ist ein unglaublich guter Befehlshaber. Der war lange Zeit in meinen Dienst. Der hat gerade abbekommen. Warum kommt der denn jetzt hier her? Ich wollte doch gar nicht irgendwie... Der hat wahrscheinlich irgendwie... Die KI hat bestimmt gedacht, ich habe jetzt hier eine Armee ausgehoben. Hast du mich nicht acht Stunden lang spielen sehen? Du wirst dir denken können, dass diese Armee nicht war, um meinen Lehnsherren Nobel zu verteidigen. Das hatte andere Gründe, warum ich die ausgehoben habe. Ach. Schlimm. Wie, was ist bei dir passiert? Ja, ich wollte Unabhängigkeit... Ja, das habe ich gesehen, ja. Und dann hat mich halt einer angegriffen, der auch gerade gegen Norwegen kämpft. Weil er dachte, dass ich meine Armee für meinen Lehnsherren, meinen norwegischen, ausgehoben habe. Da wollte ich mich ja gegen den stellen. Und wir wären eigentlich... Also wir hatten ja gleiche Interessen, der und ich, dass wir Norwegen auf den Sack geben. Aber das hat er nicht ganz gecheckt. Und jetzt besetzt er hier mein Land, um halt Norwegen zu strafen. Und ich meine, meine Stunde wird schon noch irgendwann kommen. Aber das war jetzt ein strategisches, sage ich mal, ein Unglück. Nicht das erste heute, wie ich einräumen muss, aber... Ja, vielleicht bleibt Norwegen noch. Wo ist denn meine Armee jetzt überhaupt hin? Da ist sie abgehauen hin. Jetzt macht der Typ halt so richtig irgendwie Jagd auf mich, weil er echt voll überzeugt ist, dass ich treuer norwegischer Vassalt bin. Junge, hast du die Geschichte meines Hauses nicht studiert? Aber der andere Krieg ist jetzt vorbei, ne? Ach so, jetzt hast du nur noch den einen. Aber das müsstest du auch gewinnen. Aber wenn der andere Typ jetzt weg ist, der jetzt nicht mehr gegen Norwegen kämpft... Du bist nur noch in einem... Ja, eigentlich schon, oder? Ja, aber Norwegen ist halt in einem Krieg. Und da nimmt er mich mit, weil ich Vassal bin. Und deswegen hat der andere mich angegriffen. Der wird halt von einem mega überlegenen Feind angegriffen, der mich auch als Feind sieht. Obwohl ich eigentlich, genau wie er, nur gegen Norwegen kämpfen will. Also wir könnten uns eigentlich partisanmäßig verbünden, dass ich halt das Reich von innen für ihn auswühle. Aber der ist nicht smart genug, das zu kapieren. Aber warte mal, jetzt hat, glaube ich, der Mordanschlag von Sri Lanka jetzt, glaube ich, geklappt, ne? Ja, nein, das Problem ist... Also das große Problem, das ich an der Stelle habe, ist, ich wäre ja vorher Herzog geworden und habe mich dagegen entschieden, weil ich dir in deinem Krieg geholfen habe. Das hat mich 120 Gold gekostet. Ja, das sagtest du schon. Ich bin immer noch in dem Krieg. Ich bin immer noch in dem Krieg. Ich kann den Krieg nicht beenden, weil es nicht meiner ist. Deswegen kann ich nicht plündern. Deswegen komme ich nicht zu Gate. Und mir fehlt dieser eine Titel als Herzog, damit ich den König bekomme. Und ich habe den Mordkomplot jetzt 10 Monate herausgezögert gegen den anderen. Aber es bringt halt nichts. Ich kriege den Herzogtitel nicht mehr, weil ich nicht das Geld dafür habe. Und daran ist jetzt Norwegen gescheitert, leider. Weil ich einfach, ich bin halt immer noch Graf. Und ich habe halt sechs, quasi sechs Domänen seit einer halben Ewigkeit. Aber ich habe halt nicht genug Geld, um das Herzogtum zu gründen und kann nicht plündern gehen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Das hätte Norwegen sein können. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann lasse ich es jetzt auch mal gut sein mit dem Mordkomplot. Ich kann es nicht länger rauszögern. Das geht nicht mehr. Ja, ich meine, der Gedanke, das hätte Norwegen sein können, kam heute, glaube ich, einigen von uns schon an verschiedene Punkten dieses Spiels. Und nie so recht hat er sich bewahrheitet, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ja, aber ich werde jetzt nur noch gucken, ob ich noch irgendwie hier mich unabhängig mache zumindest. Das wäre doch noch hier ein schönes, schönes Ding. Schoyaka, wenn du einfach in diesem Krieg feindliche Provinzen besetzt, sage ich jetzt mal, die noch unbesetzt sind, dann kriegst du auch Geld. Das ist wie Plündern quasi. Das ist aber trotzdem ein Krieg, bei dem ich mich nicht einmischen möchte, weil da so viele Armeen unterwegs sind, dass es mir maximal die Armee zersplädert. Da laufen halt einfach gerade insgesamt 4.000, 5.000 Mann, die entweder mich zumindest nicht mögen oder die mich hassen in der Gegend rum. Und ich habe halt 1.500. Ich verliere da maximal meine Armee. Das bringt nichts. Es sterben auch hier ständig, also die norwegischen Könige sterben wie die Fliegen. Jetzt ist schon wieder einer weg. Und jetzt ist eine Königin an der Macht. Königin Holmfried. Ja, es ist nicht gesund, König von Norwegen zu sein, wie wir ja schon mehrfach erlebt haben heute. Okay, nochmal wieder ein ganz anderes Haus. Interessant. Übrigens ist mein jetziger Fürst, weil ich ja immer schon betont habe, dass der sehr tugendhaft ist, ist Diplomat. Der ist völlig harmlos und liebenswürdig. Er führt diesen Unabhängigkeitskrieg aus Gründen der Rechtschaffenheit. Wisst ihr, was, wer der Königin Holmfried folgt? Walder Stein Zon Zon. Aus meiner Dynastie. Stein Zon Zon. Ist das nicht geil? So kommt das manchmal. Kommt. Das kriegen wir noch hin. Die ist schon alt. Die ist 65. Oh. Das wäre ja noch ein geiles Ende. Wenn doch noch jemand von dir König von Norwegen werden, das wäre schon ziemlich geil. Gebe zu, das müsste ich respektieren. Was muss dafür passieren? Die muss jetzt einfach nur sterben. Und die ist schon, die ist, die ist, die ist, die ist, die zwei, die ist 65. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich denke mal, die nächsten 20 Minuten würde ich noch sterben. Ich habe 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, sie eben zu richten ohne Agent. Das wäre jetzt nur der Ästhetik halber sozusagen. Und ich habe nur 5% auf deinen Steinwalzen. Und der ist relativ sicher, wenn die Königin sehr verwundbar ist. Das könnte sogar noch passieren. Das ist auch wirklich ein guter Mann hier. Ich finde, das ist auch ein würdiger König. Ja, also hoffentlich braucht Norwegen ja auch mal dringend einen, weil es jetzt schon drei hatte, glaube ich, in den letzten 15 Minuten oder sowas. Und meine Hofärztin will einen Komplott gegen mich schmieden. Also einen Mordkomplott sogar. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Wie steht es denn bei dir, Denzel? Du bist immer noch Jarl, oder? Aber der größte Jarl des ganzen Landes. Während das Königreich Samisch schon sehr winzig wirkt. Ja, mega Jarl hatten wir gesagt, ne? Aber ich bin schon dabei, Schweden wieder zu befreien. Oh, du hast gleich Schweden. Ja, krass. Genau. Und nach Schweden kommt dann wieder die ganze Welt. Geht wieder von vorne los. Aber mal gucken, ob wir das noch in einer halben Stunde schaffen. Mein Chat meinte, ich sollte dann wieder einsteigen, wenn der König ist. Aber das mache ich nicht. Ich finde es so viel stilvoller. Also ich meine, ich würde das auf jeden Fall machen, wenn das Spiel... Ich würde das auf jeden Fall machen, wenn das Spiel jetzt noch länger gehen würde. Ja, ja, dann könnte man es machen. Weil das wäre mega geil. Aber jetzt für die letzten zehn Minuten, das ist ja auch relativ unsinnig. Aber ich würde dir auf jeden Fall meinen höchsten Respekt zollen, wenn das jetzt noch passiert. Ich habe hier gerade einfach, also, das ist, da sind so viele Armeen gerade, die hier überall herumherlaufen in Dänemark. Ich weiß gar nicht, was das gerade jetzt alles ist. Irgendwie ist Wessex gerade in Dänemark angekommen. Das ist auch schön. Deswegen relativ ähnlich, dass diese Horden hier recht schwer dran zu kriegen sind, weil es wirklich viele sind. Das Gute ist, sie hauen sich alle gegenseitig auf die Fresse. Und ich winde mich so ein bisschen zwischen... Wie ein Sinngeld für das ganze Spiel halt, ne? Winde mich hier so ehrlos hin und her und will nur meine Unabhängigkeit erstreiten. Ähm... Aber ich meine, theoretisch... Historisch akkurat. Ja, ich meine, aber theoretisch ist es jetzt nicht sogar... Wir haben wahrscheinlich nicht mehr ganz genug Zeit, aber wenn Denzel jetzt recht bald Schweden hat, könnte er ja sogar noch Norwegen kriegen und zum Kaiser werden, wenn er ein bisschen mehr Zeit hätte noch. Aber ich glaube, die Zeit werden wir nicht haben. Ich will auch anmerken, Schweden ist schon in der Hand meines Hauses, ne? Mein Bruder regiert Schweden. Ich kämpfe gerade gegen meinen Bruder. So leicht ist das auch nicht mit dem König... Äh, mit dem Kaiserreich. Da braucht man noch ein paar Voraussetzungen noch. Ja, da braucht man verdammt viele Ländereien. Das ist echt eine Menge. Also die drei Königreiche, genau. Du brauchst ziemlich viele Grafschaften und dann auch noch ziemlich viel Gold. Ja, 500 Gold, da... Nee, ich glaube, da brauchst du noch mehr. Von meinen Gefangenen... Nee, da steht hier, 500 Gold für Skandinavien. What? So billig? Okay. Weil es ein De Jure-Kaiserreich ist, ne? Dann ist es günstiger, ne? Oh Gott, jetzt werde ich da oben wieder belagert. Ach, das ist eine Katastrophe. Ich habe einfach... Ich bin in drei Kriegen drin und nur ein einziger für ich selber. Das ist... Das mache ich so nicht nochmal. Das, ähm... Ich habe wieder gelernt für die Zukunft. Vertraue niemandem. Oh, das finde ich aber jetzt auch ein doofes Fazit. Ja, ich weiß. Also wenn ich das sagen würde, dann kann ich das... Im Übrigen möchte ich dir an der Stelle sagen, dass ich sie gerade hingerichtet habe für dich, Steinwein. Ja, ich wollte gerade sagen, Steinwein, dein, 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 dein Mann ist jetzt wieder König von Norwegen. Okay, also. Mal gucken, wie lang der, mal gucken, wie lang der es halt macht. Ich meine, Könige von Norwegen sind schnell gefallen in den letzten, äh... Freu bis nach dem Tod, Steinwein. Und was habe ich da vorbekommen? Nichts! Du bist also mit Sicherheit die, die, die Königin der Herzen meines Chats von meinen Zuschauern ganz oben. Ganz sicher. Viele neue Fans. So, ich bin zurück übrigens. Habe ich jetzt durch diesen neuen blöden König, habe ich jetzt die Gebiete erobert, die ich im Unabhängigkeitskrieg gegen ihn verloren habe, weil die jetzt wieder ihm gehören? Das heißt, ich muss jetzt hier neu meinen Unabhängigkeitskrieg führen. Ist das albern? Ich, ich verwahre mich dagegen. Das ist, äh, eindeutig Schiebung hier. Die Herzen kommen jetzt nur so in meinem Chat für dich. Mhm. Shurjoka-Power. Dieser, 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 dieser lächerliche Typ hier, dieser, dieser norwegische... Hast du da gerade, hast du da gerade eine Hochzeit annulliert? Mit Schweden? Ah, ich sehe schon. Mhm. Ich? Mhm. Du? Ich habe aktiv nichts gemacht. Bist du dir sicher? Nee, ich habe einen Gefangenen freigelassen. Mhm. Und, äh, halb Skandinavien eingenommen, aber von der Hochzeit, die habe ich schon verpasst. Oh nee, die ist da. Dann ist das was anderes, was annulliert wurde. Alles gut. Ah, okay, siehst du, ich habe noch nie eine Hochzeit verpasst. Nein, ich habe nur noch gefragt. Äh, aber, aber Denzel ist jetzt tatsächlich, äh, ich wechsle die, die Königreiche wie meine Unterhosen. Vielleicht sogar öfter. Hahaha. Ich glaube, damit können wir es ja vielleicht für heute auch beschließen, oder? Oder glaubt ihr, es passiert jetzt noch was Wichtiges in den nächsten zehn Minuten, auf das wir noch hinspielen sollten? Äh, zwei Sekunden, gib mir zwei Sekunden. Zwei Sekunden kannst du gerne haben. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann nicht mal mit meiner Tochter nach Norwegen reinsetzen, weil ich so viele Bündnisse habe. Das ist ja eine Katastrophe. Gut, ich brauche die zwei Minuten doch nicht mehr. Das hat sich erledigt hier. Katastrophe. Ich, äh, ich, ich denke, das mit dem Unabhängigkeitskrieg, das hätte schon auch noch funktioniert, aber da ich jetzt nicht nochmal komplett neu führen muss, äh, das ist schon ein bisschen albern, ähm. Ich habe mal versucht, dich umzubringen, aber es hat nicht geklappt, weil der dumme Mob, den ich angestiftet habe, nichts erreicht hat. Mann, wenn du es nicht selber machst. Verstehst du? Ja, das stimmt. Also hören wir auf, oder muss ich meine Armee noch hochschicken in mein Zuhause? Ne, wir hören auf, würde ich sagen. Wir können jetzt hier nochmal ein wenig das Ding Revue passieren lassen. Also ich fand's mega geil, das kann ich schon mal allgemein sagen. Äh, ich fand, äh, ich fand's echt cool, wie hier wirklich Reiche und Herrscher aufgestiegen und gefallen sind, ähm, und, und jeder so seine, seine, seine Highlight-Momente hatte. Absoluter Respekt an Denzel natürlich, der uns alle an die Wand gespielt hat, was reine Machtverhältnisse hier angeht. Äh, das kann man, kann man nicht anders sagen. Äh, ich hätte mich ja eben sehr gerne schäbig unterworfen, äh, aber hab diese Idee... Aber du hast einen noch schäbigeren, du hast einen noch schäbigeren Weg gefunden. Ja, immer, immer. Na, Hauptsache er hat sich irgendjemand mal unterworfen. Ja, also ich, also da hast du mich ja auch reingezwungen, Denzel, ne? Ja, durch meinen Tod. Wenn du genug gewesen wärst, einfach der, 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 der solche noch einen Monat länger zu widerstehen oder sowas, äh, aber irgendwann muss man halt dann auch, äh, anerkennen, was Sache ist, äh, äh. Fleisch war schwach. Ja, aber für mich war das Spiel natürlich vor allem, äh, im Mittelpunkt, äh, ein Highlight. Da, da konnte ich, äh, schön viel Einfluss ausüben durch, durch meine, meine Mord, äh, Komplotte. Am Anfang hatte ich wirklich sauviel Pech, dass keins davon funktioniert hat. Da hab ich halt ewig, das war auch etwas nervig, weil ich dachte, da ist auch für die Zuschauer gerade irgendwie langweilig, wie ich hier rumeiere und irgendwie keine Eroberung gebacken kriege, äh, und ja, gegen Ende hab ich dann halt natürlich, äh, jetzt, jetzt wäre, glaube ich, wieder was möglich gewesen mit diesem Unabhängigkeitskrieg, äh, und, äh, aber wer weiß, ich glaube, am Ende hätte so oder so Denzel wahrscheinlich hier ganz Norwegen, Schweden, also ganz Skandinavien unausweichlich eigentlich gekriegt, ähm, tatsächlich hätte man, und auch ich vielleicht, ich hab tatsächlich, am Anfang hab ich halt gedacht, es würde sich ein, ein Machtblock bilden aus Denzel gegen Steinwallen und ich wäre halt auf Denzels Seite, weil er mein Seelengefährte war, ähm, das hat sich dann gar nicht so materialisiert, dass die aufeinandergeprallt sind, ähm, wir hatten Verkehr, Maurice, vergiss das nicht. Genau, das ist, das ist richtig, äh, das war mehr als die Seele. Maurice, ich hatte noch nie mit jemandem virtuellen Verkehr, das ist, das ist für mich ein Novum. Äh, ich weiß nicht, ob es bei dir ist, aber ich nehm das ernst. Wir sind jetzt sowas wie digitale, die sagt man. Na, wie sagt man? Wie sagt man das jetzt? Ähm, aber ich, ich, wir wissen, wir wissen alle, was du meinst und ich stimme dir zu. Ja. Ähm, es wäre wahrscheinlich, und ich sag das als jemand, der es ja selbst nicht gemacht hat, irgendwann für die, für die Action nochmal ein Ding gewesen, wenn wir uns halt zu viert gegen diese mega Königreich-Sache von Denzel da gestellt hätten, aber da hab ich ja auch nicht in dem Sinne agiert, weil ich eben dachte, ich bin, wenn dieser Konflikt kommt, auf der Seite, ähm, und hab dann auch nicht, äh, aber es gab ja wirklich noch genug Action, von daher bereue ich auch nichts, äh, und begehe, begehe als, 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 als moralisch reingewaschener Mensch vom Platz. Wie, wie geht's euch? Was ist euer Resümee? Hahaha. Das war ja. Eiskalt. Sehr schön. Eiskalt. Der Killer hat als Moral. Die Absolution erteilt. Ja, das ist so. Ein von allen Sünden. Cool. Ja. Perfekt. Na gut. Ja, ich fand's auch super spannend. Habt ihr noch Schlussworte? Ich kann da nix eigentlich hinzufügen. Fand's schön, dass Steinwein da so viel Druck ausgeübt hat aus dem Westen. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass er so loszieht. Er hat aber auch zwei Stolpersteine gehabt, über die er dann gestolpert ist und sein Reich verloren hat. Aber das ist auch ganz normal bei dem Spiel, ne? Man darf sich, man darf nie, nur weil einer groß wird, glauben, dass der jetzt vorne ist. So, ich glaub nicht, dass ich das gewonnen hätte. Ich hatte jetzt, das Schweden hier hab ich ja eben gerade nur mit Ach und Krach zusammengekriegt, das wär doch in fünf Tagen wieder auseinandergefallen. Und da geht immer alles. Macht mega Bock. Find das ganz lustig, wie Michael sich da nach Süden, Richtung Festland Europa versucht hat auszubreiten, aber immer nur so kleine Kolonien hatte. Kein zusammenhängendes Reich. Was, bitte? Das ist doch zusammenhängend hier die Küste entlang. Habt du noch mal so zusammenhängend an der Küste entlang so Villen und... Ja, ich weiß nicht. Also, Maurice müsste mal die Definition von Moral und du die Definition von Zusammenhängen noch mal checken. Aber es hat... Ich wollte noch mal kurz auf die Umfrage kommen, denn Shurioka hat tatsächlich zum Abschluss jetzt noch gewonnen. Ja. Sehr schön. Find ich gut. Mit 32 Prozent, während Steinwallen 28 hat... Ich hab 14, Denzel hat 17 und Micha, dein Zusammenhalt wird nicht geschätzt. Aber, äh... Ja, wahre Größe wird halt oft nicht anerkannt. Das stimmt, das stimmt. Aber dann hören wir doch mal von der Siegerin der Herzen hier offensichtlich. Pia, was ist dein Fazit am Ende? Was denkst du, waren die wichtigsten Momente? Wo, glaubst du vielleicht auch, hast du den falschen Schritt getan? Ich meine, hab ich ja eben auch ein paar gemacht. Haben wir alle gemacht. Deswegen ging's ja am Ende für uns alle irgendwie den Bach runter. Also, ich muss sagen, ich find bei mir ehrlich gesagt gar nicht... Also, ich hab nie was verloren, tatsächlich. Ich bin einfach sehr langsam gewachsen. Ich bin jetzt zum Schluss auch zu der maximalen Größe hoch, die ich je hatte. Ich bin halt in Kriegen drin, in denen ich nie sein will. Aber das passiert, so. Kann schon mal vorkommen. Ich bin halt sehr langsam gewachsen. Ich fand's aber super spannend für mich, weil ich hab mir halt überlegt, okay, ich hab jetzt Skandinavien, ich bin, hat man vielleicht ein bisschen gemerkt heute, so ein sehr skandinavisches Fangirl, was so Wikinger und so weiter angeht. Und ich hab meine meisten Spielrunden in Skandinavien bis jetzt gehabt und war so, okay, ich möchte jetzt nicht das Gleiche spielen, was ich schon immer gespielt hab. Ich versuch das jetzt wirklich einfach mal über Rumhuren, so blöd das klingt. Und es hat schon echt, es hat echt Spaß gemacht. Also, ich hatte noch nie so einen Speicherstand, wo ich einfach so wenig angegriffen habe und einfach nur versucht habe, mir Prestige da zu erschleichen. Ich glaube, ich hätte an der Reihenfolge der Männer, die ich mir geholt habe, arbeiten können. Ich hätte zuerst nach Schweden gehen sollen. Das wäre smarter gewesen. Und ich glaube, das, was mir tatsächlich zum Verhängnis geworden ist, ist, ich wollte zu viel. Ich hab vergessen, dass die KI das nicht so cool findet, wenn ich so viele Bündnisse habe. Und das war mir jetzt dreimal ein Stein im Weg für meine angehenden Hochzeiten, weil es dreimal hieß, du bist zu alt und du hast zu viele Bündnisse. Zu alt allein hätte funktioniert. Die Bündnisse waren schwierig. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, möchte ich auf jeden Fall so nochmal machen, war ich cool. Und ich bereue auch das mit Steinwein nicht, auch wenn ich gerade so giftig war. Das war schon sehr lustig. Also, das eine, das kann ich nochmal sagen, was ich schon bereue, ist, ich habe nicht überrissen, dass das dazu führen würde, ihn rauszukegeln aus dem Spiel. Das war nicht meine Absicht. Da habe ich nicht genau hingeguckt auf den Stamm, aber ich habe mir gesagt, haufenweise Gesichter. Der hat schon auch genug Familie, dass da irgendwas geht. Ich habe mir gedacht, okay, der hat mir Rache geschworen, völlig zu Recht, verdiene ich 100%. Wie halte ich ihn klein? Militärisch nicht. Ich habe nur ein Werkzeug. Mein Typ konnte ja nichts anderes als heute umbringen. Trotzdem ist das natürlich nicht, wie man die feine Art spielt, dass man darauf abzieht, jemanden rauszukegeln. Das war auch nicht der Plan. Aber hören wir doch mal von Steinwein. Was ist dein Fazit? Denn deine Geschichte war das größte Auf und Ab, sage ich mal. Du hast sehr nach den Sternen gegriffen, mehrfach auch sie erreicht und bist doch wieder tief gefallen. Ich denke, du kannst dir auf jeden Fall nicht vorwerfen, keine geile Show geliefert zu haben heute. Genau, und darauf kommst du ran. Nein, ich fand es toll, dass jeder von uns irgendwie einen anderen Ansatz hatte. Das fand ich echt schön. Ich habe relativ konventionell einfach so um mich herum expandiert. Du hattest diesen Intrigenansatz und Shuioka, das war natürlich sehr faszinierend zu beobachten, was sie da getrieben hat. Und das ist wirklich, es hat ganz viel zueinander gepasst am Ende sogar, dass meine Dynastie noch wieder König wird. Großartig. Das war natürlich geil. Das war großartig. Aber natürlich hätte ich es mir auch noch gewünscht, dass das irgendwie mit Dänemark und der Partnerin über den Gebirge noch irgendwie geklappt hätte. Nein, es war toll. Sehr schön. Eine schöne Dramaturgie. Ja, also das finde ich auch. Das Spiel tut das ja von sich aus sehr gut, aber trotzdem, es war, finde ich, selbst für Gräderkriegsverhältnisse irgendwie außergewöhnlich. Also eben, weil auch jeder so unterschiedlich gespielt hat, dass wirklich sehr viele coole Dinge passiert sind. Lustigerweise, also ich finde zum Beispiel, dass Dark Crusader Kings auch irgendwie nochmal cooler ist für solche Events als zum Beispiel Civilization, wo es, finde ich, längere Perioden gibt, wo so ein Putt entsteht. Also Dennis, du weißt es ja am besten von uns, weil du es häufiger kommentieren musstest, dass die Leute sich einfach nicht auf den Sack gehen gegenseitig. Und hier halt durch diese ganzen KI-Leute, die auch ständig was machen, es passiert halt eigentlich ständig irgendwo irgendwas Lustiges. Und das fand ich echt cool. Wir wussten halt alle, wie das Spiel geht. Das ist, ähm... Das hast du jetzt gesagt. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Die Anforderungen sind irgendwie sehr gering, die hier gestellt werden. Na ja, also bei CK3, wer da von sich sagt, er weiß, wie das Spiel geht, ich würde nicht sagen, dass die Anforderung gering ist. Ja gut, das ist wahr, ja. Man muss auch tatsächlich, also das finde ich aber auch interessant an dem Spiel, ich glaube, wir hatten ja alle in diesem Spiel, wir sind ja alle nicht unerfahren in dem Spiel, aber jeder von uns hatte zumindest ein, zwei Mal so, ach stimmt, das geht ja auch, das könnte ich auch machen. Das Motto meines Häusers. Ja genau, das sind ja auch noch Optionen. Ich habe auch wieder voll viel gelernt, diese Runde. Und ich sage, ah, okay, so, so. Auch wenn man sich halt dann, wenn man sich den Herrscher mal gewählt hat, muss man sich auch ein bisschen reindenken in seine Methoden. Also ich spiele zum Beispiel eigentlich für den ersten Fürst immer sehr ungern einen Intrigenfürst, weil sehr oft das passiert, was mir am Anfang passiert ist, dass halt deine 60%-Intrigen alle fehlschlagen und halt ein gerade heraus Kriegs- oder Verwaltungsfürst einfach viel besseres Deadboni am Anfang hat. Aber ich hatte den Typen halt jetzt und dann gegen Ende, also im Mittelgame, wenn halt dann die Werte noch ein bisschen höher sind, und auf einmal ging da mega viel. Ich so, okay, ich bin ja ein Gott hier, Königreiche fallen nach meinem Fingerschnippen. Bis dann am Ende natürlich ich mich auch, wie wir alle, etwas übernommen habe in meinen Mordsgelüsten und selbst nach einem Fingerschnippen gefallen bin. Aber es gehört ja auch dazu, es sagt auch im Chat gerade jeder, es gibt, glaube ich, kein CK-Spiel, wo man nichts dazulernt. Ja, glaube ich auch. Ja. Also ich fand es jedenfalls zum Abschluss nochmal auch super cool, dass ihr alle dabei wart. Ein paar von euch habe ich sehr spontan für dieses Ding angefragt und ihr wart voll am Start. Dennis hat mir vorher sogar noch irgendwie gesagt, ein Gentleman lehnt keine Crusader Kings-Runde am Samstag ab und das ist wirklich die richtige Einstellung. Sehr schön. Das sind true words, das sind absolute true words. Ja, mega gut. Ich hätte mega Bock, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen, vielleicht ja auch bei einem von euch, vielleicht wieder bei uns, je nachdem. Ansonsten finden wir uns ja bestimmt alle wieder zusammen, denn wir haben ja alle unsere Kanäle. Das heißt, da kriegt man bestimmt ja irgendwas Lustiges organisiert. Ich fand auch so die Größe ganz gut, also so die fünf Leute. Man konnte, finde ich, gut die ganze Zeit miteinander reden, ohne dass es zu chaotisch wurde und es waren genug Leute, dass sich sehr viel entsponnen hat. Also der Standard ist ja oft acht Leute für diese Art von Event. Da hätte man es, glaube ich, wie beim letzten Event wirklich so machen müssen mit diesen abgegrenzten Runden für sich. Aber ich fand es sehr cool, dass wir das machen konnten, dass man das ständig im Gespräch war. Das war, fand ich nochmal ein Tick cooler sogar so. Auf jeden. Ja. War schon, also es hat eine ganz eigene Dynamik gehabt, dadurch, dass man halt durchgehend, aber das, also was schwierig war, und was ich auch für mich gelernt habe, ist, man sollte nicht alles, was man plant, mit der Gruppe teilen, definitiv. Das habe ich auf jeden Fall für mich gelernt, dass ich das so nicht nochmal machen werde. Da war ich ein bisschen naiv unterwegs. Das passiert mir so nicht nochmal. Aber ich werde auch, Micha, sollten wir uns nochmal in einem Spiel begegnen. Ich habe ein Auge auf dich. Und nächstes Mal werde ich dir zuvorkommen mit diesen Intrigen. Da kannst du dir sicher sein. Ich werde so viele Töchter in die Welt streuen, wie ich kann. Ich glaube, ein interessanter Aspekt, heute war ja bestimmt auch, dass einige von uns einander noch gar nicht so gut kannten. Und jetzt wissen wir halt alle ganz genau, was für niederträchtige Schurken die anderen alle sind. Also ich bin selbstlos und nicht niederträchtig. Ich bitte dich. Absolut, ja. Wenn wir eine Sache heute gelernt haben. Ich bin vielleicht, ich tue mir schwer, die Liebe meines Lebens zu finden, aber ich bin niemandem mit dem Rücken gefallen. Die Reihenfolge der Männer, ne? Das ist das Problem. Die Reihenfolge der Männer war das Problem. Ja, genau. Das lernt man doch fürs Leben. Du hast Pech in der Liebe, aber du hast Freundschaften fürs Leben geschlossen. Ja, aber die sind tot. Das bringt nichts. Dein meines Tod. Nicht für dein Leben. Ja, äh. Wir haben ja nicht gesagt, für dein Leben, dass diese Freundschaften waren. Sondern eher für ihr Leben. Ja, ich danke euch allen ganz herzlich fürs Kommen. Es war verbos. Ich danke euch auch da draußen allen, dass ihr so lang am Start geblieben seid und uns zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Die Stimmung im Chat wirkt sehr positiv. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, ganz dreist, dass ihr mega Spaß hattet. Das ist der beste Weg, weil wir euren Samstag verbringen konnten. Was auch sonst. Und wir sind ganz bescheiden, wie immer euch dieses großartige Entertainment geliefert haben zu können. Vielen Dank. Ich sage sehr optimistisch, bis zum nächsten Mal. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, irgendwas in der Art nochmal zu wiederholen. Und ich bin am Samstag, am Mittwoch bin ich bei den Peets wieder für Civilization am Start. Das wird auch lustig. Und dass die nächste Runde Greater Kings 3 kommt bestimmt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Jo, ciao. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Ja, das war dieser Wahnsinn-Stream. Bleibt ruhig noch dran. Ich trinke noch ein Bierchen mit euch zusammen. Ich will jetzt mal kurz, werde ich euch muten, weil ich kurz mich nochmal privat von denen verabschieden möchte. Ich denke, da habt ihr Verständnis für. So, machen wir das jetzt mal. Also, kurze Pause. So bestimmt fünf Minuten. Ich hole mir ein Bier, ziehe mir noch eine Banane rein oder sowas. Und dann geht es hier noch ein bisschen weiter mit dem Nachgequatsche. Und dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Deine Entscheidung auch zuzuhören, dass ich ja nicht böse, keine Absicht war. Wohlwissen. Ja, genial. Was? Genial. Ey, der Niederträchtigste von allen und ich stehe jetzt als das Arschloch da. Du Sackgesicht. Das ist mein Stichwort. Auch hier aus der Regie nochmal vielen Dank für diese lustige und interessante Runde und danke, dass ihr dabei wart. Das war alles sehr, sehr schön. Vielen Dank für alles. Ja, du hast das gar nicht gehört, gerade Steinwallen, ne? Ne, ich auch nicht. Was war denn? Es wurde nochmal eine schlimme Tatsache enthüllt. Wir kennen deinen Mörder. Er hat nämlich gestanden. Wie werde ich? Ich fahr auch gerade weg. Es war dein rivalisierender... Es war Dennis. Es war Dennis, Steinwallen. Und Dennis hat die ganze Zeit in dieser Stunde noch die Stirn gehabt zu schwadronieren, wie erlos ich mich verhalten hätte, während er der größte Schurke von allen war, das komplett deflektiert hat. Ja, ich bin ja so ein aufrechter Krieger. Ich nehme mir nur mit dem Schwert, was mir gehört. Ja, ja. Also, Micha, ich nehme das nochmal zurück. Du bist nicht mein Hauptaugenmerk für die nächste Runde. Das wurde gerade nochmal abgelöst hier in den letzten zwei Minuten. Oh, Mann. Ja, aber ich habe es extra am Ende gemacht. Da war 95% Erfolgsquote da. Da muss man doch draufklicken. Das war ja der gleiche Grund, warum ich es auch gemacht habe. Ja, und bei Maurice auch schon zwei von dir, da dachte ich am Ende, ach komm, jetzt ist eh gleich vorbei, dann darf ich auch nochmal einen töten. Schlimm. Ja, dachte ich mir, oder? Okay, cool. Dann kann ich in Ruhe. Ihr seid alle grässlich. So, dann werde ich mich jetzt hier verabschieden, damit unsere Regie auch in den Feierabend gehen kann. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir hören voneinander, denn das sollte auf jeden Fall in irgendeiner Form nochmal wiederholt werden, würde ich sagen. Und dann wünsche ich euch ... Ja, meiner hat das auch mit. Kein Ding. Also, das ist nicht in mir geblieben. Soll die Wahrheit auch ans Licht. Also, bitte. Damit werde ich ja hier nochmal viel ehrenvoller nachdenken. Rückschau, dass ich gar nicht der Schlimmste hier war. Finde ich voll gut. Ich finde das gar nicht vergleichbar, das, was du abgezogen hast. Ich habe einfach nur eine Option im Spiel genutzt und du warst die ganze Zeit eine kleine Schlangenratte. Ja, sehr geil. Das kann sein. Aber so ist das Spiel. Aber gut, ich verabschiede mich. Danke. Und bis sehr bald, hoffe ich. So Leute, das war jetzt nochmal ein geiler Abschluss. Ja, ja, ich habe es gecheckt. Ich habe mich gemutet, aber die anderen nicht gemutet. Cooler Move. Aber dafür habt ihr den Skandal noch mitbekommen. Crazy. Da war es Denzel. Das war doch nicht die KI. Und der hat es noch nicht mal verraten. Ich muss... Das war schon ein guter Move am Ende. Was für ein Epilog hier noch. Das war ja echt der Höhepunkt fast noch des Abends. Ich bin beeindruckt. Sehr schöner Move. Von ihm. Finde ich gut. Finde ich irgendwo gut. Finde ich auch lustig, dass ihr es quasi live mitgehört habt. Auch wenn es jetzt eine kleine Panne meinerseits war. Der Mensch ist halt doch die beste KI. Ja, ich sage mal, kein guter Move. In der letzten Stunde finde ich es okay. Ich meinte, es gibt bei Multiplayer-Runden, kann man vorher so eine Regel machen. Man darf nicht ermorden, wenn dann die Dynastie ausstirbt. Ist nicht ganz unüblich bei dem Spiel. Aber Gott, es ist halt nur ein One-Shot gewesen. Acht Stunden, irgendwann ist Schluss. Ich persönlich finde das schon sehr in Ordnung gewesen. Wenn er es nicht gesagt hätte, wäre es nicht rausgekommen. Das stimmt, ja. So Leute, jetzt aber. Jetzt mache ich eine kurze Pause. Jetzt hole ich mir wirklich mein Pier. Und wir können noch ein bisschen auswerten. Und wir können noch ein bisschen mit der Pause. Vielen Dank. 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 Ja, ich kann Schuoyoki ist die Siegerin der Herzen. Ansonsten haben alle, glaube ich, eine gute Geschichte abgeliefert. Und wir hatten auch unsere Triumphe. Also die Rache an Maurice, die Gründung des Königreichs Norwegen, auf das wir lange hingearbeitet haben. Das ist schon alles gut gelaufen. Also ich bin in keinster Weise irgendwie enttäuscht oder traurig über das, was da passiert ist. Das war alles gut so. Genau, VfGaming, das ist der Punkt. Bei den Wikingern geht das halt sehr, sehr, sehr schnell und dynamisch. Ich meine, es ist ziemlich schnell vom Graf zum König. Gerade im Singleplayer auch geht es relativ zügig. Und es geht halt auch alles sehr schnell wie ein Bach runter durch die Erbteilung. Und naja, man hat sehr schnell auch viele Armeen. Durch die Prestigesachen, durch das Plündern ist sehr abwechslungsreich. Ja, der Stream wird auf YouTube hochgeladen, ja. Stefan, das sehe ich auch so. Gut war, dass es kein fixes Gewinnziel gab. Ja. Tatsächlich hatte ich erst gesagt, kann das funktionieren, wenn man nicht irgendwie ein konkretes Ziel definiert, wo jeder, also wo man darauf hinarbeitet. Aber gerade diese Freiheit hat halt eigentlich jetzt den Spaß gebracht. Das war schon absolut richtig so. Ja, ob ich gedacht hätte, dass nach der großen Intrige, wo das reicht, sehr viel, ob ich da nochmal ein Comeback hinlege. Ja, naja, so richtig gedacht habe ich es nicht. Aber gut, die Konstellation war insofern glücklich, dass ich gerade noch in einem anderen Krieg war, der kurz vor dem Sieg stand. Und dann die Sache mit der Erbschaft, das ging ja relativ schnell. Durch das erfolgreiche Mordkomplott war der Weg da nicht mehr weit, ja. Ja, das stimmt, das Timing mit Maurice und der Aufteilung von Lapland, das war auch herrlich, ja. Ein sehr schöner Moment. Kurz vorm Game Over, König von Norwegen, dann wieder Game Over. Ja, Humankind, da gibt es einen offiziellen Release, irgendwann im April, ja klar, das weiß ich. Was das Hintergrundbild darstellt, achso, das ist die Schlacht, irgendeine Schlacht Alexanders, des Großen. Oh, welche Zigarre. Es ist meine Haus- und Hofmarke, deren Namen ich immer wieder vergesse. Kann ich dir nicht sagen. Es ist eine Longfiller, eine einfache. Nee, ich komme nicht aus Ostfriesland, ich komme aus dem Norden, ja, aber nicht aus Ostfriesland, ja. Ja, genau, via Zamoran, richtig. Sehr gut aufgepasst. Ich rauche keine Zigaretten, nein. Ich bin reiner Genussraucher. In schönen Momenten greife ich mal zur Zigarre, zum Zigarrello oder zur Pfeife. Hm, Giulioca, es war echt spaßig mit dir. Schön, dass du noch reinschaust. War echt ganz toll. Großartig. Und wirklich schade, dass wir es am Ende nicht durchziehen konnten. Ich habe schon gesagt, das Einzige, wovor ich Angst habe, wenn man das Ganze wiederholt, dass man das dann immer schnell vergleicht mit der ersten Runde. Aber so ist das halt, ne? Es ist einfach zu cool und spaßig gewesen, dass man es nicht tun sollte. Ja, es wird schon. Die Ehrenhexe. Ja. Sehr schöner Name, ja. Danke dir, Smart Tactics. Ja, Leute. Na gut, mein Bierchen ist noch ein bisschen, wir lassen das hier ganz, ganz genüsslich ausklingen. Langsam. Die Königin der Herzen, definitiv. Die Frau, die sehr gesellig war. Es lebe die Hexe hinterm Berg. Gutes Bier, ja, das stimmt. Das ist, naja. Tatsächlich fast das einzige Bier, was ich, außer es gibt mal Notbier, was ich dann hier trinke. Danke, Gorax. Dass ich dich gut beriesele. Ob ich mit dem Startcharakter zufrieden war? Joa, doch. Ich hatte, ich finde halt, man sollte bei diesem Spiel jetzt auch nicht so sehr auf MinMaxing gehen. Ich finde, das war ein guter Charakter für den Anfang. Und es hieß ja, wir sollten uns so ein bisschen nachbauen. Naja. Hätten wir uns alle nachgebaut, dann wären wir alles, glaube ich, liebe zivilisierte Teilnehmer gewesen. Das hätte dann auch nicht so richtig gepasst. Eine Runde Bayern. Ich habe ja mit Bayern ganz wenig am Hut, aber es kam der Vorschlag im Chat, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Jeder beginnt da, wo er herkommt. Ich meinte, wir werden vermutlich alle aus dem Heiligen Römischen Reich stammen. Wenn ich das mal so sagen darf. Hätte vielleicht auch was. Kampf um die Kaiserkrone. Was ich für neue Projekte im Kopf habe, naja, auf dem Kanal wird demnächst starten, dann nehme ich am Turnier teil zu Field of Glory 2 Medieval. Da sind die ersten Runden schon gespielt, das wird sehr spannend werden. Ein internationales Turnier mit acht internationalen YouTubern. Und dann gibt es eine sehr, glaube ich, auch eine gute Multiplayer-Runde von Strategic Command mit dem guten Alex. Also dem Hobby-General, genau. Maurice war sich schon authentisch, in der Tat, ja. Das stimmt. Ah, dann könntest du in Kroatien starten. Stimmt, aber dann wäre das, glaube ich, erst nicht im Heiligen Römischen Reich, nicht wahr? Aber wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich meinte, es hat natürlich einen großen Reiz gemacht, die lokale Nähe. Ist vielleicht dann nicht so gegeben. Ja, wobei es ist wichtig, dass man in einem Reich ist, dann hat das schon. WW2 spielen wir, ja. Hobby und Beruf sind bei mir tatsächlich, bekomme ich deshalb unter den einen Hut, weil es identisch ist. Ich betreibe das hier tatsächlich auch im Hauptberuf. Streaming Januar ist bald vorbei und wir haben so wenig geschafft, habe ich das Gefühl. Aber ich muss sagen, auf Dauer würde ich das auch nicht durchstehen, diesen Stream-Rhythmus und dann noch mein volles YouTube-Programm. Also bin auch froh, wenn das mal wieder ein bisschen in die Normalität übergeht. Oh, Chewix wollte nur kurz um 14 Uhr reinschauen und musste dann doch bleiben. Toller Tag und Abend. Ja, ich glaube, da ging es einigen so. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass... Wow, aber gut, ich meine, wir sind auch in Lockdown-Zeiten. Wenn es dann ganz unterhaltsam ist, dann kann man auch mal so acht Stunden durchziehen, ne? Maurice könnte für ProSieben arbeiten. Oh, ob er das als Kompliment auffasst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mein Lieblings-Whisky. Jetzt kommen wieder die Lieblingsfragen, die ich ungern beantworte. Ich mag sehr gerne Islay-Whiskys. Oder der Highland Park. So in die Richtung. Kurz reingucken und schon sind acht Stunden vergangen. Ja, allergart. Ich weiß schon, dass das ein Kompliment war mit Posi. Ich habe schon richtig verstanden. Wann wurde das Event geplant? Also ich hatte die Anfrage irgendwie bekommen, ich glaube, zwei Wochen vorher. Aber dann zog sich das noch ein bisschen, was die Teilnehmer betraf. Sodass ich das Leute auch erst sehr kurzfristig ankündigen konnte. Aber ich glaube, wie gesagt, Lockdown-Zeiten, da können die meisten sogar kurzfristig auch zuschauen. Und ja, das nächste Mal, die Capture-Card ist ja da. Das nächste Mal muss ich die nur rechtzeitig vorher installieren. Sonst habe ich nicht das Problem, dass ich mein Kamerabild irgendwie in zwei Richtungen ausstrahlen muss. Aber das ist mir natürlich eine Lehre. Beim nächsten Projekt ist das kein Problem. Und dann ist das besser vorbereitet, technisch. Ob ich die meisten Bücher gelesen habe? Ja, irgendwie schon, ja. Ja, ja, meine Kamera muss auch nochmal ein bisschen, das ist eigentlich nur eine bessere Webcam, die ich hier nutze. Da muss ich wohl noch ein bisschen aufrüsten. Streaming ist ja nicht mein Hauptgeschäft, sage ich jetzt mal. Mache ich sonst ja nur einmal in der Woche. Und fürs Kleidebild reicht es dann auch. Aber da kann man noch was tun. Da gebe ich zu. Das gebe ich zu. Hardware-Muffel, in der Tat. Ich beschäftige mich nur mit Hardware, wenn es sein muss. Wenn irgendwie es ein Problem ist, ich muss das lösen, dann beschäftige ich mich damit. Dann kriege ich das auch irgendwie gebacken. Aber ansonsten interessiert mich für Hardware irgendwie gar nichts. Es muss laufen und dann bin ich glücklich. Und irgendwann gibt es irgendwelche Probleme. Da muss man reagieren, da muss irgendwas Neues her und dann läuft es wieder. Fire and forget gewissermaßen. Wann geht es mit CIF weiter? Ach so, ja, nächste Streams. Nächsten Dienstag spielen wir CIF 1 weiter. Ich hoffe, wir beenden das Ganze am Dienstag. Und danach soll es am Donnerstag eine Verschönungsrunde mit Workers and Resources geben. Ja, und dann geht es am Sonntag weiter mit Imperium's Greek Wars Troja. Das ist der Plan. Ich hoffe, wir kriegen das am Dienstag beendet. CIF 1 muss ich irgendwie durchziehen im Zweifelsfall. Und Cruise Expedition 2. Ja, das ist das Stream-Projekt, was dann noch folgen sollte. Das muss unbedingt gestreamt werden, ja. Ja, muss das er filmen. Dann ist der Streaming Januar vorbei. Dann geht es wieder im normalen Rhythmus weiter. Und dann kann ich die Partnerschaft beantragen. Dazu muss ich eben diese vielen Streams machen. Das ist der Hintergrund so ein bisschen. Regelmäßiges Multiplayer-CK-Format. Naja, wir haben gerade in der Freitags-, also in Steinmalens Lager haben wir eine CK3-Multiplayer-Runde. Aber die ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so kompakt inszeniert, dass man da jetzt irgendwie eine Videoreihe draus machen könnte. Deswegen im Moment nicht. Nächste Titel für die History-Games. Ich habe ein paar Überlegungen, aber nichts, was ich schon sagen kann. Ja, war ein langer Tag. So sieht es aus. Ob ich jemals darüber nachgedacht habe, ein zweites Mal Kingdom Come zu spielen? Also für YouTube mit Sicherheit nicht. Da sehe ich irgendwie keinen Mehrwert. Weil die Freude macht es gerade bei solchen langen Let's Plays ja auch, dass man wirklich die Dinge mit den Zuschauern gemeinsam zum ersten Mal erlebt. Und das da nochmal zu spielen, privat kann ich mir das vorstellen. Wobei ich jetzt erstmal mir wirklich wünsche, dass Teil 2 irgendwie kommen wird. Darauf würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Eines meiner großen Lieblingsspiele. Das kann man zumindest so sagen. Auch wenn ich den Begriff ja immer versuche zu vermeiden. Ach, so viele neue Spiele gibt es im Moment gar nicht, auf die ich mich freue. Es gibt aber auch so viel, was man noch machen kann. Ich bin gespannt, was Paradox so als nächstes am Start hat. Da sind ja zwei, drei Titel in Arbeit. Irgendwann werden sie angekündigt. Nun ja. Ja, zweiter Teil von Parfiner Kingmaker werde ich erstmal nicht mitnehmen. Aber auf Disco Elysium freue ich mich. Das wird das Rollenspielprojekt nach Tyranny werden. Das ist bestimmt auch ganz spannend. Silent Hunter 5, weiß ich nicht so richtig. Ne, die jetzt hieß es so circa drei, da warten wir glaube ich alle drauf. Das wäre auch ein schöner Punkt, wo man vielleicht eine Multiplayer-Runde nochmal machen könnte. Die deutsche Version von Disco Elysium ist schon da, Kiba. Genau deshalb freue ich mich ja auch schon darauf. Deswegen ist das im Plan. U-Boot ist eine interessante Option. Naja, Stellaris, also der Vorteil an Stellaris für den Einstieg ist, dass man sehr klein beginnt. Dadurch ist das schon, ich finde, also wenn man irgendwo neu beginnt mit Paradox, ist CK3 sehr gut oder Stellaris. Also das kann man schon machen, gerade wenn du circa drei Erfahrungen hast, hast du glaube ich die Denke dafür auch, um damit klar zu kommen. Es gibt glaube ich noch keinen Release-Termin für Parfinder. Ja, H2F4, da kann man viel Kritisches zu sagen. Ist aber halt ein unglaublich beliebtes Spiel, was die Spielerzahlen anbetrifft. Halifax, ich denke irgendwann im Laufe des Morgentages wird der Stream dann online sein. Da wird YouTube sehr lange noch das Ganze verarbeiten müssen. Ich denke vielleicht morgen Abend wird das schaubar sein in HD. Genau kann ich es nicht sagen. Projekt für 2027, Red Dead 2. Tatsächlich ist Red Dead 2 eines der wenigen Spiele, die ich hier zum dritten Mal auch angefangen habe. Das ist einfach nur ein Meisterwerk. Ich hoffe ja sehr, dass es irgendwann einen dritten Teil geben wird. Red Dead 3 natürlich, genau, Bala. So sieht es aus. Ja, Golgari King, ich glaube ehrlich gesagt, Paradox arbeitet an Victoria 3. Sie haben offiziell gesagt, und das glaube ich denen auch, dass sie halt nur Spiele machen, wo die Entwickler sagen, oder wo es halt einen Entwickler gibt, der sagt, ey, ich habe jetzt Bock darauf, Victoria 3 zu entwickeln. Da will ich irgendwas mitmachen. Und das hat es bislang eben nicht gegeben. Und die zwingen da niemanden. So haben sie die Auskunft immer gegeben. Aber ich denke inzwischen, irgendjemand wird daran arbeiten bei Paradox. So ihr Lieben, mein Bier ist alle. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz besonders den Moderatoren danken, die jetzt hier teilweise die ganze Zeit mit dabei waren. Wahnsinn. Im Moment Mr. Zafri Bendakson, Akera 04. Ich glaube, ihr wart auch von Anfang an am Start, oder? Ich weiß nicht, ob zwischendurch noch jemand da war, aber vielen, vielen Dank, dass ihr hier so lange, so fleißig mitmoderiert habt. Sehr großartig. Ich hoffe, alle haben sich toll benommen. Aber das ist ja hier eigentlich die Regel, oder? Vielen Dank nochmal an all die edlen Spender und Abonnenten. Ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen was zu essen. Und werde diesen Abend nochmal für mich Revue passieren lassen. Also, ihr Lieben, Schuyorka, falls du noch da bist, auch dir sei herzlich gedankt. Es war wirklich eine Freude, mit dir zusammenzuspielen. Den anderen kann ich jetzt nicht mehr danken, aber das haben wir ja auch schon getan. Macht's gut. Wir sehen uns vielleicht am Dienstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwald. Wir sehen uns beim nächsten Mal.